Die Brüder waren nervös. Der oberste, größte Meister hörte, wie sie leise miteinander sprachen. Die Dinge entwickelten sich zu schnell für sie. Zunächst war es seine Absicht gewesen, sie ganz langsam und praktisch Stück für Stück an der Verschwörung zu beteiligen, ihnen nicht mehr Wahrheit zu gewähren, als ihre Kleingastigkeit verarbeiten konnte. Aber er hatte sie trotzdem überschätzt. Die Situation verlangte Strenge, gerechte Strenge. »Brüder«, begann der oberste, größte Meister, »sind die Schellen der Aufrichtigkeit geschlossen?« »Äh, was?« fragte Bruder Wachtturm unsicher. »Oh, die Schellen, ja, geschlossen, natürlich.« »Und die Mauersegler des Winkens, sind sie richtig geropft?« Bruder Stuckateur zuckte schuldbewusst zusammen. »Wie, äh, was? Oh, alles in Ordnung, überhaupt kein Problem. Geropft, ja.« Der oberste, größte Meister zögerte. »Brüder«, sagte er sanft, »wir haben das Ziel fast erreicht. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Nur noch einige Stunden und die Welt gehört uns. Das versteht ihr doch, Brüder, oder?« Bruder Stuckateur blickte verlegen zu Boden. »Nun«, erwiderte er, »ich meine, klar, ja, natürlich, selbstverständlich. Wir stehen hundertzehn Prozent hinter dir.« »Jetzt sagt er es gleich. Jetzt sagt er gleich, allerdings«, dachte der oberste, größte Meister. »Allerdings!« »Ah, wir, ich meine, wir alle, wir sind. Es ist eigentlich eine komische Sache. Ich meine, nachdem man einen Drachen beschworen hat, fühlt man sich irgendwie anders.« »Ausgepumpt«, warf Bruder Förtner hilfreich ein. »Ja, das könnte man sagen. Es ist so, als...« Bruder Wachtturm kramt in der Schublade seines Wortschatzes. »Als sei einem irgendetwas genommen. Ausgesaugt«, bemerkte Bruder Stuckateur. »Ja, das stimmt, und wir... Nun, vielleicht ist die ganze Angelegenheit ein wenig zu riskant.« »Es fühlt sich an, als nagten sich unheimliche Geister aus dem Jenseits in die eigene Seele«, sagte Bruder Stuckateur. »Ich würde eher von unangenehmen Kopfschmerzen sprechen«, fügte Bruder Wachtturm hilflos hinzu. »Weißt du, größter Meister, deshalb haben wir über all die Sachen mit dem kosmischen Gleichgewicht nachgedacht, weil... Nun, erinnere dich daran, was mit dem armen Bruder Verdruss geschehen ist. Es könnte ein Wink des Schicksals sein, äh...« »Er wurde doch bloß von einem Krokodil gebissen, das sich in einem Blumenbeet versteckte«, erwiderte der oberste, größte Meister. »Das hätte jedem passieren können. Andererseits, ich verstehe natürlich eure Gefühle.« »Im Ernst?«, vergewisserte sich Bruder Wachtturm. »Oh, ja, sie sind völlig normal. Alle großen Zauberer verspüren ein gewisses Unbehagen, bevor sie mit einem so bedeutungsvollen Werk beginnen.« Die Brüder wechselten stolze Blicke. »Große Zauberer, damit meinte er uns. Klingt gut.« »Aber in einigen Stunden ist alles vorbei, und der König wird euch bestimmt großzügig belohnen. Eine ruhmreiche Zukunft erwartet uns.« Für gewöhnlich genügte dieser Hinweis, doch diesmal erzielte er nicht die gewünschte Wirkung. »Aber der Drache«, wandte Bruder Wachtturm ein. »Bald verschwindet er für immer«, antwortete der oberste, größte Meister. »Bald brauchen wir ihn nicht mehr. Hört mir gut zu. Es ist ganz einfach. Der Junge hat ein prächtiges Schwert. Jeder weiß, dass Könige prächtige Schwerter haben.« »Handelt es sich um das prächtige Schwert, von dem du uns bereits erzählt hast?« fragte Bruder Stuckateur. »Und wenn es den Drachen berührt?« »Bumm«, erklärte der oberste, größte Meister. »Ja, das stimmt«, bestätigte Bruder Pförtner. »Solche Geräusche ertönen tatsächlich. Mein Onkel hat mal einen Sumpftrachen getreten, weil das Biest seine Kürbisse fraß. Es krachte laut, und er hätte fast ein Bein verloren.« Der oberste, größte Meister seufzte. »Einige wenige Stunden.« »Ja.« Und dann war es endlich vorbei. Nur noch eine Entscheidung stand aus. Sollte er die Brüder sich selbst überlassen? Bestimmt gab es niemanden, der ihnen glauben würde. Oder war es besser, sie wegen gemeingefährlicher Dummheit von der Wache verhaften zu lassen? »Nein«, sagte er geduldig. »Ich meine, der Drache wird sich nicht einfach in Luft auflösen. Wir schicken ihn zurück, und dann gibt es keinen Drachen mehr.« »Und wenn die Leute Verdacht schöpfen?« erkundigte sich Bruder Stuckateur. »Vielleicht rechnen sie mit mehr oder weniger gleichmäßig verteilten Drachenfetzen.« »Nein«, entgegnete der oberste, größte Meister triumphierend. »Sie wissen ganz genau. Eine Berührung des Schwerts der Wahrheit und Gerechtigkeit genügt, um die Brot des Unheils zu vernichten.« Die Brüder starrten ihn groß an. »Das werden sie zumindest glauben«, sagte der oberste, größte Meister. »Wir helfen zum entsprechenden Zeitpunkt mit mystischem Rauch nach.« »Oh, mystischer Rauch«, murmelte Bruder Finger. »Ganz einfach, überhaupt kein Problem.« »Also keine blutigen, beziehungsweise verkohlten Fetzen«, fragte Bruder Stuckateur. Es klang ein wenig enttäuscht. Bruder Wachturm hüstelte. »Tja, weiß nicht recht, ob sich die Leute damit abfinden. Geht alles zu glatt über die Bühne, meine ich.« »Hört zu«, zischte der oberste, größte Meister. »Die Leute stellen bestimmt keine einzige Frage. Sie werden alles beobachten und sich so sehr den Sieg des Jungen wünschen, dass sich niemand Gedanken macht. Verlasst euch drauf. Und nun, lasst uns beginnen.« Er konzentrierte sich. Ja, es war einfacher, jedes Mal einfacher. Er spürte die Schuppen, fühlte den Zorn des Drachen, als er sein Bewusstsein erweiterte und den Ort erreichte, wohin die Drachen verschwunden waren. Er kontrollierte und beherrschte. Dies war Macht. Und sie gehörte ihm. Feldwebel Kolon schnitt eine Krimasse. »Ell«, »Sei nicht so zimperlich«, rief Lady Cassidyck fröhlich und zog den Verband mit einem routinierten Geschick fest, das auf die Erfahrung vieler weiblicher Cassidyck-Generationen hinwies. »Hat dich kaum berührt.« »Und außerdem tut es ihm sehr leid«, fügte Karotte scharf hinzu. »Zeig dem Feldwebel, wie leid es dir tut. Los!« »Ug«, brummte der Bibliothekar verlegen. »Lass bloß nicht zu, dass er mich küsst«, quiekte Kolon. »Wenn man jemanden an den Waden packt, ihn umdreht und so hält, dass der Kopf mehrmals an den Boden stößt«, überlegte Karotte laut. »Könnte man das als Misshandlung eines vorgesetzten Offiziers verstehen?« »Ich erhebe keine Anklage. Nein, ich nicht«, stieß der Feldwebel hastig hervor. »Lasst uns jetzt aufbrechen«, drängte Mumm. »Ich möchte feststellen, ob Errol in der Lage ist, Witterung aufzunehmen und den Schlupfwinkel des großen Drachen zu finden. Auch Lady Cassidyck ist der Ansicht, es sei ein Versuch wert.« »Du meinst eine tiefe Grube mit Sprungfedern an den Wänden, Stolperdrähten, hydraulisch betriebenen Messerkatapulten, Glassplittern und Skorpionen, um einen Dieb zu fangen, Hauptmann?«, fragte der Feldwebel skeptisch. »Au!« »Ja, wir folgen der Fährte«, verkündete Lady Cassidyck. »Hör endlich auf, dich wie ein kleines Kind anzustellen, Feldwebel.« »Wenn ich so kühn sein darf«, sagte Nobby, während Kolon unter dem Verband errötete. »Hervorragende Idee, Errol als Spürhund, ich meine als Spürdrachen zu verwenden, Kneefrau.« Mumm fragte sich, wie lange er Nobby als sozialen Bergsteiger ertragen konnte. Karotte schwieg. Er gewöhnte sich langsam an die Tatsache, dass er wahrscheinlich kein Zwerg war. Aber aufgrund des berühmten Prinzips der morphischen Resonanz floß Zwergenblut in seinen Adern, und die geborgten Gene teilten ihm mit, dass es vermutlich nicht so einfach sein würde. Es mochte selbst dann riskant sein, einen Drachenhort zu finden, wenn der Besitzer nicht zu Hause weilte. Außerdem, Karotte hielt an der Überzeugung fest, dass er die Existenz eines solchen Horts längst gespürt hätte. Große Goldmengen sorgten dafür, dass Zwergenhände juckten, und er spürte nicht einmal ein leichtes Prickeln. »Wir beginnen mit der Wand in den Schatten«, sagte der Hauptmann. Feldwebel Cologne warf Lady Cassidic einen kurzen Blick zu und stellte fest, dass er in der Gesellschaft dieser stattlichen Frau unmöglich feige sein konnte. Er beschränkte sich auf ein »Ist das klug, Sir?« »Natürlich nicht. Wenn wir klug wären, hätten wir längst aufgehört, Wächter zu sein.« »Oh, ich finde das alles so aufregend«, sagte Lady Cassidic. »Nun, ich glaube nicht, dass du uns begleiten solltest«, begann Mumm. »Sibbel, bitte!« »Es ist ein sehr anröchiges Viertel.« »Aber wenn ich mit so tapferen und unerschrockenen Männern zusammen bin, droht mir bestimmt keine Gefahr«, »guchte Lady Cassidic.« »Ich bin sicher, vagabunden schmelzen einfach, wenn sie euch sehen.« »Das liegt am Drachen.« Dachte Mumm kummervoll. »Die Halunken schmelzen, wenn sie den Drachen sehen, hinterlassen dann nur einen Schatten an der Mauer.« Wenn Mumm argwöhnte, daß er eine gewisse Trägheit entwickelte oder das Interesse verlor, erinnerte er sich an jene Schatten, und dann hatte er das Gefühl, er streiche ihm kaltes Feuer über den Rücken. »Solche Dinge dürfen nicht geschehen.« »Nicht in meiner Stadt.« In den Schatten ergaben sich überhaupt keine Probleme. Die meisten Bewohner dieses Bezirks waren auf der Suche nach dem Goldschatz des Drachen, und der Rest neigte weitaus weniger als sonst dazu, in dunklen Gassen zu lauern. Hinzu kamen die vernünftigsten Schurkenbegriffen auf den ersten Blick, daß es keinen Sinn hatte, Lady Cassidic zu überfallen. Wahrscheinlich forderte sie dazu auf, die Socken hochzuziehen und nicht dumm zu sein, und zwar in einem so befehlsgewohnten Tonfall, daß selbst dem hartnäckigsten Halunken keine andere Wahl blieb, als ihr zu gehorchen. Die Mauer war noch nicht abgerissen worden und zeigte nach wie vor das gräßliche Fresko. Errol schnüffelte ein wenig, hoppelte durch die Gasse, legte sich hin und schlief ein. »Hat nicht geklappt,« stellte Feldwebel Kolon fest. »Wir aber eine gute Idee,« sagte Nobby loyal. »Vielleicht liegt es am Regen und den Leuten, die hier unterwegs sind,« mummelte Lady Cassidic. Mumm hob den Sumpftrachen hoch. Es war ohnehin nur eine vage Hoffnung gewesen. Der Hauptmann hielt es für besser, irgendetwas zu unternehmen, als die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten. »Wir sollten jetzt besser zurückkehren,« sagte er. »Die Sonne geht unter.« Sie gingen schweigend. »Der Drache hat sogar die Schatten gezähmt,« dachte Mumm. »Er beherrscht die ganze Stadt, selbst dann, wenn er überhaupt nicht da ist. Bestimmt dauert's nicht mehr lang, bis die Leute damit anfangen, Jungfrauen an Felsen zu ketten. Drachen sind eine Metapher für die verdammte menschliche Existenz, und wenn das noch nicht genügt, sie sind auch verdammt große und verdammt heiße fliegende Wesen.« Mumm holte den Schlüssel für das neue Hauptquartier hervor. Als er ihn ins Schloss schob, erwachte Errol und jammerte. »Nicht jetzt,« brummte der Hauptmann. Er spürte ein schmerzhaftes Stechen in der Seite. Die Nacht hatte kaum begonnen, und er fühlte sich schon müde und erschöpft. Eine Schieferplatte fiel vom Dach und zerplatzte auf dem Kopfsteinpflaster neben Mumm. »Hauptmann,«, flüsterte Feldwebel Kolon, »was ist denn?« »Das Biest sitzt dort oben, Hauptmann.« Irgendetwas in Kolons Stimme ließ Mumm erstarren. Der Feldwebel klang weder aufgeregt noch furchtsam, dafür aber zutiefst entsetzt. Langsam hob er den Kopf. Errol erzitterte unter seinem Arm. Der Drache, »der Drache«, blickte interessiert über die Dachrinne. Im Kopf hätten gleich mehrere athletisch gebaute Männer Platz gefunden, und die Augen waren so groß wie große Augen. Rote Glut schimmerte in ihnen, und eine Intelligenz, die sich völlig vom menschlichen Verstand unterschied. Es war eine Intelligenz, die schon seit Ionen in Tücke gebadet und sich in Arglist gesuhlt hatte, als die ersten Fastaffen überlegten, ob es der biologisch-evolutionären Karriere förderlich sein mochte, auf zwei Beinen zu stehen. Es war eine Intelligenz, die sich nicht mit Dingen wie Diplomatie aufhielt. Derartige Konzepte blieben ihr fremd. Solche Geschöpfe spielten nicht, stellten einem auch keine Rätsel. Als Ausgleich fanden sie großen Gefallen an Arroganz, Macht und Grausamkeit. Ihre Auffassung von Humor bestand darin, anderen Wesen, vorzugsweise Menschen, den Kopf zu verbrennen. Derzeit war der Drache zorniger als sonst. Er spürte etwas hinter den Augen. Ein winziges, schwaches und fremdes Ich, erfüllt von aufgeblasener Selbstzufriedenheit. Das etwa störte ebenso wie hartnäckiges Jucken an einer Stelle, an der man sich nicht kratzen konnte. Es zwang den Drachen zu einer Verhaltensweise, die ihm überhaupt nicht behagte, und hinderte ihn gleichzeitig daran, sich mit Dingen zu beschäftigen, die ihn faszinierten. Das Ungeheuer richtete den roten Blick auf Errol, der völlig außer sich zu sein schien. Mumm begriff, was ihn bisher davor bewahrt hatte, in einem vielen hunderttausend Grad heißen Flammenstrahl zu verdampfen. Der große Drache fragte sich, warum er einen kleinen Drachen in den Armen hielt. »Mach keine plötzlichen Bewegungen«, hauchte Lady Cassattic hinter ihm, »und achte darauf, keine Furcht zu zeigen. Drachen merken sofort, wenn man sich vor ihnen fürchtet.« »Hast du mir sonst noch einen Rat anzubieten?«, fragte Mumm langsam und versuchte zu sprechen, ohne dabei die Lippen zu bewegen. »Nun, manchmal ist es recht nützlich, sie hinter den Ohren zu kratzen.« »Mumm«, stöhnte leise, »gelegentlich erfüllt auch ein scharfes »Nein« sein Zwick, oder man bringt den Futternapf fort.« »Ah«, »in extremen Fällen nehme ich eine Papierrolle und gebe ihnen damit einen Klaps auf die Nase.« Einige Sekunden lang blieb Mumm in einer langsamen, von klaren Konturen und wachsender Verzweiflung bestimmten Welt gefangen, deren Zentrum aus zwei zerklüfteten und nur wenige Meter entfernten Nüstern bestand. Doch schließlich öffnete sich dieser Kosmos des Schreckens und schuf Platz für ein dumpfes Zischen. Der Drache holte tief Luft. Das Zischen verklang. Mumm stachte in die dunklen, organischen Flammenwerfer und fragte sich, ob er irgendetwas sehen würde, vielleicht ein weißes Aufblitzen, bevor er zu Asche zerfiel. Genau in diesem Augenblick ertönte ein Horn. Der Drache hob verwirrt den Kopf und gab ein lautloses, aber doch eindeutig fragendes Geräusch von sich. Erneut das Horn. Echos tanzten die reine akustische Wesen durch die Straßen und Gassen, vermittelten eine Herausforderung. Wenn dieser Eindruck täuschte, wenn es sich nicht um eine Herausforderung handelte. Nun, in dem Fall drohten dem Hornbläser einige schwer zu lösende Probleme. Der Drache warf Mumm noch einen letzten glühenden Blick zu, entfaltete die enorm breiten Schwingen, sprang und verspottete alle aeronautischen Gesetze, als er in die Richtung flog, aus der das Horn erklang. Nichts in der Welt hätte auf diese Weise fliegen dürfen. Die Schwingen hoben und senkten sich, verursachten dabei ein dumpfes Donnern, wie von eingeschüchterten Gewittern. Aber den Bewegungen des Drachen haftete keineswegs etwas Schwerfälliges an, ganz im Gegenteil, mit einer rätselhaften Eleganzklitter über die Dächer hinweg, und erweckte dabei folgenden Eindruck. Wenn er nicht mehr mit den Flügeln schlug, fiel er nicht etwas, sondern hielt einfach an. Er flog nicht, sondern schwebte. Es wirkte noch weitaus beeindruckender, wenn man daran dachte, dass dieses Geschöpf scheuen groß war und eine Haut hatte, deren Konsistenz man mit dickem Stahl vergleichen konnte. Der Drache pflügte durch die Nacht und näherte sich dem Platz der gebrochenen Monde. »Wir müssen ihm folgen!« rief Lady Käsedick. »Es ist einfach nicht richtig, dass er so fliegt«, sagte Karottengriff nach seinem Notizbuch. »Ich bin sicher, damit verstößt er gegen das Hexereigesetz. Außerdem hat er das Dach beschädigt. Die Anklageliste wird immer länger.« »Fühlst du dich nicht gut, Hauptmann?«, fragte Feldwebel Kolon. »Ich habe dem Ding direkt in den Rachen gestarrt«, antwortete Mumm verträumt. Blinzelte mehrmals und konzentrierte sich auf das Gesicht des Feldwebels. »Wohin ist das Ungetüm verschwunden?« Kolon streckte den Arm aus. Mumm beobachtete den sich rasch entfernten Schatten. »Wir folgen ihm«, sagte er fest. Einmal mehr erklang das Horn. Hunderte von Bürgern waren zum Platz der gebrochenen Monde unterwegs. Der Drache glitt über sie hinweg wie ein Hai, der gerade eine einsame Luftmatratze entdeckt hatte. Sein Schwanz neigte sich langsam von einer Seite zur anderen. »Irgendein Blödmann will gegen ihn kämpfen«, sagte Noppy. »Oder es zumindest versuchen«, erwiderte Kolon. »Na, man, na, wahrscheinlich wird dergleichen seine Rüstung gebraten.« Da schien auch die Meinung der Leute am Rand des Platzes zu sein. Die Bewohner von Ankh-Morpork neigten zu einer nüchternen und sachlichen Perspektive, wenn es um Unterhaltung ging. Sie hätten sich bestimmt darüber gefreut, den Tod des Drachen zu erleben. Aber sie gaben sich auch damit zufrieden, einen verhinderten Drachentöter zu beobachten, der in seiner eigenen Rüstung garte. Schließlich geschah es nicht jeden Tag, dass jemand in seiner eigenen Rüstung garte. Man konnte den Kindern davon erzählen. Mumm wurde hin und her gestoßen, als immer mehr Leute den Platz erreichten und nach vorn drängten. Das Horn blökte eine dritte Herausforderung. »Klingt nach einem Schneckenhorn«, sagte Kolon weise. »Hört sich an wie eine Sturmglocke, nur dumpfer.« »Bist du sicher?«, fragte Nobby. »Ja.« »Muss von einer verdammt großen Schnecke stammen?« »Erdnüsse, Wappel, heiße Würstchen«, rief jemand hinter ihnen. »Hallo, Jungs, hallo, Hauptmann Mumm. Willst du dir den Kampf ansehen, was? Wenn's überhaupt dazu kommt. Möchtest du ein Würstchen? Geht auf die Rechnung des Hauses.« »Was ist hier los, Ruin?«, fragte Mumm und hielt sich am Bauchladen des Händlers fest, als jemand gegen ihn stieß. »Irgendein Bursche kam in die Stadt geritten und meinte, er werde den Drachen töten«, antwortete, »treibe mich selbst in den Ruin.« »Angeblich hat er ein magisches Schwert.« »Hat er auch eine magische Haut?« »In deiner Seele fehlt jegliche Romantik, Hauptmann«, sagte Ruin. Er zog eine recht heiße Röstgabel aus der Bratpfanne des Bauchladens und piekste sie in das breite Hinterteil einer dicken Frau. »Bitte tritt beiseite, Verehrteste, der Handel ist der Lebensnerv dieser Stadt. Besten Dank«, bewandte sich wieder an Mumm. »Natürlich müsste eigentlich eine Jungfrau an irgendeinen Felsen gekettet sein, aber die Tante war dagegen. Das ist das Problem mit manchen Leuten. Sie haben keinen Sinn für Tradition. Übrigens, der Bursche behauptet, rechtmäßiger Erbe zu sein.« Mumm schüttelte den Kopf. Die Welt geriet tatsächlich aus den Fugen. »Ich verstehe nicht ganz.« »Erbe«, wiederholte Treibe mich selbst in den Ruin geduldig. »Du weißt schon. Thronerbe.« »Tron?« »Der von Ankh.« »Was für ein Thron von Ankh.« »Du weißt schon. Könige und so.« Ruin dachte nach. »Leider erinnere ich mich nicht mehr an seinen Namen. Ich habe in der Großhandelstöpferei des Trolls Ignatius drei Großkrönungsbecher bestellt und ist sicher sehr mühsam, nachher den Namen aufzumalen. Soll ich zwei für dich vormerken, Hauptmann? Ich biete sie dir für neunzig Pens an, und damit treibe ich mich selbst in den Ruin.« Mumm gab auf, bahnte sich einen Weg durch die Menge und benutzte Karotte dabei als eine Art. Leuchtturm. Der Obergefreite ragte aus dem allgemeinen Gewühl hervor, und die übrigen Wächter klammerten sich an ihm fest. »Hier ist doch alles total verrückt!« rief Mumm. »Kannst du was sehen, Karotte?« »Ein Reiter mitten auf dem Platz«, lautete die Antwort. »Er hat ein glitzerndes Schwert. Derzeit scheint er zu warten.« Mumm schob sich auf Lady Käsedicks Lehseite. »Könige«, schnaufte er, »von Ankh und Throne. Gibt es welche?« »Was?« Ihre Ladyschaft drehte den Kopf. »Oh, ja, es gab einmal welche. Früher, vor vielen hundert Jahren. Warum?« »Irgendjemand hat behauptet, der Bursche dort drüben sei sein Thronerbe.« »Das stimmt«, bestätigte Ruin. Er war Mumm in der Hoffnung gefolgt, ein Geschäft abzuschließen. »Er hat eine eindrucksvolle Rede gehalten und versprochen, den Drachen zu töten, die unrechtmäßigen Machthaber zu vertreiben und alles Falsche ins Richtige zu verwandeln. Die Leute haben ihn bejubelt. »Heiße Würstchen aus echten Schweinen, zwei für einen Dollar. Warum kaufst du keins für die Lady?« »Du meinst wohl Schweinefleisch, nicht wahr?« fragte Karotte misstrauisch und beäugte die glänzenden, zylinderförmigen Objekte. »Sozusagen, in gewisser Weise«, erwiderte Ruin hastig. »Es sind echte Schweineprodukte, daran kann gar kein Zweifel bestehen.« »Wenn in dieser Stadt jemand eine Rede hält, kann er immer damit rechnen, bejubelt zu werden.« »Knurrte Mumm, das hat überhaupt nichts zu bedeuten.« »Fünf Würstchen für nur zwei Dollar«, rief Ruin. Gespräche lenkten ihn nie von seinen Pflichten als Händler ab. »Könnte gut fürs Geschäft sein, die Monarchie. Schweinewürstchen, Schweinewürstchen in Brötchen. Und dann die Verwandlung des Falschen ins Richtige. Scheint mir eine gute Idee zu sein. Mit Zwiebeln!« »Darf ich dir vielleicht ein Würstchen anbieten, Kneefrau?« fragte Nobby. Lady Käsedick blickte auf Ruins Bauchladen hinab. Tausend Jahre guter Erziehung kam ihr zu Hilfe, und deshalb vibrierte nur ein vages Grauen in ihrer Stimme, als sie sagte. »Oh, Sie sehen wirklich lecker aus! Schmecken bestimmt ausgezeichnet!« »Stammen Sie von Mönchen auf einem mystischen Berg?« fragte Karotte. Ruin bedachte ihn mit einem seltsamen Blick. »Nein!« antwortete er geduldig. »Von Schweinen!« »Der Kerl will Falsches und Richtiges verwandeln!« brummte Mumm. »Wie meint er das Ruin? Heraus damit!« »Nun!« begann der Händler. »Wie wär's zum Beispiel mit den Steuern? Meiner Ansicht nach sind sie falsch!« Er hatte Anstand genug, ein wenig verlegen zu wirken. In Treibe mich selbst in den Ruins welt, war das Zahlen von Steuern ein Schicksalsschlag, der ihn verschonte. »Du hast völlig recht!« ließ sich eine alte Frau neben ihm vernehmen. »Und dann die Regenrinnen des Hauses, in dem ich wohne. Etwas Heckliches trifft aus ihnen, aber der Haus wird und er nimmt nichts dagegen. Das ist falsch!« »Und vorzeitiger Haarausfall?« sagte der Mann vor ihr. »Das ist ebenfalls falsch!« Mumms Kinnlade klappte nach unten. »Ah, Könige kennen ein Mittel gegen Glatzen!« behauptete ein anderer Proto-Monarchist. Ruin griff in seine Tasche. »Zufälligerweise habe ich noch diese eine Flasche übrig. Sie enthält eine Wundersalbe, die...« warf Karotte einen durchdringenden Blick zu. »Von alten Mönchen auf einem hohen Berg hergestellt wurden. Und sie antworten nie, wenn man sie was fragt,« fuhr der Monarchist fort. »Daran erkennt man sofort ihre königliche Natur. Sie sind einfach nicht dazu fähig, Antworten zu geben. Hat etwas damit zu tun, erhaben zu sein.« »Ja, das stimmt!« die Regenrinnenfrau nickte. »Und dann Geld!« sagte der Monarchist und genoss die Aufmerksamkeit der anderen. »Könige tragen keins bei sich. Das gibt einen guten Hinweis.« »Äh, wieso?« fragte der Mann, dessen Haarreste auf dem fast kallen Kopf, wie die versprengten Überbleibsel eines besiegten Heeres anmuteten. »Geld ist doch gar nicht schwer. Ich kann mühelos tausend und mehr Dollar tragen.« »Wahrscheinlich bekommt man schwache Arme davon, ein König zu sein,« vermutete die Frau. »Und von all dem Winken und so weiter.« »Ich habe immer gedacht,« sagte der Monarchist, »hol deine Pfeife hervor und stopfte sie so langsam wie jemand, der zu einem längeren Vortrag ansetzte.« »Eins der größten Probleme von Königen bestehe, in der Gefahr, dass die Tochter irgendeinen Hullkopf heiraten muss.« Nachdenkliche Schweigen folgte. »Oder, dass sie hundert Jahre schläft,« fügte der Monarchist ernst hinzu. »Oh«, mummelten einige der Zuhörer erleichtert. »Und dann der Verschleiß an Erbsen.« »Für Erbsensuppe?« fragte die Frau unsicher. »Nein, fürs Bett,« sagte der Monarchist. »Ganz zu schweigen von den vielen Matratzen. Hunderte. Genau. Tatsächlich.« »Treibe mich selbst in den Ruin, war interessiert.« »Ich könnte sie dem König Encore besorgen,« erwandte sich ein Mumm, dessen Mine immer verdrießlicher wurde. »Was hältst du davon, Hauptmann? Du wärst dann ein Mitglied der königlichen Wache, nehme ich an. Vielleicht bekommst du sogar Federn für den Helm.« »Na, Prunk und Gepränge,« sagte der Monarchist und hob die Pfeife. »Sehr wichtig. Jede Menge Schauspiele und so.« »Was umsonst?« »Nun, für die besten Plätze muss man vielleicht bezahlen,« räumte der Monarchist ein. »Ihr seid ja alle übergeschnappt,« platzte es aus Mumm heraus. »Ihr wißt überhaupt nichts über den Burschen, und außerdem hat er noch nicht gewonnen.« »Eine Formsache, schätze ich,« sagte die Frau. »Er bekommt es mit einem feuerspeienden Drachen zu tun,« donnerte Mumm und erinnerte sich an die Nüstern. »Und er ist nur irgendjemand, der auf einem Pferd sitzt, verdammt!« Ruin klopfte ihm auf den Brusthanisch. »Du hast überhaupt kein Herz, Hauptmann. Wenn ein Fremder in die vom Drachen unterjochte Stadt kommt und das Ungeheuer mit einem glitzernden Schwert herausfordert, »Nun, dann steht bereits fest, wie die Sache endet. Schicksal, wenn du mich fragst.« »Unterjocht,« rief Mumm, »unterjocht. Gestern hast du noch niedliche kleine Drachenpuppen verkauft, du dreimal verfluchter Halsabschneider.« »Das war reines Geschäft, Hauptmann,« sagte Treibe mich selbst in den Ruinen aller Ruhe, »kein Grund, sich aufzuregen.« Bedrückt und mißmutig kehrte Mumm zu seiner Truppe zurück. Ganz gleich, was man von den Bürgern Ankh-Morporks hielt, sie waren unerschütterlich unabhängig und verteidigten ihr Recht, auf einer wahrhaft demokratischen Basis zu rauben, zu stehlen, zu betrügen, zu veruntreuen und zu morden. Mumm hatte nichts dagegen einzuwenden. Seiner Meinung nach gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen dem reichsten Mann in der Stadt und dem ärmsten Bettler. sah man einmal davon ab, daß der Reiche mehr Geld und Macht besaß, sich besser kleidete, gesünder liebte und für gewöhnlich nicht an Unterernährung starb. Aber wenigstens war er nicht besser, nur reicher, mächtiger, besser angezogen, gesünder und dicker, so verhielt es sie schon seit Jahrhunderten. »Jetzt wittern die Leute Hermelinpelz und werden plötzlich ganz sentimental und schnulzig,« mummelte Mumm. Der Drache flog langsam über den Platz der gebrochenen Monde. Mumm regte den Hals, um über die Köpfe der vor ihm stehenden Leute zu blicken. In den Genen mancher Raubtiere sind die Silhouetten ihrer Beute gewissermaßen programmiert, und vielleicht erinnerte sich das Rassengedächtnis des Drachen an Gestalten, die auf Pferden saßen und glitzernde Schwerter hielten. Das Ungetüm zeigte vorsichtiges Interesse. Mumm hob die Schultern. »Ich wußte nicht einmal, dass wir einst ein Königreich waren.« »Nun, es ist schon lange her,« sagte Lady Käsedick. »Die Könige wurden verjagt, und das war auch richtig so. Sie konnten ziemlich unangenehm werden.« »Aber du stammst doch aus einer Pikw, aus einer adeligen Familie,« bemerkte Mumm. »Ich dachte, Leute wie du sind von Königen begeistert.« »Einige von ihnen wußten nicht, was sich gehört,« erwiderte ihre Lady scharf geziert, »hatten überall Frauen und fanden es lustig, Köpfe abzuschlagen. Sie begannen sinnlose Kriege, aßen mit Messern, warfen halb abgenagte Hähnchenschenkel fort und so weiter. »Wir Adelige benehmen uns ganz anders.« Es wurde still auf dem Platz. Der Drache befand sich auf der anderen Seite und schwebte einige Dutzend Meter über dem Pflaster, nur seine Schwingen bewegten sich. Mumm spürte, wie ihm etwas über den Rücken kratzte. Einige Sekunden später hockte ihm Errol auf der Schulter und hielt sich mit den Klauen der Hinterbeine fest. Die stummelförmigen Flügel hoben und senkten sich im gleichen Rhythmus wie die des großen Drachen. Er zischte leise, hielt den Blick starr, auf das riesige Geschöpf gerichtet. Das Pferd scharrte nervös mit den Hufen, als der junge Reiter abstieg, sein Schwert hob und sich dem Gegner zuwandte. »Der Bursche scheint erstaunlich zuversichtlich zu sein,« dachte Mumm. »Andererseits, wieso genügt es in der heutigen Zeit, einen Drachen zu töten, um sich als König zu qualifizieren?« Eins mußte man zugeben, das Schwert glänzte und funkelte nicht nur, es gleiste regelrecht. Zwei Uhr am nächsten Morgen. Und alles war gut, abgesehen von dem Regen. Es nieselte wieder. Es gibt einige Städte im Multiversum, deren Bewohner fest davon überzeugt sind, dass sich niemand besser vergnügen kann. In Orten wie New Orleans und Rio wissen die Leute nicht nur, wie man die Sau rauslässt, sondern auch, wie man sie später wieder reinholt. Sie sind sehr stolz darauf, und wahrscheinlich würden sie von Neider blassen, wenn sie Ankh-Morpork sehen könnten. Wenn es in dieser Stadt rund geht, wirkten alle anderen wie ein walisisches Provinznest um zwei Uhr an einem regnerischen Sonntagnachmittag. Feuerwerksraketen explodierten in der feuchten Luft über dem trüben Schlamm des Ankh, verschiedene domestizierte Tiere brieten in den Straßen. Tänzer sprangen von Haus zu Haus, drehten sich immer wieder um die eigene Achse und schafften es mühelos, lose Ziergegenstände mitzunehmen. Überall wurde getrunken. Selbst normalerweise sehr zurückhaltende und schweigsame Leute riefen »Hurra!«, Mumm stapfte mürrisch durch das Getränke auf den Straßen und kam sich wie die einzige eingelegte Zwiebel im Fruchtsalat vor. Er hatte seinen Männern den Abend freigegeben. Er fühlte sich überhaupt nicht monarchistisch. Eigentlich waren ihm Könige völlig gleich, aber die Vorstellung, daß Ankh-Morporkianer Fahnen schwenkten, ließ eine seltsame Unruhe in ihm entstehen. Solche Verhaltensweisen offenbarten nur dumme Untertanen in anderen Ländern. Außerdem hielt Mumm nichts von Federn am Helm. Mehr noch, er verabscheute sie. Federn am Helm erschienen ihm wie ein deutliches Zeichen dafür, daß man nicht mehr sich selbst gehörte. Damit würde er sich bestimmt wie ein Vogel fühlen. Nein, Federn kamen nicht in Frage. Die Beine führten ihn zur Pseudopolisallee zurück. Wohin sollte er auch sonst gehen? Seine Unterkunft war deprimierend, und die Hauswirtin hatte sich schon über die Löcher beschwert, die Erol trotz der vielen Ermahnungen im Teppich hinterließ, und dann der Geruch des kleinen Sumpftrachen. Mumm überlegte, ob er eine Taverne besuchen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Wenn er betrunken war, sah er häufig unangenehme Dinge, aber in dieser Nacht bestand die Gefahr, daß sie noch weitaus unangenehmer wurden. Ruhe und Stille herrschten in dem Zimmer, obgleich die fernen Geräusche des Festes durchs Fenster filterten. Erol sprang von Mumms Schulter und begann damit, die Kohlen im Kamin zu verspeisen. Der Hauptmann lehnte sich im Sessel zurück und stützte die Füße auf den Tisch. Welch ein Tag! Welch ein Kampf! Zuschlagen und Ausweichen! Zuschlagen und Ausweichen! Die Rufe und Schreie der Zuschauer! Der junge Mann stand in der Mitte des Platzes, wirkte winzig und hilflos, als der Drache auf eine Art und Weise Luft holte, die Mumm bereits kannte. Aber er spuckte kein Feuer. Das hatte nicht nur Mumm überrascht, sondern auch das Publikum, und erst recht den Drachen, der auf sein eigenes Maul herabschielte, die Klauen hob und nach den Flammenkanälen tastete. Er blieb auch überrascht, als sich die winzige Gestalt vor ihm unter einer Tatze hinwegduckte. Und das glitzernde Schwert in den Schuppenleib stieß. Ein lautes Krachen, aber die allgemeinen Erwartungen erfüllten sich nicht. Als sich der Rauch lichtete, lagen nirgends blutige oder verkohlte Fetzen. Mumm zog einen Zettel heran und blickte auf die Notizen vom vergangenen Tag. Punkt 1. Der Drache ist jetzt schwer, aber er kann trotzdem richtig fliegen. Punkt 2. Das Feuer ist jetzt sehr heiß, aber es stammt doch von einem lebendigen Wesen. Punkt 3. Die Sumpftrachen sind mitleiderweckende Geschöpfe, doch dieses Ungetüm ist jetzt sehr mächtig und beeindruckend. Punkt 4. Niemand wisset, woher es kommt, wohin es verschwindigt und wo es die Zeit dazwischen verbringet. Der Hauptmann nahm den Fiederkiel und Tinte, zückerte kurz und schrieb. Punkt 5. Warum istet er so einfach verbrannt? Punkt 6. Kann ein Drachen so zerstört werden, daß er ins Nichts verschwindet? Mumm überlegte eine Zeit lang und fügte hinzu. Punkt 7. Er isset explodiert, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassigen. Seltsam. Das war wirklich ein Rätsel. Lady Cassadick wies darauf hin, daß von einem explodierenden Sumpftrachen überall Drachenfetzen übrig blieben. In diesem besonderen Fall handelte es sich um ein ziemlich großes Exemplar. Zugegeben, sein Inneres kam sicher einem alchemistischen Albtraum gleich, aber die Bürger von Ankh-Morpork hätten eigentlich trotzdem den Rest der Nacht damit verbringen müssen, Drachenteile von den Straßen zu schaufeln. Niemand schien sich Gedanken darüber zu machen. Nun, der purpurne Rauch war beeindruckend gewesen. Errol verschluckte die letzten Kohlen und nahm sich den Schürhaken vor. Bisher hatte er an diesem Abend drei Kopfsteine, einen Türknauf, etwas Undefinierbares aus dem Rindstein und, zur allgemeinen Überraschung, drei von drei bei mich selbst in den Ruins Würstchen gefressen, die angeblich aus echtem rosaroten Schweinefleisch bestanden. Das Knacken und Knirschen des Schürhakens, der nun die Reise zum ersten Magen begann, vermischten sich mit dem Brasseln des Regens am Fenster. Mumm sah erneut auf den Zettel und schrieb. Er hatte den jungen Mann nur kurz aus der Nähe gesehen. Er wirkte recht sympathisch, wenn auch nicht sonderlich intelligent, und es fiel einem leicht, sich sein Profil auf Münzen vorzustellen, obwohl das eigentlich überhaupt keine Rolle spielte. Nach einem Sieg über den Drachen hätte er auch ein schielender Kobold sein können. Das Publikum trug ihn im Triumphzug zum Palast des Patricias. Lord Vetinari hockte nun in seinem eigenen Kerker. Wie es hieß, hatte er überhaupt keinen Widerstand geleistet und nur gelächelt, als man ihn abführte. Welch ein glücklicher Zufall für die Stadt, daß genau zum richtigen Zeitpunkt ein König erschien, um den Drachen zu töten. Mumm drehte diesen Gedanken hin und her, betrachtete ihn aufmerksam von allen Seiten, bevor er erneut nach dem Federkiel griff und schrieb. Punkt 9. Es ist es doch wirklich ein glücklicher Zufall, daß der Bursche Gelegenheit bekam, einen Drachen zu töten. Wie hättige er es sonst beweisen können, das Zeug zum König zu haben? Ein Drache als Trophäe. Zugegeben, das war weiters besser als irgendwelche Muttermale und Schwerter. Mumm spielte eine Zeit lang mit dem Federkiel und kritzelte dann. Punkt 10. Der Drache wachet kein mechanisches Ding, und gewiß haben Zauberer nicht die Macht, ein Ungeheuer mit solchigen Aus... Ausma... von solchiger Größe zu beschwörigen. Punkt 11. Verdammt und zugenäht, warum habe das Biest kein Feuer gespuckt? Punkt 12. Woher kamet es? Punkt 13. Wohin verschwand es? Der Regen prasselte lauter ans Fenster, die Geräusche des Festes wurden dumpf und feucht, verklangen schließlich. Donner, grollte in der Ferne. Mumm unterstrich das Wort, verschwand mehrmals, überlegte und fügte ein ausdrucksstarkes Fragezeichen, Fragezeichen hinzu. Einige Sekunden lang beobachtete er den Effekt, und dann zerknüllte er den Zettel, warf ihn in den Kamin. Errol ließ sich den Leckerbissen nicht entgehen. Ein Verbrechen. Sinne, von denen Mumm gar nicht wußte, daß er sie besaß. Uralte Polizistensinne ließen ihn schaudern und wiesen auf ein Verbrechen hin. Vermutlich handelte es sich um ein so außergewöhnliches Verbrechen, daß es nicht einmal in Karottes Buch stand. Aber es war trotzdem begangen worden. Mumm beschloss es zu finden und ihm einen Namen zu geben. Er stand auf, zog den ledernen Regenmantel vom Haken neben der Tür und trat in die nasse Stadt. Hierher verschwanden die Drachen. Sie liegen und... Nein, sie sind nicht tot. Sie schlafen auch nicht. Von Warten kann ebenfalls keine Rede sein, denn wer wartet, er wartet etwas. Der angemissene Ausdruck lautet vermutlich »Sind zornig.« Ein Drache. Der Drache erinnerte sich an das Gefühl echter Luft unter den Schwingen und die Euphorie der Flammen, leere Himmelsgewölbe und eine interessante Welt darunter, eine Welt voller seltsamer Geschöpfe, die dauernd zu laufen und zu fliehen schienen. Dort hatte die Existenz eine andere und bessere Substanz. Doch als er allmählich Gefallen daran fand, lähmte ihn irgendetwas, hinderte ihn daran, Feuer zu spucken und schleuderte ihn zurück. Man gab ihm einen mentalen Tritt, wie einem räudigen Hundewesen. Das etwas nahm ihm die faszinierende Welt. In den Reptilien-Synapsen des Drachenbewusstseins wuchs die Hoffnung, daß er irgendwie zurückkehren konnte. Man hatte ihn gerufen und anschließend voller Verachtung fortgeschickt. Aber vielleicht gab es eine Spur, eine Fährte, einen Pfad, der bis zum Himmel reichte. Vielleicht genügte der Weg der Erinnerung. Er entsann sich an fremde Gedanken, an eine launische Stimme, erfüllt von Arroganz und Überheblichkeit. Das andere Ich ähnelte dem eines Drachen, war jedoch viel winziger und unbedeutender. Aha! Er breitete die Schwingen aus. Lady Käsedick genehmigte sich eine Tasse Kakao und lauschte dem Regen, der draußen in den Abflußrinnen gurgelte. Sie streifte die verhassten Tanzschuhe ab, die, wie sie selbst zugeben mußte, zwei rosa-roten Kanus glichen. Aber Noblesse Bleach, wie der komische kleine Feldwebel sagen würde, als letzte Repräsentantin einer der ältesten Familien von Ankh-Morpork, hatte sie den Siegesball besuchen müssen, um guten Willen zu zeigen. Lord Vetinari hatte nur selten Bälle veranstaltet. Seine Vorstellung von Vergnügen bestand darin, allein in einem Zimmer zu sitzen und die Berichte seiner Spione zu lesen. Doch jetzt hielt die Zukunft viele Bälle bereit. Lady Käsedick konnte Bälle nicht ausstehen. Viel lieber mistete sie Drachenstelle aus. Wenn man Drachenstelle ausmistete, wußte man genau, woran man war. Dabei geriet man auf eine andere Art und Weise ins Schwitzen und außerdem war es nicht nötig, seltsame Dinge an Spießen zu essen oder Kleider zu tragen, in denen man wie eine Wolke kleiner Engelchen aussah. Den Sumpftrachen war das äußere Erscheinungsbild völlig gleich, wenn man nur mit einem Futternapf kam. Seltsam. Lady Käsedick hatte immer angenommen, es dauere Wochen oder gar Monate, einen Ball vorzubereiten. Einladungen, Dekorationen, Würstchen, die an Stricken zwischen hohen Stangen hingen, sonderbare Hühnerdinge, die in Pasteten untergebracht werden mußten, aber alle diese Vorbereitungen fanden innerhalb weniger Stunden statt, als habe jemand mit einem solchen Ereignis gerechnet. Wahrscheinlich ein Wunder der Gastronomie. Ihre Ladyschaft hatte sogar mit jener Person getanzt, die sie in Ermangelung eines besseren Wortes als neuen König bezeichnete. Der Junge oder Bursche richtete einige höfliche Worte an sie, aber seine Stimme klang dabei recht dumpf und undeutlich. Und morgen stand eine Krönung bevor, obwohl man normalerweise Monat benötigte, um so etwas zu organisieren. Lady Käsedick dachte noch immer darüber nach, als sie die einzelnen Ingredienzien für das Abendessen der Drachen mischte, Petroleum und Torf mit einer Prise Schwefel. Sie machte sich nicht die Mühe, das Baldkleid auszuziehen, band einfach eine dicke Schürze um, greif nach Handschuhen und Helm, klappte das Visier herunter und lief mit den Futtereimern durch den Regen. Als sie die Tür des Schuppens öffnete, wußte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise reagierten die kleinen Drachen auf eine bevorstehende Mahlzeit, indem sie heulten und kreischten und freudiges Feuer atmeten. Diesmal hockten sie still in ihren Pferchen und starrten mit gespannter Aufmerksamkeit an die Decke. Es war irgendwie unheimlich. Lady Käsedick stieß die Eime aneinander. Ihr braucht euch nicht mehr zu fürchten, der häßliche große Drache ist fort, rief sie fröhlich. Hier, ich habe euch was mitgebracht. Einige Sumpftrachen warfen ihr einen kurzen Blick zu, konzentrierten sich dann wieder auf. Worauf? Sie schienen sich überhaupt nicht zu fürchten. Sie waren nur sehr, sehr wachsam. Warteten sie auf etwas? Ja, sie warteten darauf, daß etwas geschah. Erneut krollte Donner. Einige Minuten später verließ Lady Käsedick ihr Anwesen und machte sich auf den Weg in die Stadt. Es gibt einige Lieder, die Manie in nüchternem Zustand singt. Ihre Texte eignen sich prächtig dazu, hingebungsvoll zu grölen und zu lallen und am nächsten Tag zu erröten, wenn man sich daran erinnert. In Ankh-Morpog heißt die in diesem Zusammenhang beliebteste Weise, ein Zauberstab hat einen Knauf am Ende. Die Nachtwache war betrunken. Nun, das galt zumindest für zwei der drei anwesenden Wächter. Man hatte Karotte dazu überredet, ein Bier mit Limonade zu probieren, aber es schmeckte ihm nicht. Außerdem kannte er nicht alle Wörter, die seine beiden Kameraden sangen, und wenn er einmal vertraute Silben entdeckte, so blieb ihm ihr Sinn verborgen. Oh, ich verstehe, sagte er schließlich, es sind humorvolle Wortspiele, nicht wahr? Weißt du, begann Kolon wehmütig und beobachtete die dichter werdenden Nebelschwaden über dem Ang, bei solchen Gelegenheiten bedauere ich, dass der Alte sag es nicht, Nobby schwankte ein wenig, wir haben gemeinsam beschlossen, nicht darüber zu reden. Es war sein Lieblingslied, stellte Kolon traurig fest. Seine Denorstimme klang wirklich gut. Ich bitte dich, Feldwebel. Er war ein guter Mann, unser Humpel, murmelte Kolon. Wir konnten ihm nicht helfen, behauptete Nobby mürrisch. Vielleicht doch, widersprach Kolon, wenn wir schneller gelaufen wären. Was ist geschehen? fragte Karotte. Er starb in der Ausübung seiner Pflicht, verkündete Nobby. Ich habe ihn gewarnt, sagte Kolon und trank einen großen Schluck aus der Flasche, die sie mitgenommen hatten, um die Nacht auf möglichst angenehme Weise zu verbringen. Jawohl, gewarnt habe ich ihn. Lauf langsamer, lautete meine Warnung. Besser noch, bleib stehen, andernfalls bringst du dich nur in Schwierigkeiten. Ich weiß überhaupt nicht, warum er so rannte. Ich gebe der Diebesgilde die Schuld, brummte Nobby, wenn sie solche Leute auf die Straßen lässt. Wir sahen da einen Burschen, den wir nur eine Nacht zuvor bei einem Raubüberfall beobachteten, erklärte Kolon kummervoll. Der Kerl stand direkt vor uns, und Hauptmann Mumm, er sagte, kommt, den schnappen wir uns. Ja, und dann liefen wir los. Es kommt allerdings darauf an, nicht zu schnell zu laufen, denn sonst erwischt man vielleicht jemanden, und wenn man Halunken erwischt, ergeben sich häufig Probleme. Sie mögen es nicht, erwischt zu werden, fügte Nobby hinzu. Donner grollte, und der Regen prasselte mit erneutem Enthusiasmus. Sie mögen es nicht, bestätigte Kolon, aber Humpel vergaß das, lief nicht nur, sondern rannte regelrecht, stürmte um die Ecke und nun, dort warteten einige kumpelte Schurken. Eigentlich war es sein Herz, sagte Nobby. Nun, fuhr Kolon fort, wie dem auch sei, er erwischte nicht etwa den Halunken, sondern es erwischte ihn. Hauptmann Mumm war sehr bestürzt. Wenn man in der Wache ist, sollte man nie schnell laufen, Junge, sagte er ernst. Man kann ein schneller oder ein alter Wächter sein, aber es ist unmöglich, ein schneller und alter Wächter zu werden, älmer alter Humpel. Das ist nicht richtig, kommentierte Karotte. Kolon setzte die Flasche an die Lippen und trank. Aber es ist die bittere Wirklichkeit, sagte er. Regen klatschte ihm auf den Helm und tropfte ihm übers Gesicht. Trotzdem sollte es nicht so sein, überlegte Karotte laut. Trotzdem ist es so, erwiderte Kolon. Es gab noch jemanden in Ankh-Morpork, der Unbehagen empfand. Er war als Bibliothekar bekannt. Feldwebel Kolon hatte ihm eine Dienstmarke gegeben. Er drehte sie nun in den großen sanften Händen hin und her. Manchmal knapperte er daran. Ihn belastete keineswegs der Umstand, daß die Stadt plötzlich einen König hatte. Orang-Utan sind es gibt nichts Traditionelleres als einen König. Aber sie legten auch großen Wert darauf, daß alles in Ordnung war. Und von einem solchen Zustand konnte man derzeit nicht sprechen. Besser gesagt, alles war zu sehr in Ordnung. Und diese Beschreibung traf nur selten, praktisch nie, auf Phänomene wie Wahrheit und Realität zu. Thronerben längst vergangener Königreiche wuchsen nicht einfach an Bäumen. In dieser Hinsicht wußte der Bibliothekar Bescheid. Außerdem suchte niemand nach dem gestohlenen Buch. Manchmal setzten Menschen seltsame Prioritäten. Das Buch spielte bei dieser Sache eine zentrale Rolle. Er war ganz sicher. Nun, es gab eine Möglichkeit herauszufinden, was in dem Buch stand. Eine gefährliche Möglichkeit. Ja, aber mit solchen Dingen kannte sich der Bibliothekar aus. Schließlich verbrachte er viele Stunden täglich in einer magischen Bibliothek. Im Schweigen der schlafenden Bücher öffnete er seinen Schreibtisch, griff in ein entlegenes Fach und holte eine kleine Laterne hervor. Ihr Konstrukteur hatte sorgfältig darauf geachtet, daß die Flamme im Inneren eingesperrt blieb. Wenn die Umgebung überwiegend aus außerordentlich trockenem Papier bestand, konnte man nicht vorsichtig genug sein. Der Bibliothekar nahm auch eine Tüte mit Erdnüssen, zögerte kurz und fügte seiner Ausrüstung einen Schnurrballen hinzu. Einen Teil davon biss er ab und benutzte es, um sich die Dienstmarke als eine Art Talisman um den Hals zu hängen. Dann befestigte er das eine Ende der Schnur am Schreibtisch, dachte einige Sekunden lang nach und wankte durch den Gang zwischen den Regalen. Ein Faden blieb hinter ihm zurück. Wissen gleich Macht Der Faden war wichtig. Nach einer Weile verharrte der Bibliothekar und konzentrierte die ganze Kraft des Bibliothekswesens. Macht gleich Energie Manchmal erwiesen sich Menschen als erstaunlich dumm. Sie hielten die Bibliothek aufgrund der magischen Bücher für einen gefährlichen Ort. Was durchaus stimmte, aber die gefährlichste Gefahr basierte auf der schlichten Tatsache, dass es sich um eine Bibliothek handelte. Energie gleich Materie Er erreichte einen anderen Gang, der nach wenigen Metern zu enden schien. Dort marschierte er etwa eine halbe Stunde lang. Materie gleich Masse Und Masse krümmt den Raum. Sie krümmt ihn zum vielfach gekrümmten L-Raum. Nun, die bibliothekarische Dezimalklassifikation hat durchaus ihre Vorteile, aber wenn man etwas in den multidimensionalen Falten des L-Raums sucht, so benötigt man in erster Linie einen Schnurrballen. Jetzt gab sich der Regen wirklich Mühe. Er glänzte auf dem Kopfsteinpflaster des Platzes der gebrochenen Monde, spritzte hier und dort über zerrissene Fähnchen, Wimpel, zerbrochene Flaschen und halbverdauter Abendessen hinweg. Es herrschte nach wie vor kein Mangel an Donnergrollen und in der feuchten Luft hing ein grüner frischer Geruch. An einigen Stellen schwebten Dunstfetzen, die sich vom Ank hierher verirrt hatten. Es dauerte nicht mehr lange bis zum Morgengrauen. Mumms Schritte halten nass von den Mauern der nahen Häuser wieder, als er über den Platz wanderte. Der Junge hatte hier gestanden. Er spähte durch die faserigen Nebelschwaden und versuchte sich zu orientieren. Der Drache hatte ... Er trat vor. Hier geschwebt. Und dort starb er, sagte Mumm. Er kramte in den Taschen. Sie enthielten diverse Dinge. Schlüssel, einige Schnüre, Korken. Schließlich ertasteten die Finger einen Kreidestift. Er ging in die Hocke. Errol sprang ihm von der Schulter und watschlte fort, um den Müll des Festes zu inspizieren. Er schnüffelte immer, bevor er etwas fraß, stellte Mumm fest. Eigentlich seltsam, warum er sich damit aufhielt. Letztendlich verschwand alles im Magen des Sumpftrachen, beziehungsweise in den Mägen. Nun, der Kopf ist etwa, mal sehen, hier gewesen. Der Hauptmann trat zurück, zog den Kreidestift über die Kopfsteine und bewegte sich wie jemand, der versucht, in einem komplexen Labyrinth nicht die Übersicht zu verlieren, hier eine Schwinge zu einem Schwanz gewölbt, der sich dort erstreckte. Gut, jetzt der andere Flügel. Als Mumm fertig war, blieb er im Zentrum des gemalten Oberstes stehen und strich mit den Fingerkuppen über die Steine. Er rechnete fast damit, daß sie warm waren. Eigentlich sollte sich hier irgendetwas entdecken lassen, vielleicht ein wenig. Nun, Schleim oder verschmorte Schuppen. Errol verspeiste einige Glasscherben und schien die Mahlzeit zu genießen. Weißt du, was ich glaube? fragte Mumm. Ich glaube, das Ungetüm hat sich zu einem anderen Ort zurückgezogen. Wieder krollte Donner. Na schön, na schön, brummte Mumm. War nur so ein Gedanke. Derartige Dramatik ist nicht nötig. Errol schmatzte und erstarrte plötzlich. Ganz langsam drehte sich der Kopf, so als er auf einem gut geölten Lager und der kleine Sumpftrache blickte nach oben. Er beobachtete eine völlig leere Stelle über dem Platz, mehr ließ sich darüber nicht sagen. Mumm schauderte unter seinem Mantel. Welch ein Blödsinn! Hör auf herum zu albern! sagte er. Dort oben gibt es überhaupt nichts. Errol zitterte. Es ist nur der Regen, fügte Mumm hinzu. Friss die Flasche, ist bestimmt eine leckere Flasche. Ein dünnes besorgtes Klagen löst sich aus dem Maul des Sumpftrachen. Ich zeig's dir, brummte der Hauptmann. Er saß sich um und bemerkte eins von Ruins Würstchen, fortgeworfen von einem hungrigen Feiernden, der offenbar zu dem Schluss gekommen war, nicht so hungrig zu sein. Mumm hob es auf. Bis auf! Er warf den zylinderförmigen Gegenstand nach oben. Aufmerksam beobachtete er die Flugbahn und war völlig sicher, daß das Ding herunter und nicht einfach weg fallen sollte. Es verschwand in einem Tunnel am Himmel, in einem Tunnel, der mumps verblüfften Blick erwiderte. Greles, purpurnes Licht zuckte aus der leeren Luft und traf die Häuser an der einen Seite des Platzes. Einige Sekunden lang flackerte es über die Mauern und dann verflüchtigte sich das Glühen so plötzlich, als hätte es überhaupt nie existiert. Dann gleiste es erneut und diesmal tanzte es zur randwärtigen Seite. An den Steinen zerstob das Schimmern zu einem unüberschaubaren Wirrwarr aus leuchtenden Tentakeln, die über den Mörtel krochen. Der dritte Versuch war nach oben gerichtet und formte eine aktinische Säule, die bis auf eine Höhe von zwanzig Metern wuchs, stabil zu werden schien und sich langsam drehte. Mumm hielt es für angebracht, das aktuelle Geschehen zu kommentieren. Erk, machte er. Während sich die Säule drehte, schickte sie Zickzack- Ausläufer über die Dächer. Manchmal verblassten sie, manchmal kehrten sie zurück. Das Licht suchte. Eril stürmte mit fliegenden Klauen an Mumms Rücken hoch und nahm wieder seinen Platz auf der Schulter ein. Der stechende Schmerz erinnerte den Hauptmann daran, dass er etwas unternehmen sollte. War dies der geeignete Zeitpunkt, um noch einmal zu schreien. Er versuchte es mit einem zweiten »Aaag«. »Nein, wahrscheinlich nicht.« Die Luft roch nach verbranntem Blech. Lady Käsedicks Kutsche rollte auf den Platz und verursachte dabei Geräusche, die nach einer Roulette-Schüssel klangen. Sie donnerte auf Mumms zu und hielt so plötzlich an, dass sie halb herumrutschte. Um verknotete Beine zu vermeiden, blieb den Pferden gar nichts anderes übrig, als sich schnell umzudrehen. Eine zornige Gestalt, die Kleidung bestand aus gepolstertem Lederhandschuhen, einem Diadem und dreißig Metern rosafarbenem Tüll, beugte sich durch die Tür und rief, »Komm her, du verdammter Idiot!« Ein Handschuh packte Mumm an einer Schulter, die keinen Widerstand leistete, zerrte ihn grob in die Kutsche. »Und hör auf zu schreien!«, befahl das Phantom, wobei es viele Generationen natürliche Autorität in sechs Silben konzentrierte. Die unheimliche Gestalt zischte etwas, und daraufhin begannen die verwirrten Pferde aus dem Stand heraus mit einem vollen Galopp. Die Droschke rumpelte übers Kopfsteinpflaster. Ein forschender Tentakel aus Licht strich kurz über die Zügel und verlor das Interesse. »Ich nehme an, du hast keine Ahnung, was hier passiert, oder?« rief Mumm, um das laute knisternde Schimmerns zu übertönen. »Nicht die blasseste!« Die flackernden Pseudopodien dehnten sich aus, bildeten ein Gespinst über der Stadt und verlorenen Leuchtkraft, je weiter sie sich vom Platz der gebrochenen Monde entfernten, vor seinem inneren Auge sah Mumm, wie sie durch Fenster krochen und sich unter Türen wegschoben. »Das gleißend scheint irgendetwas zu suchen,« stieß der Hauptmann hervor. »Dann vor, die Suche Erfolg hat!« Eine Feuerzunge leckte nach dem Kunstturm der unsichtbaren Universität, glitt grell über die efeu bewachsenen Mauern und glänzte durch die Kuppel der Bibliothek. Die übrigen Lichter wichen der Dunkelheit. Lady käsete Kiel die Kutsche auf der anderen Seite des Platzes an. »Was will es in der Bibliothek?« fragte sie und ronzelte die Stirn. »Vielleicht möchte es sich informieren.« »Sei nicht dumm!« schnauft ihre Lady scharf. »Dot drin gibt es doch bloß Bücher. Was könnte ein Blitz so lesen?« »Eine kurze Kurzgeschichte.« »Ich glaube, du solltest ernster werden.« Das Licht explodierte, schuf einen hellen, fast zwei Meter breiten Bogen zwischen der Bibliothek und dem Zentrum des Platzes und flirrte in der feuchten Luft. Dann wurde es plötzlich zu einer Feuerkugel, die sich rasch ausdehnte, den ganzen Platz umfasste und jäh verschwand. Unstete violette Schatten blieben zurück und ein großer Drache. Wer hätte das gedacht? So viel Macht und und so nah. Der Drache spürte, wie sich sein innerer Kosmos mit magischer Kraft füllte, ihn immer stärker werden ließ und den langweiligen physikalischen Gesetzen ihre Bedeutung nahm. Dies war nicht die armselige Kost, die man ihm vorher gewährt hatte. Dies war geballte Energie. Mit einer solchen Macht gab es keine Beschränkungen mehr für ihn. Doch zuerst mußte er gewissen Menschen einen Besuch abstatten. Der Drache schnüffelte, atmete die kühle Luft des frühen Morgens und nahm Witterung auf. Stinkende Gedanken, Bornierte Überheblichkeit. Ja, erhabene Drachen haben keine Freunde, höchstens Feinde, die noch leben. Die Luft wurde still, so still, daß man fast das Rieseln von Staub hören konnte. Der Bibliothekar stützte sich immer wieder mit den Fingerknöcheln ab, als er an den endlosen Regalen vorbeifankte. Die Kuppel der Bibliothek befand sich nach wie vor über ihm. Wie immer. Es gab Gänge, in denen sich die Regale an den Außenseiten erstreckten, und daher hielt es der Bibliothekar für logisch, daß auch Gänge zwischen den Büchern existierten, geschaffen von Quantenfalten, die auf das enorme Gewicht der vielen Worte zurückgingen. Hier und dort ertönten seltsame Geräusche hinter manchen Wänden, und der Bibliothekar zweifelte kaum daran, daß er andere Bibliotheken unter anderen Himmeln sehen würde, wenn er einige Bücher beiseite rückte. Bücher krümmen Zeit und Raum. Einer der Gründe dafür, warum die Eigentümer der bereits erwähnten kleinen Antiquariate so unirdisch und übernatürlich wirken, besteht darin, daß sie wirklich unirdisch und übernatürlich sind. Sie nahmen eine falsche Abzweigung in ihren Buchläden, die zu anderen Welten gehörten. Dort gilt es als völlig normal, ständig Pantoffeln zu tragen und das Geschäft nur zu öffnen, wenn man Lust dazu hat. Man verirrt sich auf eigene Gefahr in den Ellraum. Alte und verdienstvolle Bibliothekare, die sich mit einer kühnen Tat des Bibliothekswesens als würdig erweisen, werden in einen geheimen Orden aufgenommen und lernen dort die einzigartige Kunst des Überlebens hinter den uns bekannten Regalen. Der Orang-Utan hatte sich längst entsprechende Fähigkeiten angeeignet, doch nun begann er mit einem Wagnis, durch das er nicht nur die Mitgliedschaft im Orden, sondern auch sein Leben verlieren konnte. Alle Büchereien aller Welten sind im Ellraum miteinander verbunden. Alle Büchereien aller Welten. Und der Bibliothekar ließ sich von den ins Holz der Regale geschnitzten Zeichen leiten, die von früheren Forschern stammten, von den verschiedenen Gerüchen, sogar vom sirenenhaften flüsternden Nostalgie, näherte sich zielstrebig einer ganz Bestimmten. Es gab nur einen Trost. Wenn er die Orientierung verlor, so würde er es nie erfahren. Aus irgendeinem Grund wirkte der Drache auf dem Boden noch weitaus schlimmer. In der Luft war er eine elementare Erscheinung, selbst dann voller Anmut und Eleganz, wenn er sich anschickte, einem die Stiefel zu verbrennen. Auf dem Boden hingegen stellte er nur ein verdammt großes Tier dar. Der riesige Kopf zeichnete sich vor dem ersten Licht des neuen Tages ab und schwang langsam herum. Lady Cassadick und Hauptmann Mum blickten hinter einem Trog hervor. Mum hielt Errol mit beiden Händen das Maul zu, der kleine Sumpftrache wimmerte wie ein getretenes Hündchen, versuchte ständig sich aus dem Griff zu befreien. Ein wahres Prachtexemplar, sagte Lady Cassadick. Wenn sie flüsterte, sprach sie so laut wie ein normaler Mensch, wenn du nur nicht dauernd darauf hinweisen würdest, erwiderte Mum. Es kratzte und schabte, als sich der Drache übers Kopfstein Pflaster schob. Ich wußte, dass er nicht tot ist, knurrte Mum. Es fehlten Spuren, es ging alles zu glatt. Er wurde fortgeschickt, wahrscheinlich mit Hilfe von Magie, sehen die nur an. So ein Geschöpf ist völlig unmöglich. Es braucht Zauberei, um am Leben zu bleiben. Wie meinst du das? fragte Lady Käsedick und behielt dabei weiterhin die Schuppenflanken im Auge. Alle physikalischen Gesetze verbieten die Existenz eines solchen Wesens, antwortete Mum. Was so schwer ist, kann nicht fliegen oder derart heißes Feuer spucken, ich hab's dir doch schon gesagt. Aber es sieht echt aus. Ich meine, von einem magischen Geschöpf erwartet man eine Oh, der Drache ist echt zweifellos, entgegnete Mum bitter. Aber angenommen, er braucht Magie, wie wir, Sonnenlicht oder Nahrungsmittel. Du hältst ihn also für Taumivor, oder? Ich glaube, er ernährt sich von Magie, das ist alles, sagte Mum, der keine klassische Bildung hatte. Ich meine, alle die Sumpftrachen, die dauernd vom Aussterben betrot sind. Vielleicht haben einige von Ihnen in prähistorischen Zeiten herausgefunden, wie man Magie benutzt. Nun, damals fehlte es nicht an natürlicher magischer Kraft, gestand Lady Cassidy nachdenklich ein. Na, bitte, immerhin hat sich das Leben auch in der Luft und dem Meer ausgebreitet. Ich meine, wenn's natürliche Ressourcen gibt, so werden sie früher oder später verwendet, stimmt's? In diesem besonderen Fall spielen schlechte Verdauung, Gewicht und Flügelgröße keine Rolle alles aus, Donnerwetter. Aber man braucht eine Menge Magie, dachte der Hauptmann. Er wußte nicht genau, wie viel Zauberei notwendig war, um die Welt so sehr zu verändern, daß sie das Fliegen eines viele tonnenschweren Schuppenkörpers zuließ. Aber bestimmt benötigte man eine Menge Magie. Er erinnerte sich an die sonderbaren Diebstähle. Jemand hatte den Drachen gefüttert. Mum beobachtete den Gebäudekomplex der unsichtbaren Universität, richtete den Blick auf die Bibliothek, die größte Ansammlung destillierter Magie auf der ganzen Scheibenwelt. Jetzt hatte der Drache eine neue Futterquelle gefunden. Eine schreckliche Erkenntnis beanspruchte die Aufmerksamkeit des Hauptmanns. Er stellte plötzlich fest, daß Lady Cassidic nicht mehr neben ihm stand. Sie schritt dem Drachen entgegen, das Kinn wie ein Amboss vorgeschoben. Bei allen Göttern, was hast du vor? flüsterte er laut. Wenn das Biest von Sumpftrachen abstammt, kann ich es wahrscheinlich kontrollieren, rief sie. Man muß ihnen ins Auge sehen und mit strenger Stimme sprechen. Der strengen Stimme eines Menschen müssen sie gehorchen. Weißt du, sie haben nicht genug Willenskraft. Eigentlich sind es nur große, starke Schwächlinge. Mum spürte beschämt, daß seine Beine nichts von einem tollkühnen Vorsturm hielten, um ihre Ladyschaft zurückzuholen. Der Stolz rümpfte die metaphorische Nase, aber der Körper gab zu bedenken, daß die Gefahr, eine dünne Rußschicht an der nächsten Wand zu bilden, nicht etwa den Stolz betraf. Mit verliegen glühenden Ohren hörte er, wie Lady Cassidic sagte, sei brav. Das Echo dieser strengen Aufforderung hallte über den Platz. Mich trifft der Schlag, dachte Mum, ist so ein Verhalten nötig, um Drachen zu dressieren, zeigt man auf die geschmolzene Stelle im Boden und droht damit, die Schnauze hineinzupressen. Er riskierte über den Trog zu spänen. Der Kopf des Drachen schwang wie ein Kranausleger herum. Es fiel dem Ungetüm schwer, den Blick auf die Frau zu richten, denn sie stand genau unter ihm. Mum beobachtete, wie die großen roten Augen zu schmalen Schlitzen wurden, als der Drache an seinem riesigen Maul entlang schielte. Er wirkte verwirrt, und das überraschte Mum nicht. »Sitz!« donnerte Lady Cassidic in einem Tonfall, der hinter ihm nachgaben. »Guter Junge, ich glaube, ich habe irgendwo ein Stück Kohle!« Sie klopfte auf ihre Taschen. Blickkontakt. Darauf kam es an. »Sie hätte nicht nach unten sehen dürfen,« dachte Mum. Der Drache hob wie beiläufig eine Klaue und presste ihre Ladyschaft an den Boden. Als Mum entsetzt Aufstand, riß sich Errol los und sprang mit einem weiten Satz über den Trog hinweg. Er hüpfte über den Platz, schlug immer wieder mit den kleinen Schwingen, öffnete den winzigen Rachen, rülpste Schnaufen und versuchte Feuer zu speien. Der wesentlich größere Drache antwortete mit einer blau-weißen Flamme, die Dutzende von Kopfsteinen in brodelnde Lava verwandelte, den Herausforderer jedoch verfehlte. Es war sehr schwer, ihn zu treffen, denn ganz offensichtlich wußte Seine einzige Hoffnung bestand darin, ständig in Bewegung zu bleiben. Wie ein erschrockenes, aber sehr entschlossenes Zufallspartikel tanzte er zwischen den immer wütender werdenden Flammenstößen. Der große Drache richtete sich auf, und es hörte sich an, als schleudere jemand ein Dutzend Ankerketten in die Ecke, erhob die Tatzen und trachtete danach, Errol aus der Luft zu schlagen. Genau in diesem Zeitpunkt heile heldenhafte Beine zu sein. Der Hauptmann lief mit gezücktem Schwert los. Obgleich ihm die Waffe kaum etwas nützte, packte Lady Käsedick am Arm, bekam dabei mehrere Pfund sputzigen Ballkleids zu fassen, und warf sich ihrer Ladyschaft über die Schulter. Nach einigen Metern begriff er, daß er keine besonders kluge Entscheidung getroffen hatte. »Grrr«, ächzte er. Wirbelsäule und Knie versuchten sich zu einem Klumpen zu vereinen, purpurne Funken blitzten vor Mumms Augen. Hinzu kam etwas Unvertrautes. Offenbar handelte es sich um Fischbeinstäbe, bohrte sich ihm in den Nacken. Das Bewegungsmoment trug ihn noch einige Schritte weiter. »Wenn ich jetzt stehen bleibe, dachte er, werde ich zermalmt. Während ihrer Stammesgeschichte hatten die Käsedicks keinen Wert auf Schönheit gelegt, sondern in erster Linie auf gesunde Solidität und einen stabilen Knochenbau. Lady Käsedick entsprach in jeder Hinsicht diesen Idealen. Drachenfeuer knisterte nur einen Meter entfernt übers Pflaster. Später fragte sich Mumm, ob er wirklich einige Zoll hochgesprungen war und die restliche Strecke bis zum Trog einen bemerkenswerten Sprint zurückgelegt hatte. Vielleicht lernte jeder im Notfall die Kunst des zeitlosen Ortswechsels, die Nobby so gut beherrschte, wie dem auch sei. Plötzlich befand sich der Trog hinter ihm und erhielt Lady Käsedick in den Armen, besser gesagt, ihre Ladyschaft fesselte seine Arme an den Boden. Nach einer Weile gelang es ihm, sie zu befreien und etwas Leben in sie zu massieren. Was jetzt? Die Züchterin schien nicht verletzt zu sein. Mumm erinnerte sich daran, dass man in solchen Fällen die Kleidung lockerte, um das Atmen zu erleichtern, aber bei Lady Käsedick mochte das gefährlich sein, wenn man keine besonderen Werkzeuge benutzte. Sie löste das Problem, indem sie nach dem Rand des Trogs griff und sich hochzog. Na schön, sagte sie. Jetzt bekommst du den Hausschuh zu spüren. Dann erkannte sie Mumm. Was geht hier vor? begann sie, sah über die Schulter des Hauptmanns und erbleichte. Verdammte Scheiße! entfuhr es ihr und bitte verzeih mir mein Glatianisch! Errol ermüdete allmählich. Mit den stummelförmigen Schwingen konnte er nicht richtig fliegen und erhielt sich nur deshalb in der Luft, weil er verzweifelt mit den Flügeln schlug wie ein Huhn. Gewaltige Klauen sausten heran. Die rechte zertrümmerte einen Springbrunnen des Platzes und die Linke? Sie traf Errol. Der Sumpftrache rast über Mum hinweg, prallte weiter hinten auf ein Dach und rutschte herunter. Du musst ihn fangen, rief Lady Cassadick, das ist unbedingt notwendig. Mum stachte sie groß an und sprang, als sich der birnenförmige Errol über die Dachkante neigte und fiel. Er erwies sich als überraschend schwer. Den Köttern sei Tank, seufzte Lady Cassadick und stemmte sich in die Höhe. Weißt du, sie explodieren so leicht, es hätte sehr gefährlich sein können. Sie erinnerte sich an den anderen Drachen. Er gehörte nicht zu der explodierenden Art, sondern zu der Sorte, die Menschen tötete. Ganz langsam drehte sie sich um. Das Ungeheuer ragte vor ihnen auf, schnüffelte und wandte sich dann gleichgültig ab, als seien die Winzlinge auf dem Boden völlig bedeutungslos. Es duckte sich andeutungsweise, sprang hoch, schlug einmal mit den breiten Flügeln und glitt über den Platz. Eine Zeit lang kreiste es, stieg höher und verschwand im Dunst, der vom Ankh heranwogte. Mumms Aufmerksamkeit richtete sich auf den wesentlich kleineren Drachen in seinen Arm. Erils Magen der Hauptmann bedauerte es nun nicht länger und gründlicher im Buch über Drachenkrankheiten gelesen zu haben. Deuteten solche Geräusche darauf hin, daß eine Explosion unmittelbar bevorstand? Oder drohte die eigentliche Gefahr erst dann, wenn das Knurren nachließ? »Wir müssen ihm folgen«, platzte es aus Lady Cassidy heraus. »Was ist mit der Kutsche passiert?« Mumm zeigte in eine bestimmte Richtung. Soweit er wußte, hatten die Pferde schon vor einer ganzen Weile die Flucht ergriffen. Vielleicht galoppierten sie noch immer irgendwo durch die Stadt. Errol nieste eine Wolke aus warmem Gas, die schlimmer stank als etwas, das man im Keller eingemauert hatte. Er wandte sich einige Male hin und her, belegte Mumms Gesicht mit einer Zunge, die sich wie eine Raspel anfühlte, sprang zu Boden und watschelte davon. »Wohin will er?« dröhnte Lady Cassidicks Stimme. Mumm stellte fest, daß die Pferde nicht weit genug geflohen waren. Ihre Ladyschaft zog sie gerade aus dem Dunst. Die Rösser versuchten Widerstand zu leisten und ihre Hufe schlugen Funken von den Kopfsteinen, aber es bestand keine Aussicht, daß sie den Kampf gewann. »Er versucht immer noch den Großen heraus zu fordern,« erwiderte Mumm. »Warum gibt er nicht auf?« »Wenn Drachen kämpfen, geht es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her,« erklärte Lady Cassidick, als Mumm in die Kutsche stieg. »Sie versuchen, den Gegner explodieren zu lassen.« »Ich dachte, immer die Natur sorgt dafür, daß sich das besiegte Tier in einer Geste der Unterwerfung auf den Rücken rollt,« sagte Mumm, während die Kutsche übers Kopfstein Pflaster klapperte und Errol folgte. »Damit ist dann der Kampf beendet.« »Bei Drachen funktioniert so was nicht,« antwortete Lady Cassidick, »wenn sich irgendein blödes Wesen vor dir auf den Bauch rollt, so schlitt sie ihm den Bauch auf. Das ist ihr Motto. In dieser Hinsicht denken sie fast wie Menschen. Dichte Wolken ballten sich über Ankh-Morpork zusammen. Darüber breitete sich das goldene Sonnenlicht der Scheibenwelt aus. Der Drache funkelte in der Morgendämmerung und glitt froh dahin, flog aus reiner Freude enge und eigentlich unmögliche Schleifen. Dann fiel ihm etwas ein. Einige Menschen waren so unverschämt gewesen, ihn zu beschwören. Tief unten taumelte die Nachtwache durch die Straße der geringen Götter. Trotz des dichten Nebels herrschte bereits rege Aktivität. Wie nennt man die Dinger? fragte Feldwibel Kolon. Sehen aus wie schmale Treppen. Leitern, sagte Karotte. Es wimmelt hier davon, brummte Nobby. Er schwankte zu einer davon und gab ihr einen Tritt. Hey! Eine fahnenumhüllte Gestalt kletterte herab. Was ist hier los? knurrte Nobby. Der Fahnträger musterte ihn von Kopf bis Fuß. Wer will das wissen, Knirps? erwiderte er. Wir, wenn du nichts dagegen hast, sagte Karotte freundlich. Er ragte wie ein Eisberg aus dem Dunst. Der Mann auf der Leiter lächelte schief. Nun, es geht um die Krönung und so, erklärte er hastig. Es muss alles für die Krönung vorbereitet werden, Fahnen und Wimpel und dergleichen, die alten Banner, ihr wisst schon. Nobby betrachtete die bunten Tücher, und bittere Falten bildeten sich in seiner Stirn. Sehen gar nicht so alt aus, sagte er, sogar recht neu. Was sind das für dicke und aufgedunstene Dinge auf dem Wappenschild? Die königlichen Nilpferde von Ank, verkündete der Mann stolz. »Sie erinnern an unser edles Erbe. Seit wann haben wir ein edles Erbe?« fragte Nobby. »Seit gestern.« »Ein edles Erbe kann unmöglich einen Tag alt sein«, warf Karotte ein. »Solche Sachen erfordern Zeit.« »Wenn wir bisher keins hatten, so wird sich das bald ändern«, sagte Feldwebel Kolon. »Meine Frau hat mir eine entsprechende Notiz hinterlassen. So viele Jahre, und plötzlich stellt sie sich als Monarchistin heraus.« Er trat nach dem Pflaster, als wären die Kopfsteine an allem Schuld. »Ha! Dreißig Jahre lang rackert man sich ab, um Fleisch auf den Tisch zu bringen, aber sie faselt nur noch von einem Jungen, der für fünf Minuten Arbeit König wird. Wisst ihr, was ich gestern zum Tee bekam? Brötchen mit Bratensauce.« Die erwartete Reaktion der beiden Junggesellen blieb aus. »Potzblitz«, entfuhr es Nobby. »Echte Bratensauce?« erkundigte sich Karotte. »Mit knusprigen Stücken darin und glänzenden Fetttropfen drauf.« »Weiß überhaupt nicht mehr, wann ich zum letzten Mal die Krust in einer Schüssel mit Bratensauce genießen konnte,« schwärmte Nobby, dessen Gedanken in einem gastronomischen Paradies weilten. »Mit ein wenig Salz und Pfeffer ergibt sich daraus eine Mahlzeit, die eines Köh.« »Sag es nicht«, warnte Colon. »Ach, wenn man ein Messer durchs Fett stößt und beobachtet, wie das goldbraune Zeug aufsteigt«, Karotte schluckte. »Für einen solchen Anblick gäbe ich ein ganzes Köh. Hört endlich auf«, rief Colon. »Ihr seid! Hey, was war das?« Sie spürten einen plötzlichen Windzug und sahen, wie sich einige Dunschtfaden aus der größeren Nebelmasse lösten, zu den Hauswänden glitten und dort zerfransten. Kühlere Luft seufzte durch die Straße und verstummte. »Irgendetwas scheint über die Dächer geflogen zu sein«, vermutete der Feldwebel. Er erstarrte. »Ihr glaubt doch nicht etwa.« »Wir haben beobachtet, wie der Drache getötet wurde, nicht wahr?«, ließ sich Nobby vernehmen. »Wir haben beobachtet, wie er verschwand«, erwiderte Karotte. Sie standen sich auf der feuchten, dunstigen Straße gegenüber und wechselten stumme Blicke. Über dem Nebel erstreckte sich eine andere Welt, und ihre Fantasie bevölkerte sie mit den schrecklichsten aller denkbaren Wesen. Was noch schlimmer war, vielleicht verfügte die Natur in dieser Hinsicht über weitaus mehr Kreativität. »Nein«, sagte Kolon, »bestimmt war es nur ein ... ein großer Stelzvogel ... oder so.« »Sollten wir nicht irgendetwas unternehmen?«, schlug Karotte vor. »Ja«, bestätigte Nobby, »wir sollten diesen Ort Rass verlassen. Denkt an den armen Humpel.« »Vielleicht ist es ein anderer Drache«, sagte Karotte. »Wir müssen die Leute warnen, und ...« »Nein«, widersprach Weltwirbel Kolon sofort, »sie würden uns A. ohnehin nicht glauben, und außerdem haben wir B. einen König. Er ist dafür zuständig. Für Drachen, meine ich.« »In der Tat«, pflichtete ihm Nobby bei, »er wäre sicher wütend. Ich meine, Drachen sind wahrscheinlich, äh, königliche Tiere. Wie Hirsche. Man könnte seinen Trittlins verlieren, wenn man auch nur daran denkt, einen Drachen zu töten, obwohl ein König zugegen ist.« »Trittlins«, ein kurzes und völlig unnötiges Observanzritual, das die heiligen balancierenden Dervische von Ortez täglich durchführten. So heißt es jedenfalls im Lexikon seltsamer Wörter, die einem die Tränen in die Augen treiben.« »Das halte ich nicht für eine sehr verantwortungsbewusste Einstellung«, begann Karotte. Er wurde von Errol unterbrochen. Der kleine Sumpftrache trippelte mit hocherhobenem Schwanz mitten auf der Straße und starrte die ganze Zeit über nach oben. Er eilte an den Wächtern vorbei, ohne ihnen Beachtung zu schenken. »Was ist los mit ihm?«, wunderte sich Nobby. Ein lauter werdendes Klappern kündigte die Käse-Dick-Kutsche an. »Männer?«, fragte Mumm zögernd und blickte durch den Nebel. »Ich glaube schon«, erwiderte Feldwebel-Colon. »Ich bin sogar ganz sicher. Habt ihr einen Drachen gesehen, abgesehen von Errol, meine ich.« »Nun, äh«, antwortete der Feldwebel und warf seinen beiden Kameraden einen kurzen Blick zu. »In gewisser Weise, Sir. Wäre möglich. Könnte sein.« »Dann steht dort nicht wie Trottel herum!«, rief Lady Käse-Dick. »Steigt ein! Hier drin gibt es genug Platz!« Damit hatte sie durchaus recht. Vor einigen Jahrzehnten mochte die Kutsche ein Prachtstück gewesen sein, ausgestattet mit Plüsch, Blattgold und samtenen Vorhängen, denen auch keine Trotteln fehlten. Zeit für Nachlässigung und der Umstand, daß man die Sitze entfernt hatte, um den Transport von Drachen zu ermöglichen, waren nicht spurlos an ihr vorübergegangen. Trotzdem roch sie noch immer nach Privilegien, Stiel und natürlich nach Sumpftrachen. »Was tust du da?«, fragte Kolon, als die Kutsche durch den Nebel rasselte. »Ich winke!«, sagte Noppy und gab sich betont würdevoll, als er mit dem Arm Dunschschwaden beiseite wedelte. »Eigentlich ist so etwas abscheulich,« brummelte Feldwebel Kolon. »Leute fahren in Kutschen, während andere nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben.« »Dieses Ding gehört Lady Käse-Dick,« erinnerte Noppy. »Mit ihr ist alles in Ordnung.« »Nun ja, aber ihre Vorfahren. Man bekommt keine großen Häuser und Kutschen, ohne die Armen auszusaugen.« »Du bist nur sauer, weil deine bessere Hälfte ihre Unterwäsche mit Kronen bestickt,« sagte Noppy. »Das hat überhaupt nichts damit zu tun,« entgegnete Feldwebel Kolon empört. »Ich habe immer die Rechte des Menschen geachtet.« »Und die der Zwerge,« warf Karotte ein. »Ja, in Ordnung,« erwiderte Kolon unsicher. »Aber diese Sache mit Königen und Lords widerspricht der elementaren menschlichen Würde. So was geht mir gegen den Strich. Immerhin sind wir alle gleichgeboren.« »So habe ich dich noch nie reden gehört, Frederik,« sagte der Korporal. »Für dich bin ich nach wie vor Feldwebel Kolon, Noppy.« »Entschuldigung, Feldwebel.« Der Nebel entwickelte sich allmählich zu einer echten Ank-Morpork-Herbstsuppe. Wie Erbsensuppe, nur weitaus dicker, geruchsintensiver und mit Dingen drin, über die Sie sicher nicht genauer Bescheid wissen möchten.« Mumm stachte durch die Gräue, während sich die Myriadentröpfchen alle Mühe gaben, ihn bis auf die Haut zu durchnässen. »Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen,« sagte er. »Bieg nach links ab.« »Hast du eine Ahnung, wo wir sind?« fragte Lady Cassadick. »In einem Geschäftsviertel,« antwortete der Hauptmann knapp. Errol öffte jetzt nicht mehr ganz so schnell, blieb immer wieder stehen, blickte nach oben und jaulte. »In diesem Nebel kann ich über uns nichts sehen,« mummelte Mumm. »Ich frage mich, ob...« Der Nebel bewies seine Kooperationsbereitschaft, indem er sich lichtete. Weiter vorn schien eine besondere Art von Chrysantheme zu blühen, und gleichzeitig ertönte ein seltsames Geräusch. Es klang wie... »Humm!« »Oh, nein!« stöhnte Mumm. »Nicht schon wieder!« »Sind die Tassen der Ehrlichkeit gut und wahrhaftig gefüllt?« intonierte Bruder Wachturm. »Jawohl, gefüllt bis zum Rand.« »Die Wasser der Welt! Sind sie gestaut?« »Gestaut, in der Tat, nicht schwappt über.« »Sind die Dämonen der Unendlichkeit mit vielen Ketten gefesselt?« »Verdammt!« entfuhr es Bruder Stuckateur. »Wir kriegen's nie ganz auf die Reihe!« Bruder Wachturm seufzte. »Es wäre wirklich nett, wenn die uralten und völlig zeitlosen Rituale wenigstens einmal vervollständigt werden könnten, nicht wahr? Hol das mit den Ketten nach.« »Könnten wir nicht Zeit sparen, wenn ich die Dämonen der Unendlichkeit beim nächsten Mal doppelt fessele, Bruder Wachturm?« fragte Bruder Stuckateur. Bruder Wachturm dachte widerstrebend darüber nach. »Es klang durchaus vernünftig.« »Na schön«, erwiderte er, »geh jetzt zu den anderen, und du sollst mich mit stellvertretender oberster Größermeister ansprechen, verstanden.« Diese Bemerkung schien bei den Brüdern nicht den angemessenen Respekt hervorzurufen. »Niemand hat uns gesagt, daß du der stellvertretende oberste Größermeister bist,« murmelte Bruder Pförtner. »Nun, ich bin der stellvertretende oberste Größermeister, weil der oberste Größermeister derzeit mit den Vorbereitungen für die Krönung beschäftigt ist, und mich bat, diese Versammlung der Loge zu leiten,« verkündete Bruder Wachturm hochmütig. »Und das macht mich wohl zum stellvertretenden obersten Größermeister, oder?« »Finde ich nicht«, brummte Bruder Pförtner. »Deshalb ist kein so großartiger Titel nötig. Du könntest dich Ritualhüter nennen oder so.« »Ja«, sagte Bruder Stückateur. »Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, daß du so vornehm tust. Schließlich bist du nicht von irgendwelchen Mönchen in uralte und mystische Geheimnisse eingeweiht worden.« »Außerdem warten wir schon seit Stunden,« warf Bruder Pförtner ein. »Das ist nicht richtig. Wir haben uns eine Belohnung erhofft.« Bruder Wachturm begriff, daß er die Kontrolle verlor. Er versuchte es mit schmeichlerischer Diplomatie. »Ich bin sicher, der oberste Größermeister trifft bald ein«, sagte er. »Wir wollen doch jetzt nicht die Geduld verlieren. Oder, Jungs? War eine tolle Sache, den Kampf gegen den Drachen und so zu arrangieren. Stimmt, wir haben eine Menge hinter uns, nicht wahr? Bestimmt lohnt es sich, noch etwas länger zu warten. Meint ihr nicht auch?« »Na schön. Meinetwegen, in Ordnung.« »Gewiß.« »Ja, einverstanden.« Bruder Wachturm ahnte, daß etwas nicht mit rechten Dingen zuging. Wages Unbehagen erfasste ihn. »Äh«, sagte er. »Brüder.« Nervosität breitete sich im Zimmer aus. Irgendetwas ließ die Versammelten unruhig werden und schuf eine seltsame Atmosphäre. »Brüder«, wiederholte Bruder Wachturm und versuchte, zu seiner Selbstsicherheit zurückzufinden. »Wir sind doch alle hier, oder?« »Natürlich sind wir das.« »Was ist denn los?« »Ja.« 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 Da war es wieder. Irgendetwas schien auf unfassbare Art und Weise falsch zu sein, doch so sehr man sich auch bemühte. Man konnte nicht bestimmen, worum es sich handelte. Das sonderbare Etwas entzog sich der erschrockenen Aufmerksamkeit. Ein Kratzen auf dem Dach unterbrach Bruder Wachturms besorgte Überlegungen. Einige Mörtelbrocken fielen von der Decke. »Äh, Brüder«, fragte Bruder Wachturm noch einmal. Diesmal klang er wirklich nervös. Daraufhin ertönten nur noch stille Geräusche und ein gedehntes Summen des Schweigens, das auf tiefe Konzentration hindeutete. Hinzu kam vielleicht das Zischen Heuschober großer Lungen, die sich gerade mit Luft füllten. Die letzten Ratten von Bruder Wachturms Zuversicht flohen vom sinkenden Schiff des Mutes. »Bruder Pförtner, wenn du bitte die grässliche Tür öffnen würdest«, brachte er mit zittriger Stimme hervor. Dann glänzte Licht. Es gab keine Schmerzen. Dafür reichte die Zeit nicht. Der Tod raubte einem viele Dinge, besonders dann, wenn er mit einer Temperatur kommt, die Eisen verdampfen lässt, und dazu gehören auch die Illusionen. Die sterblichen Überreste Bruder Wachturms beobachteten, wie der Drache durch den Nebel davonglitt, blickten dann auf die langsam erstarrenden Pfützen aus Stein, Metall und verschiedenen Spurenelementen, die vom geheimen Hauptquartier übrig geblieben war, und von denen versammelten, begriff er mit jener leidenschaftslosen Gleichgültigkeit, die Teil des Todes ist. Man lebte mehr oder weniger froh und munter, nur um schließlich als schmieriger Streifen zu enden, wie Sahne in einer Kaffeetasse. Ganz gleich, mit welchen Spielen sich die Götter ihre Zeit vertrieben, die Spielregeln waren verdammt rätselhaft. Bruder Wachturm musterte die in einen Kapuzenmantel gehüllte Gestalt an seiner Seite. »So etwas haben wir nie beabsichtigt«, sagte er kleinlaut. »Ganz ehrlich, es lag uns fern, irgendjemanden zu beleidigen. Wir wollten nur, was uns zusteht.« Eine knöcherne Hand berührte ihn freundlich an der Schulter. »Herzlichen Glückwunsch«, sagte Tod. Abgesehen vom obersten größten Meister gab es nur einen Überlebenden der aufgeklärten Brüder. Bruder Finger. Man hatte ihn beauftragt, Pizzas zu holen. Wenn es darum ging, etwas zu essen zu besorgen, fiel die Wahl immer auf Bruder Finger. Es war billiger. Er hielt sich nie damit auf, zu bezahlen. Als die Käse-Dick-Kutsche zu Errol aufschloß, taumelte Bruder Finger mit einigen Pappschachteln über die Straße und stachte aus großen entsetzblickenden Augen. Dort, wo sich eigentlich das schreckliche Portal befinden sollte, zeigte sich nur eine heiße Masse aus diversen brodelnden Substanzen. »Ach du lieber Himmel«, murmelte Lady Käse-Dick. Mum stieg aus und klopfte Bruder Finger auf die Schulter. »Entschuldige bitte«, sagte er. »Hast du zufällig gesehen, was hier?« Als ich Bruder Finger umdrehte, war sein Gesicht so bleich wie das eines Mannes, der gerade einen Blick in die Hölle geworfen hat. Der Mund öffnete und schloß sich mehrmals, brachte jedoch kein Laut hervor. »Wenn du so freundlich wärst, mich zur Wache in der Pseudopolisallee zu begleiten«, fügte Mummin zu. »Ich habe Grund zu der Annahme, daß du«, er zögerte. Eigentlich wußte er nicht genau, welche Gründe er für welche Annahmen hatte. Aber ein Stand fest. Dieser Mann war ganz offensichtlich schuldig. Man brauchte ihn nur anzusehen. Nun, vielleicht traf ihn keine besondere Schuld, aber sicher eine allgemeine.« »Mmm«, machte Bruder Finger. Colonne hob behutsam den Deckel der obersten Pappschachtel. »Was hältst du davon, Feldwebel?«, fragte Mumm und trat zurück. »Häh«, erwiderte Colonne und nickte anerkennt. »Sieht nach einer klatschianischen Pizza aus, Sir, mit Paprika und Anchovies, Sir.«, »Ich meine den Mann«, seufzte Mumm, machte Bruder Finger. »Colonne wirf einen Blick unter die Kapuze.« »Oh, ich kenne ihn, Sir«, sagte er. »Bengi Flinkfuß Boggis, Sir. Er ist Capo de Monti in der Diebesgilde, Sir. Bin ihm oft begegnet, Sir. Ein schlauer, kleiner Bursche hat an der Universität gearbeitet.« »Was, als Zauberer?«, fragte Mumm. »Nein, Sir, als Gärtner und Zimmermann und so, Sir.« »Ach, tatsächlich.« »Können wir dem armen Mann nicht irgendwie helfen?«, warf Lady Cassadig ein. Nobby salutierte zackig. »Wenn du möchtest, gebe ich ihm einen ordentlichen Tritt in den Bommel, Milady.« »Drrr, drrrr, drrrr«, kommentierte Bruder Finger und erbebte am ganzen Leib. Unterdessen lächelte Lady Cassadig das eisenharte Lächeln einer adeligen Frau, die nicht zeigen will, daß sie genau verstanden hat, was ihr eben zu Ohren gekommen war.« »Ihr beiden setzt ihn in die Kutsche«, befahl Mumm. »Wenn du nichts dagegen hast, Lady Cassadig.« »Sibyl«, berichtigte ihn ihre Ladyschaft. Mumm errötete und fuhr fort. »Ich halte es für eine gute Idee, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Die Anklage lautet Diebstahl eines Buches mit dem Titel »Das Beschwören von Drachen.« »Da hast du vollkommen recht, Sir«, brummte Feldwebel Kolon. »Außerdem werden die Pizzas kalt, und du weißt ja, wie klebrig der Käse wird, wenn die Dinger kalt sind.« »Und niemand tritt ihn«, warnte Mumm. »Nicht einmal dort, wo keine Spuren zurückbleiben. Karotte, du begleitest mich.« »Trrr, drrrr«, ächzte Bruderfinger. »Nimm Errol mit«, fügte Mumm hinzu. »Hier schnappt er noch über.« »Mutiger kleiner Kerl, das muß man ihm lassen.« »Er ist wirklich nicht übel, wenn man genauer darüber nachdenkt«, sagte Kolon. Errol hüpfte vor dem zerstörten Gebäude umher und jaulte. »Seht ihn euch nur an«, Mumm winkte. »Kannst gar nicht abwarten, dass es losgeht.« »Irgendetwas schien seinen Blick zu packen und auf die dunklen Wolken zu richten.« »Das Biest ist irgendwo dort oben«, dachte er. »Was unternehmen wir jetzt, Sir?« erkundigte sich Karotte, als die Kutsche davonklapperte. »Du bist doch nicht etwa nervös, oder?« erwiderte Mumm. »Nein, Sir.« Der ruhige, gelassene Tonfall erinnerte Mumm an etwas und verhalf ihm zu einer Erkenntnis. »Nein«, entgegnete er, »bei dir kann von Nervosität keine Rede sein, oder vermutlich liegt's daran, daß du bei Zwergen aufgewachsen bist. Du hast keine Fantasie.« »Ich gebe mir Mühe, Sir«, sagte Karotte fest. »Schickst du dein Sold noch immer nach Hause?« »Ja, Sir.« »Guter Junge, deine Mutter ist bestimmt stolz auf dich.« »Ja, Sir. Was unternehmen wir jetzt, Hauptmann Mumm?« wiederholte Karotte. Mumm sah sich um und ging einige ziellose, verzweifelte Meter weit, breitete die Arme aus, ließ sie wieder sinken. »Woher soll ich das wissen?« antwortete er. »Vielleicht wäre es angebracht, die Leute zu warnen. Ich schlage vor, wir begeben uns zum Palast des Patricias, und dann...« Schritte näherten sich durch den Nebel. Mumm verharrte jäh, preßte den Zeigefinger an die Lippen und winkte Karotte in den Schutz eines Zugangs. In den Dunschschwaden zeichnete sich eine Gestalt ab. »Noch so ein Bursche«, dachte Mumm. »Nun, es gibt kein Gesetz, das lange schwarze Umhänge mit breiten Kapuzen verbietet. Es könnte Dutzende von völlig harmlosen Gründen dafür geben, warum diese Person einen langen schwarzen Umhang mit breiter Kapuze trägt und während der Morgendämmerung vor einem niedergeschmolzenen Haus steht. Vielleicht sollte ich den Kerl auffordern, mir wenigstens einen zu nennen.« Er trat vor. »Entschuldige bitte«, begann er. »Die Kapuze schwang herum. Es zischte, als die Gestalt nach Luft schnappte.« »Vielleicht wärst du so nett mir.« »Ihm nach, Obergefreiter!« Der Unbekannte stürmte los, und erwies sich als recht flink. Er sauste um eine Straßenecke, und als Mumm die betreffende Stelle erreichte, sah er, wie Umhang und Kapuze durch eine Seitengasse verschwanden. Der Hauptmann stellte plötzlich fest, daß er allein war. Schnaufen blieb er stehen, drehte den Kopf und beobachtete, wie Karotte in einem gemütlichen Dauerlauf um die Ecke kam. »Was ist denn los?« keuchte er. »Feldwebel Kolon hat mir geraten, nicht zu schnell zu laufen«, erklärte Karotte. Mumm musterte ihn verwirrt. Dann begriff er allmählich. »Oh«, sagte er, »ich, äh, verstehe. Nun, bestimmt meinte er das nicht als Regel, die in jedem Fall gilt, Junge.« Er stachte wieder in die dunkle Gräue. »Bei diesem Nebel und in solchen Gassen hätten wir ohnehin keine Chance, den Kerl zu erwischen.« »Vielleicht ist er nur ein unbeteiligter Zuschauer, Sir«, ließ ich Karotte vernehmen. »Was? Hier in Ankh-Morpork?« »Ja, Sir. Dann hätten wir ihn erst recht schnappen sollen, weil er Seltenheitswert hat.« Mumm klopfte Karotte auf den Rücken. »Komm, wir gehen jetzt zum Palast des Patricias.« »Zum Palast des Königs«, korrigierte Karotte. »Wie?« Mums Gedanken sprangen aus den mentalen Gleisen. »Es ist jetzt der Palast des Königs«, sagte Karotte. Mumm musterte ihn und blinzelte mehrmals. Dann lachte er krimmig. »Ja, das stimmt«, räumte er ein. »Dort wohnt unser König, der Drachentöter, ein verdienstvoller Mann jener Mann.« Er seufzte. »Nun, diese Sache wird ihm nicht gefallen. Weder ihm noch den anderen.« Hauptmann Mumm behielt recht. Das erste Problem ergab sich bei der Palastwache. Mumm hatte sie nie gemocht und seine Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. »Na schön. Vielleicht waren seine Männer nur einen Schritt davon entfernt, Halunken zu sein. Aber nach Mums fachmännischer Meinung fehlte noch weitaus weniger, um die Palastwächter in gemeine Halunken zu verwandeln. Besser gesagt, in den schlimmsten kriminellen Abschaum, den die Stadt je gesehen hatte. Sie standen nicht neben der Kloake des Verbrechens, sondern bereits mit einem Bein darin. Sie mußten sich bessern, bevor man auch nur in Erwägung ziehen konnte, ihre Namen in die Liste der zehn unerwünschtesten Personen einzutragen. Sie waren grob, sie waren zäh, sie gehörten nicht zum Kehrricht in der Gasse. Nein, sie klebten noch immer im Rinnstein, wenn die Straßenkehrer erschöpft aufkamen. Der Patrizier hatte sie außerordentlich gut bezahlt, und ihr Verhalten ließ den Schluss zu, daß der König diese Tradition fortsetzte. Als Mumm vor dem Tor stehen blieb, stießen sich die zwei Palastwächter von der Wand ab, strafften ihre Gestalt ein wenig und warten gleichzeitig genau das richtige Maß an Beleidigen der psychologischer Lässigkeit. »Hauptmann Mumm«, sagte Mumm und blickte stark geradeaus, »ich möchte den König sprechen. Es geht um eine sehr wichtige Angelegenheit.« »Ach, tatsächlich«, brummte ein Wächter. »Nun, das will ich dir auch geraten haben. Ob man krumm, nicht wahr?« »Mumm«, erwiderte Mumm, »mit einem M.« Der Wächter nickte seinem Kameraden zu. »Mumm«, sagte er, »mit einem M.« »Komm ich«, mummete der andere Wächter und grinste. »Es ist sehr dringend«, betonte Mumm und warte einen steinernen Gesichtsausdruck. Versuchsweise trat er einen Schritt vor. Der erste Wächter versperrte ihm sofort den Weg und klopfte auf den Brustharnisch des Hauptmanns. »Niemand passiert dieses Tor«, knurrte er. »Befehl des Königs.« »Kapiert. Kehr in deine Jauchegrube zurück, Hauptmann Mumm mit einem M.« »Zur Seite«, verlangte Mumm. Der Wächter beugte sich vor und tippte auf Mumms Helm. »Da ich nicht freiwillig zur Seite trete, muss mich irgendjemand dazu zwingen. Willst du's versuchen, Hulkaff?« Manchmal ist es ein wahres Vergnügen, die Bombe sofort platzen zu lassen. »Obergefreiter Karotte, ich möchte, dass du diese Männer festnimmst«, sagte Mumm. »Karotte salutierte.« »Jawohl, Sir«. Er drehte sich um und lief in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. »Hey«, rief Mumm, als der Junge hinter einer Ecke verschwand. »Das gefällt mir«, bemerkte der erste Wächter und stützte sich auf einen Speer. »Der junge Mann hat nicht nur Initiative, sondern ist auch sehr vernünftig. Ein kluger Kopf, ja.« »Er möchte nicht hierbleiben und sich die Ohren abreißen lassen.« »Jener junger Mann wird es noch weit bringen, da bin ich ganz sicher.« »Ein sehr intelligenter junger Mann«, bestätigte der andere Wächter. Er lehnte seinen Speer an die Wand. »Wenn man Leute wie dich sieht, kann's einem schlecht werden«, sagte er im Plauderton. »Ihr Kerle von der Nachtwache latscht immer nur durch die Gegend und kümmert euch überhaupt nicht um eure Pflichten. Bildet euch eine Menge auf eure schmutzigen Uniforme ein und glaubt sogar, wichtig zu sein. Aber in Wirklichkeit seid ihr nichts weiter als aufgeblasene Nullen. Nun, Clarence, ich zeige dir jetzt, was richtige Wächter sind.« »Ich könnte vielleicht mit einem von Ihnen fertig werden«, dachte Mum und Wich einige Schritte zurück, »wenn er mir den Rücken zukehrt.« »Clarence lehnte seinen Speer ebenfalls an die Mauer und spuckte in die Hände.« »Ein schreckliches Geheul erklang«, Mum stellte erstaunt fest, dass es nicht aus seinem Mund stammte. »Karotte stürmte um die Ecke.« In jeder Hand hielt er eine Holzfäller-Axt. Die großen Ledersandalen klatschten aufs Kopfsteinpflaster, als er rasch näher kam und noch schneller wurde. Die ganze Zeit über brüllte er »Grä! Droh!« Es hörte sich an, als brüllte etwas, das tief in einer Schlucht mit zweistimmigem Echo gefangen war. Die beiden Palastwächter standen stocksteif und verblüfft. »An eurer Stelle würde ich mich ducken«, riet Mum. Nur wenige Zentimeter trennten seinen Kopf vom Boden. Die beiden Äxte verließen Karottes Hände und sausten durch die Luft, verursachten dabei Geräusche, die an fliegende Rebhühner erinnerten. Die erste traf das Tor und bohrte sich halb hinein. Die zweite prallte an den Schaft der ersten und spaltete ihn. Dann war Karotte heran. Mum wich zur Seite, nahm auf einer nahen Sitzbank Platz und rollte sich eine Zigarette. Schließlich sagte er »Ich glaube, das genügt Obergefreiter. Bestimmt sind Sie jetzt ganz friedlich.« »Ja, Sir«, erwiderte Karotte und klemmte sich zwei schlaffe Körper unter die Arme. »Wie lautet die Anklage, Sir?« »Angriff auf einen Offizier der Wache in Ausübung seiner Pflicht.« »Ah, und noch etwas. Sie haben sich der Verhaftung widersetzt.« »Fällt das unter Paragraf V.I.I. des Gesetzes für öffentliche Ordnung von 1457?«, fragte Karotte. »Ja«, antwortete Mum ernst. »Ja.« »Ja, ich denke schon.« »Aber eigentlich haben Sie keinen großen Widerstand geleistet, Sir«, wandte Karotte ein. »Nun, dann war es eben der Versuch, sich der Verhaftung zu widersetzen.« »Ich schlage vor, du lehnst sie dort drüben an die Wand. Wir nehmen sie später mit. Sicher verspüren sie derzeit nicht den Wunsch zu flüchten.« »Wie du meinst, Sir«, »und verletz sie nicht«, fügte Mum hinzu. »Gefangene dürfen nicht verletzt werden.« »Das stimmt, Sir«, erwiderte Karotte pflichtbewusst. »Verhaftete Gefangene haben Rechte, Sir. Sie sind im Gesetz über die Würde des Menschen, in Klammern Bürgerrechte, von 1341 festgelegt.« »Ich habe es Korporal Nobs immer wieder gesagt. Gefangene haben Rechte, so lautete mein Hinweis. Das bedeutet, man darf nicht kräftig zutreten.« »Da bin ich ganz deiner Meinung, Obergefreiter.« Karotte sah auf die beiden reglosen Gestalten hinab und begann. »Ihr habt das Recht zu schweigen. Ihr habt das Recht, euch nicht selbst zu verletzen, indem ihr auf der Treppe zu den Zellen ausrutscht. Ihr habt das Recht, nicht aus hohen Fenstern zu springen. Ihr braucht nichts zu sagen. Aber wenn ihr eine Aussage macht, so muss ich sie aufschreiben, und sie kann vor Gericht gegen euch verwendet werden.« Er holte sein Notizbuch hervor, beleckte kurz den Stift und beugte sich noch etwas tiefer. »Wie bitte?« fragte er. Nach einigen Sekunden blickte er zum Mumm auf. »Wie buchstabiert man »stöhnen, Sir?« »S-C-H-T-Ü-H-N-I-N, glaube ich.« »Danke, Sir.« »Äh, Obergefreiter?« »Ja, Sir.« »Warum die Äxte?« »Sie waren bewaffnet, Sir. Die Äxte stammen vom Schmied in der Marktstraße. Ich habe versprochen, dass du sie nachher bezahlst.« Mumm verzog das Gesicht. »Und der Schrei?« »Das Kriegsjodeln von Zwergen, Sir«, sagte Karotte stolz. »Ein guter Schrei«, Mumm wählte seine Worte mit besonderer Vorsicht. »Aber ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich beim nächsten Mal vorher warnen würdest. In Ordnung.« »Aber ich, Sir«, »schriftlich«, »schriftlich«. Der Bibliothekar setzte den Weg fort. Er kam nur langsam voran, weil es die Dinge gab, denen er nicht begegnen wollte. Geschöpfe entwickeln sich, um alle ökologischen Nischen der Umgebung zu füllen, und um einige Wesen in der staubigen Unermesslichkeit des L-Raums machte man besser einen weiten Bogen. Sie waren noch weiter aus ungewöhnlicher als die normalen, ungewöhnlichen Lebensformen. Die meiste Zeit über genügte es, die Trittstuhlkrabben im Auge zu behalten, solange sie friedlich durch den Staub krochen, war alles in bester Ordnung. Aber wenn sie sich fürchteten, mußte man vorsichtig sein. Mehrmals presste sich der Bibliothekar flachend die Regale, weil ein Thesaurus vorbeidonnerte. Er wich einer Kriterherde aus, die sich an dem Inhalt einiger besonders erlesener Bücher labte, und einige dünne Bände zurückließ, die von Literaturkritikern stammten. Und dann gab es noch andere Dinge, Dinge, denen man nicht zu nahe kommt, die man nicht einmal ansehen sollte. Außerdem mußte man um jeden Preis Klischees meiden. Der Bibliothekar verspeiste seinen letzten Erdnüß und hockte dabei auf einer Leiter, die gedankenlos an den Büchern der obersten Regale schmökerte. Dieser Bereich der Bibliothek wirkte vertraut. Zumindest gewann der Orang-Utan den Eindruck, daß er bald vertraut wirken würde. Im L-Raum hatte die Zeit eine ganz andere Bedeutung. Er beobachtete Regale, deren Konturen er kannte. Die Buchtitel blieben unleserlich, aber langsam, ganz langsam formten sich deutlichere Umrisse. Hinzu kam ein muffiger Geruch, den er wiederzuerkennen glaubte. Der Bibliothekar trottete durch einen Seitengang, wankte um die Ecke und zögerte nur kurz, bevor er jene Dimension betrat. Die Menschen, weil sie es nicht besser wissen, für normal halten. Hitze durchströmte ihn, und sein Fell richtete sich auf, als die temporale Energie nach und nach davon knisterte. Dunkelheit umhüllte ihn. Er streckte den einen Arm aus und betastete die Bücher in unmittelbarer Nähe. Ah, jetzt wußte er, wo er sich befand. Zuhause? Er war zuhause, und zwar vor einer Woche. Er mußte darauf achten, keine Fußspuren zu hinterlassen. Kein Problem. Er kletterte an den nächsten Regalen hinauf. Sternenlicht filterte durch die hohe Kuppel, als er sich von einem Bücherschrank zum anderen schwang. Lupin Wonse hob den Blick geröteter Augen und wandte sich von den vielen Papieren auf dem Schreibtisch ab. Niemand in der Stadt kannte sich mit Krönungen aus, und deshalb mußte er improvisieren. In einem Punkt hatte er keinen Zweifel. Es waren viele Dinge notwendig, mit denen man winken konnte. »Nyaa«, fragte er scharf. »Ein gewisser Hauptmann Mumm möchte dich sprechen«, sagte der Lakai. »Mumm von der Wache? Ja, Herr, er meint, es handele sich um eine sehr wichtige Angelegenheit.« Wonse sah auf die Liste mit ebenfalls sehr wichtigen Angelegenheiten. Zum Beispiel der Krönung des Königs. Alle hohen Priester der 53 in Ankh-Morpork zugelassenen Religionen beanspruchten die Ehre dieses Rituals für sich. Wahrscheinlich kam es im entscheidenden Augenblick zu einem ziemlichen Gedränge. Und dann die Kronjuwelen. Das Problem bestand darin, dass es keine gab. Irgendwann während der früheren Generation waren die Kronjuwelen verschwunden. Ein Juwelier in der Straße schlauer Kunsthandwerker versuchte, mit Blattgold und Glas innerhalb kurzer Zeit Ersatz zu schaffen. Mumm konnte warten. »Sag ihm, er soll morgen, oder besser noch übermorgen, wiederkommen«, brummte Wonse. »Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns empfängst«, sagte Mumm und trat durch die Tür. Wonse bedachte ihn mit einem finsteren Blick. »Da du schon einmal hier bist«, erwiderte er. Mumm legte seinen Helm auf den Schreibtisch des Sekretärs. Eine klare Giste der Herausforderung fand Wonse und setzte sich. »Nimm Platz«, mummelte Wonse. »Hast du schon gefrühstückt?«, fragte Mumm. »Jetzt gehst du zu«, begann Wonse. »Nun mach dir deshalb keine Sorgen«, erklärte Mumm heiter. »Opergefreiter Karotte wird uns was aus der Küche holen. Der Bursche dort drüben ist sicher so nett, ihm den Weg zu zeigen.« Als Karotte und der Lakai das Zimmer verlassen hatten, beugte sich Wonse über die Papierstapel. »Ich hoffe, du hast einen guten Grund dafür, einfach so hereinzuplar.« »Der Drache ist zurück«, sagte Mumm. Wonse starrte ihn eine Zeit lang stumm an. Mumm erwiderte den durchdringenden Blick. Die verblüfften Gedanken des Sekretärs kehrten aus der dunklen Ecke zurück, in die sie geflohen waren. »Du hast getrunken, nicht wahr?«, fragte er. »Kein Tropfen. Der Drache ist zurück.« »Nun hör mal«, begann Wonse. »Ich habe ihn gesehen«, sagte Mumm schlicht. »Einen Drachen. Bist du sicher?« Mumm beugte sich ebenfalls vor. »Nein«, donnerte er, »vielleicht irre ich mich, verdammt. Möglicherweise ist es irgendein anderes Tier mit großen, klauen, breiten, lidrigen Schwingen und heißem Feuer im Rachen. Schließlich wimmelt es überall von solchen Geschöpfen.« »Aber wir haben alle beobachtet, wie der Drache sterb«, wandte Wonse ein. »Ich weiß nicht, was wir beobachtet haben«, erwiderte Mumm. »Aber dafür ist mir klar, was ich gesehen habe.« Er lehnte sich zurück und ließ die Schultern hängen. Plötzlich fühlte er sich sehr müde und erschöpft. »Wie dem auch sei«, fügte er in einem normalen Tonfall hinzu, »er hat ein Haus in der Stichwaschstraße verbrannt, so wie die anderen.« »Ist jemand entkommen?« Mumm rieb sich die Schläfen und überlegte, wann er zum letzten Mal geschlafen hatte. Richtig geschlafen, unter einer Decke und auf einer Matratze. »Und dann Essen.« »Die letzte Mahlzeit, gestern Abend oder der Abend davor.« Hatte er überhaupt jemals in seinem Leben geschlafen? Es schien ihm unwahrscheinlich. Morpheus' Arme rollten die Ärmel hoch und hämmerten auf das benommene Bewusstsein des Hauptmanns ein. Doch Teile davon setzten sich zur Wehr. »Ist jemand...« »Jemand schwer?« fragte er. »Die, äh, Bewohner des Hauses«, sagte Bonze. »Ich nehme an, es stand nicht leer, oder? Ich meine, des Nachts bleiben die Leute meistens daheim und schlafen.« »Oh, oh, ja«, Mumm nickte langsam. »Allerdings war es kein normales Haus, eher ein geheimer Treffpunkt oder so.« Irgendetwas versuchte seine Aufmerksamkeit wachzurütteln. »Ist vielleicht Magie im Spiel?« »Keine Ahnung«, brummte Mumm, »wäre möglich, Burschen in Kapuzenmänteln und so.« »Gleich fragt er bestimmt, ob ich's übertrieben habe«, dachte Mumm, »und die Antwort lautet vermutlich, ja.« »Hör mal«, sagte Bonze freundlich, »wenn Leute mit Magie herumspielen und nicht wissen, wie man sie kontrolliert. Nun, früher oder später jagen sie sich selbst in die Luft und...« »Sie jagen sich selbst in die Luft.« »Du hast einige sehr anstrengende Tage hinter dir«, fuhr Wons in einem verständnisvollen Tonfall fort. »Wenn mich ein Drache fast zermalmt und bei lebendigem Leib gebraten hätte, sähe auch ich ständig irgendwelche schubbigen Ungeheuer.« Mumm blickte ihn mit offenem Mund an. Ihm fiel keine Antwort ein, während der vergangenen Tage hatte ihm dauernde Anspannung Kraft gegeben, doch nun erschlafte sie wie ein altes Gummiband und hinterließ nur noch Leere. »Vielleicht hast du's ein wenig übertrieben, meinst du nicht?«, fügte Bonze hinzu. »Na bitte«, dachte Mumm. »Prächtig«. Er sank nach vorn. Der Bibliothekar beugte sich vorsichtig über das oberste Regal und streckte einen Arm in die Finsternis. Dort war es. Die dicken Fingernägel berührten einen Buchrücken, zogen den Band vorsichtig hervor und hielten ihn fest. Mit der anderen Hand hob er die Laterne. »Kein Zweifel. Das Beschwören von Drachen. Einzige Ausgabe. Erste Auflage. Voller feuriger Magie.« Der Bibliothekar stellte die Lampe zur Seite, schlug das Buch auf und begann zu lesen. »Hämm!«, fragte Mumm und erwachte. »Ich habe dir eine Tasse Tee gebracht, Hauptmann«, sagte Feldwebel Kolon. »Und einen Wabbel.« Mumm blickte verwirrt zu ihm auf. »Du hast geschlafen«, erklärte Kolon hilfreich. »Du warst völlig weggetreten, als dich Karotte hierher trug.« Mumm sah sich in dem bereits vertrauten Zimmer um. Das Käsetig-Anwesen in der Pseudopolisallee. »Oh«, mummelte er. »Noppy und ich haben unterdessen ermittelt und aufgespürt«, sagte Kolon. »Erinnerst du dich an das niedergeschmolzene Haus?« »Nun, dort wohnte überhaupt niemand. Es enthielt nur Zimmer, die vermietet wurden. Wir begannen mit der Suche nach dem Vermieter und sprachen mit dem Hausmeister, der jeden Abend die Stühle zurechtdrückt und abschließt. Du weißt ja, wir Hausmeister sind. Der Feldwebel trat zurück und wartete auf den Applaus. »Gut gemacht«, sagte Mumm pflichtbewusst und tunkte den Wappel in den Tee. »Drei Vereine haben ihre Versammlungen in dem Haus abgehalten«, füllte Kolon aus. Er holte sein Notizbuch hervor, und zwar folgende. »Die Ank-Morpork-Vereinigung von Liebhabern der schönen Künste, der »Oh-Oh«, Tanz- und Volksliedclub von Morpork und die aufgeklärten Brüder der völlig schwarzen Nacht.« »Warum »Oh-Oh«, fragte Mumm. »Nun, du weißt schon, schöne Künste«, erläuterte Kolon im Tonfall des erfahrenen Kenners. »Damit sind Männer gemeint, die nackte Frauen malen. Der Hausmeister hat's mir erzählt. Manche von ihnen benutzen zwar Pinsel, aber überhaupt keine Farbe. Sollten sich was schämen.« »Es gibt mindestens eine Million Geschichten in dieser verdammten Stadt«, dachte Mumm. »Warum höre ich immer nur solche? Wann haben sie sich dort getroffen?« »Montags um halb acht, Seenpens Eintritt«, antwortete Kolon sofort. »Was die Tänzer und Volksliedsänger betrifft. Nun, alles in Ordnung. Du hast dich doch immer gefragt, wie Corporal Nobbs seine freien Abende verbringt, nicht wahr?« Kolons Gesicht zeigte ein Wassermelonen-Grenzen. »Nein«, entfuhr es Mumm ungläubig, »soll das heißen, unser Nobby?« »Ja«, bestätigte Kolon entzückt von der Reaktion des Hauptmanns. »Was? Er springt mit kleinen Glöckchen umher und winkt mit seinem Taschentuch.« »Er meint, das sei wichtig für die Kulturpflege.« »Nobby, Herr Stiefelspitze in den Unterleib. Herr, ich habe nur überprüft, ob die Tür abgeschlossen ist. Sie ging ganz von allein auf.« »Ja, ist schon eine komische Welt, nicht wahr?« »Er war deshalb ziemlich verlegen.« »Lieber Himmel«, »Echtste Mumm.« »Es beweist nur, dass es immer wieder Überraschungen gibt,« fuhr Kolon fort. »Nun, der Hausmeister sagte, dass die aufgeklärten Brüder immer ein heilloses Durcheinander zurückließen. Kreidezeichen auf dem Boden«, meinte er. »Außerdem stellten sie nie die Stühle zurück und machten sich auch nicht die Mühe, den Teekessel auszuspülen. Allem Einschein nach haben sie sich in der letzten Zeit recht häufig getroffen. Die Maler der nackten Frauen mussten sich ein anderes Atelier suchen.« »Was hast du mit dem Verdächtigen angestellt?« erkundigte sich Mumm. »Oh, er, äh, ist abgehauen, Hauptmann,« erwiderte der Feldwebel beschämt. »Was? Er schien überhaupt nicht in der Verfassung zu sein, irgendwo hinzulaufen.« »Nun, als wir hierher zurückkehrten, setzten wir ihn an den Kamin und gaben ihm einige Decken, weil er am ganzen Leib zitterte,« erklärte Cologne, während Mumm seinen Brustharnisch festschnallte. »Ich hoffe, ihr habt nicht seine Pizzas gegessen.« »Arel hat sie verspeist.« »Es liegt am Käse, er wird so klebrig, wenn...« »Fahr fort.« »Nun...« Cologne suchte nach den richtigen Worten. »Der Bursche schauderte und faselte dauernd von Dachen. Um ganz ehrlich zu sein, er tat uns leid, und dann sprang er plötzlich auf und rannte einfach so nach draußen.« Mumm musterte das große, offene und unehrliche Gesicht des Feldwebels. »Einfach so?« wiederholte er. »Nun, wir hatten Hunger, und deshalb schickte ich Nobby zum Bäcker. Der Gefangene wollte nichts essen, aber wir hielten es für notwendig, dass er was in den Magen bekam, und...« »Ja,« drängte Mumm. »Nun, als Nobby ihn fragte, ob er sein Wappel geröstet möchte, stieß der Kerl einen setzten Schrei aus und ergriff die Flucht.« »Das ist alles,« fragte Mumm nach. »Ihr habt ihn überhaupt nicht bedroht?« »Nein, Hauptmann, ein echtes Rätsel, wenn du mich fragst. Da fällt mir ein, er erwähnte immer wieder einen gewissen obersten, größten Meister.« »Ähm...« Mumm blickte aus dem Fenster. Grauer Nebel umwickelte die Welt mit trübem Licht. »Wie spät ist es?« »Fünf Uhr, Sir.« »Na schön, bevor es dunkel wird.« Kolon hüstelte. »Fünf Uhr morgen, Sir. Heute ist morgen.« »Du hast mich einen ganzen Tag lang schlafen lassen.« »Ich brachte es einfach nicht übermichtig zu wecken, Sir. Von dem Drachen fehlt jede Spur, wenn es dir darum geht. Es kam zu keinem einzigen Zwischenfall. Alles ist totenstill.« Mumm warf ihm einen kurzen Blick zu und öffnete das Fenster. Der Nebel wogte herein und bildete eine Art gelb-grauen Wasserfall. »Wir vermuten, er ist weggeflogen.« Beklang Kolon Stimme hinter dem Hauptmann. Mumm beobachtete die langsam dahinziehenden dunklen Wolken. »Ich hoffe, das Wetter bessert sich bis zur Krönung.« murmelte Kolon besorgt. »Alles in Ordnung, Sir.« »Er ist nicht weggeflogen.« »Dachte Mumm.« »Warum sollte er wegfliegen?« »Wir stellen keine Gefahr für ihn dar. Und hier kann er alle seine Wünsche erfüllen. Er wartet irgendwo dort oben.« »Alles in Ordnung, Sir.« Wiederholte Kolon. »Vermutlich befindet er sich irgendwo über dem Nebel. In einem solchen Dunst kann selbst er nicht sehen. Er müsste damit rechnen, gegen irgendwelche Türme oder hohen Gebäude zu prallen.« »Wann findet die Krönung statt, Feldwebel?« fragte er. »Um zwölf Uhr, Sir. Herr Wonser hat eine Nachricht geschickt. Du sollst deine beste Rüstung tragen und bei den Würdenträgern der Stadt sitzen.« »Soll ich das?« Feldwebel, Hängematte und seine Männer von der Tagwache säumen den Weg, Sir. »Womit?« fragte Mumm und beobachtete den Himmel. »Wie bitte, Sir?« Mumm beugte sich vor und spähte Misstrauisch zum Dach hoch. »Ähm«, ich sagte, Feldwebel, Hängematte und die Tageswache säumen den Weg. »Er ist dort oben, Kolon«, brummte Mumm. »Ich kann ihn praktisch riechen.« »Ja, Sir«, erwiderte Kolon gehorsam. »Er denkt darüber nach, was er als nächstes unternehmen soll.« »Ja, Sir?« »Deshalb ist es mir völlig schnuppe, wer oder was irgendwelche Wege säumt. Ich möchte, dass ihr drei auf die Dächer klettert, verstanden.« »Ja, Sir.« »Was?« »Auf die Dächer, nach oben. Wenn der Drache kommt, will ich als erster Bescheid wissen.« Kolon versuchte allein mit seinem Gesichtsaustruck anzudeuten, dass er keinen Wert darauf legte. »Hältst du das für eine gute Idee, Sir?« wandte er vorsichtig ein. Mumm blickte durch ihn hindurch. »Ja, Feldwebel«, entgegnete er kühl, »es ist eine gute Idee. Sie stammt von mir. Geh jetzt und halte dich an deine Anweisungen.« Wenige Sekunden später war Mumm allein. Er wusch und rasierte sich mit kaltem Wasser, kramte dann in seine alten Militärdruhe und holte den für Paraden bestimmten Borsthanisch sowie einen roten Umhang hervor. Nun, er war einmal rot gewesen, und an einigen Stellen zeigte sich noch immer etwas von der früheren Farbe. Aber im Großen und Ganzen wirkte er jetzt wie ein kleines Netz, das sich gut dazu eignete, Motten zu fangen. Außerdem gab es noch einen Helm, ohne Federn, der schon vor einer Ewigkeit die Moleküldicke Schicht aus Blattgold verloren hatte. »Irgendwann einmal habe ich damit begonnen, für einen neuen Mantel zu sparen,« dachte der Hauptmann. »Was ist aus dem Geld geworden?« Im Wachraum hielt sich niemand auf. Errol lag in den traurigen Überbleibseln der vierten Obstkiste, die ihm Nobby besorgt hatte. Der Rest schien sich einfach in Luft aufgelöst zu haben. In brennbare Luft, fuhr es Mumm durch den Sinn, als er sich an das Verdauungssystem des Sumpftrachen erinnerte. In der warmen Stille klang das Knurren in Errols Mägen erstaunlich laut. Ab und zu wimmerte er leise. Mumm kratzte ihn halbherzig hinter den Ohren. »Was ist los mit dir, Junge?«, fragte er. Die Tür öffnete sich mit einem dumpfen Knarren. Karotte trat ein, sah Mumm neben der zerfetzten Kiste und salutierte. »Wir haben uns schon Sorgen um ihn gemacht, Hauptmann«, sagte er, »weil er seine Kohlen nicht gefressen hat. Er liegt nur immer dort, zuckt ab und zu und jammert. Glaubst du, er ist krank?« »Vielleicht«, erwiderte Mumm, »aber Krankheiten sind für einen Drachen ganz normal. Sie kommen immer darüber hinweg, so oder so.« Errol bedachte ihn mit einem traurigen Blick und schloß dann wieder die Augen. Mumm zog eine angesenkte Decke über ihn. Etwas quiekte. Der Hauptmann schob die Hand unter den zitternden Sumpftrachen, holte ein kleines Gumminilpferd hervor, starrte verblüfft darauf hinab und drückte es versuchsweise. »Ich dachte, er würde sich über ein Spielzeug freuen«, sagte Karotte verlegen. »Du hast es ihm gekauft.« »Ja, Sir«, »wie nett von dir«, Mumm hoffte, daß Karotte nicht den flauschigen Ball ganz hinten in der Kiste bemerkte. Er war recht teuer gewesen. Er ließ Karotte und Errol im Zimmer zurück und trat in die Welt jenseits der Hausmauern. Noch mehr Fahnen und Wimpel hingen über und neben den Straßen. Die ersten Bürger der Stadt bezogen bereits Aufstellung, obwohl es noch Stunden dauerte, bis die Krönung begann. Mumm fand das alles außerordentlich deprimierend. Er spürte einen seltsamen Appetit, und diesmal hätten nicht einige Gläser von Jimkin Bertröckers Whisky genügt, um ihn zu sättigen. Der Hauptmann beschloss, in Hagers Rippenstube zu frühstücken, wie schon seit Jahren. Dort erwartete ihn eine weitere unangenehme Überraschung. Normalerweise bestand der einzige Schmuck aus den vielen Flecken auf Hager Schürze, und das Essen war genau richtig für einen kühlen Morgen. Nur Kalorien und Fet und Protein, vielleicht auch ein Vitamin, das leise schluchzte, weil es ganz allein war. Jetzt hingen handgefertigte Papierschlangen unter der Decke, und die neue Speisekarte enthielt mit Buntstift geschriebene kulinarische Angebote, in denen immer wieder die Worte »Krönung« und »Königlich« auftauchten. Mumm deutete auf die Überschrift. »Was ist das hier?«, fragte er. Hager kniff die Augen zusammen und las. Sie waren allein in dem Restaurant, an dessen Wänden sich eine braune Patina mit hohem Fettgehalt gebildet hatte. »Das steht im Namen des Königs, Hauptmann«, verkündete Hager stolz. »Und was bedeutet das?« Hager kratzte sich mit einem Schöpflöffel am Bad. »Nun«, begann er unsicher, »es bedeutet sicher. Ich meine, wenn der König hierher kommt, dann schmeckt es ihm bestimmt. »Hast du irgendetwas, das auch Nicht-Aristokraten essen können?«, fragte Mumm mürrisch. Er entschied sich für plebeisches, gebackenes Brot und ein proletarisches Steak. Das Stück Fleisch war so roh und blutig, dass man es fast noch schreien hören konnte. Mumm verspeiste es am Tresen. Ein leises Kratzen unterbrach seine Kröbeleien. »Was machst du da?« Hager sah schuldbewusst von seiner Arbeit auf. »Nichts, Hauptmann«, sagte er. Er versuchte, die Beweismittel hinter dem Rücken zu verstecken, als Mumm über die von Messern zerkratzte Holzplatte blickte. »Komm schon, Hagi, kannst es mir doch ruhig zeigen.« Haggers große, breite Hände kamen zögernd zum Vorschein. »Ich habe nur das alte Öl aus der Pfanne gekratzt«, murmelte er. »Ich verstehe«, mummolte tief Luft und fragte mit gefährlicher Freundlichkeit. »Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Hagi?« »Viele Jahre, Hauptmann«, antwortete der Mann. »Du kommst fast täglich hierher, bist ein Stammgast, einer meiner besten Kunden.« Mumm lehnte sich über den Tresen, bis sich seine Nase in einer Höhe mit dem rosa-roten Stummel in Haggers Gesicht befand. »Hast du in all dieser Zeit jemals das Öl gewechselt?«, fragte er. Hagar versuchte, zurückzuweichen. »Nun...« »Es ist wie ein guter Freund für mich gewesen, das alte Öl«, sagte Mumm. »Es enthält kleine schwarze Stücke, an denen ich sehr hänge. Es hat einen hohen Nährwert.« »Und du hast die Kaffeebecher ausgespült, stimmt's? Das fiel mir sofort auf. Dieser Kaffee schmeckt nach...« »Äh, Kaffee. Das andere Zeug hatte Aroma.« »Nun, ich dachte, es wird Zeit.« »Warum?« Die Pfanne rutschte aus Haggers Wurstfingern. »Nun, ich dachte, wenn mir der König zufälligerweise einen Besuch abstattet. Du bist ja verrückt!« »Eber Hauptmann«, Mums Finger bohrten sich anklagend in die zweite Nachtstelle von Haggers dicker Weste. »Du kennst doch noch nicht einmal den Namen des Blödmanns«, rief er. Hagar fasste sich wieder. »Doch, Hauptmann«, brachte er hervor. »Ich weiß, wie er heißt. Der Name stand auf den Plakaten und so. Er lautet »Rex Vivat.« Mumm ließ ihn langsam los, schüttelte erschüttert den Kopf und beklagte stumm die menschliche Neigung zur Unterwürfigkeit. In einer anderen Zeit und an einem anderen Ort beendete der Bibliothekar seine Lektüre. Er hatte das Ende des Textes erreicht, jedoch nicht das Ende des Buches. Oh, es gab noch einen großen Rest Buch, aber leider war er bis zur Unleserlichkeit und darüber hinaus verbrannt. Es fiel auch schwer, die Worte auf den letzten nicht verbrannten Seiten zu entziffern. Die Hand des Autors hatte gezittert, als er besonders schnell schrieb, und daher bestanden manche Silben nur aus krageligen Linien. Aber der Bibliothekar hatte viele schreckliche Texte in den schlimmsten jemals gebundenen Büchern gelesen, Worte, die ihrerseits versuchten, den Leser zu lesen, die sich auf dem Papier hin und her wandten. In diesem Fall handelte es sich nur um Worte eines Mannes, der um sein Leben bangte, eines Mannes, der seiner Nachwelt eine unheilvolle Warnung hinterließ. Die Aufmerksamkeit des Bibliothekars galt in erster Linie einer jener Seiten vor dem verbrannten Teil. Er hockte sich nieder und blickte eine Zeit lang darauf hinab. Dann stachte er in die Dunkelheit. Es war seine Dunkelheit. Irgendwo in der Finsternis schlief er. Irgendwo in der Finsternis schlich ein Dieb zu diesem Ort, um das Buch zu stehlen. Anschließend würde jemand darin lesen, auch diese Worte und die Warnung missachten. Die Hände des Bibliothekars juckten. Es genügte, dieses Buch zu verstecken oder es dem Dieb auf den Kopf fallen zu lassen, ihm anschließend die Ohren abzuschrauben. Erneut sah er in die Dunkelheit. Aber das bedeutete Einmischung in den Lauf der Geschichte. So etwas konnte grauenhafte Konsequenzen nach sich ziehen. Der Bibliothekar kannte sich bestens damit aus. Man mußte über solche Dinge Bescheid wissen, bevor man sich in den L-Raum wagen durfte. Er hatte Bilder in alten Büchern gesehen. Es bestand die Gefahr, daß sich die Zeit gabelte, wie eine Hose. Wenn man nicht aufpaßte, endete man im falschen Bein und führte ein Leben, das eigentlich im anderen Bein stattfand. In einem solchen Fall redete man mit Leuten, die sich gar nicht im gleichen Bein aufhielten, oder man stieß gegen Wände, die überhaupt nicht existierten. Oh, im falschen Hosenbein der Zeit konnte das Leben entsetzlich sein. Außerdem widersprach es den Bibliotheksregeln. Die drei Regeln der Bibliothekarin Zeit und Raum lauten Erstens Stille Zweitens Bücher dürfen nicht später zurückgebracht werden, als am letzten angegebenen Datum Drittens Nimm keinen Einfluß auf die Natur der Kausalität Die übrigen Bibliothekare in Zeit und Raum hätten sicher protestiert, wenn er mit der Kausalität herumzufuschen begann. Er schloß das Buch behutsam und stellte es ins Regal zurück. Dann schwang er sich erneut von einem Schrank zum anderen, bis er die Tür erreichte. Dort verharrte er eine Zeit lang, blickte auf sein schlafendes Ebenbild hinab und überlegte, ob er sich wecken, ein interessantes Selbstgespräch führen und sich mitteilen sollte, daß er Freunde hatte, daß es keinen Grund gab, besorgt zu sein. Er entschied sich dagegen. Auf diese Weise konnte man in erhebliche Schwierigkeiten geraten. Stattdessen schlüpfte er durch die Tür, lauerte im Schatten und wartete, bis der in einen Kapuzenmantel gehüllte Dieb mit dem gestohlenen Buch erschien. Er folgte ihm durch die Straßen der Stadt und blieb in der Nähe des schrecklichen Portals, während die Versammlung der aufgeklärten Brüder stattfand. Als der letzte von ihnen ging, behielt er ihn im Auge und murmelte in anthropoider Überraschung, als er feststellte, wo der Mann wohnte. Kurz darauf eilte er zur Bibliothek und den tückischen Pfaden des L-Raums zurück. Am späten Vormittag drängten sich tausende von Ankh-Morporkianern in den Straßen. Mumm zog Nobby einen Tagessold ab, weil er Fähnchen geschwenkt hatte. Eine düstere Stimmung herrschte im Kersedick-Anwiesen der Pseudopolis-Allee, schwebte wie eine schwarze Wolke darüber, aus der dann und wann Blitze zuckten. »Auf die Dichter nach oben«, brummte Nobby, »das sagt sich leicht.« »Ich habe mich darauf gefreut, die Straßen zu säumen«, bemerkte Cologne, »dann hätte ich alles gut beobachten können.« »Neulich hast du dich noch über die Privilegien und Rechte des Menschen ausgelassen«, warf ihm Nobby vor. »Nun, zu den Privilegien und Rechten des Menschen gehört auch die Möglichkeit, etwas gut beobachten zu können«, erwiderte der Feldwebel. »Das ist jedenfalls meine Meinung.« »Ich habe den Hauptmann noch nie in einer so miesen Laune erlebt«, murmelte Nobby. »Mir gefiel er besser, als er noch an der Flasche hing. Ich schätze er...« »Ich glaube, Errol geht es wirklich schlecht«, warf Carotte ein. Sie drehten sich zu der Obstkiste um. »Er wird immer heißer, und die Haut schimmert.« »Wie ist die richtige Temperatur für einen Drachen?«, fragte Cologne. »Und, äh, wie mischt man sie?«, fügte Nobby hinzu. »Ich glaube, wir sollten Lady Cassadick bitten, ihn zu untersuchen«, sagte Carotte. »Sie kennt sich mit solchen Dingen aus.« »Bestimmt bereitet sie sich jetzt auf die Krönung vor, und vermutlich möchte sie dabei nicht gestört werden.« Nobby streckte die Hand nach Errols zitternden Flanken aus. »Ich hatte einmal einen Hund, der...« »Du, der Kleine ist mehr als nur heiß. Er glüht!« »Ich habe ihm jede Menge Wasser angeboten, aber er rührt nichts an.« »Was machst du da mit dem Kessel, Nobby?« Der Korporal gab sich völlig unschuldig. »Nun, ich dachte, wir könnten uns Tee kochen, bevor wir nach draußen gehen.« »Ist doch schade, eine so gute Gelegenheit, nicht so? Nimm das Ding von Errol herunter!« Zwölf Uhr. Der Nebel verschwand nicht, aber er lichtete sich immerhin ein wenig und erlaubte ein mattes, gelbes Glühen dort, wo sich die Sonne befinden sollte. Während der vergangenen Jahre war der Posten des Hauptmanns der Nachtwache zwar zu etwas Schäbigem geworden, aber er gab Mumm nach wie vor das Recht, bei offiziellen Veranstaltungen zugegen zu sein. Die allgemeine Hackordnung hatte sich allerdings verändert, was dazu führte, daß er in der untersten Reihe der wackelten Zuschauertribüne saß, zwischen dem Vorsitzenden der Bettlergemeinschaft und dem Oberhaupt der Lehrergilde. Das machte ihm jedoch nichts aus. Er fand es immer noch besser, als in der obersten Reihe zu sitzen, unter den Meuchelmördern, Dieben, Kaufleuten und allen den anderen, die in der Brühe der städtischen Gesellschaft ganz oben schwammen. Er wußte nie, worüber er reden sollte. Außerdem bot zumindest der Lehrer eine recht angenehme Gesellschaft. Er beschränkte sich darauf, in unregelmäßigen Abständen die Fäuste zu ballen und leise zu wimmern. »Stimmf es nicht mit einem Halshauptmann?« fragte der Bettlerchef höflich, während sie auf die Kutschen warteten. »Wie?« erwiderte Mumm geistesabwesend. »Du blickst immer wieder gen Himmel,« stellte der Bettler fest. »Hm?« brummte Mumm. »Oh, nein, alles bestens.« Der Bettler zog sich den Samtmantel enger um die Schultern. »Du hast nicht zufällig...« Er zögerte und errechnete eine Summe, die seinem hohen Stand geziemte. »Etwa 300 Dollar für ein Bankett mit zwölf Gängen übrig, oder?« »Nein«, dachte ich mir.« Der Bettler nickte freundlich und seufzte. Das Betteln war kein besonders lohnender Job. Es lag an den sozialen Unterschieden. Einfache Bettler kamen gut mit einigen Pennies zurecht, aber die Leute neigten dazu, in eine andere Richtung zu blicken, wenn man sie um eine Villa mit 16 Zimmern für die Nacht bat. Mumm richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Himmel. »Der hohe Priester des blinden Io«, vergangenen Abend hatte er mithilfe einer geschickt geführten ökumenischen Diskussion und anschließend der sorgfältig abgewogenen Verwendung eines dicken Knüppels mit Nägeln drin, die Erlaubnis bekommen, den König höchstpersönlich zu krönen, stand auf seinem Podium und traf gerade die letzten Vorbereitungen. Neben dem tragbaren Opferaltar wartete ein gemütlich wiederkeulender Ziegenbock und dachte wahrscheinlich auf ziegisch, »Was bin ich für ein glücklicher Ziegenbock, dass man mir eine so gute Aussicht gewährt. Heute findet etwas statt, von dem man noch den Enkeln erzählen kann.« Mumm beobachtete die sich ungenau abzeichnenden Konturen der nächsten Gebäude. Ferner Jubel deutete darauf hin, dass die feierliche Prozession unterwegs war. Auf dem Podium brach hektische Aktivität aus, als Lupin Bonze einige Diener antrieb, die einen roten Teppich auf den Stufen ausrollten. Auf der anderen Seite des Platzes saß Lady Cassidic inmitten der metaphorisch verstaubten Aristokratie von Ankh-Morpork und sah ebenfalls nach oben. Am Thron, man hatte ihn hastig aus Holz und Goldfolie improvisiert, nahmen einige nicht ganz so ranghohe Priesterhaltung an. Mehrere von ihnen wiesen leichte Kopfwunden auf. Mumm rutschte unruhig hin und her, lauschte dem Pochen des eigenen Herzschlags, starrte in den Dunst über dem Fluß und sah die Schwingen. Liebe Mutter und lieber Vater, schrieb Karotte, wenn er einmal nicht pflichtbewusst in den Nebel spähte, die Stadt ist für die Krönung bereit. Sie scheint weitaus komplizierter zu sein als bei uns zu Hause. Heute bin ich auch am Tag im Dienst. Das ist schade, denn ich wollte mir die Krönung mit Reed ansehen, aber es gehört sich nicht darüber zu klagen. Ich muss diesen Brief jetzt beenden, weil wir praktisch jeden Augenblick damit rechnen, dass ein Drache erscheint, obwohl er eigentlich überhaupt nicht existiert. Euer euch liebender Sohn. P.S. Habt ihr in der letzten Zeit etwas von Minty gehört? Du Idiot! Entschuldigung, sagte Mumm, Entschuldigung. Die Leute nahmen wieder Platz und viele von ihnen warfen ihm bitterböse Blicke zu. In dem Gesicht des Sekretärs Lupin Wonse glühte weiße Wut. Wie konntest du nur so dumm sein? zischte er. Mumm blickte auf seine Finger. Ich habe die Schwingen ganz deutlich gesehen, begann er. Es war ein Rabe. Du weißt doch, was Raben sind, oder? In dieser Stadt gibt es sicher Hunderte von ihnen. Im Nebel ist es nicht leicht, die Größe abzuschätzen, verteidigte sich Mumm. Und der arme Rektor Auweh. Du hättest wissen sollen, wie laute Geräusche auf ihn wirken. Das Oberhaupt der Lehrergilde wurde von einigen hilfsbereiten Bürgern fortgeführt. So zu schreien, fuhr Wonse fort. Meine Güte, es tut mir leid, es war ein Versehen. Ich musste sogar die Prozession anhalten. Mumm schwieg und spürte viele amüsierte oder ärgerliche Blicke auf sich ruhen. Nun, mummelte er, ich sollte jetzt besser zum neuen Wachhaus zurückkehren. Wonse kniff die Augen zusammen. Nein, erwiderte er scharf, aber du kannst nach Hause gehen, wenn du möchtest, oder irgendwo hin. Gib mir deine Dienstmarke. Äh, was? Wonse streckte die Hand aus. Deine Dienstmarke, wiederholte er. Meine Dienstmarke. Genau das habe ich gemeint. Ich möchte dich vor weiteren Schwierigkeiten bewahren. Mumm sah den Sekretär verblüfft an. Aber es ist meine Dienstmarke. Und du wirst sie mir geben, sagte Wonse grimmig. So befiehlt es der König. Was soll das heißen? Er weiß doch überhaupt nichts davon. Mumm hörte das Jammern in seiner Stimme. Wonse schnitt eine finstere Miene. Bald wird er Bescheid wissen, entgegnete er. Und ich bezweifle, ob er einen Nachfolger bestimmt. Mumm nahm die Kupferscheibe ab. Sie hatte Grünspan angesetzt, wog sie in der Hand und warf sie Wonse zu, ohne einen Ton von sich zu geben. Einige Sekunden lang spielte er mit dem Gedanken, das Mitgefühl des Sekretärs zu appellieren. Doch irgendetwas in ihm protestierte dagegen. Er drehte sich um und marschierte durch die Menge davon. Das war es also. Ganz einfach. Nach einem halben Leben im Dienst. Keine Stadtwache mehr. Mumm trat nach dem Pflaster. Stadtwache. Es dauerte sicher nicht mehr lange, bis sie Königliche Wache hieß. Und dann trugen die Wächter Federn an den Helm. Nun, ihm reichte es. Es war ohnehin kein richtiges Leben in der Wache. Oh, sicher, ab und zu lernte man interessante Personen kennen, aber meistens ließen die Umstände zu wünschen übrig. Bestimmt gab es hunderte von anderen Dingen, mit denen er sich beschäftigen konnte, und wenn er lange genug nachdachte, erinnerte er sich bestimmt daran. Die Pseudopolisallee erstreckte sich abseits der Prozessionsroute, und als Mumm das Wachhaus betrat, hörte er den fernen Jubel jenseits der Dächer. Überall in der Stadt erklangen die Tempelgongs. »Jetzt schlagen Sie die Gongs«, dachte Mumm, »aber bald werden Sie die, die die Gongs nicht mehr schlagen.« Als Aphorismus gaben diese Worte nicht viel her. Aber er konnte daran arbeiten. Er hatte jetzt Zeit genug. Mumm bemerkte sofort das große Durcheinander im Zimmer. Erils Appetit war zurückgekehrt. Der Sumpftrache hatte nicht nur den größten Teil des Tisches verschlungen, sondern auch den Feuerrost, einen Kohleneimer, mehrere Lampen und das quiekende Gumminilpferd. Jetzt lag er wieder in seiner Kiste. Die Schuppenhaut zuckte, und manchmal wimmerte er im Schlaf. »Du hast hier ein ziemliches Chaos angerichtet«, sagte Mumm gleichgültig. Wenigstens brauchte er nicht aufzuräumen. Er griff in eine bestimmte Schublade des Schreibtisches. Jemand hatte auch das gegessen. Nur einige Glassplitter waren übrig geblieben. Feldwebel Kolon zog sich an der Brüstung des Tempels der geringen Götter hoch. Er war zu alt für so etwas. Viel lieber hätte er die Straßen gesäumt und Glöckchen geläutet, anstatt an einem hohen Ort zu hocken und darauf zu warten, dass ihn der Drache fand. Er schöpfte Atem und blickte durch den Nebel. »Sind irgendwelche Menschen hier oben?« flüsterte er zaghaft. In der feuchten, stillen Luft klang Karotte Stimme seltsam monoton. »Ich bin hier, Feldwebel«, antwortete er. »Ich wollte nur sicher sein, dass du noch da bist«, erklärte Kolon. »Ich bin noch hier, Feldwebel«, bestätigte Karotte gehorsam. Kolon trat auf ihn zu. »Wollte mich nur vergewissern, dass du nicht verschlungen bist.« sagte er und rang sich ein schiefes Lächeln ab. »Oder verbrannt.« »Bin nie verschlungen oder verbrannt gewesen«, erwiderte Karotte. »Oh, gut.« Kolon trommelte mit den Fingern aufs nasse Mauerwerk und fühlte sich dazu verpflichtet, seinen Standpunkt zu verdeutlichen. »Ich wollte nur jeden Zweifel ausschließen«, betonte er. »Solche Überprüfungen gehören zu meiner Pflicht, weißt du. Ermitteln und Aufspüren. Es ist keineswegs so, dass ich mich hier oben auf den Dächern fürchte oder so. Ziemlich dichter Nebel, stimmt's?« »Ja, Feldwebel.« »Alles in Ordnung?« Nobby's dumpfe Stimme kroch durch die grauen Schlieren, und kurz darauf folgte ihr Besitzer. »Ja, Korporal«, sagte Karotte. »Was tust du hier?«, fragte Kolon. »Ich bin nur gekommen, um festzustellen, ob mit dem obergefreiten Karotte alles in Ordnung ist,« entgegnete Nobby unschuldig. »Was für dich hier, Herr Feldwebel?« »Wir sind alle in Ordnung,« sagte Karotte und strahlte. »Das ist gut, nicht wahr?« Die beiden anderen Wächter wandten sich voller Unbehagen ab und vermieden es, sich anzusehen. Nebelgefüllte Luft trennte sie von ihren praktisch unerreichbar fernen Posten, und hinzu kamen Dächer, die keinen Schutz gewährten. Kolon traf eine Entscheidung. »Zum Deibel«, sagte er leidenschaftslos, und nahm auf den Resten einer steinernen Figur Platz. Nobby lehnte sich an die Brüstung und zog einen feuchten Stummel aus dem sonderbaren Aschenbecher hinter dem Ohr. »Habe gehört, wie die Prozession vorbeigekommen ist,« murmelte er. Kolon füllte seine Pfeife und entzündete ein Streichholz an der Mauer. »Wenn der Drache noch lebt,« brummte er, atmete eine Rauchwolke aus und verwandelte einen Teil des Nebels in Smog. »So ist er bestimmt von hier verschwunden. »Wisst ihr, Städte bieten Drachen keinen richtigen Lebensraum,« sagte er im Tonfall eines Mannes, der verzweifelt versucht, sich selbst zu überzeugen. »Bestimmt hat er einen Ort aufgesucht, der ihm hohe Plätze und viel Futter bietet. Da könnt ihr ganz sicher sein.« »Eine Art Stadt, meinst du?« fragte Karotte. »Halt die Klappe!« erwiderten die beiden anderen Wächter synchron. »Wirf mir mal die Streichhölzer rüber, Feldwebel,« ließ sich Nobby vernehmen. Kolon kam der Aufforderung nach, und einige Sekunden später hielt Nobby ein Bündel aus dicken Holzstäbchen mit schwefelgelben Köpfen in der Hand. Er zog eins hervor und entzündete es. Doch ein kurzer Windstoß blies die Flamme aus. Graue Fetzen glitten vorbei. »Wind kommt auf,« bemerkte der Korporal. »Gut,« erwiderte Kolon, »kann diesen Nippel nicht ausstehen. Äh, wo bin ich stehen geblieben?« »Du hast gesagt, der Dach sei meilenweit entfernt,« erklärte Nobby. »Oh, ja, genau. Nun, ist doch logisch, oder? Ich meine, ich bliebe nicht hier, wenn ich fliegen könnte. Wenn ich fliegen könnte, würde ich nicht auf irgendeinem Dach hocken, auf den Resten solch einer blöden Statue. »Äh, welche Statue?« fragte Nobby, die Hand mit dem Zigarrenstummel verharrte auf halbem Weg zum Mund. »Diese hier,« sagte Kolon und klopfte an den Stein. »Versuch jetzt bloß nicht, mir einen Schrecken einzujagen, Nobby. Auf dem Tempel der geringen Götter gibt es Dutzende von kleinen alten Statuen. Das weißt du doch.« »Nein, das weiß ich nicht,« widersprach der Korporal. »Ich weiß nur eins, man holte sie im letzten Monat runter, als das Dach ausgebessert wurde. Hier gibt's nur das Dach und die Kuppel, weiter nichts. Man muss auf solche Einzelheiten achten, wenn man ermittelt und aufspürt,« fügte er hinzu. Feuchte Stille folgte, und Feldwebel Kolon richtete seinen Blick zögernd auf den Stein unter ihm. Das Etwas verjüngte sich, trug Schuppen und hatte gewisse Ähnlichkeiten mit einem Schwanz. Langsam drehte er den Kopf und starrte in die andere Richtung, beobachtete, wie die schuppigen Umrisse durch den sich raschlichtenden Nebel aufragten. Der Drache saß auf der Kuppel des Tempels, reckte sich, gähnte und entfaltete die Schwingen. Das Entfalten war nicht einfach. Der Vorgang dauerte eine Weile, während die komplizierte biologische Maschinerie aus Rippen und Falten in Bewegung geriet. Mit ausgebreiteten Flügeln gähnte der Drache noch einmal, schob sich zum Dachrand und sprang in die Luft. Nach einer Weile kam hinter der Brüstung eine Hand zum Vorschein. Sie tastete unsicher umher, bis sie festen Halt fand. Jemand brummte. Karotte kletterte aufs Dach zurück und zog die beiden anderen Wächter mit sich. Sie blieben flach auf den Bleiplatten liegen, und Karotte beobachtete tiefe Furchten im Metall. Offenbar stammten sie von den Klauen des Drachen. Solche Dinge fielen einem sofort auf. »Sollten wir nicht...« Er schnaufte und holte tief Luft. »Sollten wir nicht die Leute warnen?« Colón kroch nach vorn und sah über die Stadt. »Ich glaube, diese Mühe können wir uns sparen,« sagte er. »Ich schätze, den Leuten wird bald klar, dass der Drache nicht tot oder verschwunden ist.« Der hohe Priester des Blinden Io stolperte über seine eigenen Worte. Soweit er wusste, fand nun zum ersten Mal eine offizielle Krönung in Ankh-Morpork statt. Die alten Könige hatten sich in diesem Zusammenhang mit schlichten Bemerkungen und Hinweisen begnügt. Zum Beispiel, »Wir habe die Krone, kannet überhaupt kein Zweifel daran bestehen, und beim Klabautermann und den sieben Teufeln. Wir werden jeden verdammten Hurensohn vielteilen lassen, der sie klauen will.« Derartige Kronreden zeichneten sich nicht nur durch ausgesprochene Klarheit aus, sondern besaßen auch den Vorteil der Kürze. Der hohe Priester hatte viel Zeit damit verbracht, eine längere Ansprache vorzubereiten, die den modernen Zeiten gerecht wurde. Und nun fiel es ihm schwer, sich daran zu erinnern. Außerdem wurde er von dem Ziegenbock abgelenkt, der ihn mit ergebenem Interesse beobachtete. »Beeil dich«, zischte Wonse, der hinter dem Thron stand. »Immer mit der Ruhe«, zischte der hohe Priester zurück. »Wennst du es noch nicht gewissen solltest, dies ist eine Krönung. Ich schlage vor, du zeigst ein wenig Respekt. Ich könnte gar nicht respektvoller sein. Trotzdem wäre ich dir sehr dankbar, wenn du...« Rechts im Publikum ertönte eine laute Stimme. Wonse stachte in die Menge. »Das ist die Käse-Dickfrau«, stellte er fest. »Was tut sie da?« Die Leute in ihrer Nähe sprachen aufgeregt miteinander. Und Finger deuteten nach oben, bildeten einen kleinen stoppelförmigen Wald. Der eine oder andere Schrei erklang, und dann bewegten sich die Zuschauer wie eine Flutwelle. Wonse blickte über die breite Straße der geringen Götter. »Dort flog kein Rabe.« »Nein, diesmal nicht.« Der Drache glitt dicht über dem Boden dahin, und die breiten Schwingen roderten anmutig durch die Luft. Die Fähnchen und Wimpel am Straßenrand zerrissen wie dünne Spinnweben, sammelten sich an den Rückenschuppen des Ungetüms und bildeten einen langen Schweif hinter dem Schwanz. Das gewaltige Geschöpf flog mit gestrecktem Hals, und der Kopf wirkte wie die Galleonsfigur am Bug eines Schiffs. Die Bürger auf der Straße schrien und kletterten übereinander, um die vermeintliche Sicherheit der Hauseingänge zu erreichen. Der Drache schenkte ihnen überhaupt keine Beachtung. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen, doch die einzigen Geräusche rührten vom ledrigen Knarren der Schwingen und dem Knacken der Fahnenstangen her. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen, nicht auf diese langsame und stille Weise, die dem Entsetzen Zeit genug gab, alle Illusionen zu verdrängen. Er verhieß etwas, anstatt zu drohen, und das schien nicht richtig zu sein. Er hätte mit lautem Gebrüll kommen sollen. Stattdessen kam er mit dem bunten Flattern zerrissener Fahnen. Mumm zog die oberste Schublade des Schreibtisches auf und betrachtete die Papiere darin. Es waren nicht besonders viele, und eigentlich betrafen sie ihn kaum. Mit einer Ausnahme. Die fransigen Reste eines Zuckertütchens erinnerten ihn daran, dass er der Teekasse sechs Pens schuldete. Seltsam. Er spürte überhaupt keinen Zorn. Noch nicht. Bestimmt war es nur eine Frage der Zeit, bis er ärgerlich wurde. »Heute Abend bin ich bestimmt wütend«, dachte er. »Wütend und betrunken.« Aber bis dahin dauerte es noch etwas. Erst mußte er die Bedeutung der jüngsten Ereignisse verarbeiten. Er gab sich nur deshalb der üblichen Routine hin, weil sie ihn vor dem Nachdenken bewahrte. Errol bewegte sich in der Kiste, hob den Kopf und winzelte. »Was ist los mit dir, Junge?« fragte Mumu und streckte die Hand aus. »Hast du dir den Magen verdorben?« Die Haut des kleinen Drachen zuckte so sehr, als arbeiten darunter mehrere Fabriken der Schwerindustrie. Ein solcher Fall fand im Buch über Drachenkrankheiten keine Erwähnung. In dem angeschwollenen Bauch ertönten Geräusche, wie man sie vom Krieg in einem Erdbebengebiet vermutete. Irgendetwas stimmte nicht, da stand fest. Sibyl Käsedick betonte immer wieder, daß man sehr auf die Diät eines Sumpftrachen achten mußte, weil jede noch so geringe Magenverstimmung Wände und Decke mit mitleiderweckenden Schuppenhautfetzen schmücken konnte. Doch während der vergangenen Tage, abgesehen von kalten Pizzas und Nobby's schrecklichen Zigarettenstummeln, hatte Errol jene Dinge gefressen, die ihm schmackhaft erschienen. Und nach dem gegenwärtigen Zustand des Zimmers zu urteilen, hielt er praktisch alles für lecker. Auch den Inhalt der untersten Schublade. »Wir haben uns nicht besonders gut um dich gekümmert, wie?« fragte Mumu. »Eigentlich bist du wie ein Hund behandelt worden.« Er überlegte, welche Auswirkungen quiekende Gumminildpferde auf die Verdauung von Sumpftrachen hatten. Nach einer Weile hörte Mumu, daß die Fernjubelschreien wichen. Gedanken verloren blickte er auf Errol hinab, und ein außergewöhnlich grimmiges Lächeln umspielte seine Lippen, als er aufstand. Die Ferngeräusche veränderten sich erneut, kündeten nun von Panik und hastiger Flucht. Mumu setzte den verbeulten Helm auf und neigte ihn fröhlich zur Seite. Dann summte er munter vor sich hin und schlenderte nach draußen. Eine Zeit lang blieb Errol völlig reglos liegen, schließlich bewegte er sich ganz vorsichtig, kroch und rollte aus der Kiste. Der wichtigste Teil des Gehirns, jener Bereich, der das Verdauungssystem kontrollierte, übermittelte seltsame Botschaften und verlangte völlig unvertraute Dinge. Glücklicherweise war er imstande, den komplexen Rezeptoren in der Nase eine detaillierte Beschreibung zu geben. Die Nüstern blähten sich und unterzogen die Luft im Zimmer einer genauen Analyse. Errol drehte den Kopf von einer Seite zur anderen und nahm eine Peilung vor. Er kroch über den Boden, erreichte das Ziel und begann mit offensichtlichem Genuß eine ganz bestimmte Dose zu verspeisen. Sie enthielt diverse Substanzen, mit denen Karotte seinen Brusthahnisch polierte. Erschrockene Bürger der Stadt eilten an Mumm vorbei, als er durch die Straße der geringen Götter wanderte. Rauch wehte vom Platz der gebrochenen Monde. Dort hockte der Drache auf den Überresten des Krönungspodiums. Er schien sehr zufrieden mit sich zu sein. Es fehlte jede Spur vom Thron und seinem Inhaber. Obgleich es möglich war, dass eine gründliche gerichtsmedizinische Untersuchung des kleinen Aschehaufens im schwehlenden Holz gewisse Hinweise lieferte, Mumm hielt sich an einem Zierbrunnen fest, als die panikerfüllte Menge vorbeistürmte. In jeder Straße, die vom Platz fortführte, herrschte wildes Gedränge, und hinzu kam eine gespenstische Stille. Die Leute verschwendeten nicht mehr ihren Atem, indem sie schrien. Sie beschränkten sich auf die stumme und feste Entschlossenheit, einen anderen Ort aufzusuchen. Der Drache breitete die Schwingen aus und hob sie träge. Die letzten Fliehenden nahmen dies zum Anlaß, auf die Schultern der Leute vor ihnen zu klettern und von Kopf zu Kopf zu springen. Innerhalb weniger Sekunden war der Platz leer. Aber, abgesehen von den Dummen und hoffnungslos Verblüften, selbst die Niedergetrampelten legten einen Kriech-Sprint zur nächsten Gasse ein. Mumm sah sich um, überall lagen Fahnen und Banner, und einige von ihnen wurden von einem betagten Ziegenbock gefressen, der sein Glück überhaupt nicht fassen konnte. Mehrere Dutzend Meter entfernt hockte Treibe mich selbst in den Ruin auf allen Vieren und versuchte, den verstreuten Inhalt seines Bauchladens einzusammeln. Neben Mumm stand ein kleines Kind, winkte zögernd mit einem Fernchen und rief »Hurra«. Stiller schloss sich an. Mumm bügte sich. »Ich glaube, du solltest jetzt nach Hause gehen«, sagte er. »Das Kind sah zu ihm auf. »Bist du ein Wächter?«, fragte es. »Nein«, erwiderte Mumm. »Und ja.« »Was ist mit dem König passiert, Wächter?« »Äh«, sagte Mumm. »Vielleicht hat er den Platz verlassen, um irgendwo ein Nickerchen zu machen.« »Meine Tante sagt, ich soll nicht mit Wächtern sprechen«, verkündete das Kind. »Hältst du es vielleicht für eine gute Idee, nach Hause zurückzukehren und dir zu erzählen, wie gehorsam du gewesen bist?«, fragte Mumm. »Meine Tante sagt, wenn ich ungezogen bin, setzt sie mich aufs Dach und ruft den Drachen«, plauderte das Kind. »Meine Tante sagt, es frisst einen ganz auf und fängt mit den Beinen an, sodass man dabei zusehen kann.« »Warum gehst du nicht nach Hause und richtest deiner Tante aus, dass ihre Erziehungsmethoden den besten Traditionen an Gmorporks entsprechen?«, erwiderte Mumm. »Lauf jetzt!« »Nein, zermalm die Knochen«, fuhr das Kind fröhlich fort. »Und wenn er sich den Kopf vornimmt?« »Er hockt dort drüben«, rief Mumm. »Der große, böse Drache, dem es so sehr gefällt, Knochen zu zermalmen. Geh jetzt heim!« Das Kind beobachtete den schuppigen Riesen auf dem zerschmetterten Podium. »Ich habe noch nicht gesehen, wie er jemanden gefressen hat«, beklagte es sich. »Verzieh dich, wenn du dir keine Backpfeife holen willst«, knurrte Mumm. Damit schien er eine gewisse Wirkung zu erzielen. Das Kind nickte verständnisvoll. »Na schön. Kann ich noch einmal Hurra rufen?« »Wenn du unbedingt willst«, Mumm ächzte leise. »Hurra!« »Kein Wunder, daß es so schwer ist, in dieser Stadt für Ordnung zu sorgen«, dachte Mumm. Erneut sah er hinter dem Zierbrunnen hervor. »Du kannst sagen, was du willst«, erklang eine Stimme über ihm. »Meiner Meinung nach ist er ein wahres Prachtexemplar.« Mumms Blick glitt an dem Brunnen empor und erreichte schließlich das oberste Becken. »Ist dir aufgefallen, daß jedes Mal ein Drache erscheint, wenn wir uns begegnen?« Sibyl Kasedick stützte sich an einer verwitterten Statue ab, kletterte herunter und bedachte Mumm mit einem bedeutungsvollen Lächeln. »Ob das ein Zeichen für uns ist?« »Er hockt einfach da«, erwiderte Mumm hastig. »Beobachtet nur. Vielleicht wartet er auf etwas.« Der Drache blinzelte mit jurassischer Geduld. Die Straßen am Rande des Platzes waren noch immer voller Menschen. »Das ist der typische Ankh-Morpok-Instinkt«, dachte Mumm. »Lauf weg und bleib dann stehen, um festzustellen, ob anderen Leuten irgendetwas Interessantes zustößt.« In den Trümmern neben den vorderen Tatzen des Ungetüms bewegte sich etwas. Der hohe Priester des blinden Io stand auf, strich sich Staub und Holzsplitter vom Umhang. In der einen Hand hielt er noch immer die hastig angefertigte Krone. Mumm sah, wie der alte Mann aufblickte, und in zwei rote Augen stachte, von denen ihn nur knapp zwei Meter trennten. »Können Drachen Gedanken lösen?«, fragte Mumm. »Ich bin sicher, dass meine jedes Wort verstehen, das ich sage«, zischte Lady Cassidic. »Oh nein, der Narr gibt ihm die Krone.« »Ein kluger Schachzug, nicht wahr?«, erwiderte Mumm. »Drachen mögen Gold. Es ist so, als werfe man einen Stock, den der Hund holen soll, stimmt's?« »Oh, äh, nein, das glaube ich eigentlich nicht«, wandte Lady Cassidic ein. »Drachen haben einen sehr gut ausgeprägten Geruchs- und Geschmackssinn, weißt du?« Der große Drache betrachtete den kleinen, goldfarbenen Gegenstand. Ganz behutsam streckte er eine Klaue aus und nahm das Objekt aus den zitternden Händen des Hohepriesters. »Wie meinst du das?«, fragte Mumm und beobachtete, wie sich die Klauen langsam dem breiten und pferderartigen Gesicht näherten. »Sie können enorm gut riechen und selbst zwischen subtilen Geschmacksnuancen unterscheiden, weil sie so, äh, chemisch orientiert sind.« »Soll das heißen, er kann Gold schmecken?«, hauchte Mumm, als seine Drachenzunge über die Krone tastete. »Ja, und riechen!« Mumm fragte sich, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür war, dass die Krone wirklich aus Gold bestand. »Bestimmt ließ sie sich nur hinter dem Komma ausdrücken, und zwar nach der Null. Vielleicht Goldfolie auf Kupfer. Ja, das genügt, um Menschen zu täuschen.« Dann überlegte Mumm, wie Menschen auf angeblichen Zucker reagierten, der sich im Kaffee als Salz entpuppte. Die Klaue des Drachen löste sich in einem anmutigen Bogen vom Maul und traf den Hohepriester, der gerade vorzuschleichen versuchte. Der Hieb schleuderte den alten Mann hoch in die Luft. Als er den Scheitelpunkt seiner Flugbahn erreichte und aus vollem Hals schrie, drehte das Ungeheuer den Kopf, öffnete den Rachen und... »Potz, Blitz!«, entfuhr es Lady Cassidic. Die Zuschauer in den Straßen stöhnten. »Welch enorme Temperatur!« brachte Mumm hervor. »Ich meine, es ist überhaupt nichts übrig geblieben, nur eine Rauchwolke.« Erneut regte sich etwas zwischen den Trümmern. Eine zweite Gestalt stand auf und lehnte sich benommen an die Reste eines geborstenen Balkens. Lupin Wonse in einem Kokon aus Ruß gehüllt. Mumm beobachtete, wie der Sekretär in zwei Kanaldeckel große Nüstern blickte. Wonse lief los. Mumm fragte sich, was man bei einer solchen Flucht empfand. Man mußte jederzeit damit rechnen, von einem Flammenstrahl getroffen zu werden, der selbst Stahl verdampfen ließ. Nun, vermutlich fühlte man sich unter derartigen Umständen nicht besonders wohl. Wonse schaffte es halb über den Platz, bevor der Drache überraschend flink vorsprang und ihn packte. Die Klaue hob den Mann hoch und hielt ihn dicht vor den Rachen. Eine Zeit lang musterte das Ungetüm die winzige Gestalt, drehte sie dabei hin und her. Dann stampfte der Drachen auf drei Beinen davon, schlug ab und zu mit den Flügeln, um das Gleichgewicht zu wahren, und näherte sich dem Gebäude, das erst der Palast des Patriziers und, für sehr kurze Zeit, der Regierungssitz des Königs gewesen war. Das riesige Wesen übersah die ängstlichen Zuschauer, die stumm an Wänden und Mauern pressten. Mit entmutigender Mühelosigkeit stieß er den granitenen Torbogen beiseite. Die eisenbeschlagene und sehr massive Tür hielt erstaunliche zehn Sekunden lang stand, bevor sie sich in einen Haufen glühender Asche verwandelte. Der Drache setzte den Weg fort. Lady Käsedick drehte sich verwirrt um. Mumm hatte zu lachen begonnen. Es war ein irres Lachen und Tränen quollen ihm in die Augen. Er lachte und lachte, sank dabei langsam an dem Zierbrunnen hinunter und streckte die Beine von sich. »Hurra, Hurra, Hurra«, kicherte er und schnappte nach Luft. »Himmel, was ist los mit dir?«, fragte Lady Käsedick. »Schwenk die Fahnen, blase die Becken, röste die Glocken, wir haben ihn gekrönt. Endlich gibt es einen König in der Stadt. Ho, ho!« »Hast du getrunken?«, erkundigte sich ihre Ladyschaft argwöhnisch. »Noch nicht«, gluckste Mumm, »noch nicht, aber das hole ich bald nach.« Er lachte noch immer und wußte, wenn er aufhörte, fielen Niedergeschlagenheit und Verzweiflung wie ein bleiernes Soufflé auf ihn herab. Ganz deutlich sah er die Zukunft Ankh-Morporks. Immerhin war der Drache eindeutig erhaben. Er trug kein Geld und er konnte auch nicht antworten. Außerdem fiel ihm die Innenstadtsanierung bestimmt nicht schwer. Er riß die alten Gebäude nicht ab, sondern schmolz sie nieder. »Darauf läuft es hinaus«, dachte Mumm, »übisch für diese Stadt. Wenn man das Biest nicht besiegen oder bestechen kann, so setzt man es eben auf den Thron und behauptet, das sei von Anfang an beabsichtigt gewesen. Wie war Draco?« Mumm stellte fest, dass sich ihm wieder das kleine Kind genähert hatte. Es winkte freundlich mit einem Fähnchen und fragte, »Darf ich noch einmal Hurra rufen?« »Warum nicht«, erwiderte er, »bald bist du damit nicht mehr allein.« Aus der Richtung des Palastes erklangen die Geräusche eines gründlichen Zerstörungswerks. Errol biß in einen Besenstiel, zog ihn über den Boden und winselte vor Anstrengung, als er ihn aufrichtete. Mehrere Minuten lang schnaufte und keuchte der kleine Sumpftrache hingebungsvoll, und nach einigen Versuchen gelang es ihm schließlich, den Stiel zwischen die Wand und den großen Krug mit Lampenöl zu schieben. Er legte eine Pause ein, atmete wie ein Blasebalg und drückte zu. Zunächst leistete der Krug hartnäckigen Widerstand und schwankte einige Male hin und her, doch dann gab er auf und zerbrach auf den Fliesen. Dickflüssiges, sehr schlecht raffiniertes Öl bildete eine schwarze Pfütze. Errols breite Nüstern zuckten, irgendwo in seinem Hinterkopf klickten unvertraute Synapsen wie Telegrafenmasten, große Datenbrocken klitten durch die zentralen Nervenstränge zur Nase und lieferten unerklärliche Informationen, bei denen es um Dreiwertigkeiten, Alkane und geometrische Isomere ging. Der größte Teil davon verfehlte allerdings den kleinen Bereich von Errols Gehirn, den er benutzte, um Errol zu sein. Er begriff nur, dass er plötzlich sehr, sehr durstig war. Etwas Bedeutendes geschah im Palast. Mehrmaliges Krachen wies auf einstürzende Mauern und herunterfallende Decken hin. Der Patrizier von Ankmorpork lag in einem von Rattenheim gesuchten Kerker, hinter einer Tür mit mehr Schlössern und Regeln als im Tresorraum einer wichtigen Bank. Er lauschte und lächelte in der Dunkelheit. Freudenfeuer brannten in der Stadt. Ankmorpork feierte. Die Bürger wußten nicht genau, was der Anlaß war, aber sie hatten sich auf ein Fest vorbereitet, und es wäre doch eine Schande gewesen, all diese Mühen zu vergeuden. Man denke nur an die vielen angestochenen Fässer, an Dutzende von bratenden Ochsen, die auf hungrige Mägen warteten. Außerdem, jedes Kind hatte einen Papierhut und einen Pappbecher erhalten. Nun, ein interessanter Tag ging zu Ende, und die Bewohner von Ankmorpork hielten viel von Unterhaltung. »Ich sehe das folgendermaßen«, sagte ein Feiernder und winkte mit einem dicken Stück halbgarem Fleisch. »Vielleicht ist ein Drachelskönig gar keine so schlechte Idee, wenn man genauer darüber nachdenkt, meine ich.« Er sah wirklich sehr anmutig und elegant aus, erwiderte die Frau an seiner Seite und versuchte sich mit dieser Vorstellung anzufreunden. Es gelang ihr mühelos. »Irgendwie geschmeidig und, äh, gepflegt, ganz und gar nicht verwahrlost. Offenbar legt er Wert auf sein Äußeres.« Mit finsterem Blick musterte sie einige der Jüngeren Feiernden am Tisch. »Heutzutage besteht das Problem mit den Leuten darin, dass sie überhaupt keinen Wert mehr auf ihr Äußeres legen.« »Und dann die Außenpolitik«, warf jemand ein und griff nach einer Rippe, »kann nur von Vorteil sein.« »Wie meinst du das?« »Diplomatie«, sagte der Rippenesser knapp. Die anderen Feiernden dachten darüber nach. Nach einer Weile drehten sie die Idee um und betrachteten sie auch von der anderen Seite, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte. »Tja, ich weiß nicht«, brummte der monarchistische Experte langsam. »Ich meine, der gewöhnliche Drache kennt im Grunde genommen nur zwei Verhandlungsmethoden, nicht wahr? Ich meine, entweder er präht einen bei lebendigem Leib oder er verzichtet darauf«, fügte er hinzu. »Genau darauf wollte ich hinaus. Ich meine, nehmen wir mal an, der Botschafter von Klatsch kommt hierher. Ihr wisst ja, wie arrogant die Klatschianer sind. Angenommen, er sagt, wir wollen dies, wir wollen das, wir wollen jenes. Nun«, fuhr der Mann fort und lächelte, »dann sagen wir, halt die Klappe, wenn du nicht in einer Urne nach Hause zurückkehren möchtest.« Die Zuhörer prüften auch diese Idee. »Ihr fehlte nicht ein gewisses Etwas.« »Sie haben eine große Flotte, die Klatschianer«, gab der monarchist zu bedenken, »könnte riskant sein, ihre Diplomaten zu rösten. Vielleicht gefällt es den Leuten nicht, wenn sie an Bord des heimgekehrten Schiffes einen Haufen Asche sehen.« »Und dann«, sagen wir, »jeder, ihr Klatschianer fritzen, ihr aufpassen von großer Echse vom Himmel. Wenn ihr machen Ärger, sie verbrennen Lehmhütte eure Zack-Zack.« »Das sagen wir wirklich.« »Warum nicht? Und wir sagen, »sicken Tribut zu uns. Viel Geld und nicht vergessen Glitzerstein und Metallgelbiges.« »Ich habe die Klatschianer nie gemocht«, sagte die Frau fest. »Was die für ein Zeug essen. Eklig. Und dauernd prappeln sie in ihrer heidnischen Sprache.« In einer schattigen Ecke entflammte ein Streichholz. Murmwölbte die Hände, entzündete stinkenden Tabak, warfte Streichholz in den Rennstein und schlurfte durch einige Pürzen davon. Es gab etwas, das ihn noch mehr deprimierte als sein eigener Zynismus. Die bittere Tatsache, daß die Welt weitaus zynischer sein konnte. »Seit Jahrhunderten kommen wir gut mit den Klatschianern und den anderen Nachbarn zurecht«, dachte er. »Gutes Zurechtkommen ist praktisch der wichtigste Grundsatz unserer Außenpolitik gewesen. Und jetzt habe ich gerade gehört, daß wir jemandem den Krieg erklären. Einem uralten Volk, mit dem wir nie nennenswerte Probleme hatten. Auch wenn es eine seltsame Sprache benutzt. Und danach die ganze Welt. Was noch schlimmer ist, wahrscheinlich gewinnen wir sogar.« Ähnliche Gedanken, nur mit einer anderen Perspektive, gingen auch den Würdenträgern der Stadt durch den Kopf, als man sie am nächsten Morgen zu einem Arbeitsessen in dem Palast bestellte. »Es sei ein Befehl«, hieß es in der kurzen Mitteilung. Niemand wies darauf hin, von wem der Befehl stammte oder wer das Essen gab. Sie saßen jetzt im Vorzimmer. Gewisse Veränderungen fielen auf. Es war nie ein besonders exklusiver Palast gewesen. Der Patrizier hatte immer die Ansicht vertreten, wenn man es Besuchern zu bequem machte, wollten sie vielleicht bleiben. Deshalb bestand die Einrichtung früher aus einigen wackeligen Stühlen und mehreren Bildern an den Wänden, die ehemalige Herrscher mit Schriftrollen und dergleichen zeigten. Die Stühle befanden sich noch immer an Ort und Stelle. Aber das traf nicht auf die Bilder zu. Die fleckigen und verstaubten Porträts lagen in einer Ecke, doch von den vergoldeten Rahmen fehlte jede Spur. Die Mitglieder des Stadtrats blickten in verschiedene Richtungen und trommelten mit den Fingern auf die Knie. Schließlich öffneten zwei besorgt wirkende Diener die Tür des Hauptsaals. Lupin Wonse trat ein. Die Ratsmitglieder hatten die ganze Nacht damit verbracht, Prinzipien einer neuen Drachenpolitik zu entwickeln, aber im Gegensatz zu ihnen erweckte Wonse den Eindruck, als habe er seit Jahren nicht mehr geschlafen. Die Farbe seines Gesichts entsprach der eines fermentierten Tischtuchs. Er war nie kräftig gebaut gewesen, doch jetzt ähnelte er etwas, das man aus einer Pyramide geholt hatte. »Ah«, intonierte er, »gut, sind alle zugegen, dann bitte hier entlang, meine Herren.« »Heeh«, sagte der oberste Dieb, »der Mitteilung wurde ein Essen erwähnt.« »Ja«, erwiderte Wonse, »mit einem Drachen.« »Meine Güte, du fürchtest doch nicht etwa von ihm gefressen zu werden, oder?« Entfuhr es Wonse. »Welch verrückte Idee ist mir nie in den Sinn gekommen.« sagte der Dieb. Erleichterung strömte wie Rauch aus seinen Ohren. »Eine absurde Vorstellung.« »Haha«, »hoh«, machte das Oberhaupt der Kaufmannsgilde. »Hu-hoh«, brummte der Repräsentant der Meuchelmörder. »Eine absurde Vorstellung, für wahr.« »Nein, ihr werdet sicher zu zäh«, warf Wonse ein. »Haha«, 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 »hoh«. Die Temperatur sank um einige Grad. Auch der große Saal hatte sich verändert. Zunächst einmal. Er war ein ganzes Stück größer als vorher. Mehrere Wände, die ihn von anderen Zimmern trennten, existierten nicht mehr. Und das galt auch für einige Stockwerke darüber. Mauerreste, Stein und Mörtel bildeten ein heilloses Durcheinander auf dem Boden. Doch in der Mitte des Saals, dort lag ein Haufen Gold. Nun, zumindest glänzte er hier und dort. Es sah ganz danach aus, als habe jemand alle funkelnden und schimmernden Gegenstände aus dem Palast herbeigetragen. Zu dem Haufen gehörten Bilderrahmen, goldene Fäden aus Wandteppichen, Silber, einige vereinzelte Edelsteine, Suppenterrinen aus der Küche, Kerzenhalter, Wärmepfannen und Spiegelsplitter. Glitzernde Dinge. Doch die Ratsmitglieder schenkten ihnen überhaupt keine Beachtung. Ihre Aufmerksamkeit galt in erster Linie dem Geschöpf, das unter der Decke hing. Es wirkte wie die größte und am schlechtesten gerollte Zigarre im ganzen Universum. Vorausgesetzt, die größte und am schlechtesten gerollte Zigarre im ganzen Universum neigte dazu, mit dem vorderen Ende nach unten zu hängen. Undeutlich waren zwei breite Klauen zu erkennen, die sich um dicke Dachsparen geschlossen hatten. Auf halbem Weg zwischen dem glänzenden Haufen und der Tür stand ein gedeckter Tisch. Das traditionelle Silberbesteck fehlte, wie die Würdenträger nur mit Gelinderüberraschung feststellten. Die Teller bestanden aus dünnem Porzellan. Messergabeln und Löffel schienen erst vor kurzer Zeit und mit ziemlicher Hast aus Holz geschnitzt zu sein. Wonsen nahm an der Stirnseite des Tisches Platz und nickte den Dienern zu. »Bitte, setzt euch«, wandte er sich an die Besucher. »Es tut mir leid, dass einige Veränderungen eingetreten sind. Der König hofft, dass ihr euch damit zufrieden gebt, bis die Dinge auf eine angemessene Weise arrangiert werden können.« »Der, äh«, sagte das Oberhaupt der Kaufmannsgilde. »Der König«, betonte Wonse. Nur eine halbe Oktave trennte seine Stimme von Hysterie. »Oh, der König«, »völlig klar«, sagte der Kaufmann. Von seinem Platz aus hatte er einen guten Blick auf das an der Decke hängende Ding. Unter den ledrigen Schwingen, die das Ungetüm umhüllten, schien sich etwas zu bewegen. »Lang soll er leben, meine ich«, fügte er rasch hinzu. Kurz darauf brachten die Diener den ersten Gang. »Hm«, »Suppe mit Knödeln«, »Wonse rührte sie nicht an.« Entsetzte Stille herrschte, während die anderen aßen, und man hörte nur ein gelegentliches Klappern, wenn Holz an Porzellan stieß. »Es müssen einige Entscheidungen getroffen werden, und der König meint, in diesem Zusammenhang sei eure Zustimmung willkommen«, begann Wonse schließlich. »Natürlich ist es nur eine Formsache, und ich bedauere es, euch mit solchen Banalitäten zu belästigen.« Das dicke Bündel an der Decke schien in einer Prise zu schwanken. »Überhaupt kein Problem«, versicherte der oberste Dieb. »Der König verkündet hiermit gnädiger Weise«, fuhr Wonse fort, »dass er sich sehr über Krönungsgeschenke von der Bevölkerung im Allgemeinen freuen würde. Er meint natürlich nichts Besonderes, nur Edelmetalle und Edelsteine, die man leicht entbehren kann. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, daß niemand gezwungen ist, sich von solchen Objekten zu trennen. Der König rechnet damit, daß derartige Gesten der Großzügigkeit völlig freiwillig erfolgen.« Der Chefmeuchler blickte traurig auf die Ringer an seinen Fingern und seufzte. Das Oberhaupt der Kaufmannsgilde griff, resigniert nach seiner goldenen Amtskette und nahm sie ab. »Oh, meine Herren«, entfuhr Wonse, »das ist wirklich eine Überraschung.« »Ahem«, sagte der Erzkanzler der unsichtbaren Universität, »du weißt sicher. Äh, ich meine, dem König dürfte bekannt sein, daß die Universität, äh, normalerweise von allen Steuern und Abgaben befreit ist. So verlangt es die Tradition.« Er unterdrückte ein Gän. »Die Zauberer hatten die ganze Nacht über ihre besten Formeln gegen den Drachen eingesetzt, aber die magischen Auseinandersetzungen kamen einem Boxkampf mit dem Nebel gleich.« »Mein lieber Herr, es handelt sich keineswegs um Steuern oder Abgaben«, protestierte Wonse. »Ich hoffe, meine bisherigen Ausführungen haben euch nicht zu solchen Vermutungen veranlasst. Oh nein, nein, alle Tribute sollen vollkommen freiwillig sein. Ich hoffe, das ist jetzt völlig klar.« »So klar wie Kristall«, sagte der Chefmeuchler und bedachte den alten Zauberer mit einem durchdringenden Blick. »Ich nehme an, unsere ganz und gar freiwilligen Tribute dienen dazu. Sie werden dem Hort hinzugefügt«, erklärte Wonse. »Ich bin zwar sicher, daß die Bürger dieser Stadt sehr großzügig sein werden, sobald sie die Situation verstehen«, sagte der Kaufmann. »Aber hoffentlich weiß der König auch, daß es in Ankh-Morpork nur wenig Gold gibt.« »Ein guter Hinweis«, lobte Wonse. »Nun, der König plant eine besonders dynamische und energische Außenpolitik, die Abhilfe schaffen wird.« »Aha«, erwiderten die Ratsmitglieder wie aus einem Mund. Diesmal erklang sogar ein gewisser Enthusiasmus in ihren Stimmen.« »Zum Beispiel vertritt der König die Ansicht«, fuhr Wonse fort, »dass unsere legitimen Interessen in Quirm, Stolat, Pseudopolis und Zort seit Jahrhunderten vernachlässigt wurden. Diesen Fehler wird er so schnell wie möglich korrigieren, und dann, meine Herren, dürfen wir damit rechnen, daß wahre Goldströme in dieser Stadt fließen werden. Sie werden von allen jenen stammen, die sich nichts sehnlicher wünschen, als den Schutz des Königs zu genießen.« Der Chefmeuchler sah zum glitzernden Haufen, und hinter seiner Stirn bildete sich eine sehr klare Vorstellung darüber, wo die vielen Schätze enden würden. Eins mußte man Drachen lassen. Sie verstanden sich wirklich darauf, Dinge zusammenzuraffen. Eine fast menschliche Eigenschaft. »Äh«, sagte er. »Natürlich kommen Anschaffungen in Hinsicht auf Land, Gebäude und dergleichen hinzu, und der König möchte keinen Zweifel daran lassen, daß loyale Kronräte reich belohnt werden.« »Und, äh«, der Chefmeuchler gewann allmählich ein klares Bild von der Denkweise des Königs. »Ich nehme an, die, äh, Kronräte«, sagte Wonse. »Vermutlich werden sie in Hinsicht auf, äh, Schätze noch weitaus großzügiger sein, nicht wahr?« »Ich bin sicher, daß der König keine diesbezüglichen Erwartungen hegt«, behauptete Wonse. »Aber es ist trotzdem ein guter Vorschlag«, dachte ich mir. Der nächste Gang bestand aus fettem Schweinefleisch, Bohnen und mehligen Kartoffeln. Dick machende Speisen bemerkten einige Ratsmitglieder. Dem einen oder anderen Anwesenden fiel sogar das Wort »Mastfutter« ein. Wonse begnügte sich mit einem Glas Wasser. »Ich möchte nun eine andere, delikate Angelegenheit zur Sprache bringen, und bin davon überzeugt, daß es so toleranten und aufgeschlossenen Männern wie Euch nicht weiter schwerfällt, dieser Sache mit dem notwendigen Verständnis zu begegnen«, sagte der Sekretär. Er hielt das Glas in einer zitternden Hand. »Ich hoffe, das gilt auch für die Bürger von Ankmorpork, zumal der König zweifellos sehr wichtige Beiträge zum Wohl und Schutz der Stadt leisten wird. Ich bin zum Beispiel sicher, daß die Bürger weitaus unbesorgt an ihren Betten rohen, wenn sie wissen, daß der Drr... der König ständig wacht und sie vor allem unheil bewahrt. Allerdings sind ebenso lächerliche wie überkommene Vorurteile möglich, die nur mit der unermüdlichen Arbeit von Männern guten Willens aus der Welt geschafft werden können.« Wunse zögerte und musterte die Würdenträger. Der Chefmeuchler sagte später, daß er oft in die Augen von Menschen gesehen hatte, die aus offensichtlichen Gründen dem Tode nahe waren. Doch jetzt stachte er in Augen, die seinen Blick aus den Schwefelgruben der Hölle erwiderten. Er hoffte inständig, daß sich diese zutiefst beunruhigende Erfahrung nie wiederholte. Als Wunse erneut sprach, klangen seine Worte wie Luftblasen, die an der Oberfläche einer Treibsandlache blubberten. »Ich meine die... die Diät des Königs«, erschrockene Stille folgte. Weiter hinten hörten die Ratsmitglieder das leise Knarren ledriger Schwingen. Die Schatten in den Ecken des Saals schienen noch dunkler zu werden und sich zu nähern. »Die Ält«, wiederholte der oberste Diebhol. »Ja«, bestätigte Wunse, er quiekte fast und schweißperlte auf seiner Stirn. Der Chefmeuchler hatte einmal den Ausdruck »Rictus« gehört und sich gefragt, wann man ihn verwendete, um einen Gesichtsausdruck zu beschreiben. Jetzt wußte er es. Die Bezeichnung schien eigens für Wunse geschaffen zu sein. In der Mine des Sekretärs zeigte sich das Grauen eines Mannes, der kaum glauben konnte, was sein Mund sagte. Der Chefmeuchler überlegte sorgfältig und erwiderte dann »Wir, äh, wir dachten, dass der Drr, der König dieses, äh, Problem während der vergangenen Wochen gelöst hat.« »Ach, es handelte sich nur um armselige Mahlzeiten«, entgegnete Wunse und stachte auf den Tisch. »Ein paar Haustiere und so. Nun, bei einem König ist ein solcher Notbehelf natürlich völlig unangemessen.« »Mummelt«, murmelt das Oberhaupt der Kaufmannsgilde, »wie oft hat der König Hunger?« »Er ist ständig hungrig«, antwortete Wunse, »aber er ist nur einmal im Monat, bei einer besonderen Gelegenheit.« »Selbstverständlich«, der Kaufmann nickte, »bei einer besonderen Gelegenheit.« »Und, äh, wann hat der, äh, König zum letzten Mal gespeist?«, erkundigte sich der Chefmeuchler. »Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, dass er sich seit seiner Ankunft nicht auf die geziemende Weise ernähren konnte«, erwiderte Wunse. »Oh«, der Sekretär drehte seinen Holslöffel verzweifelt hin und her. »Bitte versuch, das zu verstehen«, brachte er hervor, »wenn er irgendjemandem wie ein gemeiner Meuchelmörder auflauert, ich muß doch sehr bitten. Warf der Chefmeuchler empört ein, wie ein gemeiner Mörder, meinte ich. Nun, dann bleibt er unbefriedigt. Bei der Ernährung des Königs geht es darum, eine Verbindung zu den Untertanen zu schaffen. Es ist wie eine lebende Allegorie. Die Krone wird dem Volk nähergebracht«, fügte Wunse hinzu. »Was die Art der Nahrung betrifft«, begann der oberste Dieb und erstickte fast an den Worten, »Sprechten wir hier von jungen Frauen?« »Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil«, sagte Wunse. »Das Alter spielt keine Rolle. Ganz im Gegensatz zum Familienstand und der sozialen Stellung. Hört irgendetwas mit dem Geschmack zu tun, glaube ich.« Er beugte sich vor und in seiner Stimme vibrierten nun Schmerz und Entsetzen. Die Ratsmitglieder glaubten, daß der Sekretär nun zum ersten Mal mit seiner eigenen, wahren Stimme sprach. »Denk darüber nach«, drängte er, »nur einmal im Monat, und wir bekommen so viel dafür. Die Familien derjenigen, die dem König nützlich sind, damit meine ich insbesondere die Kronräte, werden natürlich nicht in Betrag gezogen. Und stellt euch nun mal alle die Alternativen vor.« Die Würdenträger stellten sich nicht alle Alternativen vor. Eine genügte völlig. Bedrückte Schweigen herrschte, und gleichzeitig setzte Wunse seine Appelle an die Vernunft des Überlebens fort. Die Ratsmitglieder saßen steif und stumm, wagten es nicht, sich anzusehen aus Furcht davor, was sich in den Gesichtern der anderen widerspiegelte. Jeder von ihnen dachte, gleich meldet sich jemand zu Wort und erhebt Einwände. Und dann brumme ich zustimmend, ohne etwas zu sagen. »Nein, so dumm bin ich nicht. Ein festes Murmeln genügt, um keinen Zweifel daran zu lassen, daß ich nichts von dieser Sache halte. Ja, bei solchen Gelegenheiten sollte jeder anständige Mann fast aufstehen und beinahe die Stimme zum Protest erheben.« Aber alles blieb still. »Ihr Feiglinge!« dachte jedes Ratsmitglied. Niemand rührte den Pudding an, auch nicht die ziegelsteindicken Schokoladenplätzchen, die anschließend serviert wurden. Mit verlegenem, kummervollem Entsetzen lauschten sie Wunse Stimme. Und als die Gildenrepräsentanten den Saal nach einer halben Ewigkeit verließen, versuchten sie, einen möglichst großen Abstand zueinander zu wahren, um Gespräche zu vermeiden. Der Kaufmann bildete die einzige Ausnahme. Er trat an der Seite des Chefmeuchlers nach draußen und beide überlegten fieberhaft, als sie nebeneinander über den Weg gingen. Das Oberhaupt der Kaufmannsgilde versuchte, die Dinge positiv zu sehen. Er gehörte zu den Leuten, die Gemeinschaftsingen veranstalteten, wenn sich eine Katastrophe anbahnt. »Nun, nun«, sagte er, »jetzt sind wir also Kronräte. Bemerkenswert.« »Ähm«, erwiderte der Meuchelmörder. »Ich frage mich, welche Unterschiede es zwischen gewöhnlichen Stadträten und Kronräten gibt,« überlegte der Kaufmann laut. »Der Meuchelmörder schnitt eine Grimasse. Wahrscheinlich sind wir deshalb zu Kronräten ernannt worden, weil wir nie eine Krone tragen werden.« Er starrte wieder zu Boden und dachte erneut an die letzten Worte des Sekretärs, als er ihm die schlaffe Hand geschüttelt hatte. »Ob sie außer mir jemand gehört hat?« »Unwahrscheinlich. Sie sind nicht laut gewesen. Beschränken sich nur auf vage Konturen.« Wonse hatte die Lippen bewegt, als er in das mondbleiche Gesicht des Meuchelmörders blickte. »Hilf mir!« Der Meuchelmörder schauderte. »Warum ausgerechnet er?« »Soweit es ihn betraf, konnte er nur eine Art von Hilfe gewähren, und die Leute baten nur selten darum. Tatsächlich bezahlten sie viel Geld, um sie als Überraschung anderen Personen anzubieten. Er fragte sich, was Wonse dazu veranlasste, eine solche Alternative für erstrebenswert zu halten.« Wonse saß allein in dem großen, verhärten Saal. Er wartete. Natürlich konnte er zu fliehen versuchen, aber das Ungetüm würde ihn bestimmt finden, ganz gleich, wo er sich aufhielt. Es witterte sein Bewusstsein. Oder es beschloss ihn zu verbrennen. Das war noch viel schlimmer. So wie die Brüder. Vielleicht handelte es sich um einen sofortigen Tod. Es sah wie ein sofortiger Tod aus. Aber wenn Wonse des Nachts wach im Bett lag, überlegte er immer wieder, ob sich jene letzten Mikrosekunden zu einer unglaublich heißen, subjektiven Ewigkeit dehnten, während der alle Teile des Körpers zu kochendem Plasma wurden und das Denken und Empfinden die Gelegenheit bekamen, jede einzelne Schmerzphase detailliert zu erleben. »Mach dir keine Sorgen. Dich würde ich nicht verbrennen.« Es war keine Telepathie. Unter Telepathie hatte sich Wonse immer vorgestellt, daß man eine Stimme im Kopf hörte. In diesem Fall erklang die Stimme im Körper. Sie spannte das Nervensystem wie die Sehne eines Bogens. »Steh auf!« Wonse sprang auf die Beine. Der Stuhl kippte zur Seite und er stieß mit den Knien an die Tischkante. Wenn jene Stimme ertönte, hatte er ebenso viel Kontrolle über seinen Körper wie Wasser über Gravitation. »Komm!« Wonse setzte sich taumelnd in Bewegung. Die Schwingen entfalteten sich langsam, knachten leise und reichten schließlich von einer Wand des Saals bis zur anderen. Die Spitze eines Flügels zerschmetterte ein Fenster und ragte nach draußen in den späten Nachmittag. Langsam und majestätisch schreckte der Drache den Hals und gähnte. Als er damit fertig war, drehte er den Kopf und senkte ihn, bis der Abstand zum Gesicht des Sekretärs nur wenige Zentimeter betrug. »Was bedeutet freiwillig?« »Es bedeutet, daß man aus freiem Willen handelt«, erklärte Wonse. »Aber die Menschen haben keinen freien Willen. Entweder vergrößern sie mein Hort oder ich verbrenne sie.« Wonse schluckte. »Ja«, bestätigte er. »Aber du darfst nicht«, er duckte sich im Tosen des lauten Zorns. »Ich darf alles. Es gibt keine Verbote für mich.« »Oh, natürlich, natürlich«, quiekte Wonse und presste beide Hände an die Schläfen. »So meine ich das nicht. Auf diese Weise ist es besser. Glaub mir, besser und sicherer. Niemand kann mich besiegen.« »Davon bin ich überzeugt. Niemand kann mich kontrollieren.« Wonse hob die Arme und hoffte, daß seine Geste beschwichtigend genug wirkte. »Selbstverständlich, völlig klar«, sagte er. »Aber es gibt Mittel und Wege, weißt du, Mittel und Wege, das Brüllen und Verbrennen und so. Nun, es ist gar nicht nötig.« »Du dummer Affe! Wie soll ich sonst dafür sorgen, daß sich die Leute meinem Willen unterwerfen?« Wonse legte die Hände auf den Rücken. »Sie werden deine Anweisungen freiwillig ausführen«, erwiderte er. »Und mit der Zeit glauben Sie bestimmt, es sei ihre eigene Idee gewesen. Die ganze Sache wird zu einer Tradition, das versichere ich dir. Wir Menschen sind sehr anpassungsfähig.« Der Drache bedachte ihn mit einem langen, nachdenklichen Blick. Wonse versuchte, das Zittern aus seiner Stimme zu verbannen, als er hinzufügte. »Bestimmt dauert es nicht mehr lange, bis...« »Nun, wenn jemand kommt und meint, ein Drache als König tauge nicht, so steinigt man ihn wahrscheinlich.« Das Ungetüm blinzelte. Zum ersten Mal schien es ein wenig unsicher zu sein. »Mit Menschen kenne ich mich aus«, sagte Wonse schlicht. Der Drache hielt einen starren, durchdringenden Blick auf ihn gerichtet. »Wenn du lügst«, dachte er schließlich. »Ich könnte dich gar nicht belügen, das weißt du doch.« »Und sie verhalten sich wirklich so?« »Oh, ja, die ganze Zeit über. Eine typische menschliche Eigenschaft.« Wonse wußte, dass der Drache zumindest die Gedanken an der Oberfläche seines Bewusstseins las, und dort herrschte eine Resonanz des Schreckens. Er blickte in die großen roten Augen und erahnte wenigstens die Überlegungen dahinter. Der Drache war gleichermaßen verblüfft und entsetzt. »Tut mir leid«, sagte Wonse, »so sind wir nun mal. Hat was mit dem Überleben zu tun, glaube ich.« »Es gibt keine mächtigen Krieger, die unterwegs sind, um mich zu töten.« Dachte der Drache enttäuscht. »Ich bezweifle es.« »Keine Helden?« »Nein, nicht mehr. Sie sind zu teuer.« »Aber ich werde Menschen verschlingen.« Wonse zuckte zusammen. Er fühlte, wie die mentalen Ausläufer des Drachen in seinem Ich umhertasteten und nach Hinweisen suchten, nach Informationen, die ihn das Verstehen erleichterten. Eine Mischung aus Sehen und Spüren bot ihm kurzlebige Drachenbilder dar, aus dem mythischen Zeitalter der Reptilien und, begleitet von dem aufrichtigen Erstaunen des Ungeheuers, aus weniger lobenswerten Epochen der menschlichen Geschichte. Nun, eigentlich gab es keine anderen. Ganz gleich, auf welche Weise sich der Drache verhielt, es war praktisch unmöglich, dass er den Menschen mehr Leid bescherte, als sie sich gegenseitig zufügten, häufig sogar mit großer Begeisterung. »Du hast die Unverschämtheit, schockiert zu sein,« dachte der Schuppenriese, »aber wir waren Drachen. Man erwartet von uns grausam, hinterhältig, gemein und schrecklich zu sein. Aber eins will ich dir sagen, du, du Affe!« Der große Kopf kam noch etwas näher, und Wonses Blick reichte in die erbarmungslosen Tiefen der roten Augen. »Wir haben uns nie gegenseitig verbrannt, gefoltert und zerrissen und dafür moralisch-ethische Gründe angeführt.« Der Drache streckte mehrmals die Schwingen und hockte sich dann auf den Tandhaufen aus eher weniger kostbaren Dingen. Meine Klaue wühlte kurz in der Masse glitzernder Objekte und dann ertönte ein verächtliches Schnaufen. »Nicht einmal eine dreibeinige Eidechse würde so etwas horten,« dachte das Ungetüm. »Bald bekommst du wertvollere Gegenstände,« flüsterte Wonses, erleichtert darüber, dass ihm nicht mehr die volle Aufmerksamkeit des Drachen galt. »Das will ich auch stark hoffen.« »Darf ich?« Wonses zögerte. »Darf ich dir eine Frage stellen?« »Ich höre.« »Es ist doch nicht nötig, dass du Menschen verschlingst, oder?« »Ich glaube, darin sind die Bürger der Stadt das einzige Problem, weißt du,« fügte er hastig hinzu und sprach immer schneller. »in Hinsicht auf die Schätze und so ergeben sich bestimmt keine Schwierigkeiten. Aber wenn es um Protein geht, nun, vielleicht ist ein so mächtiger Intellekt wie deiner bereits auf den Gedanken gekommen, dass weniger umstrittene Nahrung, zum Beispiel Kühe...« »Der Drache spiehorizontales Feuer, das eine dicke Ascherschicht an der gegenüberliegenden Wand zurückließ.« »Nötig! Nötig!« donnerte er, als das Zischen, Knistern und Prasseln verklang. »Sprichst du etwa von Notwendigkeiten? Ist es nicht Tradition, dass die Schönste aller Frauen dem Drachen geopfert wird, um Frieden und Wohlstand zu sichern?« »Nun, weißt du, wir sind immer recht friedlich und einigermaßen wohlhabend gewesen.« »Möchtest du, dass es dabei bleibt?« Die Wucht dieser mentalen Antwort drückte Wonse auf die Knie. »Natürlich,« brachte er hervor. Der Drachen hob wie beiläufig die Klauen. »Dann betrifft jene Notwendigkeit nicht mich, sondern euch,« dachte er. »Verschwinde jetzt! Ich will dich nicht mehr sehen!« Wonse sackte in sich zusammen, als sich das Fremde aus seinem Bewusstsein zurückzog. Der Drache kroch über den Haufen aus billigem Flitter, erreichte den Sim seines hohen Fensters und zertrümmerte das Glas mit dem Kopf. Das bunte Abbild eines Stadtvaters fiel in Myriadensplittern auf den Schutt. Der lange Hals ragte in die kühle Luft des frühen Abends und neigte sich wie eine Kompassnadel hin und her. Erste Lichter glühten in der Stadt, und das Geräusch von einer Million Menschen, die fleißig lebten, verursachten ein dumpfes, pulsierendes Summen. Der Drache holte tief und fröhlich Luft. Dann zog er auch den Rest seines Körpers auf den Sims, stieß den Fensterrahmen mit einem kurzen Schulterzucken beiseite und sprang gen Himmel. »Was ist das?«, fragte Nobby. Das Objekt war annähernd rund und hatte die Beschaffenheit von Holz. Wenn man darauf klopfte, hörte es sich an, als Reiber ein Lineal über die Schreibtischkante. Feldwebelcolon betrachtete das Ding von allen Seiten. »Ich gebe auf«, sagte er. Karutte zog den halb zerrissenen Karton zu sich heran. »Ein Kuchen«, erklärte er, schob beide Hände unter den Gegenstand, spannte die Muskeln und hob ihn an. »Von meiner Mutter«. Es gelang ihm, den Kuchen auf den Tisch zu stellen, ohne dass seine Finger zerquetscht wurden. »Kann man ihn essen?«, fragte Nobby. »Er ist monatelang hierher unterwegs gewesen. Zeit genug, um trocken zu werden.« »Oh, meine Mutter hat die nach einem alten Zwergenrezept gepacken«, antwortete Karotte. »Zwergenkuchen werden nicht trocken.« Feldwebelcolon schlug noch einmal darauf. »Bist du ganz sicher?«, brummte er skeptisch. »Er hat einen unglaublich hohen Nährwert«, fuhr Karotte fort, »ist praktisch magisch. Das Geheimnis wurde über Jahrhunderte hinweg von einem Zwerg zum anderen weitergegeben. Ein kleines Stück hiervon, und für den Rest des Tages wollt ihr nichts mehr essen.« »Kann man sich anschließend noch auf den Beinen halten?«, erkundigte sich Colonne. »Mit einem solchen Kuchen im Gepäck ist ein Zwerg in der Lage, hunderte von Meilen zurückzulegen«, sagte Karotte. »Ja, daran zweifle ich nicht«, mummelte Colonne düster. »Und wahrscheinlich denkt er die ganze Zeit über. »Hoffentlich finde ich bald was anderes zu essen, denn sonst kommt wieder der verdammte Kuchen an die Reihe.« Für Karotte gehörte das Wort Ironie zu den unlösbaren Rätseln des Vorzugsweise in Ankh-Morpork gebräuchlichen Vokabulars. Er griff nach seiner Pieke, stach mehrmals vergeblich zu, die Klinge prallte immer wieder ab, und schaffte es schließlich, den Kuchen in vier Stücke zu schneiden. »Das wär's«, verkündete er, »eins für jeden von uns. Und eins für den Hauptmann.« Er begriff, was er gerade gesagt hatte. »Oh, Entschuldigung.« »Ja«, entgegnete Colonne halblaut. Eine Zeit lang schwiegen sie. »Ich habe ihn gemocht«, kam's nach einer Weile von Karottes Lippen. »Es tut mir sehr leid, dass er nicht mehr unter uns weilt.« Erneut folgte Stille. Sie ähnelte der ersten Stille, war jedoch tiefer und wies Furchen aus Niedergeschlagenheit auf. »Vermutlich befördert man dich jetzt zum Hauptmann«, sagte Karotte. Colonne zuckte zusammen. »Mich? Ich lege überhaupt keinen Wert darauf, Hauptmann zu werden. Mit dem ganzen Denken komme ich bestimmt nicht zurecht. Es lohnt sich gar nicht, so viel zu denken, wenn man dafür nur neun Dollar mehr im Monat bekommt.« Er trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Das ist alles«, fragte Nobby. »Ich dachte, Kommandooffiziere hätten die Taschen voller Geld.« »Neun Dollar im Monat«, wiederholte Colonne. »Ich habe mal die Solltabelle gesehen. Neun Dollar im Monat und zwei Dollar Spesen für Federn. Die Zulage hat er nie in Anspruch genommen. Eigentlich komisch.« »Von Federn hielt er nicht viel«, warf Nobby ein. »Ja«, bestätigte Colonne, »das Problem des Hauptmanns.« »Nun, ich habe mal ein Buch gelesen, und darin stand, dass in unseren Adern nicht nur Blut fließt, sondern auch Alkohol. Eine Art natürlicher Alkohol, wisst ihr? Selbst wenn man keinen Tropfen anrührt, der Körper stellt das Zeug trotzdem her.« »Glaubt man, Mum?« »Tja, er gehört zu den Leuten, deren Körper nicht genug davon produzieren. Es ist so, als sei er zwei Gläser unter dem normalen Niveau geboren.« »Donnerwitter«, dann fuhr es Karotte. »Ja, und deshalb. Ich meine, im nüchternen Zustand ist er wirklich nüchtern. »Knurrt«, nennt man so etwas. Ich meine, erinnerst du dich daran, wie es einem geht, wenn man nach einer ordentlichen Zechtur aufwacht, Nobby? »Nun, so fühlt er sich die ganze Zeit über.« »Mama, Kerl«, sagte Nobby, »davon wusste ich nichts. Kein Wunder, dass er ständig so schlecht gelaunt ist. Er versucht dauernd den normalen Zustand herzustellen, aber er kriegt die Dosis nicht immer richtig hin. Außerdem«, Kolon warf Karotte einen kurzen Blick zu, »wurde er von einer Frau ruiniert.« »Was tun wir jetzt, Feldwebel?«, brummte Nobby. »Hätte er was dagegen, wenn wir sein Stück Kuchen essen?«, fragte Karotte. »Wäre doch schade, es trocken werden zu lassen.« Kolon hob die Schultern. Die beiden älteren Männer schwiegen kummervoll, während sich Karotte den Kuchen vornahm. Seine Zähne verursachten dabei Geräusche, wie man sie von den mit Schaufelrädern ausgestatteten Zerkleinerungsmaschinen in Bergwerken erwartete. Kolon und Nobby wären nicht einmal dann hungrig gewesen, wenn man ihnen ein leichtes Soufflé angeboten hätte. Sie versuchten, sich ein Leben ohne den Hauptmann vorzustellen. Sicher war er söde und rostlos, selbst ohne Drachen. Eins mußte man Hauptmann mumm lassen. Er hatte Stil. Es mochte ein zynischer, mit Widerhaken versehener Stil sein, aber er hatte ihn. Und sie nicht. Er konnte lange Worte lesen und addieren. Selbst das war Stil, zumindest in gewisser Weise. Er betrank sich sogar stilvoll. Kolon und Nobby hatten versucht, die Minuten zu dehnen, die Zeit zu strecken. Es nützte nichts. Schwarze Dunkelheit kroch heran, verdrängte den Tag. Die Nacht begann. Es gab keine Hoffnung für sie. Sie mußten nach draußen gehen und mit der Patrouille beginnen. Sechs Uhr. Und es war nicht alles gut. Ich vermisse Errol, sagte Karotte. Eigentlich gehörte er dem Hauptmann, erwiderte Nobby. Wie dem auch sei, Lady Cassidy kümmert sich bestimmt um ihn. Wir konnten hier überhaupt nichts liegen lassen, fügte Kolon hinzu. Ich meine selbst das Lampenöl. Er hat sogar das Lampenöl getrunken. Und die Mottenkugeln, sagte Nobby. Eine ganze Schachtel Mottenkugeln. Warum sollte irgendjemand Mottenkugeln essen wollen? Und dann der Kessel. Und Zucker. Er war verrückt nach Zucker. Ich fand ihn nett, murmelte Karotte. Freundlich und so. Oh, ich auch, bestätigte Kolon. Aber eigentlich. Es ist nicht richtig. Ich meine ein Haustier, bei dem man hinter den Tisch springen muß, wenn es einen Schluck aufbekommt. Ich vermisse sein niedliches Gesicht, sagte Karotte. Nobby putzte sich laut die Nase. Nur einen Sekundenbruchteil später klopfte es an der Tür. Kolon drehte rockartig den Kopf. Karotte stand auf und öffnete. Zwei Palastwächter standen mit arroganter Ungeduld vor der Schwelle. Sie wichen hastig zurück, als sie Karotte sahen, der sich unter dem Sturz bückte. Schlechte Nachrichten wie er verbreiteten sich schnell. Wir bringen eine Proklamation, erklärte einer von ihnen. Ihr müsst sie. Was hat die frische Farbe auf deiner Brustplatte zu bedeuten? Fragte Karotte höflich. Nobby und der Feldwebel spähten neugierig an ihm vorbei. Stell deinen Drachen da, erwiderte der jüngere Palastwächter. Den Drachen, berichtigte sein Vorgesetzter. »Ich kenne dich«, sagte Nobby, »du heißt Schrulli Röchelfiel und hast früher in der Zimperlichgasse gewohnt. Deine Mutter stellte Hustenbonbons her, fiel in ihre eigene Brühe und starb. Ich lutschte nie ein Hustenbonbon, ohne dabei an deine Mama zu denken.« »Hallo, Nobby«, antwortete der Wächter. Es klang nicht sehr begeistert. »Ich wette, deine Mama wäre sehr stolz darüber, dass du einen Trachten auf der Post trägst.« fuhr der Korporal im Plauderton fort. Der Wächter bedachte ihn mit einem Blick, in dem sich Hass und Verlegenheit die Waage hielten. »Und dann die hübschen Federn am Helm«, sagte Nobby, »zuckersüß.« »Dies hier ist eine Proklamation, die ihr vorlesen müsst«, zischte der Palastwächter. »Ausserdem sollt ihr Plakate an Mauern kleben«, so laute der Befehl. »Wissenbefehl«, erkundigte sich Nobby. Feldwebel Kolonnengriff mit einer fleischigen Hand nach der Schriftrolle. »Der Gehfriesene, die Erdrache«, las er langsam, während ein zögernder Zeigerfinger unter den Buchstaben entlang kroch. »K. Ö. König der Könige. Und A. B. S. Absoluter. H. I. R. R. Herrscher.« Kolonnen begann mit einem gequälten akademischen Schweigen, als die Fingerkuppe wie in Zeitlob übers Pergament wanderte. »Nein«, sagte er schließlich. »Das ist nicht richtig, oder? Der Drache will jemanden fressen. Sie verzehren«, korrigierte der ältere Palastwächter. »Es gehört zum Gesellschaftsvertrag«, warf Schrulli Röchelfiel ein. »Ein geringer Preis für Sicherheit und Schutz der Stadt, das müsst ihr zugeben.« »Schutz, wovor?« fragte Noppy. »Wir hatten nie einen Feind, den wir nicht bequatschen oder bestechen konnten.« »Bis jetzt«, murmelte Kolonnen düster. »Du kapierst schnell«, lobte der Wächter. »Ihr werdet diese königliche Mitteilung überall verkünden. Ungehorsam wird hart bestraft. Mit einer harten Strafe.« Karotte blickte über Kolonnes Schulter. »Was ist eine Jungfrau?« fragte er. »Eine junge Frau«, entgegnete der Feldwebel rasch. »Unverheiratet.« »Was, meine Freundin Reed?« platzte es erschrocken aus Karotte heraus. »Nun, eigentlich nicht«, widersprach Kolon. »Sie ist jung und unverheiratet. Keine von Frau Palms Töchtern befindet sich im Stand der Ehe.« »Äh, Töchter«, Noppy verschluckte sich fast an diesem Wort. »Nun, äh, du hast recht«, räumte Kolon ein. »Na also.« Karotte atmete tief durch. »Ich hoffe, dass wir so etwas nicht zulassen werden«, sagte er fest. »Die Bürger der Stadt sind bestimmt dagegen«, behauptete der Feldwebel. »Ich bin ganz sicher.« Die Palastwächter bemerkten Karottes zunehmende Entrüstung und traten sicherheitshalber einen Schritt zurück. »Die Bürger der Stadt können davon halten, was sie wollen«, sagte der ältere Wächter. »Aber wenn ihr die Proklamation nicht vorliest, verlangt seine Majestät sicher eine Erklärung von euch.« Schrulli Röchelfiel und sein Vorgesetzter drehten sich um und eilten fort. Noppy sprang auf die Straße. »Hee, Drachen auf der Brust«, rief er. »Wenn deine Mama wüsste, dass du mit einem verdammten Drachen auf der Brust rumläufst, würde sie sich bestimmt in ihrem Bottich umdrehen.« Colonne ging zum Tisch und breitete die Schriftrolle aus. »Üble Angelegenheit«, verkündete er. »Das Ungeheuer hat bereits Menschen getötet und damit gegen mindestens sechzehn verschiedene Gesetze verstoßen«, stellte Karotte fest. »Nun, ja«, gestand Colonne ein, »aber das geschah nur im, ähm, allgemeinen Durcheinander und so, was natürlich nicht heißen soll, dass ich so etwas billige. Aber wenn die Leute damit beginnen, an der ganzen Sache teilzunehmen, irgendwelche jungen Frauen zu liefern und zuzusehen, so als sei alles völlig in Ordnung, das ist viel schlimmer.« »Ich schätze, es kommt auf den jeweiligen Blickwinkel ein«, sagte Noppy nachdenklich. »Wie meinst du das?« »Nun, für jemanden, der bei lebendigem Leib gebraten wird, spielt so was wohl kaum eine Rolle«, erklärte er mit philosophischem Gleichmut. Colonne überhörte diese Bemerkung. »Die Leute sind bestimmt dagegen«, beharrte er. »Wartet es nur ab. Sie marschieren zum Palast und...« »Und was will der Drache dann tun, hm?« »Er wird sie alle verbrennen«, antwortete Noppy sofort. Der Feldwebel ronzelte, verwirrt die Stirn. »Das würde er doch nicht wagen, oder?« »Wer sollte ihn daran hindern«, entgegnete Noppy. Er sah nach draußen. »Er mal ein guter Junge. Hat Sputengänge für meinen Großvater erledigt. Wer hätte gedacht, dass er mit einem Drachen auf der Brust umher marschiert?« »Aber was unternehmen wir jetzt, Feldwebel?«, fragte Karotte. »Ich möchte nicht bei lebendigem Leib verbrannt werden«, erwiderte Colonne. »Meine Frau würde mir das nie verzeihen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als die Proklamation zu proklamieren. Aber sei unbesorgt«. Er klopfte Karotte auf einen überaus muskulösen Arm und wiederholte die beruhigenden Worte noch einmal, um sich selbst zu überzeugen. »Soweit kommt es nicht. Die Leute sind gewiß dagegen.« Lady Kasadyk strich über Erils Haut. »Ich wüsste wirklich gern, was hier drunter vor sich geht«, sagte sie. Der kleine Drache versuchte ihr, das Gesicht zu belecken. »Was hat er gefressen?« »Wenn ich mich recht entsinne, bestand seine letzte Mahlzeit aus einem ziemlich großen Kessel«, antwortete Mum. »Einem Kessel mit was drin?« »Nein, ich meine nur ein Kessel, ein schwarzes Ding mit Henkeln und Tülle.« Er beschnüffelte ihn eine Zeit lang und verschlang ihn schließlich. Er lächelte schief und rölpste. Sowohl Lady Kasadyk als auch Mum duckten sich. »Ja, und außerdem leckte er Ruß aus dem Kamin«, fügte Mum hinzu, als sie es wagten, wieder über die Brüstung zu blicken. Sie beugten sich erneut über den bunkerartigen und mit dicken Stahlplatten verstärkten Pferch. Er gehörte zu der von Lady Kasadyk eingerichteten Krankenabteilung und musste speziell abgesichert sein, weil kranke Drachen gleich zu Anfang die Kontrolle über ihre Verdauung verloren. »Eigentlich sieht er gar nicht krank aus«, bemerkte ihre Lady Schaft. »Nur dick?« »Er jammert viel. Und unter seiner Haut bewegt sich etwas. Weißt du, was ich glaube? Du hast mir doch erzählt, dass Sumpftrachen in der Lage sind, ihr Verdauungssystem zu verändern.« »Oh ja, all die Mägen und Bauchspeicheldrüsen und so können auf verschiedene Art und Weise miteinander verbunden werden, um« »um alle zur Verfügung stehenden Nährstoffe in etwas Brennbares zu verwandeln«, sagte Mum. »Ja, ich glaube, Errol bereitet sich auf sehr heißes Feuer vor. Er will den großen Drachen herausfordern. Jedes Mal, wenn das Biest fliegt, starrt er nach oben und heult.« »Und dabei explodiert er nicht?« »Bisher ist uns nichts dergleichen aufgefallen. Ich meine, wir hätten bestimmt etwas bemerkt.« »Und er frisst praktisch alles?« »Wie man's nimmt. Er beschnüffelt alles und verspeist die meisten Dinge. Zum Beispiel zwei Galleonen Lampenmüll.« »Nun, ich kann ihn wohl kaum im Wachhaus lassen. Dort sind wir nicht in der Lage, uns richtig um ihn zu kümmern.« »Darüber hinaus brauchen wir jetzt nicht mehr festzustellen, wo sich der große Drache befindet«, fügte Mum bitter hinzu. »Ich glaube, du siehst das alles ein bisschen zu eng«, erwiderte Lady Cassidy und ging zum Haus zurück. Mum folgte ihr. »Zu eng.« »Hunderte? Nein, Tausende haben meine Entlassung beobachtet.« »Ja, aber bestimmt war das alles ein Missverständnis.« »Für mich nicht. Ich verstehe es mühelos.« »Nun vermutlich ärgerst du dich so sehr, weil du impotent bist.« »Mums Augen quollen aus den Höhlen.« »Was?« brachte er hervor. »In Hinsicht auf den Drachen, meine ich«, fuhr Lady Cassidy unbekümmert fort, »weil du nichts gegen ihn unternehmen kannst.« »Ich schätze, diese verdammte Stadt und der Drache verdienen sich gegenseitig«, brummte Mum. »Die Leute fürchten sich. Man kann nicht viel von ihnen erwarten, wenn sie sich fürchten.« Lady Cassidy berührte ihn sanft am Arm. Ihre Hand bewegte sich wie die stählerne Greifklaue eines Industrieroboters, der ein Ei anhebt. »Nicht jeder ist so tapfer wie du«, verkündete sie schüchtern. »Wie ich?« »In der letzten Woche, als du die aufgebrachte Menge daran gehinderst, meine Sumpftrachen zu töten.« »Ach das! So etwas hat nichts mit Apferkeit zu tun. Außerdem waren es nur Leute. Leute sind viel einfacher. Eins sage ich dir, ich habe keine Lust, noch einmal aus unmittelbarer Nähe in die Nüstern des Drachen zu starren. Manchmal erwache ich tagsüber und erinnere mich daran.« »Oh!« Lady Cassidy schien ein wenig enttäuscht zu sein. »Nun, wenn du meinst. Ich habe viele Freunde, weißt du. Falls du Hilfe brauchst, ein Wort genügt. Ich habe gehört, der Herzog von Stohelit sucht nach einem Hauptmann für seine Wache. Ich setze ein Empfehlungsschreiben für dich auf. Der Herzog und seine Gattin gefallen dir bestimmt, sollen sehr nett sein.« »In Bezug auf meine berufliche Zukunft habe ich noch keine endgültige Entscheidung getroffen,« erwiderte Mum. Es klang mürrischer, als er beabsichtigt hatte. »Ich ziehe das eine oder andere Angebot in Betracht.« »Nun, natürlich. Ich bin sicher, du kommst gut zurecht.« Mum nickte. Lady Cassidy zupfte an ihrem Taschentuch, drehte es hin und her. »Nun gut«, sagte sie. »Nun«, sagte Mum. »Wahrscheinlich. Möchtest du jetzt gehen?« »Ja, ich denke schon.« Kurze Stille folgte. Dann sprachen beide gleichzeitig. »Es ist sehr...« »Ich wollte nur sagen...« »Entschuldigung.« »Verzeihung.« »Ich habe dich unterbrochen.« »Macht nichts. War nicht weiter wichtig.« »Oh«, Mum zögerte. »Nun, ich sollte jetzt besser gehen.« »Oh, ja.« Lady Cassidy klächelte gezwungen. »Du kannst die vielen Offiziere nicht warten lassen.« Sie streckte die Hand aus. Mum griff vorsichtig danach. »Tja, dann gehe ich jetzt«, murmelte er. »Besuch mich, wenn du in der Gegend bist«, begegnete ihrer Ladyschaft etwas kühler. »Arel würde sich bestimmt freuen, dich wiederzusehen.« »Ja. Nun, auf Wiedersehen.« »Auf Wiedersehen, Hauptmann Mum!« Er wankte nach draußen, marschierte mit langen Schritten über den dunklen, unkrautüberwucherten Pfad und spürte dabei Lady Cassidyks Blick im Nacken. Zumindest versuchte er sich einzureden, ihn zu spüren. »Bestimmt steht sie in der Tür und füllt sie fast ganz aus.« »Sie beobachtet mich.« »Aber ich drehe mich nicht um.« »Nein, das wäre dumm. Ich meine, sie ist wirklich nett, hat eine Menge gesunden Menschenverstand und eine enorme Persönlichkeit. Aber ich sehe nicht zurück, auch wenn sie dort drüben steht und mir bis zur Straße erstarrt. Manchmal muss man grausam sein, wenn man es gut meint.« Mum hatte erst die Hälfte des Weges hinter sich gebracht, als er hörte, wie die Tür zu fiel. Zorn bruddelte in ihm, und er fühlte sich plötzlich so, als habe man ihm irgendetwas geraubt. Er blieb in der Dunkelheit stehen und ballte mehrmals die Fäuste. Er war nicht mehr Hauptmann Mum, sondern Bürgermumm. Und das bedeutete, er konnte sich mit Dingen befassen, von denen er früher nicht einmal zu träumen gewagt hatte. »Wie wär's, wenn ich das eine oder andere Fenster zertrümmere?«, überlegte er. Nein, das hatte keinen Sinn. Es verlangte ihn nach mehr. Er wollte es dem verdammten Drachen zeigen, seinen Rang zurück, denjenigen durch die Mangel drehen, der hinter dieser ganzen Sache steckte. Er wollte sich wenigstens einmal vergessen und jemanden bis zur Erschöpfung verprügeln. Mum blickte ins Leere. Vom Hügel aus gesehen war die Stadt eine Ansammlung aus Rauch und Dampf. Doch daran dachte er gar nicht. Er dachte an einen laufenden Mann. Und weiter hinten in den wirren Nebelschwaden seines Lebens lief ein Junge, der zu ihm aufschließen wollte. »Ist jemand entkommen?«, fragte er sich halblaut. Feldwebel Kolon beendete die Proklamation und musterte die feindselig wirkenden Zuhörer. »Geb nicht mir die Schuld«, sagte er. »Ich lese nur vor. Ich hab's nicht geschrieben.« »Das bedeutet Menschenopfer«, brummte jemand. »Mit Menschenopfern ist soweit alles in Ordnung«, kommentierte ein Priester. »Ja, per se«, erwiderte der erste Mann hastig. »Wenn es angemessene religiöse Gründe dafür gibt und wenn man verurteilte Verbrecher und so benutzt.« Einige Religionen in Ankh-Morpork praktizierten noch immer das Menschenopfer. Sehr zur Freude der Tempelgemeinden, die wie alle Bürger Ankh-Morporks großen Gefallen an interessanter Unterhaltung fanden. Die Gesetze der Stadt bestimmten, dass bei derartigen Zeremonien nur verurteilte Verbrecher verwendet werden durften, aber das stellte überhaupt kein Problem dar. In der Weigerung, sich auf dem Blutaltar zu opfern, sahen die meisten Religionen ein Verbrechen, das es verdiente, mit dem Tod bestraft zu werden. »Aber es geht nicht an, irgendjemanden dem Drachen vorzuwerfen, nur weil ihm der Magen knurrt.« »Das ist die richtige Einstellung«, lobte Feldwebel Kolon. »Steuern sind eine Sache, das Fressen von Menschen eine ganz andere. »Für wahr! Was kann der Drache schon tun, wenn wir alle dagegen sind?« Nobby setzte zu einer Antwort an. Kolon hielt ihm rasch den Mund zu und hob triumphierend die Faust. »Das ist ganz meine Meinung«, sagte er, »das vereinte Volk ist feuerfest.« Jubel erklang. »Einen Augenblick mal«, rief ein kleiner Mann langsam. »Soweit wir wissen, versteht sich der Drache prächtig darauf, über der Stadt hin und her zu fliegen und Leute zu verbrennen. »Ich weiß nicht recht, womit wir ihn daran hindern könnten. Ja, aber wenn wir alle protestieren«, begann der erste Sprecher. Unsicherheit untermalte seine Stimme. »Er kann unmöglich jeden Bewohner an Gmorporks verbrennen«, warf Kolon ein. Er beschloss erneut, seinen Trumpf auszuspielen und intonierte stolz. »Das vereinte Volk ist feuerfest«, diesmal war der Jubel nicht ganz so laut. Das Publikum sparte seine emotionale Kraft, um sich zunehmender Besorgnis hinzugeben. »Nun, eigentlich frage ich mich, warum er nicht dazu in der Lage sein sollte. Warum soll es ihm unmöglich sein, jeden zu verbrennen und anschließend zu einer anderen Stadt zu fliegen?« »Weil«, »der Ort«, sagte Kolon, »er benötigt Menschen, die ihm Schätze bringen.« »Ja. Nun, vielleicht, aber wie viele?« »Was?« »Wie viele Menschen? In Gmorpork, meine ich. Vielleicht braucht er nicht die ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen. Nur Teile davon. Welche Teile, frage ich mich?« »Das ist doch blöd«, sagte der erste Sprecher. »Wenn wir die ganze Zeit über nach irgendwelchen Problemen Ausschau halten, bringen wir überhaupt nichts zustande. Ich meine, es zahlt sich aus, vorher genau zu überlegen. Um ein Beispiel zu nennen, was passiert, wenn wir den Drachen besiegen?« »Dann haben wir ihn besiegt«, betonte Feldwebel Kolon. »Nein, im Ernst, wie lautet die Alternative?« »Sie besteht in einem Menschen.« »Genau«, bestätigte der kleine Mann. »Aber ich schätze, ein Opfer im Monat ist gar nicht übel, wenn man die Sache mit einigen früheren Herrschern vergleicht. Erinnert sich noch jemand an den wahnsinnigen Nersch oder an den kichernden Lords Mintz und seinen Lach ein bisschen, Kerker?« Hier und dort ertönten gemurmelte Bemerkungen wie »Da hatte er recht«. »Aber sie wurden gestürzt«, rief Kolon. »Nein, das stimmt nicht, man brachte sie um.« »Läuft er aufs Gleiche hinaus«, sagte Kolon, »ich meine, niemand wird den Drachen ermorden. Eins steht fest. Dazu braucht man mehr als nur eine dunkle Nacht und ein scharfes Messer.« »Jetzt kann ich den Hauptmann verstehen«, fuhr es Kolon durch den Sinn. »Kein Wunder, dass er immer was trinkt, nachdem er über gewisse Dinge nachgedacht hat. Wir sind unser größter Gegner. Ich meine, wir schlagen uns selbst, bevor wir in den Kampf ziehen.« »Wenn man einem Ankh-Morporkianer einen Knöppel gibt, so kann man ziemlich sicher sein, dass es sich damit erschlägt.« »Jetzt hör mal gut zu, du sanftzüngiger Hullkopf«, sagte der erste Sprecher, parkte den kleinen Mann am Kragen und ballte die freie Hand zur Faust. »Zufälligerweise habe ich drei Töchter, und zufälligerweise möchte ich nicht, dass die gefressen werden. Nein, besten Dank.« »Ja, und das vereinte... Volk... ist...« Kolon unterbrach sich, als er merkte, dass die Leute nach oben sahen. »Verdammter Mist«, dachte er, als die Vernunft aus ihm floh, »offenbar hat das Biest Flanellfüße.« Der Drache hockte auf dem Dach des nächsten Hauses, schlug ein- oder zweimal mit den Schwingen, gähnte und streckte dann den Hals nach unten. Der Vater von drei Töchtern hob die Fäuste und stand in einem rasch größer werdenden Kreis aus nackten Kopfsteinen. Der kleine Mann befreite sich aus dem Griff und verschwand in den Schatten. Herr Vater schien plötzlich der einsamste Mensch auf der ganzen Scheibenwelt zu sein. Niemand hatte weniger Freunde als er. »Ich verstehe...«, sagte er leise und starrte zu dem neugierigen Reptil empor. Es wirkte nicht besonders zornig, musterte ihn eher mit vagem Interesse. »Esselben ist mir gleich...«, rief der Vater, und in der Stille halte seine Stimme von Mauer zu Mauer. »Wir unterwerfen uns niemanden, und dir schon gar nicht. Wenn du mich umbringst, kannst du ebensogut alle anderen töten.« Unruhe entstand in der abseits stehenden Menge. Offenbar gab es Leute, die des Vaters Meinung nicht für ein ehrenes Prinzip hielten. »Wir können dir Widerstand leisten«, knurrte der Mann. »Das können wir doch nicht wahr. Wie war das mit dem vereinten Volk, Feldwebel?« »Äh...«, sagte Cologne und glaubte zu spüren, wie sie sein Rückgrat in Eis verwandelte. »Ich warne dich, Drache! Die menschliche Natur ist...« Die Zuhörer fanden nie heraus, worin die menschliche Natur bestand, soweit es die Meinung des Vaters betraf. Allerdings, vielleicht litten einige von ihnen in den nächsten Nächten an Albträumen, in denen sie noch einmal die nachfolgenden Ereignisse sahen. Vielleicht gelangten sie zu einer ebenso wichtigen wie bedrückenden Erkenntnis, wenn sie mitten in der Nacht schweißgebadet aus dem Schlaf schreckten. Vielleicht begriffen sie dann, dass man in Hinsicht auf die menschliche Natur häufig etwas vergisst. Unter gewissen Umständen mag sie edel und tapfer und wundervoll sein, aber in den meisten Fällen bleibt sie schlicht und einfach menschlich. Die Drachenflamme traf den Vater mitten auf der Brust, für einen Sekunden Bruchteil zeichnete er sich als glühende und sehr heiße Silhouette ab, und dann rieselte schwarze Asche auf geschmolzenes Pflaster. Das helle Schimmern des Feuers verblasste. Die Leute standen völlig erstarrt und fragten sich, was mehr Aufmerksamkeit erregte, völlige Reglosigkeit oder eilige Flucht. Der Drache beobachtete sie, neugierig darauf, wie sie sich jetzt verhalten würden. Colonne fühlte sich als einziger offizieller Vertreter der Stadt verpflichtet, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Er hüstelte. »Schön«, sagte er und versuchte, das Zittern aus seiner Stimme zu verscheuchen. »Wenn ihr jetzt bitte weitergehen würdet, meine Damen und Herren, geht nur, hier gibt es jetzt nichts mehr, äh, zu sehen, glaube ich.« Er winkte mit den Armen und trachtete danach, sich besonders selbstbewusst zu geben. Erleichtert stellte er fest, daß die Menge reagierte. Füße setzten sich in Bewegung, trugen Männer und Frauen fort. Aus den Augenwinkeln sah er rote Flammen hinter den Dächern. Funken stoben gen Himmel. »Kehrt heim!« Und etwas leiser fügt er hinzu, falls ihr noch ein Zuhause habt. Der Bibliothekar wankte aus der Bibliothek des Hier und Jetzt. Wut richtete jedes einzelne Haar an seinem Leib auf. Er öffnete die Tür und stachte in die entsetzte Stadt. Irgendjemand dort draußen würde bald feststellen, daß der schlimmste Albtraum in einem zornigen Bibliothekar bestand, der eine Dienstmarke trug. Der Drache glitt träge über die nächtliche Stadt. Er brauchte kaum mit den Flügeln zu schlagen, der warme Aufwind genügte. Überall in Ankh-Morpork brannten Feuer. Zwischen dem Fluß und diversen in Flammen stehenden Gebäuden hatten sich so viele Löschketten gebildet, daß eine neue Art von Delikt entstand. Eimer wurden entführt. Nun, eigentlich benötigte man gar keine Eimer, um das trübe Wasser des Ankh zu transportieren. Ein Netz reichte völlig aus. Stromabwärts bemühten sich einige roßgeschwärzte Gestalten, die großen und halbverrosteten Tore unter der Messingbrücke zu schließen. Sie stellten Ankh-Morporks letzten Schutz vor einer verheerenden Brandkatastrophe dar. Wenn sie geschlossen waren, gab es keinen Abfluss mehr für den Ankh, und dann quoll die zumindest zähflösige Masse zwischen den beiden Ufern durch die Straßen und Gassen. Der Gestank stellte eine nicht unerhebliche Gefahr dar. Man konnte darin ersticken. Die Arbeiter auf der Brücke waren die einzigen Bürger der Stadt, die nicht fliehen konnten oder wollten. Viele andere dagegen verließen die leidgeprüfte Metropole und eilten über die kalte, von Dunschschwaden umhüllte Ebene. Aber nicht lange. Eine Zeit lang beobachtete der Drache die züngelnden Flammen, und dann segelte er anmutig über den Stadtwall hinweg. Nach einigen Sekunden sahen die Wächter aktinisches Feuer im Nebel. Die menschliche Flut wogte zurück, und der Drache folgte ihr wie ein Schäferhund. Die vielen Feuern an Gmorpok schufen einen roten Widerschein unter seinen Schwingen. »Hast du irgendeine Ahnung, was wir jetzt unternehmen sollen, Feldwebel?«, fragte Nobby. Colonne gab keine Antwort. »Wäre nur Hauptmann Mumm hier«, dachte er. »Er hätte ebenfalls nicht gewusst, worauf es jetzt ankommt, aber er hat einen größeren Wortschatz, um seine Verwirrung zum Ausdruck zu bringen.« Einige Feuer erloschen, als steigendes Wasser und das Durcheinander der Löschketten den angestrebten Zweck erfüllten. Der Drache schien nicht geneigt zu sein, weitere Gebäude in Brand zu setzen. Er hatte seinen Standpunkt verdeutlicht. »Ich frage mich, wer ausgewählt wird«, sagte Nobby. »Was?«, murmelte Karotte. »Als Opfer, meine ich.« Der Feldwebel wies darauf hin, dass die Leute bestimmt nicht damit einverstanden sind. Erwiderte Karotte gleichmütig. »Nun, äh, sieh's mal aus folgendem Blickwinkel. Wenn man den Leuten sagt, entweder geht euer Haus in Flammen auf, oder der Drache verspeist eine junge Frau, die ihr wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, nun, dann werden sie vielleicht nachdenklich. Liegt an der menschlichen Natur, weißt du. »Ich bin sicher, dass rechtzeitig ein Held erscheint«, entgegnete Karotte, »mit einer neuen Waffe oder so, und damit trifft er den Drachen an der ämpfindlichen Stelle.« Es folgte das Schweigen aufmerksamen Lauschens. »Wo?«, erkundigte sich Nobby. »An einer Stelle, wo der Drache ämpfindlich ist. Mein Großvater hat mir Geschichten erzählt. Triff einen Drachen an der Ämpfindlichkeit«, sagte er immer, »dann hat es ihn erwischt.« »So wie jemandem in die Dingsbums treten?«, fragte Nobby interessiert. »Keine Ahnung, vielleicht. Aber wie ich schon sagte, Nobby, es ist nicht richtig. Und wo befindet sich die Stelle?« »Oh, bei jedem Drachen woanders«, antwortete Karotte, »man wartet, bis er über einem hinwegfliegt, und dann sagt man, »nei, da ist die empfindliche Stelle, und anschließend tötet man ihn.« Karotte zögerte kurz. »Oder so ähnlich.« Feldwebel Colonne stachte ins Leere. »Hm«, brummte Nobby. Einige Minuten lang beobachteten sie das Panorama der Stadt. Dann fragte Colonne, »und du bist ganz sicher, was die Ämpfindlichkeiten betrifft?« »Oh, ja, ja.« »Ich wünschte, das wäre nicht der Fall, Junge.« Erneut blickten sie zur Stadt, der es noch immer recht turbulent zuging. »Nun, Feldwebel«, begann Nobby, »ich erinnere mich an deine Schilderung darüber, dass du früher Preis im Bogenschießen gewonnen hast. »Angeblich hattest du einen Glückspfeil, der dir sehr im Herzen lag, weil es ein Glückspfeil war, und...« »Schon gut, schon gut, aber das lässt sich wohl kaum mit dieser Situation vergleichen, oder?« »Ausserdem bin ich kein Held.« »Warum sollte ausgerechnet ich versuchen, den Drachen zu töten?« »Hauptmann Mumm bezahlt dir 30 Dollar im Monat«, warf Karotte ein. »Ja«, bestätigte Nobby lächelnd. »Und der Feldwebel bekommt fünf weitere Dollar. Verantwortungszuschlag.« »Aber Hauptmann Mumm ist nicht mehr bei uns«, erwiderte Kolon verzweifelt. Karotte bedachte ihn mit einem strengen Blick. »Wenn er hier wäre, würde er gewiss nicht zögern.« Kolon brachte ihn mit einem hastigen Wink zum Schweigen. »Das hört sich alles toll an, aber wenn ich mein Ziel verfehle...« »Betrachte es einmal von der positiven Seite«, sagte Nobby. »Wenn du nicht triffst, hast du kaum Zeit, genug es zu bereuen.« Feldwebel Kolons Gesicht verwandelte sich in eine Grimasse, als er betont grimmig grinste. »Das gilt auch für dich.« »Wie bitte? Wenn du glaubst, dass ich ganz alleine auf irgendeinem Dach hocke, so hast du dich gründlich geehrt. Ich befehle dir hier mit mich zu begleiten. Außerdem bekommst du ebenfalls einen Verantwortungszuschlag, wenn auch nur einen toller.« Nobby geriet in Panik. »Nein, das stimmt nicht«, stieß er hervor. »Mein Mumm hat ihn für die nächsten fünf Jahre gestrichen, weil ich eine Schande für die Menschheit bin.« »Nun, vielleicht bekommst du ihn zurück, wie dem auch sei. Du kennst dich bestens mit empfindlichen Stellen aus. Ich habe beobachtet, wie du kämpfst.« »Karotte«, salutierte zackig. »Bitte um Erlaubnis, mich freiwillig zu melden, Sir. Ich erhalte nur zwanzig Dollar im Monat, weil ich noch in der Ausbildung bin, aber das macht mir nichts aus, Sir.« Feldwebel Kolon räusperte sich und rückte seinen Brustharnisch zurecht, der die metallene Nachbildung ausgeprägter Brustmuskeln zeigte. Kolons Brust und Bauch passten sich den Konturen so gut an, wie Gelee einer Gussform. »Wie würde sich Hauptmann Mumm jetzt verhalten?«, überlegte er. »Nun, er träfe wahrscheinlich die Entscheidung, etwas zu trinken. Doch wenn er stattdessen zu handeln beschlöße...« »Wir brauchen einen Plan«, verkündete der Feldwebel. Das klang gut. Allein dieser Satz war ein Monatssold wert. »Mit einem Plan«, rückte der Erfolg in greifbare Nähe. Kolon glaubte schon, den Jubel der geretteten Bürger zu hören. Sie säumten die Straßen, warfen Blumen, trugen ihn im Triumphzug durch die Stadt. Der Nachteil bestand nur darin, daß er sich in einer Urne befand. Lupin Wonse schlurfte durch die kühlen Flore und näherte sich dem Schlafzimmer des Patricias. Es war nie ein sehr luxuriöser Raum gewesen, enthielt nur ein schmales Bett und einige wackelige Schränke. Jetzt sah es noch schlimmer aus, denn eine Wand fehlte. Wer dort schlafwandelte, lief Gefahr, in die gewaltige Höhle des großen Saals zu fallen. Trotzdem schloss Wonse die Tür, um zumindest den Anschein von Privatsphäre zu wahren. Dann ging er in die Mitte des Zimmers, warf einen vorsichtigen und nervösen Blick in die weite Halle, bückte sich und hob eine Bodendiele. Er holte einen langen schwarzen Umhang aus dem Versteck hervor, griff anschließend noch etwas tiefer, sank auf die Knie, schob beide Arme in staubige Geheimfach und tastete mit wachsender Verzweiflung umher. Ein Buch flog durchs Zimmer und traf ihn am Hinterkopf. »Du suchst das hier, nicht wahr?« Mumm trat aus den Schatten. Wonse drehte langsam den Kopf und seine Kinnlade klappte nach unten. Mumm wußte, was der Sekretär sagen wollte, dachte in diesem Zusammenhang an Bemerkungen wie »Ich kann mir denken, was du jetzt denkst, aber du irrst dich.« »Oder, wie bist du hierher gekommen?« »Oder vielleicht auch, ich kann alles erklären.« Mumm bedauerte es, keinen geladenen Drachen dabei zu haben. »Na schön«, sagte Wonse, »ziemlich schlau von dir.« Offenbar bemühte sich der Sekretär um verbale Originalität. »Unter den Dielen«, sagte Mumm, »dort, wo man zuerst sucht. Wirklich sehr einfallsreich.« »Ich weiß«, erwiderte Wonse, »vermutlich hat er nicht damit gerechnet, dass jemand sucht.« Er stand auf und klopfte den Staub ab. »Wie bitte?« fragte Mumm freundlich. »Vetinari, du weißt ja, wie sehr ihm Intrigen gefielen. Er war an den meisten Verschwörungen gegen sich selbst beteiligt. Seine Vorstellung von guter Verwaltung. Er fand Gefallen daran. Offenbar hat er den Drachen beschworen, aber dann konnte er ihn nicht kontrollieren. Das Ungeheuer ist noch viel gerissener als er.« »Und was für dich hierher?« erkundigte sich Mumm. »Ich habe mir überlegt, ob es möglich ist, den Zauber rückgängig zu machen oder einen zweiten Drachen zu beschwören. Dann würden sie gegeneinander kämpfen.« »Eine Art Gleichgewicht des Schreckens, wie«, brummte Mumm, »das könnte zumindest einen Versuch wert sein«, sagte Wonse ernst. Er stand auf und trat einige Schritte näher. »Hör mal, was deinen Rang betrifft. Ich meine, wir waren beide ziemlich gereizt und deshalb, ich meine, wenn du wieder Hauptmann sein möchtest, ist überhaupt kein Pro...« »Es muß schrecklich gewesen sein«, unterbrach Mumm den Sekretär. »Stell dir nur mal vor, wie es ihm ergangen ist. Er hat den Drachen beschworen und stellte dann fest, dass es sich nicht um ein Werkzeug handelt, sondern um ein Geschöpf mit eigenem Willen, mit einem Bewusstsein, das seinem eigenen ähnelt, in dem es jedoch überhaupt keine Bremsen gibt. Weißt du, ich bin fast sicher, dass er zu Anfang glaubte, der Stadt einen Dienst zu erweisen. Bestimmt ist er übergeschnappt, früher oder später.« »Ja«, sagte Wonse heiser, »es dürfte schrecklich gewesen sein. Bei allen Göttern, ich würde ihn mir gern vorknüpfen. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und erst jetzt wird mir klar, dass er vollkommen ausgerastet ist.« Wonse schwieg. »Lauf«, sagte Mumm leise. »Was?« »Lauf«, »ich möchte dich laufend sehen. Ich verstehe nie...« In der Nacht, als der Drache das Versammlungshaus verbrannte, habe ich jemanden beobachtet, der davonlief. Er bewegte sich irgendwie seltsam. Hüpfte praktisch durch die Straße. Und später habe ich gesehen, wie du vor dem Drachen geflohen bist. Könnte fast der gleiche Mann sein, dachte ich mir. Läuft nicht richtig, sondern springt eher. »Wie jemand, der verzweifelt versucht, mit irgendwelchen Leuten Schritt zu halten. Ist jemand entkommen, Wonse?« Der Sekretär hob eine Hand und gab sich alle Mühe, möglichst beiläufig zu winken. »Das ist doch lächerlich«, erwiderte er. »Du hast keinen Beweis.« »Du schläfst jetzt hier, nicht wahr?« Fragte Mumm. »Ich nehme an, der König möchte, dass du immer in der Nähe bist. Stimmt's?« »Du hast überhaupt keinen Beweis.« Flüsterte Wonse. »Natürlich nicht.« »Die Art und Weise, wie jemand läuft, ein drängender Tonfall.« »Das ist alles.« »Aber spielt es eine Rolle?« »Nein, nicht die geringste.« »Selbst wenn ich einen Beweis hätte.« »Es gibt niemanden, der in der Lage wäre, damit etwas anzufangen, über dich zu richten.« »Außerdem, du kannst mir meinen Rang nicht zurückgeben.« »Doch, das kann ich«, widersprach Wonse. »Ich könnte dich sogar befördern. Du brauchst dich nicht damit zufrieden zu geben, Hauptmann zu sein.« »Du kannst mir meinen Rang nicht zurückgeben.« Wiederholte Mumm, »weil es dir nie zustand, ihn mir zu nehmen.« »Ich bin kein Offizier der Stadt, des Königs oder des Patrizias gewesen, sondern ein Vertreter des Gesetzes.« »Es mag korrupt und falsch gewesen sein, aber es war das Gesetz.« »Jetzt gibt es nur noch eine Regel in Ankh-Morpork.« Sie lautet, »Wenn du nicht aufpasst, wirst du bei lebendigem Leib gebraten. Wo bleibt da noch Platz für mich?« Wonse sprang vor und griff nach Mumms' Arm. »Hilf mir«, brachte er vor, »vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Drachen zu töten. Oder wir kümmern uns um die Bevölkerung und versuchen, das Schlimmste zu verhüten. Wir vereinbaren einen geheimen Treffpunkt und...« Mumms' Schlag traf Wonse an der Wange und ließ ihn zurücktaumeln. »Der Drache ist hier«, sagte er scharf, »man kann ihm nicht gut zureden oder mit ihm verhandeln. Es ist völlig unmöglich, mit einem Drachen Frieden zu schließen. Du hast ihn hergeholt, und jetzt werden wir ihn nicht mehr los, du verdammter Mistkerl!« Wonse ließ die Hand sinken. Ein roter Fleck zeigte sich dort, wo ihn Mumms Ohrfeige getroffen hatte. »Was sagst du jetzt vor?«, fragte er. Darauf wusste Mumm keine Antwort. Als er sich diese Begegnung vorstellte, hatte er an Dutzende von verschiedenen Möglichkeiten gedacht, und bei den meisten ging es darum, Wonse umzubringen. Es schien nur angemessen. Doch jetzt, als er ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, war er einfach nicht dazu fähig. »Das ist das Problem mit Leuten wie dir«, sagte der Sekretär. »Ihr seid immer gegen alle Versuche, die Welt zu verbessern, aber ihr habt nie eigene Pläne. Wachen! Wachen!« Wonse stachte Mumm an und grünzte wie ein Irrer. »Damit hast du nicht gerechnet, was? Hier gibt es immer noch Wächter, jawohl. Natürlich nicht mehr so viele. Seit einiger Zeit bekommen wir nur noch selten Besuch.« Schritte näherten sich durch den Korridor, und kurz darauf traten vier Palastwächter mit gezückten Schwertern ein. »An deiner Stelle würde ich nicht versuchen, mich zur Wehr zu setzen«, riet Wonse. »Diese Männer sind unberechenbar und zum Äußersten entschlossen. Trotzdem werden sie gut bezahlt.« Mumm schwieg. Wonse gehörte zur menschlichen Subspezies der Hämer, zu den Leuten, die hämmische Schadenfreude über alles liebten. »Nun, bei Hämern hatte man immer eine Chance, ganz im Gegensatz zum alten Patrizier. Wenn er wollte, dass jemand starb, so erfuhr der Betreffende nie etwas davon. Wenn man es mit Hämern zu tun hatte, so mußte man sich an die Spielregeln halten.« »Damit kommst du nie durch«, sagte Mumm. »Da hast du recht«, erwiderte Wonse, »ja, da hast du vollkommen recht. Aber nie ist eine lange Zeit, und irgendwann erwischt es jeden von uns. Der einzige Unterschied für dich besteht darin, dass du jetzt dran bist. Du wirst Zeit genug bekommen, darüber nachzudenken.« Er wandte sich an die Wächter. »Werft ihn in den speziellen Kerker, und kümmert euch dann um die andere Sache.« »Äh«, sagte der Anführer und zögerte, »was ist denn, Mann? Du möchtest, dass wir ihn, äh, angreifen?« fragte der Wächter kummervoll. Die Palastwächter waren zwar ziemlich dumm, aber sie kannten die allgemeinen Sitten ebenso gut wie alle anderen. Wenn Wachen gerufen werden, um in einer kritischen Situation mit einem Mann fertig zu werden, so deutet alles auf Komplikationen hin. »Der Kerl will bestimmt heldenhaft sein«, dachte der Anführer. Er freute sich nicht auf eine Zukunft, in der er tot war. »Natürlich, du Idiot! Aber, äh, er ist ganz allein«, sagte der Offizier. »Und er grinst«, fügte der Mann hinter ihm hinzu. »Wahrscheinlich schwingt er sich gleich an Kronleuchtern hin und her«, bemerkte ein anderer, »und setzt über Tische hinweg und so. Er ist nicht einmal bewaffnet«, kreischte Wonse. »Die schlimmste Sorte«, stellte ein Wächter mit unerschütterlicher Besorgnis fest. »Weißt du, sie springen hoch und ziehen ein Zierschwert hinter dem Schild über dem Kamin hervor.« »Ja«, bestätigte ein Kollege argwöhnisch, »und dann schmittern sie einem Stühl auf den Kopf.« »Hier gibt es weder einen Kamin noch irgendwelche Zierschwerter. Nur ihn«, er eiferte sich Wonse, »schnappt ihn endlich!« Zwei Wächter packten Mumm versuchsweise an den Schultern. »Und du willst wirklich nicht heldenhaft sein?«, flüsterte einer von ihnen, »wüßte gar nicht, wie ich das anstellen sollte.« »Oh, gut.« Als Mumm fortgezerrt wurde, hörte er, wie Wonse schrill loslachte. »Hämische Menschen lachen immer schrill. Sie können gar nicht anders.« »Aber in einem Punkt hat er recht«, dachte Mumm, »ich habe keinen Plan.« Er hatte nicht darüber nachgedacht, was nach der Begegnung mit Wonse geschehen sollte. »Wie närrisch von mir anzunehmen, die Konfrontation mit dem Mistkerl genüge, um unter alles einen Schlussstrich zu ziehen.« Er fragte sich, was die andere Sache bedeutete. Die Palastwichter gaben keinen Ton von sich, blickten stark geradeaus, führten ihn durch den verhehrten großen Saal und dann zu einer unheilvoll wirkenden Tür. Sie öffneten sie, stießen Mumm über die Schwelle, schlossen den Zugang wieder und marschierten fort. Niemand, absolut niemand, bemerkte das dünne, blattartige Etwas, das wie ein Ahornsamen vom dunklen Dach des großen Saals herabfiel, sich mehrmals um die eigene Achse drehte und im glitzernden Tand des Drachenhorts liegen blieb. Es handelte sich um eine Erdnussschale. Die Stille weckte Lady Cassidic. Ihr Schlafzimmer befand sich in unmittelbarer Nähe der Drachenfärche, und deshalb war sie daran gewöhnt, ständig flüsternde Schuppen, das leise Klagen eines trächtigen Weibchens oder das Zischen eines im Schlaf ausgestoßenen Flammenstrahls zu hören. Die Abwesenheit von Geräuschen kam dem Schrillen einer Alarmsirene gleich. Sie hatte ein wenig geweint, bevor sie zu Bett ging, aber nicht viel, immerhin war es sinnlos, sentimental zu sein und sich gehen zu lassen. Ihre Ladyschaft zündete die Lampe an, stieg in die Gummistiefel, griff nach einem Stock, möglicherweise stand nur er zwischen ihr und einem rein theoretischen Verlust ihrer Unschuld, und eilte durchs dunkle Haus. Als sie den feuchten Rasen zwischen dem Hauptgebäude und den Stellen überquerte, nahm sie geistesabwesend zur Kenntnis, daß in der Stadt etwas geschah. Aber sie achtete nicht weiter darauf. Drachen waren wichtiger. Einige Sekunden später schob Lady Cassidic die Tür auf. Nun, sie waren immer noch da. Der vertraute Gestank von Sumpftrachen, zu einem Teil modriger Schlamm, zum anderen Chemikalien kurz vor der Explosion, wehte in die Nacht. Jeder Drache balancierte mitten in seinem Pferch auf den Hinterbeinen und starrte mit grümmiger Konzentration an die Decke. »Oh«, sagte Lady Cassidic, »der Große fliegt wieder durch die Gegend, wie? Reine Angeberei! Seid unbesorgt, Kinderchen! Jetzt ist Mami hier!« Sie stellte die Lampe auf ein hohes Regal und stapfte zu Errol. »Nun, Büschchen, wie geht es dir?« Begann sie und unterbrach sich je. Errol lag auf der einen Seite, dünner grauer Rauch kräuselte aus seinem Maul, und der Bauch pulsierte wie ein Blasebalg. Vom Hals an war die Haut fast völlig weiß. »Wenn ich jemals eine zweite Ausgabe der Drachenkrankheiten schreibe, widme ich dir ein ganzes Kapitel«, sagte ihre Lady Schaft leise und öffnete das Pferchtor. »Mal sehen, ob das scheußliche Fieber nachgelassen hat, hm?« Sie streckte die Hand aus, berührte einige Schuppen und schnappte nach Luft. Mit einem jähen Rock zog sie die Hand zurück und beobachtete, wie sich Blasen an den Fingerkuppen bildeten. Errol war so kalt, dass er brannte. Die Wärme von Lady Cassadicks Fingern hatte runde Schmelzspuren auf der Drachenhaut hinterlassen. Doch es dauerte nur wenige Sekunden, bis sie unter einer dünnen Patina ausgefrorener Luft verschwanden. Lady Cassadicks setzte sich auf die Fersen. »Was für ein Sumpftrache bist du eigentlich?«, fragte sie verwirrt. Ein leises, dumpfes Pochen wies darauf hin, dass jemand an die Haustür klopfte. Ihre Ladyschaft zögerte kurz, blies dann die Lampe aus, kroch schwerfällig an den einzelnen Steilnischen vorbei und zog das Sacklein vor dem Fenster beiseite. Das erste Licht der Morgendämmerung zeigte ihr, die Silhouette eines Wächters vor der Tür. Die Federn an seinem Helm neigten sich in der sanften Brise hin und her. Lady Cassadick biß sich in jäher Panik auf die Lippe, hastete zum Hinterausgang, floh über den Rasen, kehrte ins Haus zurück, stürmte die Treppe hoch und nahm dabei drei Stufen auf einmal. »Ach, wie dumm von mir!«, murmelte sie und dachte daran, dass sie die Lampe vergessen hatte. Es blieb ihr keine Zeit mehr, sie zu holen. Vielleicht verlor Mumm die Geduld und ging. Tastsinn und Erinnerungen halfen ihr dabei, sich in der Düsternis zurechtzufinden. Lady Cassadick griff nach der besten Perücke und rammte sie sich auf den Kopf. Irgendwo zwischen den Salben und für Sumpftrachen bestimmten Heilmitteln auf der Frisierkommode befand sich etwas, das den rätselhaften Namen »Tau der Nacht« trug. Es handelte sich um das Geschenk eines gedankenlosen Neffen. Sie versuchte es mit mehreren Fläschchen, bevor sie nach dem Geruch zu urteilen, das Richtige fand. Selbst einer Nase, die ihre Wahrnehmungskapazität angesichts der überwältigenden Gerüche von Drachen schon vor langer Zeit drastisch reduziert hatte, erschien der Duft enorm wirkungsvoll. Nun, offenbar mochten Männer so etwas. So hieß es jedenfalls. »Eigentlich Blödsinn«, dachte Lady Cassadick und hielt trotzdem an der Entschlossenheit fest, derartige Hilfsmittel zu benutzen. Sie rückte den obersten Saum ihres plötzlich viel zu keuschen Nachthemd in eine Position, die zeigen, jedoch nicht enthüllen sollte. Im Anschluss daran eilte sie wieder nach unten. Vor der Tür verharrte sie kurz, holte mehrmals tief Luft, drehte den Knopf, öffnete und bedauerte gleichzeitig, dass sie nicht die Gummistiefel ausgezogen hatte. »Nun, Hauptmann«, sagte sie gewinnend, »das ist wirklich... wer zum Teufel bist du?« Der Anführer der Palastwache trat einige Schritte zurück, und als Sohn eines Bauern verzichtete er nicht darauf, sich mit einigen heimlichen Zeichen vor bösen Geistern zu schützen. Die erhoffte Wirkung blieb aus. Als er die Augen wieder öffnete, stand die Gestalt noch immer in der Tür, zitterte vor Zorn und stank nach etwas Fauligem. Auf dem Kopf erstreckte sich eine schiefe Lockenmasse, und der enorme Busen hob und senkte sich auf eine Weise, die den Gaumen des Offiziers trocken werden ließ. Er hatte von solchen Erscheinungen gehört. Man nannte sie Harpien, was war nur aus Lady Cassidic geworden. Die Gummistiefel verwerten ihn allerdings. In den Legenden über Harpien blieben Gummistiefel unerwähnt. »Heraus damit, Bursche!«, donnerte Lady Cassidic und zog den Ausschnitt des Nachthemds zusammen. »Steh nicht einfach so herum und gaff mich an. Was willst du?« »Ladies de Bill Cassidic«, fragte der Wächter. Er sprach nicht im höflichen Tonfall eines Mannes, der eine Bestätigung erwartete. Seine Stimme klang vielmehr so, als könnte er sich kaum vorstellen, dass die Antwort »Ja« lautete. »Benutz deine Augen, junger Mann. Für wen hältst du mich?« Der Wächter riss sich zusammen. »Nun, ich habe eine Vorladung für Sibyl Cassidic«, sagte er unsicher. »Was soll das heißen, eine Vorladung?«, erwiderte ihre Ladyschaft eisig. »Nee, du sollst den Palast aufsuchen.« »Was? So früh am Morgen? Es hat sicher Zeit bis später.« Lady Cassidic wollte die Tür schließen, aber es gelang ihr nicht. Einem letzten Augenblick in den Spalt gezwängte Schwert hinderte sie daran. »Wenn du nicht mitkommst«, drohte der Wächter, »bin ich befugt, gewisse Maßnahmen zu ergreifen.« Die Tür schwang wieder auf, und das Gesicht ihrer Ladyschaft kam bis auf wenige Zentimeter an das des Wächters heran. Der Geruch verfaulender Rosenblätter raubte ihm fast das Bewusstsein. »Wenn du mich anrührst«, begann sie. Der Blick des Palastwächters huschte kurz zu den Drachenstellen. Sibyl Cassidic erbleichte. »Das wagst du nicht«, zischte sie. Der Mann schluckte. Die Frau vor ihm, wenn diese Bezeichnung zutraf, jagte ihm zwar einen gehörigen Schreck ein, aber letztendlich war sie nur ein Mensch. Sie konnte einem höchstens den Kopf abreißen. Bildlich gesprochen, es gab viel schlimmere Dinge als Lady Cassidic«, sagte er sich. Obgleich sie derzeit nicht nur drei Zoll von seiner Nase entfernt waren. »Maßnahmen ergreifen«, krächtste er. Lady Cassidic richtete sich zu ihrer vollen Größe auf und musterte die Wächter hinter dem Offizier. »Ich verstehe«, sagte sie kühl. »So ist das also nicht wahr. Sechs Männer, um eine schwache, hilflose Frau zu überwältigen. Nun gut, ihr werdet mir natürlich gestatten, einen Mantel überzuziehen. Es ist recht frisch.« Sie warf die Tür zu. Die Palastwächter stampften mit den Füßen auf, hauchten in die kalten Hände und vermieden es sich anzusehen. »Eigentlich sollte es bei Verhaftungen anders zugehen. Für die betreffenden Personen gehörte es sich einfach nicht, die Wache draußen warten zu lassen. Nein, die Welt funktioniert auf eine ganz andere Art und Weise.« Andererseits, die einzige Alternative bestand darin, ins Haus zu stürmen und ihre Ladyschaft mit Gewalt nach draußen zu zerren. Und diese Vorstellung erfüllte sowohl den Offizier als auch seine Begleiter mit einem tiefen Unbehagen. Außerdem war der Anführer gar nicht so sicher, ob er genug Männer hatte, um Lady Cassidic gegen ihren Willen fortzubringen. Dazu brauchte man sicher einige hundert Soldaten mit Rollklötzen. Ein dumpfes Knarren ertönte, als sich die Tür öffnete und den Blick in einen muffigen Flur freigab. »In Ordnung, Männer«, sagte der Offizier. Lady Cassidic erschien. Er sah sie nur als schemenhafte Gestalt, die mit lautem Geheul heranstürmte. Und vielleicht hätte er mit diesem letzten Eindruck sein Leben ausgehaucht, wenn nicht einer der Wächter so geistesgegenwärtig gewesen wäre, der fuhr ihr ein Bein zu stellen. Ihre Ladyschaft jagte die Stufen hinunter, verlor das Gleichgewicht, fluchte herzhaft, fiel, flügte durch so Gras, schlug mit dem Kopf an die Statue eines antiken Cassidic und blieb liegen. Das lange Breitschwert, mit dem sie einen Angriff geplant hatte, bohrte sich neben ihr in den Boden und zitterte einige Male, bevor es sich ebenfalls nicht mehr rührte. Nach einer Weile trat ein Wächter vorsichtig über den Pfad und betastete die Klinge. »Donnerwetter«, stieß er mit einer Mischung aus Entsetzen und Respekt hervor, »und der Drache will Sie fressen.« »Klare Sache«, sagte der Offizier, »sie ist die höchstgeborene Lady in der Stadt. Was Ihre Jungfräulichkeit betrifft, habe ich keine Ahnung, und im Augenblick möchte ich lieber nicht darüber spekulieren. Hol deinen Karren!« Er betastete sein von der Schwertspitze gestreiftes Ohr. Er war von Natur aus kein unfreundlicher Mann, aber er hoffte, daß sich eine dicke Drachenhaut zwischen ihm und ihrer Ladyschaft befand, wenn sie erwachte. »Sollten wir nicht Ihre kleinen Sumpftrachen töten, Sir?«, fragte ein Wächter, »wenn ich mich recht entsinne, wies Herr Wonte darauf hin, daß keins der kleinen Biester überleben darf.« »Das war nur als Drohung bestimmt, um Lady Cassidic einzuschüchtern«, antwortete der Offizier. Der Wächter runzelte die Stirn. »Bist du sicher? Ich dachte...« Der Offizier hatte die Nase voll. Schreiende Harpien und Breitschwerter, die in unmittelbarer Nähe Geräusche von zerreißender Seite verursachten, zerstörten sein Verständnis für den Standpunkt des anderen Mannes. »Oh, du hast also gedacht, wie...«, knurrte er. »Bist ein regelrechter Denker, wie... Glaubst du vielleicht, du bist für einen anderen Posten geeignet? Wie wär's mit der Stadtwache, hm? Dort wimmelt's von Denkern.« Die übrigen Wächter kicherten leise. »Was hältst du davon, nicht nur zu denken, sondern zur Abwechslung auch einmal nachzudenken?«, fuhr der Offizier sarkastisch fort. »Wenn du nachgedacht hättest, müsstest du eigentlich wissen, dass dem König kaum am Tod anderer Drachen gelegen sein kann. Wahrscheinlich sind es entfernte Verwandte von ihm oder so. Ich meine, er will bestimmt nicht, dass wir seine Artgenossen umbringen, oder?« »Bei Menschen ist das ganz normal,« wandte der Wächter verdrießlich ein. »Ugh!«, entgegnete der Offizier. »So was lässt sich nicht mit Menschen vergleichen.« Er klopfte bedeutungsvoll an die Seite seines Helms. »Wir sind immerhin intelligent.« Mumm landete auf feuchtem Stroh. Völlige Finsternis umgab ihn, doch es dauerte nicht lange, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten und er die Wände des Kerkers sehen konnte. Das Verlies dient nicht dazu, Gefangenen einen bequemen Aufenthalt zu ermöglichen. Im Grunde genommen handelte es sich um einen großen Raum mit den Säulen und Bögen, die den Palast trugen. Durch ein hohes Gitter in der gegenüberliegenden Wand filterte ein vager Hauch aus schmutzigem, abgegriffenen Licht. Ein zweites quadratisches Loch zeigte sich im Boden, und es war ebenfalls vergittert. Die einzelnen Sterbe schienen jedoch halb durchgerostet zu sein. Mumm kam zu dem Schluss, dass er sie mit mehr oder weniger Mühe aus dem Gestein lösen konnte, und anschließend brauchte er nur noch schlank genug zu werden, um durch eine Öffnung von zwanzig Zentimeter Durchmesser zu kriechen. In dem Kerker fehlten Ratten, Skorpione, Kakerlaken und Schlangen. Oh, er hatte einmal Schlangen enthalten, denn Mumms Sandalen knirschten auf dünnen und langen weißen Skeletten, schob sich behutsam an einer feuchten Wand entlang und fragte sich, woher das rhythmische Kratzen stammte. Kurz darauf trat er hinter einem viereckigen Stützpfeiler hervor und fand die Antwort auf seine Frage. Der Patrizier rasierte sich und blickte dabei in einen großen Spiegelsplitter, der so an einer Säule lehnte, dass er das Licht aus dem Wandgitter einfing. Nein, das stimmte nicht ganz, stellte Mumm fest. Er lehnte nicht, sondern wurde gehalten von einer Ratte, von einer ziemlich großen Ratte mit roten Augen. Der Patrizier nickte ihm zu und wirkte keineswegs überrascht. Oh, sagte er, Mumm, nicht wahr? Ich hörte davon, dass du auf dem Weg hierher bist. Ausgezeichnet. Du solltest das Küchenpersonal bieten. Bei diesen Worten bemerkte Mumm, dass sich Lord Vetinari an die Ratte wandte, zwei Mahlzeiten vorzubereiten. Möchtest du ein Bier, Mumm? Äh, was? fragte der ehemalige Hauptmann. Du hättest bestimmt nichts dagegen. Ist jedoch reine Glückssache, weißt du. Skirbs Volk ist intelligent genug, aber wenn's ums Lesen von Flaschenetiketten geht, kommt eine Art blinder Fleck ins Spiel. Der Patrizier betupfte sich das Gesicht mit einem Handtuch und ließ es dann fallen. Ein grauer Schatten huschte heran und zog es durchs Bodenloch. In Ordnung, Skripp, sagte Lord Vetinari. Du kannst jetzt gehen. Die Schnurrhaare der großen Ratte zitterten, als sie den Spiegel an die Wand lehnte und davonlief. Du läßt dich von Ratten bedienen, fragte Mumm erstaunt. Nun, sie helfen mir ein wenig. Leider sind sie nicht besonders tüchtig. Es liegt an den Pfoten. Aber, 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 erwiderte Mumm, ich meine, wie ist das möglich? Ich vermute, Skirbs Volker Tunnel, die bis zur Universität reichen, erklärte Lord Vetinari, obwohl ich sicher bin, dass es schon gleich zu Anfang recht intelligent gewesen ist. Zumindest damit konnte Mumm etwas anfangen. Es war allgemein bekannt, dass magische Strahlung, die im Bereich der unsichtbaren Universität lebenden Tiere beeinflusste, sie manchmal in winzige Analoger der menschlichen Zivilisation verwandelte und gelegentlich völlig neue spezialisierte Gattungen hervorbrachte. Zum Beispiel die Wandfische oder den Bücherwurm vom Kaliber .303. Und sie helfen dir, vergewisserte sich Mumm. Nun, das beruht auf Gegenseitigkeit, antwortete der Patrizier. Es ist eine Art Bezahlung für bestimmte Dienstleistungen. Er nahm auf einem Objekt Platz, das Mumm als Samtkissen erkannte. In einem niedrigen Regal, griffbereit in der Nähe, lagen ein Notizblock und mehrere Bücher. »Was kannst du für Ratten tun, Herr?« fragte Mumm skeptisch. »Oh, ich berate sie.« Der Patrizier lehnte sich zurück. »Genau darin liegt das Problem bei Leuten wie Wunse.« »Woher fort? Die eigenen Grenzen sind ihnen unbekannt. Ratten, Schlangen und Skorpione. Hier ging es drunter und drüber, als ich eintraf. Die Ratten waren besonders schlimm dran.« Mumm glaubte allmählich zu verstehen. »Mit anderen Worten, du hast sie ausgebildet.« »Beraten«, sagte Lord Vetinari. »Ich habe sie beraten, eins meiner Talente«, fügte er bescheiden hinzu. Mumm versuchte sich, die entsprechenden Ereignisse vorzustellen. Hatten sich die Ratten mit den Skorpionen gegen die Schlangen verbündet und ihre Stachelfreunde nach dem Sieg zu einem Festschmaus eingeladen? Oder waren einzelne Skorpione bestochen worden? Vielleicht mit irgendwelchen Leckerbissen? In dieser Hinsicht versagte Mumms Fantasie total, um ausgewählte Anführer der Schlangen des Nachts zu stechen. Er hatte einmal von einem Mann gehört, der jahrelang in einer Kerkerzelle saß, kleine Vögel dressierte und sich so ein wenig Freiheit verschuf. Er dachte an alte Seeleute, die sich nach einem langen und gefährlichen Leben auf dem Meer damit begnügten, große Schiffe in kleinen Flaschen zu bauen. Dann dachte Mumm an den Patrizier, der seiner Stadt beraubt im Schneidersitz auf dem grauen Boden eines düsteren Verlieses hockte und, en miniature, das schuf, was ihm fehlte, weil die kleinen Rivalitäten, Machtkämpfe und Fraktionen. Er stellte sich ihnen als ernste, grüblerische Statue inmitten von Pflastersteinen vor, zwischen denen es von kleinen, schattenhaften Geschöpfen und plötzlichem politischen Tod wimmelte. Wahrscheinlich fiel es ihm wesentlich leichter als die Herrschaft über Ankh-Morpork. In der Stadt gab es größeres Ungeziefer, das nicht beide Hände brauchte, um ein Messer zu halten. Am Abflußgitter klärte etwas. Fünf oder sechs Rattenkrocken aus dem Bodenloch und trugen einen Tuchumhüllten Gegenstand. Sie dirigierten ihn durch eine Lücke zwischen den verrosteten Gitterstäben, transportierten ihn schließlich bis zu den Füßen des Patriziers. Lord Vetinari beugte sich vor und löste den Knoten. Nun, allem Anschein nach haben wir hier Käse, Händchenschenkel, recht trockenes Brot und eine Flasche mit, oh, offenbar enthält sie Merkel und Stechmaus hochberühmte braune Soße. Ich habe Bier bestellt, Skirp. Das Rattenoberhaupt trömpfte die Nase. Entschuldige bitte, Mumm, Sie können nicht lesen, weißt du, kommen einfach nicht damit klar, aber Sie verstehen sich wirklich ausgezeichnet aufs Zuhören und bringen mir alle Neuigkeiten. Du scheinst es hier recht bequem zu haben, kommentierte Mumm unsicher. Eins meiner Mottos lautet, bau nie einen Kerker, in dem du nicht selbst übernachten möchtest, erwiderte der Patrizier und breitete die einzelnen Speisen aus. Es ginge weitaus besser in der Welt zu, wenn sich mehr Menschen an dieses Prinzip hielten. Wir dachten immer, du hättest geheime Tunnel und dergleichen anlegen lassen, sagte Mumm. Warum sollte ich, fragte Lord Vetinari, dann müsste man ständig unterwegs sein. Welch eine Verschwendung nützlicher Energie. Eigentlich sitze ich hier im Zentrum des allgemeinen Geschehens. Ich hoffe, das verstehst du, Mumm. Man vertraue niemals einem Herrscher, der sich auf geheime Tunnel, Schlupfwinkel und Fluchtwege verlässt. In einem solchen Fall spricht vieles dafür, daß er seine Regierungspflichten nicht ernst genug nimmt. Er sitzt in einem Kerker seines eigenen Palasts, dachte Mumm. Weiter oben ist ein Irrer am Werk und ein Drache verbrennt die Stadt. Trotzdem glaubt er, alles vollkommen unter Kontrolle zu haben. Es muß an dem Hohen Amt liegen. Die Höhe bringt manche Leute um den Verstand. Du, äh, hast doch nichts dagegen, wenn ich mich hier umsehe, oder? fragte er. Fühl dich wie zu Hause, entgegnete der Patrizia. Mumm durchquerte das Verlies und überprüfte die Tür. Es bestand kein Zweifel daran, daß es sich um einen sehr guten Kerker handelte. Es war ein Kerker, in dem man rückengewissens gefährliche Verbrecher unterbringen konnte. Unter solchen Umständen zog man es natürlich vor, daß keine Falltüren, geheimen Tunnel oder verborgene Fluchtwege existierten. Doch diesmal lag der Fall ein wenig anders. Wirklich erstaunlich, auf welche Weise ein Meter dicke Mauern die Perspektive veränderten. Sehen die Wächter häufig nach dem Rechten, erkundigte sich Mumm. Eigentlich nie, sagte der Patrizia und winkte mit einem Hähnchenschenkel. Bisher haben sie sich nicht die Mühe gemacht, mir etwas zu essen zu bringen. Weißt du, normalerweise soll ein Gefangener hier drin langsam vermodern. Nun, bis vor kurzer Zeit bin ich ab und zu zur Tür gegangen und habe ein wenig gestöhnt, damit die Wächter zufrieden sind. Aber bestimmt kommen sie irgendwann herein, um festzustellen, ob alles in Ordnung ist, oder? fragte Mumm hoffnungsvoll. »Oh, ich glaube, das sollten wir nicht zulassen«, erwiderte Lord Vetinari. »Wie willst du es verhindern?« Der Patrizia bedachte ihn mit einem missbilligenden Blick. »Mein lieber Mumm, ich habe dich für einen aufmerksamen Beobachter gehalten. Hast du die Tür überprüft?« »Natürlich«, bestätigte Mumm und fügte hinzu, »Herr, sie ist verdammt massiv.« »Vielleicht solltest du sie dir noch einmal ansehen, und zwar etwas genauer.« Mumm starrte dem Patrizia groß an, kehrte zur Tür zurück und betrachtete sie. Sie gehörte zu den in letzter Zeit recht beliebten Schreckensportalen, bestand nur aus Riegeln, stählernen Bolzen, eisernen Spitzen und besonders dicken Angeln. Mumm beobachtete sie eine ganze Zeit lang, aber sie wurde nicht weniger massiv. Das Schloss schien aus Zwergenproduktion zu stammen. Man brauchte Jache, um es zu knacken. Anders ausgedrückt, wenn man nach einem Symbol für ein absolut unüberwindliches Hindernis suchte, so fiel die erste Wahl auf diese Tür. Die Lautlosigkeit, mit der Lord Vetinari neben Mumm erschien, forderte einen Herzanfall heraus. »Nun«, begann er, »wenn die Stadt von einem Aufstand der Bürgerheim gesucht wird, so verlangt die Tradition, dass man den gegenwärtigen Herrscher ins Verlies wirft, nicht wahr? Gewisse Leute halten so etwas für weitaus befriedigender als eine schlichte Hinrichtung. »Äh, ja, mag sein, aber...« »Du siehst dir dieses Ding an und erkennst eine außerordentlich stabile Tür, stimmt's?« »Ja, ein Blick auf die Riegel genügt um...« »Weißt du, ich bin sehr zufrieden damit,« sagte Lord Vetinari ruhig. Mumm stachte auf die Tür, bis seine Brauen schmerzten, und dann begriff er plötzlich, was er die ganze Zeit schon gesehen hatte. Es war wie mit zufälligen Wolkenmustern, die sich in Pferdeköpfe oder Segelschiffe verwandelten, ohne dass überhaupt eine Veränderung erfolgte. Erschrockene Bewunderung regte sich in ihm. Er überlegte, wie es hinter der Stirn des Patricias aussehen mochte. »Bestimmt ist dort alles kühl und glänzend,« dachte er. »Ja, Lord Vetinaris Verstand besteht aus blauem Stahl, Eiszapfen und kleinen Zahnrädern, die sich munter drehen wie in einer Uhr.« Es handelte sich um einen Verstand, der die eigene Entmachtung in Erwägung zog und sie in einen Vorteil verwandelte. Die Tür war ganz normal für einen Kerker, aber es kam auf die jeweilige Perspektive an. In diesem Kerker konnte sich der Patrizia vor dem Rest der Welt schützen. Die Außenseite wies nur das Schloss auf. Alle Riegel und Bolzen befanden sich an der Innenseite. Die Angehörigen der Nachtwache kletterten ungelenk und schwerfällig über feuchte Dächer, als die Sonne den Morgendunst fortbrannte. An diesem Tag durfte man nicht mit klarer Luft rechnen. Ölige Rauchschwaden und klebriger Dampf walten über der Stadt und brachten den taurigen Geruch nasser Asche mit sich. »Wo sind wir hier?« fragte Karotte und half seinen beiden Begleitern über einen schmierigen Steg. Feldwebel Kolon sah sich in dem Wald aus Schornsteinen um. »Wir befinden uns jetzt über Jimkin Bertrückers Whiskybrennerei«, antwortete er. »Auf der direkten Linie zwischen dem Palast und dem Platz der gebrochenen Monde. Der Drache wird diesen Ort überfliegen.« Nobby blickte sehnsüchtig nach unten. »Bin einmal hier drin gewesen«, sagte er. »Hab in einer dunklen Nacht die Tür kontrolliert und sie öffnete sich einfach so.« »Sicher hast du ein wenig nachgeholfen«, bemerkte Kolon spitz. »Nun, ich musste schließlich feststellen, ob irgendwelche Bösewichte am Werk waren. In den Zimmern und Kammern sieht's toll aus, überall Röhren und Schläuche und so. Und der Geruch!« »Jede Flasche hat bis zu sieben Minuten lang gelagert«, zitierte Kolon. »Trink einen Tropfen, bevor du gehst.« »Völlig richtig. Ich hab mal einen Tropfen getrunken und bin den ganzen Tag über gegangen.« Er ließ sich auf die Knie sinken und öffnete das seltsame Bündel, das er die ganze Zeit über mit besonderer Vorsicht getragen hatte. Wie sich herausstellt, enthielt es einen uralten Langbogen und einen Köcher mit Fallen. Voller Ehrfurcht griff Kolon nach dem Bogen und betastete ihn mit fleischigen Fingern. »Wisst ihr«, sagte er leise, »als junger Mann konnte ich verdammt gut damit umgehen.« »Der Hauptmann hätte mir neulich einen Versuch gestatten sollen. Darauf hast du uns bereits mehrfach hingewiesen«, erwiderte Nobby ohne Mitgefühl. »Nun, ich habe Preise gewonnen.« Der Feldwebel holte eine neue Sehne hervor, befestigte sie an einem Ende des Bogens, erhob sich, drückte auf das gewölbte Holz, stöhnte ein wenig. »Äh, Karotte?«, fragte er außer Atem. »Ja, Feldwebel.« »Kennst du dich mit dem Bespannen aus?« Karotte nahm den Bogen, krümmte ihn mühelos und schlang die Sehne um das andere Ende. »Das fängt ja gut an, Feldwebel«, sagte der Korporal. »Spar dir deinen Sarkasmus, Nobby. Kraft spielt keine Rolle. Es kommt auf scharfe Augen und eine ruhige Hand an. Gib mir einen Pfeil.« »Nein, nicht den!« Nobbys Finger erstachten an einem Schaft. »Das ist mein Glückspfeil«, platzte es aus Kolonne heraus. »Niemand von euch darf meinen Glückspfeil berühren.« »Seht genauso aus wie die anderen Pfeile«, brummte Nobby. »Ich benutze ihn für den Dingsbums, den Gnadenschuss«, erklärte Kolonne, »mein Glückspfeil hat mich noch nie im Stich gelassen, trifft immer das Ziel. Ich brauche es kaum anzuvisieren. Wenn der Drache irgendwelche Empfindlichkeiten hat, der Pfeil findet sie zweifellos.« Er wählte einen anderen Pfeil, der weniger glücklich zu sein schien, obgleich er sich überhaupt nicht vom ersten unterschied. Langsam setzte er ihn auf die Sehne und ließ einen nachdenklichen Blick über die Dächer schweifen. »Ein bisschen Übung kann sich ja nicht schaden«, murmelte Kolonne, »obwohl, wenn man's einmal gelernt hat, vergisst man's nie. Es ist wie mit, mit, mit etwas, das man eh nie vergisst.« Er zog die Sehne bis zum Ohr und stöhnte erneut. »In Ordnung«, schnaufte er während der rechte Arm, so heftig zitterte wie ein Zweig im Sturm, »seht ihr dort drüben das Dach der Meuchelmörder-Gilde?« Nobby und Karotte starrten durch den schmuddeligen Dunst. »Gut«, keuchte Kolonne, »seht ihr auch die Wetterfahne darauf? Na?« Karotte beobachtete die Pfeilspitze. Sie neigte sich hin und her, beschrieb komplexe Bewegungsmuster und schien sich nicht für ein Ziel entscheiden zu können. »Sie ist ziemlich weit entfernt, Feldwebel«, gab der Korporal zu bedenken. »Kein Problem«, ächzte Kolonne, »behalte die Fahne im Auge.« Karotte und Nobby nickten. Die Wetterfahne sah aus wie ein geduckter Mann, der einen weiten Umhang trug. Das zum Zustoßen erhobene Messer zeigte immer die Windrichtung an. Auf diese Entfernung war die Gestalt kaum mehr als ein Vageschim. »Na schön«, brachte Kolonne mühsam hervor. »Nun, seht ihr auch das Auge des Mannes? Jetzt übertreibst du wirklich«, sagte Nobby. »Halt endlich die Klappe«, stöhnte Kolonne. »Ich habe gefragt, ob ihr das Auge seht. Ich glaube, ich kann's sehen, Feldwebel«, erwiderte Karotte ergeben. »Gut, gut«, murmelte Kolonne. Die Anstrengung war so groß, dass er vor und zurück schwankte. »Gut, guter Junge, wunderbar. Beobachtet das Auge, einverstanden?« Er stöhnte noch ein letztes Mal und ließ den Pfeil davon schnellen. Mehrere Dinge geschahen so schnell hintereinander, dass sie in Zeitlupenprosa geschildert werden müssen. Zuerst einmal. Die Sehne schlug an die weiche Innenseite von Kolonnes Handgelenk, woraufhin der Feldwebel schrie und den Bogen fallen ließ. Das blieb ohne jede Wirkung auf die Flugbahn des Falls, der bereits zu einer steinernen Figur auf dem Dach jenseits der Straße sauste. Er traf sie im Ohr, sprang fort, prallte an einer zwei Meter entfernten Wand ab, kehrte mit noch etwas höherer Geschwindigkeit zu Kolonne zurück und passierte seinen Kopf in einem Abstand von etwa zwei Zentimetern, wobei ein leises Summen erklang. Schließlich verschwand er in Richtung Stadtmauer. Nobby hüstelte nach einer Weile und warf Karotte einen unschuldigen Blick zu. »Wie groß mag die Empfindlichkeit des Drachen sein?« erkundigte er sich. »Oh, vielleicht ist sie nur eine winzige Stelle,« erklärte Karotte hilfsbereit. »Das habe ich befürchtet,« berummte Nobby. Er ging zum Dachrand und deutete nach unten. »Dort gibt es einen Teich,« sagte er. »Kühlwasser für die Brennerei dürfte tief genug sein, und daher schlage ich Folgendes vor.« »Nachdem der Feldwebel auf den Drachen geschossen hat, springen wir hinein. Was hältst du denn davon?« »Oh, aber das ist gar nicht nötig,« entgegnete Karotte. »Der Glücksfeil des Feldwebels trifft bestimmt die Empfindlichkeit und tötet den Drachen. Und dann besteht kein Anlass mehr zur Sorge.« »Da hast du sicher recht,« bestätigte Nobby hastig und sah wie Kolon eine finstere Miene schnitt. »Aber nur für den Fall, weißt du. Ich meine, wenn ein völlig unwahrscheinlicher Zufall eine Chance von eins zu einer Million dazu führt, dass er die empfindliche Stelle nur knapp verfehlt, ich meine, dann müssen wir damit rechnen, dass der Drache ziemlich sauer wird, und unter solchen Umständen sollten wir besser nicht hier sein.« »So etwas ist natürlich nahezu ausgeschlossen, ich weiß. Nennt mich von mir aus ein Schwarzseher. Ich halte es trotzdem für besser, alle Möglichkeiten zu berücksichtigen, auch die unmöglichen.« Feldwebel Kolon rückte sich mit betontem Stolz dem Brustharnisch zurecht. »Wenn man sie wirklich braucht,« verkündete er weise, »erfüllen Chancen von eins zu einer Million immer ihren Zweck. Ist eine allgemein bekannte Tatsache.« »Da hat der Feldwebel recht, Nobby.« Warf Garotte ein, »wenn es nur noch eine einzige Chance gibt, von der man sich Rettung erhofft, so wird man zwangsläufig von ihr gerettet. Andernfalls gäbe es überhaupt keine...« Er senkte die Stimme. »Ich meine, ist doch logisch. Wenn man sich nicht auf letzte verzweifelte Chancen verlassen könnte, gäbe es überhaupt keine...« »Nun, etwas anderes würden die Götter sicher nicht zulassen. Nein, bestimmt nicht.« Wie auf ein geheimes Zeichen hin drehten sich die drei Angehörigen der Nachtwache um und sahen zur viele tausend Meilen entfernten Mitte der Scheibenwelt. Jetzt trieben Rauch und Dunstwolken durch die Luft. Doch an einem klaren Tag konnte man Corrie Celestis sehen, das Heim der Götter, beziehungsweise ihre Residenz. Sie wohnten in Würdentracht, einem mit Stuckarbeiten geschmückten Walhall, und dort begegneten sie der Ewigkeit mit der Einstellung von Leuten, die nicht einmal wissen, was sie in einem regnerischen Nachmittag anfangen sollen. Es hieß, sie spielten mit dem Schicksal der Menschen. Allerdings wusste niemand, mit welchem Spiel sie sich derzeit beschäftigten. Es gab natürlich Regeln. Alle wussten, dass es Regeln gab. Man konnte nur hoffen, dass sich die Götter daran hielten. »Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es klappen wird«, behauptete Kolon. »Immerhin benutze ich meinen Glückspfeil. Du hast recht, Karotte. Letzte verzweifelte Chancen dürfen einen nicht im Stich lassen, sonst ergebe überhaupt nichts mehr einen Sinn. Dann könnte man genauso gut sterben.« Nobby blickte erneut auf den Teich hinab. Kolon zögerte kurz und trat dann an seine Seite. Beide hatten den grüblerischen Gesichtsaustruck von erfahrenen Männern, die wußten, dass man sich letztendlich auf Helden, Könige und sogar die Götter verlassen konnte. Doch jetzt gesellte sich eine weitere Erkenntnis hinzu. Schwerkraft und tiefes Wasser verdienten besonderes Vertrauen. »Es wird nicht nötig sein«, sagte Kolon überzeugt. »Immerhin haben wir deinen Glückspfeil«, erwiderte Nobby. »Genau«, der Feldbibel nickte. »Aber Norrs Interesse, wie hoch sind wir hier?« »Etwa neun Meter. Mehr oder weniger?« »Neun Meter«, Kolon nickte erneut, diesmal etwas langsamer. »Dachte ich mir. Und der Teich ist tief, nicht wahr?« »Sehr tief«, wie ich hörte. »Oh, ich glaube dir aufs Wort. Sieht ziemlich schmutzig aus.« »Ich würde nicht gern hineinspringen.« Karotte klopfte ihm fröhlich auf die Schulter und hätte Kolon dadurch fast über den Dachrand gestoßen. »Was ist los, Feldbibel? Willst du etwa ewig leben?« »Weiß nicht. Frag mich noch einmal in fünfhundert Jahren.« »Wir können wirklich von Glück sagen, dass wir deinen Glückspfeil haben«, sagte Karotte. »Hm«, erwiderte Kolon geistesabwesend. Seine Stimme klang aus einer Welt düsterer Tagträume. »Ich meine, ist doch toll, dass wir uns auf eine letzte verzweifelte Chance von eins zu einer Million verlassen können. Sonst wären wir echt in Schwierigkeiten.« »Oh, ja«, murmelte Nobby kummervoll. »Wir sind wirklich gut dran.« Der Patrizier streckte sich aus, und zwei Ratten zogen ihm rasch ein Kissen unter den Kopf. »Dur draußen scheint's drunter und drüber zu gehen«, sagte er. »Ja«, gestand Mum bitte ein, »in der Tat, aber hier droht dir absolut keine Gefahr.« Er zwängte ein weiteres Messer in einen Spall zwischen den Steinen und belastete es vorsichtig mit seinem Gewicht, während Lord Vetinari interessiert zusah. Inzwischen befand sich Mum fast zwei Meter über dem Boden und auf einer Höhe mit dem kleinen Fenster in der Wand. Entschlossen begann er damit, auf den Mörtel an den Gitterstäben einzuhacken. Der Patrizier beobachtete ihn eine Zeit lang und nahm dann ein Buch aus dem kleinen Regal in der Nähe. Da Ratten nicht lesen konnten, war Lord Vetinaris Sammlung ein wenig seltsam, aber er gehörte zu den Leuten, die neues Wissen nie ablehnten. Er schlug den Band »Spitzenarbeiten« in den verschiedenen Epochen auf und las einige Seiten. Nach einer Weile wischte er einige Mörtelbrocken beiseite und blickte auf. »Kommst du gut voran?«, fragte er höflich. Mum biss die Zähne zusammen und setzte seine Bemühungen fort. Jenseits des kleinen Fensters erstreckte sich ein schmutziger Hof, kaum heller als der Kerker. In einer Ecke lag ein Müllhaufen, und derzeit wirkte er außerordentlich attraktiv, zumindest attraktiver als das Verlies. Ein ordentlicher Müllhaufen war, den gegenwärtigen Ereignissen in Ankh-Morpork vorzuziehen. Vermutlich handelte es sich dabei um etwas Saligorisches oder so. Mum stach immer wieder zu, das Messer kratzte übers Gestein und zitterte in seiner Hand. Der Bibliothekar kratzte sich nachdenklich unter den Achseln und war mit eigenen Problemen beschäftigt. Die Wut auf Bücherdiebe hatte ihn hierher geführt, und jener Zorn kochte noch immer in ihm. Gleichzeitig ging ihm jedoch ein aufwieglerischer Gedanke durch den Kopf. Gegen Bücher gerichtete Verbrechen mußten zweifellos als besonders schlimme und verwerfliche Kriminalität eingestuft werden. Aber vielleicht war es trotzdem besser, mit der Vergeltung noch ein wenig zu warten. Den Bibliothekar kümmerte es zwar nicht sonderlich, was sich Menschen gegenseitig antaten, aber gewissen Aktivitäten mußte vorgebeugt werden, für den Fall, daß es die Übeltäter betrieben und solche Dinge auch mit Büchern anstellten. Er stachte auf seine Dienstmarke und knabberte versuchsweise daran, um festzustellen, ob sie sich inzwischen in etwas Essbares verwandelt hatte. Kein Zweifel, er hatte dem Hauptmann gegenüber eine Pflicht zu erfüllen. Der Hauptmann war immer freundlich zu ihm gewesen, und er besaß ebenfalls eine Dienstmarke. Ja, manchmal mußte ein Affe in die Rolle eines verantwortungsbewussten Menschen schlüpfen. Der Orang-Utan salutierte umständlich und schwang sich in die Dunkelheit. Die Sonne stieg höher, kroch wie ein verehrter Ballon durch Rauch und Nebel. Die Wächter hockten im Schatten eines Schornsteins, warteten und vertrieben sich auf individuelle Art und Weise die Zeit. Noppy untersuchte nachdenklich den Inhalt eines Nasenlochs, Karotte schrieb einen Brief an seine Eltern, und Feldwebel Kolon machte sich Sorgen. Irgendwann rutschte er voller Unbehagen zur Seite. »Ich glaube, es gibt da ein Problem«, sagte er. »Wie meinst du das, Feldwebel?«, fragte Karotte. Kolon verzog betrübt das Gesicht. »Nun, was ist, wenn es sich nicht um eine Chance von eins zu einer Million handelt?« Noppy starrte ihn groß an. »Was soll das heißen?«, fragte er. »Nun, in Ordnung, letzte verzweifelte Chancen von eins zu einer Million funktionieren immer, völlig klar, aber mir scheint, dies ist ein Dingsbums, ein ganz besonderer Fall. Das stimmt doch, oder?« »Keine Ahnung«, antwortete Noppy. »Stellt euch nur mal vor, es ist eine Chance von eins zu tausend«, brachte Kolon gequält hervor. »Was?« »Habt ihr jemals gehört, dass man sich auf Chancen von eins zu tausend verlassen kann?« Karotte hob den Kopf. »Das ist doch Blödsinn, Feldwebel«, sagte er. »Chancen von eins zu tausend sind völlig unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist mindestens...« Seine Lippen bewegten sich lautlos. »Eins zu Millionen.« »Ja, Millionen«, flüchtete Noppy bei. »Mit anderen Worten, es klappt nur, wenn es eine wahrhaftige Chance von eins zu einer Million ist«, betonte Kolon. »Ich nehme an, das stimmt«, brummte Noppy. »Eins zu neunhundert neunundundundundzigtausend neunhundertdreihundzig zum Beispiel«, begann Kolon. Karotte schüttelte den Kopf. »Das wäre ganz und gar aussichtslos. Schließlich sagt niemand, die Chance beträgt eins zu neunhundert neunundundzigtausend neunhundertdreihundvierzig, aber es könnte klappen.« Sie blickten über die Stadt, während sich hinter ihren Stirnen grümige Mathematik entfaltete. »Daraus könnten sich ernste Schwierigkeiten für uns ergeben«, sagte Kolon. Karotte nahm sein Notizblock zur Hand und kritzelte hingebungsvoll. Als sich seine beiden Kollegen nach dem Grund dafür erkundigten, erläuterte er seine Berechnungen in Bezug auf den Flächeninhalt einer Drachenhaut und wies auf die Wahrscheinlichkeit dafür hin, dass ein Pfeil genau die richtige Stelle traf. »Ich ziele wohlgemerkt«, sagte Kolon. »Ich ziele«, Noppy räusperte sich. »In dem Fall ist die Chance sicher wesentlich kleiner als eins zu einer Million«, kommentierte Karotte. »Vielleicht beträgt sie gar nur eins zu hundert. Wenn der Drache langsam fliegt und eine besonders große Empfindlichkeit hat, könnte es praktisch eine Gewissheit sein.« Kolons Lippen wölbten sich um folgende Worte. »Es ist eine Gewissheit, aber es könnte durchaus klappen.« Er schüttelte den Kopf. »Nee«, murmelte er. »Also, bleibt uns nur eins übrig«, sagte Noppy langsam. »Wir müssen die Wahrscheinlichkeit zu unseren Gunsten verändern.« Eine kleine Mulde zeigte sich im Mörtel des mittleren Gitterstabs. »Nicht viel«, dachte Mumm, »aber wenigstens ein Anfang.« »Möchtest du vielleicht, dass ich dir helfe?« fragte der Patrizia. »Nein.« »Wie du meinst?« Der Mörtel stellte kaum ein Problem dar, er wies sich als weich und spröde, aber die Gitterstäbe waren tief im Gestein verankert, und unter den Rostschichten verbarg sich immer noch viel hartes Metall. Es dauerte sicher noch ziemlich lange, bis sich der erste Stab lösen ließ, aber die entsprechenden Bemühungen boten eine Ablenkung und erforderten herrlich wenig Gedankenarbeit. Mumm klammerte sich entschlossen an dieser Aufgabe fest, sah darin eine klar überschaubare Herausforderung. Er wußte genau, wenn er sich weiterhin Mühe gab, erzielte er irgendwann den erhofften Erfolg. Zu denken gab ihm nur das »irgendwann«. Irgendwann würde Großatulien das Ende des Universums erreichen, irgendwann erloschen die Sterne, irgendwann beschloss Nobby, vielleicht ein Bad zu nehmen, obgleich diese Möglichkeit nur mit völlig neuen Vorstellungen in Hinsicht auf das Phänomen Zeit in Betracht gezogen werden konnte. Mumm hackte erneut auf den Mörtel ein und hielt jäh inne, als draußen etwas Kleines und Helles am Fenster vorbeisank. »Eine Erdnussschale«, mummelte er. »Das Gesicht des Bibliothekars, umgeben von rotbraunen Haaren, erschien hinter der vergitterten Öffnung. Verkehrt herum gesehen wirkte das breite Grinsen des Affen weniger furchtanflößend. »Hrrk!« Der Orang-Utan sprang zu Boden, griff nach zwei Eisenstäben und zog. Die Muskeln in dem sackförmigen Leib zuckten in einem faszinierenden, komplexen Muster, und in stummer Konzentration klappte ein mit gelben Zähnen gefüllter Mund auf. Es knirschte und kurz darauf ertönte ein doppeltes »Krack«, als sich die Stäbe aus dem Gestein lösten. Der Bibliothekar warf sie beiseite und griff in das Loch. Die längsten Arme des Gesetzes packten einen verblüfften Mumm unter den Schultern und zogen ihn durch die Öffnung. Die Wächter prüften ihr Werk. »Gut«, sagte Nobby, »welche Chancen bestehen dafür, die Empfindlichkeit eines Drachen zu treffen, wenn der Bogenschützer auf einem Bein steht, den Hut schief auf dem Kopf trägt und ein Taschentuch im Mund hat?« »Auf«, antwortete Cologne, »sie sind ziemlich gering«, meinte Karotte. »Das mit dem Taschentuch erscheint mir allerdings ein wenig übertrieben.« Cologne spuckte es aus. »Entscheidet euch«, riechtste er, »mir schläft allmählich das Bein ein.« Mumm rollte überschmierige Kopfsteine, stemmte sich in die Höhe und stachte dem Bibliothekar an. Er hatte gerade etwas erlebt, das viele Menschen, meist unter weitaus unangenehmeren Umständen, als Schock empfanden. Zum Beispiel dann, wenn in der gepflegten Trommel eine Rauferei begann und der Affe in aller Ruhe ein Glas Bier trinken wollte. Es lief auf Folgendes hinaus. Der Bibliothekar wirkte zwar wie ein ausgestopfter Gummisack, aber das Füllmaterial bestand aus Muskeln. »Das war wirklich erstaunlich«, brachte Mumm hervor. Er sah auf das verbogene Metall hinab und gerechter Zorn quoll in ihm auf, als er nach einem Gitterstab griff. »Du weißt nicht zufällig, wo Wonse steckt, oder?« »Ik«, der Bibliothekar hielt ihm ein zerknittertes Stück Pergament unter die Nase. »Ik«, mummlas die Worte. »Der gepriesene Drache, König der Könige, genau um zwölf Uhr, eine Jungfrau, rein und doch hoch geboren, um zu schließen den Pakt zwischen Herrscher und Untertanen. »In meiner Stadt«, knurrte er, »in meiner verdammten Stadt.« Er grub die Hände ins Brust, tat es Affen und zog ihn bis auf Augenhöhe hoch. »Wie spät ist es«, rief er. »Uck«, ein langer, rotbrauner Arm deutete nach oben, und Mumms Blick folgte dem ausgestreckten Zeigefinger. Die Sonne sah ganz wie ein glühender Himmelskörper aus, der fast den höchsten Punkt seiner Bahn erreicht hatte und sich darauf freute, langsam und gemütlich zum Horizont zu gleiten und dort unter die Betthecke der Abenddämmerung zu kriechen. »Ich werde es nicht zulassen, klar«, donnerte Mumm und schüttelte den Affen. »Uck«, erwiderte der Bibliothekar geduldig. »Was? Oh, entschuldige.« Mumm setzte das haarige Geschöpf wieder auf den Boden ab, und der Bibliothekar verzichtete auf weitere Bemerkungen. Ein Mann, der wütend genug war, einen dreihundert Pfund schweren Orang-Utan hochzuheben, ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte sicher zu viele andere Dinge im Sinn. Mumm sah sich auf dem Hof um. »Können wir diesen Ort irgendwie verlassen?«, fragte er. »Ohne über die Mauern zu klettern, meine ich.« Er wartete keine Antwort ab, eilt an der Wand entlang, bis er eine schmale, schmutzige Tür fand. Er trat sie auf. Die Tür war verriegelt gewesen, aber auch sie gab dem Zorn des Mannes nach. Der Bibliothekar folgte Mumm und bewegte sich dabei wie ein betrunkener Seemann auf dem Deck eines sturmgepeitschten Schiffes. Die Küche auf der anderen Seite des Zugangs war fast leer. Das Personal hatte schließlich die Nerven verloren und entschieden, daß vorsichtige Köche nicht dort am Herd standen, wo es einen Magen gab, der für sie alle mehr als genug Platz bot. Zwei Palastwächter saßen am Tisch und aßen belegte Brötchen. »Nun«, begann Mumm, als sie aufstanden, »ich möchte nicht gezwungen sein, euch.« Die beiden Männer überhörten ihn einfach. Einer von ihnen holte eine Armbrust hervor. »Ach, zur Hölle damit!« Mumm griff nach einem Schlachtermesser. Und warf es. Das Messerwerfen erforderte nicht unerhebliches Geschick, und außerdem brauchte man dazu das richtige Messer. Andernfalls verhält sich die scharfe Klinge wie in diesem Fall. Sie verfehlt das Ziel. Der Wächter mit der Armbrust duckte sich zur Seite, hob den Kopf wieder und stellte fest, daß ein purpurner Fingernagel den Auslösemechanismus blockierte. Er sah sich um. Der Bibliothekar versetzte ihm einen Schlag auf den Helm. Der andere Wächter wich zurück und roderte mit den Armen. »Nein, nein, nein!« sagte er. »Es ist ein Missverständnis. Wozu möchtest du nicht gezwungen sein? Nettes Tier!« »Lieber Himmel!« Und fuhr es Mumm. »Genau das falsche Wort!« Er überhörte die entsetzten Schreie und suchte im Durcheinander der Küche, bis er einen Hackbeil fand. Mit Schwertern hatte er sich nie richtig anfreunden können, doch bei Hackbeilen lag der Fall ganz anders. Hackbeile waren schwer und dienten einem ganz bestimmten Zweck. Ein Schwert mochte würdevoll wirken, abgesehen von dem Exemplar, das Nobby gehörte und nur noch von Ross zusammengehalten wurde, aber Hackbeile zeichneten sich durch die enorm beeindruckende Fähigkeit aus. Dinge in Stücke zu schlagen. Mumm verließ den Biologieunterricht. Die derzeitige Lektion bewies, dass Affen durchaus in der Lage waren, einen Menschen an den Waden zu packen, ihn umzudrehen und den Kopf mehrmals auf den Boden prallen zu lassen, entdeckte eine vielversprechende Tür und eilte über die Schwelle. Erneut fand er sich auf einem Kopfsteinpflaster wieder. Doch diesmal erstreckte er sich außerhalb des Palastes. Jetzt konnte er sich orientieren und... Irgendetwas rauschte über ihm, und ein Windstoß blies nach unten, warf ihn von den Beinen. Der König von Ankh-Morpork glitt mit ausgebreiteten Schwingen am Himmel entlang und hockte sich kurz aufs Palasttor. Die Klauen kratzten tiefe Furchen ins Gestein, als sich der Schuppenriese hin und her neigte, um das Gleichgewicht zu wahren. Das Sonnenlicht glitzerte auf dem gewölbten Rücken, als der Drache den langen Hals reckte, träges Feuer spuckte und dann wieder in die Luft sprang. Ein animalisches Geräusch, es konnte nur von einem Säugetier stammen, entrang sich Mumskehle, als er durch leere Straßen lief. Stille herrschte im Käse-Dick-Stammsitz. Die vordere Tür schwang langsam hin und her, ließ eine gewöhnliche, plebäische Präse ins Haus. Der Wind wanderte durch leere Zimmer, blickte sich neugierig um und hielt ganz oben auf den Möbeln nach Staubausschau. Er lief die Treppe hoch, öffnete die Tür von Sibbel-Käse-Dicks Schlafzimmer, ließ die Flaschen auf der Frisierkommode klirren und blätterte im Buch Drachenkrankheiten. Ein sehr schneller Leser hätte sich über die Symptome von gesenkten Fersen und der Zickzackkehle informieren können. Abseits des Hauptgebäudes, im warmen, stinkenden Schuppen der Sumpftrachen, wimmerte ein Errol, der an allen möglichen Krankheiten gleichzeitig zu leiden schien. Er saß nun in der Mitte seines Pferchs, zitterte immer wieder und stöhnte leise. Weißer Rauch kräuselte ihm aus den Ohren und sank zu Boden. Irgendwo in dem angeschwollenen Bauch brodelte, gurgelte und blubberte es laut. Es klang so, als sei ein Bautrupp aus Gnomen, während eines Gewitters damit beschäftigt, Abwasserkanäle in prorösem Kalkstein anzulegen. Die Nüstern entwickelten ein seltsames Eigenleben und dehnten sich immer wieder. Die anderen kleinen Drachen spähten über die Stalltüren und beobachteten Errol mit wachsender Besorgnis. Ein gastrisches Donnernerklang. Errol wand sich schmerzerfüllt. Die Sumpftrachen wechselten bedeutungsvolle Blicke, bevor sie sich nacheinander auf dem Boden ausstreckten und die kleinen Tatzen über den Kopf hoben. Nobby schürzte die Lippen. Ja, nicht übel, sagte er. Jetzt scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Welche Chancen bestehen dafür, die Empfindlichkeit eines Drachen zu treffen, wenn der Bogenschütze Ruß im Gesicht hat, die Zunge ausstreckt, auf einem Bein steht und das Igellied singt? Nun, was meinst du, Karotte? Eins zu einer Million, schätze ich, erwiderte Karotte sofort. Colonne stachte seine beiden Kollegen an. Hört mal zu, Jungs, brummte er. Ihr macht mir doch nichts vor, oder? Karotte sah auf den Platz hinab. Ach du meine Güte, fuhr es ihm. Was ist? Colonne drehte sich erschrocken um. Die Leute ketten eine Frau an den Felsen. Die Wächter blickten über den Dachrand. Auf dem Platz hatte sich eine große Menge eingefunden und beobachtete still die bleiche Gestalt, die zwischen fünf oder sechs Palastwächtern zappelte. Ich frage mich, wo sie Felsen aufgetrieben haben, murmelte Colonne. Hier besteht der Boden nur aus Lehm. Tolles Frauenzimmer, wer auch immer sie sein mag, sagte Nobby anerkennt, als sich einer der Wächter zusammenkrümmte und zu Boden sank. Der Bursche weiß ein paar Wochen lang nicht mehr, wie er den Abend verbringen soll. Er hat ein treffsicheres Knie, die Frau. Kennen wir sie? fragte Colonne. Karotte kniff die Augen zusammen und sah genauer hin. Lady Cassidick, entfuhr es ihm verblüfft und entsetzt. »Unmöglich!« »Doch, er hat recht!« Nobby nickte. »Und sie trägt ein Nachthemd!« »Soweit ist es gekommen,« zischte Colonne. »Eine anständige Frau kann nicht mehr durch die Stadt gehen, ohne gefressen zu werden.« »Na schön, ihr Mistkerle!« »Ihr... ihr seid... erwischt!« »Feldwebel«, sagte Karotte bedehnt. »Es heißt erledigt,« warf Nobby ein. »Das wolltest du sagen, erledigt. Es heißt, ihr seid erledigt.« »Meinetwegen,« schnappte Colonne. »Ich zeig's denen, Herr Lunken.« »Feldwebel?« Nobby drehte sich ebenfalls um. »Oh, Mist!« krächzte er. »Ich treffe bestimmt,« versprach Colonne und zielte. »Feldwebel, sei endlich still! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ihr dauernd...« »Der Drache kommt, Feldwebel!« Der Drache flog schneller. Die Umrisse der Dächer von Ankh-Morpork verschwammen, als er über sie hinwegraste. Trübe Luft strich mit einem dumpfen Fauchen an den Schwingen entlang, der Hals war weit nach vorn gestreckt, und die Zündflammen in den großen Nüstern glühten wie Nachbrenner. Ein lautes Rauschen begleitete den Flug des Ungetüms, und es klang nach einem beginnenden Sturm. Colons Hände zitterten. Der Drache schien direkt auf ihn zuzuhalten, und er kam so unglaublich schnell näher. »Jetzt ist es soweit!« rief Karott und blickte mitwärts für den Fall, dass die Götter ihre Pflicht vergessen hatten. Er sprach langsam und betonte jede einzelne Silber, als er hinzufügte. »Die Chance ist eins zu einer Million, aber es könnte klappen.« »Schieß endlich!« drängte Nobby. »Immer mit der Ruhe. Nicht ziele auf die empfindliche Stelle.« erwiderte Colons mit vibrierender Stimme. »Seid unbesorgt, Jungs, ich hab's euch doch gesagt. Dies ist mein Glückspfeil. Ein guter Pfeil, dieser Pfeil. Hatte ihn schon als junger Bursche. Es würde euch sicher erstaunen, zu erfahren, was ich damit getroffen habe. »Nein, macht euch keine Sorgen!« Er zögerte, während der geflügelte Schrecken herankam. »Äh, Karotte?« fragte Colon nervös. »Ja, Feldwebel?« »Hat dir dein Großvater erzählt, wie die empfindlichen Stellen aussehen?« Und dann näherte sich der Drache nicht mehr. Er war da, sauste dicht über die Wächter hinweg, ein düsteres Mosaik aus glänzenden Schuppen und dem Zischen verdrängter Luft, das Ungeheuer schien den ganzen Himmel auszufüllen. Colon ließ die Bogenszene los. Der Pfeil zuckte nach oben, dem Ziel entgegen. Mumm lief nicht mehr übers feuchte Pflaster, sondern taumelte nur noch. Er war außer Atem und kam zu spät. »Es muss ein Albtraum sein«, dachte er. »Der Held wird immer von irgendetwas aufgehalten, aber trotzdem ist er im letzten Augenblick zur Stelle. Doch diesmal liegt der letzte Augenblick schon fünf Minuten zurück. Aber ich behaupte auch gar nicht, ein Held zu sein. Ich bin nicht mehr in Form, brauche etwas zu trinken, bekomme nur eine Handvoll Dollar im Monat und verzichte auf den Zuschlag für Federn. Ist das vielleicht die Bezahlung eines Helden? Nein, der Lohn von Helden besteht in Königreichen und Prinzessinnen, und außerdem treiben sie regelmäßig Sport. Und wenn sie lächeln, glitzern ihre Zähne, und meistens erklingt dabei ein kristallnes Ping. Zur Hölle mit ihnen!« Schweiß brannte ihm in den Augen. Der Adrenalinschub, der ihn aus dem Palast gebracht hatte, ging zur Neige und wich bleierne Erschöpfung. Mumm blieb stehen, stützte sich an eine Mauer, neigte den Kopf zurück, schnappte nach Luft, und sah die Gestalten auf dem Dach. »Oh, nein!«, fuhr es ihm durch den Sinn. »Sie sind ebenso wenig Helden wie ich. Was ist bloß in Sie gefahren?« Es war eine Chance von eins zu einer Million. Und vielleicht klappte es wirklich in einem der vielen Millionen möglichen Universen. Götter mögen so etwas sehr. Doch manchmal kann sich der Zufall selbst gegen die Götter durchsetzen. Immerhin hat er 999.999 ausschlaggebende Stimmen. In diesem Universum prallte der Pfeil von einer Schuppe ab und verschwand irgendwo. Kolon riss die Augen auf, als der Drachenschwanz über ihnen wegzuckte. »Ich habe nicht getroffen,« hauchte er. »Aber das ist völlig unmöglich.« Er richtete einen verdutzten, ungläubigen Blick auf seine beiden Kameraden. »Verdammt, es war doch eine letzte verzweifelte Chance von eins zu einer Million!« Der Drache kippte die Schwingen, flog eine enge Kurve und kehrte zum Dach zurück. Karotte packte Nobby an der Taille und griff nach Kolon Schulter. Tränen der Wut und Enttäuschung rollten über die Wangen des Feldwebels. »Eine verdammt letzte verzweifelte Chance von eins zu einer verdammten Million!« »Feldwebel!« Der Drache spiefe Feuer. Es war ein außerordentlich gut gezielter Flammenstrahl, der das Dach wie Butter durchdrang. Er verbrannte das Treppenhaus. Er knisterte über dicke, trockene Balken, die wie sprödes Sperrholz knickten. Er schnitt durch Rohrleitungen. Wie die Faust eines zornigen Gottes zerschmetterte er die einzelnen Stockwerke. Und er reichte schließlich einen großen Kupferbuttich mit tausend Kalonen frisch gebranntem Whisky. Das Feuer entschloss sich zu einem Bad, sprang hinein und tauchte in hochprozentigen Alkohol. Glücklicherweise betrug die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand die nachfolgende Explosion überlebte. Genau eins zu einer Million. Ein gewaltiger Feuerball loderte gen Himmel, blühte wie eine Blume, wie eine riesige orangefarbene und gelbgestreifte Blume. Sie riß das Dach fort, wickelte es um den überraschten Drachen, trug ihn in einer wabernden Wolke aus glühenden Holzsplittern und halbgeschmolzenen Rohrteilen gen Himmel. Das Publikum beobachtete verwirrt, wie das Feuer nach den Wolken über der Stadt tastete. Es achtete nicht auf Mumm, der sich schnaufend und keuchend einen Weg durch die Menge bahnte. Er schob sich an einigen Palastwächtern vorbei und schlurfte so schnell wie möglich übers Pflaster. Niemand schenkte ihm Beachtung. Nach einigen Metern blieb er stehen. Es war kein Felsen, denn Ankh-Morpork stand auf Lehm. Es handelte sich vielmehr um einen, wahrscheinlich viele tausend Jahre alten und von Mörtel zusammengehaltenen Mauerblock, der aus dem Fundament der Stadt stammen mochte. Ankh-Morpork hatte inzwischen ein solches Alter erreicht, dass die meisten Gebäude auf Ankh-Morpork gebaut worden waren. Der Mauerblock rote in der Mitte des Platzes, und die darin eingelassenen Ketten fesselten Lady Sibyl käsedig. Sie schien ein Nachthemd und große Gummistiefel zu tragen. Gewisse Anzeichen deuteten darauf hin, dass sie sich ziemlich energisch zur Wehr gesetzt hatte, und einige Sekunden lang dachte Mumm voller Mitgefühl an die anderen Teilnehmer der Auseinandersetzung. Ihre Ladyschaft durchbohrte ihn mit einem wütenden Blick. »Du?« »Du?« Mumm hob unsicher das Hackbeil. »Aber warum ausgerechnet du?« begann er. »Hauptmann Mumm«, erwiderte Lady Kasedig scharf, »hör sofort auf, mit dem Ding zu winken. Ich erwarte von dir, dass du mich befreist. Und zwar sofort!« Mumm hörte gar nicht zu. »Dreißig Dollar im Monat«, stieß er hervor. »Dafür starben sie. Für dreißig Dollar im Monat.« »Ich habe Nobby Sold gekürzt.« »Es blieb mir gar keine andere Wahl, oder?« »Ich meine, bei dem Kerl verliere selbst eine Melone die Geduld.« »Hauptmann Mumm«!« Er blickte auf das Hackbeil hinab. »Oh«, sagte er. »Ja, natürlich.« Es war ein gutes, scharfes Hackbeil aus Stahl, und die alten Ketten bestanden aus ziemlich rostigem Eisen. Es schlug darauf ein, Funkenstoben von den Steinen. Die Menge beobachtete ihn schweigend und reglos, doch einige Palastwächter eilten herbei. »Zum Teufel auch, was tust du da?«, fragte einer von ihnen. Allem Anschein nach hatte er nicht viel Fantasie. »Zum Teufel auch, was tut ihr da?«, knurrte Mumm und hob den Kopf. Sie starrten ihn groß an. »Wie?« Mumm holte erneut aus und schlug zu. Mehrere Kettenglieder fielen zu Boden. »Schön, du forderst es heraus!«, begann ein Wächter. Mumm rammte ihm den rechten Ellenbogen in die Magengrube, und nur einen Sekundenbruchteil später trat er nach der Kniescheibe des anderen Mannes. Als sich der zweite Wächter zusammenkrömmte, kam der linke Ellenbogen zum Einsatz und traf das Kinn. »Ihr habt es herausgefordert!«, brummte Mumm geistesabwesend und rieb sich den schmerzenden Arm. Er nahm das Hackbeil in die andere Hand, hämmerte erneut auf die Kette und beobachtete aus den Augenwinkeln, »dass sich weitere Gegner näherten.« Aber sie liefen in der für Wächter typischen Weise. Mumm kannte sie gut. So liefen Männer, die dachten, »Wir sind eine große Gruppe. Soll ihn zuerst jemand anders angreifen?« »Und?« »Er scheint bereit zu sein, jemanden zu töten. Niemand bezahlt mich dafür, getötet zu werden. Wenn ich noch etwas langsamer werde, läuft er vielleicht weg.« »Warum einen guten Tag verderben, indem man versucht, jemanden festzunehmen?« Lady Cassadick schüttelte sich frei. Hier und dort wurden jubelnde Stimmen laut, und andere gesellten sich hinzu. Selbst unter den derzeitigen Umständen wußten die Bürger von Ankh-Morpork eine gute Vorstellung zu schätzen. Ihre Ladyschaft hob eine Kette und schlang sie um die dicke Faust. »Einige der Wächter wissen nicht, wie man eine Frau...« Begann sie. »Keine Zeit, keine Zeit«, sagte Mumm und griff nach ihrem Arm. »Ebenso gut hätte er versuchen können, einen Berg mit sich zu zerren.« Der Jubel verstummte plötzlich. Ein anderes Geräusch ertönte hinter Mumm. Es war nicht besonders laut, doch dafür hörte es sich recht grässlich an. Es klang nach vier großen Klauen, die gleichzeitig das Pflaster berührten. Mumm drehte sich langsam um die eigene Achse und sah nach oben. Roos klebte an den Flanken des Drachen. Hier und dort steckte verkohltes Holz zwischen den Schuppen, und an einigen Stellen stieg dünner Rauch auf. Eine schwarze Patina bedeckte die so eindrucksvollen, bronzefarbenen Schuppen. Das Ungetüm senkte den Kopf, bis ihn nur noch einen knappen Meter von Mumm trennte. Dann trachtete es danach, sich auf den Mann zu konzentrieren. »Ein Fluchtversuch hat sicher überhaupt keinen Zweck«, dachte Mumm, »außerdem fehlt mir die Kraft dazu.« Er spürte, wie sich Lady Cassattics Hand um die Seine schloß. »Das hast du wirklich gut gemacht«, lobte sie. »Es hätte fast geklappt.« Glühende Trümmerstücke regneten auf die Reste der Brennerei herab. Der Teich war kaum mehr als ein zerflüssiger Schutthaufen, auf dem sich eine dicke Schicht aus Asche gebildet hatte. Feldwebel Kolonnen kroch aus der klebrigen Masse. Auf allen Vieren tastete er sich zum Ufer, wie eine maritime Lebensform, die entschlossen ist, sich nicht lange mit den Zwischenstadien der Evolution aufzuhalten. Nobby lag wie ein undichter Frosch neben dem Teich. »Bist du das, Nobby?«, fragte Kolonnen besorgt. »Ja, ich bin's, Feldwebel.« »Das freut mich, Nobby.« Kolonnen seufzte erleichtert. »Ich wünschte, ich wär's nicht, Feldwebel.« Kolonnen goss das Wasser aus seinem Helm und runzelte die Stirn. »Was ist mit dem jungen Karotte?«, erkundigte er sich. Nobby stemmte sich benommen auf den Ellbogen hoch. »Keine Ahnung,« sagte er. »Im einen Augenblick standen wir auf dem Dach und im nächsten fielen wir.« Beide Wächter betrachteten den aschfarbenen Teich. »Ich nehme an, er kann schwimmen, oder?«, fragte Kolonnen langsam. »Keine Ahnung,« antwortete Nobby. »Er hat nie darüber gesprochen. Vermutlich hatte er in den Bergen kaum Gelegenheit, irgendwo zu schwimmen. Ich meine, wenn man genauer darüber nachdenkt. »Aber vielleicht gibt es dort tiefe Bergflüsse und Tümpel mit kristallklarem blauem Wasser,« überlegte der Feldwebel hoffnungsvoll, »und eiskaltes Seen in verborgenen Tälern und dergleichen. Ganz zu schweigen von unterirdischen Meeren. Ich bin sicher, dass er die Möglichkeit bekam, schwimmen zu lernen. »Bestimmt hat er den ganzen Tag über im Wasser geplanscht.« Erneut starrten sie auf die schmierige, grau-schwarze Oberfläche. »Vielleicht lag es am Schützer,« sagte Nobby. »Vielleicht hat sich das Ding mit Wasser gefüllt und ihn zum Grund gezogen.« Kolon nickte düster. »Ich halte deinen Helm,« fügte Nobby nach einer Weile hinzu. »Ich bin dein Vorgesetzter.« »Ja,« erwiderte Nobby bedächtig, »aber wenn du dort drin versinkst, möchtest du sicher, dass dein bester Mann am Ufer steht, um dich zu retten, nicht wahr?« »Das klingt vernünftig,« räumte Kolon schließlich ein, »ein guter Hinweis.« »Meine ich auch.« »Die Sache hat nur einen Haken.« »Und der wäre?« »Ich kann nicht schwimmen,« sagte Kolon. »Wie hast du dann das Ufer erreicht?« Kolon zuckte mit den Achseln. »Ich gehe nie unter, so sehr ich mich auch bemühe.« Einmal mehr glitten die Blicke der beiden Wächter zum trüben Teichwasser. Nach einer Weile trete Kolon den Kopf und sah Nobby an. Der Korporal nahm widerstrebend den Helm ab. »Ist da noch jemand drin?« fragte Karotte hinter ihnen. Sie drehten sich um. Karotte rieb sich Schlamm aus einem Ohr. Hinter ihm schwelten die Reste der Brennerei. »Entschuldigt bitte, dass ich nicht auf euch gewartet habe,« sagte er munter. »Ich hielt es für besser, nach dem Rechten zu sehen.« Er deutete auf ein Tor am Rande des Hofes. Es hing schief in den Angeln. »Oh!« erwiderte Nobby leise. »Gut.« »Das Tor führt zu einer Straße,« erklärte Karotte. »Dort lauert doch kein Drache, oder?« fragte Kolon argwöhnisch. »Es sind weder Drachen noch Menschen zugegen,« sagte Karotte ungeduldig. »Es ist überhaupt niemand in der Nähe. Kommt!« »Wohin?« Nobby holte einen feuchten Zigarettenstummel hinter dem Ohr hervor und betrachtete ihn kummervoll. Ganz offensichtlich ließ sich nicht mehr viel damit anfangen. Er versuchte trotzdem, ihn zu entzünden. »Wir wollen gegen den Drachen kämpfen, stimmt's?« meinte Karotte. Kolon verlagerte das Gewicht ungemütlich von einem Bein aufs andere. »Ja. Aber was zählst du davon, wenn wir zuerst nach Hause gehen und uns umziehen?« »Bei der Gelegenheit könnten wir auch was Warmes trinken,« schlug Nobby vor. »Und etwas essen,« fügte Kolon hinzu, »zum Beispiel einen leckeren Teller. Ihr solltet euch schämen,« sagte Karotte, »eine Frau ist in Not, und außerdem gilt es einem Drachen das Handwerk zu legen. Aber ihr denkt nur an euren Bauch?« »Oh, nicht nur daran,« brummte Kolon, »auch an die Haut.« »Vielleicht haben nur wir die Möglichkeit, Ankh-Morpork vor der totalen Zerstörung zu bewahren.« »Ja, aber...« begann Nobby. Karotte zog sein Schwert und hob es über den Kopf. »Hauptmann Mumm wäre sicher sofort in den Kampf gezogen,« sagte er. »Alle für einen!« Er warf den beiden anderen Wächtern einen finsteren Blick zu und stürmte vom Hof. Kolon wandte sich an Nobby und hob die Schultern. »Die jungen Leute von heute!«, kommentierte er. »Alle für einen?«, wiederholte der Korporal. Der Feldwebel seufzte. »Na schön, komm!« »Oh, meinetwegen!« Sie stapften in die Straße. Weit und breit zeigte sich niemand. »Wohin ist er verschwunden?«, fragte Nobby. Karotte trat aus den Schatten und grinste breit. »Ich wusste doch, dass ich mich auf euch verlassen kann. Folgt mir!« »Der Junge ist irgendwie seltsam,« bemerkte Kolon, als sie übers Pflaster hinkten. »Ist dir aufgefallen, dass er uns immer wieder dazu bringt, ihm zu folgen?« »Alle für einen was?«, murmelte Nobby. »Vielleicht liegt's an seiner Stimme.« »Ja, aber alle für einen was?« Der Patrizia seufzte, fügte das Lesezeichen ein und legte das Buch beiseite. Nach den Geräuschen zu urteilen, ging es draußen ziemlich hektisch zu. Das brachte einen Vorteil mit sich. Bestimmt walten derzeit keine Palastwächter in der Nähe. Die Wächter waren außerordentlich gut ausgebildet, und solche Männer wollte Lord Vetinari nicht verschwenden. Er brauchte sie später noch. Er ging zur Wand und drückte an einen kleinen Steinblock, der ebenso aussah wie alle übrigen kleinen Steinblöcke. Doch kein anderer kleiner Steinblock hätte diese Wirkung erzielt. Mit angemessenem Knirschen glitt ein Teil der Mauer beiseite. Die Öffnung enthielt sorgfältig ausgewählte Dinge. Einige eiserne Rationen, Kleidung, mehreren Schachteln mit kostbarem Schmuck, Edelsteinen und diversen Werkzeugen. Hinzu kam ein Schlüssel. Man baue niemals einen Kerker, den man nicht verlassen kann. Der Patrizia nahm den Schlüssel und schlenderte zur Tür. Als sich die stählernen Bärte in gut gehüllten Rillen drehten, fragte sich Lord Vetinari noch einmal, ob es besser gewesen wäre, Mumm auf den Schlüssel hinzuweisen. Nein, der Mann schien ganz versessen darauf gewesen zu sein, ohne solche Hilfsmittel zu entkommen. Wahrscheinlich hätte es ihn sehr enttäuscht, von dem Schlüssel zu erfahren. Möglicherweise wäre dadurch sein Weltbild verändert worden. Der Patrizia brauchte Mumm und sein Weltbild. Lord Vetinari öffnete die Tür und wanderte stumm durch die Ruinen des Palasts. Sie erzitterten, als Ankh-Morpork zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten erbebte. Die Drachenpferche explodierten, alle Fenster splitterten. Die Tür flog aus dem Rahmen, segelte auf einer Wolke aus schwarzem Rauch durch die Luft, neigte sich dem Boden entgegen und stürzte in die Rhododendronbüsche. Etwas sehr Energetisches und Heißes geschah im Stall. Noch mehr Qualm quoll fett und dick und ölig daraus hervor. Eine Wand faltete sich zusammen und eine andere fiel träger auf den Rasen. Sumpftrachen sausten mit der Zielstrebigkeit von Champagnerkorken aus den Trümmern und schlugen wie wild mit den Flügeln. Nach wie vor wogte Rauch. Doch irgendwo darin schimmerte grelles weißes Licht und stieg auf. Es passierte ein zerstörtes Fenster und geriet außer Sicht, doch kurz darauf erschien es wieder. Eine Dachpfanne drehte sich auf Erils Kopf, als er aus dem von ihm selbst verursachten Qualm flog und gen Himmel schwebte. Sonnenschein glitzerte auf seinen silbernen Schuppen, während er in einer Höhe von etwa dreißig Metern schwebte, sich umwandte und auf der eigenen Flamme ritt. Mumm, der auf dem Platz den Tod erwartete, stellte plötzlich fest, dass sein Mund offen stand. Er schloss ihn wieder. Die Stadt schwieg und nur Erils Zischen war zu hören. Sie können Ihr Verdauungssystem verändern, erinnerte sich Mumm verwirrt, um es den jeweiligen Erfordernissen anzupassen. Bei ihm funktioniert es jetzt genau andersherum, aber die Dingsda, seine Gene, sie haben ihn bereits darauf vorbereitet. Kein Wunder, dass der kleine Kerl nur stummelförmige Schwingen hat. Der Körper wußte, dass er gar keine größeren benötigt. Er braucht sie nur zum Steuern. Und dann, heiliger Himmel, ich sehe den ersten Drachen, der sein Feuer nach hinten spuckt. Mumm riskierte einen Blick direkt nach oben. Der große Drache war erstarrt. Seine riesigen, roten Augen konzentrierten sich auf das winzige Geschöpf. Der König von Ankh-Morpork stieß eine herausfordernde Flamme aus, hob die Schwingen und sprang in die Luft. Alle menschlichen und daher eher banalen Angelegenheiten waren vergessen. Mumm drehte sich ruckartig zu Lady Cassidic um. »Wie kämpfen Sie?« fragte er rasch. »Wie kämpfen Drachen?« »Ich?« »Das heißt nun, Sie schlagen sich gegenseitig mit den Flügeln und schleudern Feuer?« antwortete ihre Ladyschaft. »Das gilt jedenfalls für Sumpftrachen. Ich meine, wer hat jemals einen der erhabenen Drachen beim Kampf beobachtet?« Sie klopfte auf ihr Nachthemd. »Ich muss mir Notizen machen. Wo ist nun mein Block?« »Trägst du ihn in einer Tasche deines Nachthemds?« »Erstaunlicherweise kommen einem die besten Ideen, wenn man im Bett liegt. Ich bin immer vorbereitet.« Flammen prasselten dort, wo eben noch Errol gewesen war. Doch er befand sich bereits woanders. Der König versuchte, sich mitten in der Luft um die eigene Achse zu drehen. Der wesentlich kleinere Drache flog im Kreis und ließ dabei mehrere Rauchringe hinter sich zurück, die ein komplexes Gespinst bildeten. In dessen Mitte sich der Herrscher von Ankh-Morpork hilflos hin- und herwandte. Längere und heißere Flammenzungen leckten, aber sie verfehlten Errol. Die Zuschauer beobachteten das Duell mit lautloser Faszination. »Hallo, Hauptmann!« erklang eine schmeichlerische Stimme. Mumm senkte den Kopf. Ein kleiner, stinkender und als Nobby verkleideter Tümpel grünste ihn an. »Ich habe euch für tot gehalten!« platzte es aus Mumm heraus. »Wir sind quicklebendig!«, erwiderte Nobby. »Oh, gut!« Mehr fiel Mumm nicht ein. »Was hältst du von dem Kampf?« Mumm sah wieder nach oben. Über den Dächern der Stadt bildeten sich komplizierte Rauchspiralen. »Ich fürchte, Errol hat keine Chance!«, sagte Lady Cassidic. »Oh, hallo, Nobby!« »Guten Tag, Knefrau!«, grüßte der Korporal höflich und hob dabei die Hand zur vermeintlichen Stirnlocke. »Was soll das heißen? Er hat keine Chance!«, brummte Mumm. »Seht nur, der Große hat ihn kein einziges Mal getroffen!« »Ja, aber Errol zielt immer sehr gut, und trotzdem zeigt sich der Gegner völlig unbeeindruckt. Ich glaube, sein Feuer ist nicht heiß genug. Oh, er weicht immer aus, zugegeben, doch er braucht jedes Mal Glück, während der andere Drachen nur einmal etwas Glück benötigt.« Die Bedeutung dieser Worte senkte sich wie ein schweres Gewicht herab. »Soll das heißen?«, sagte Mumm, »dass Errol nur eine Schau abzieht, dass er den Großen beeindrucken will.« »Ihn trifft keine Schuld«, warf Kolon ein und materialisierte hinter ihn. »Ist wie mit Hunden, nicht wahr? Er begreift überhaupt nicht, mit wem er es zu tun hat. Wahrscheinlich sieht er nur eine harmlose Balkerei darin. Beiden Drachen schienen klar zu werden, dass der Kampf in die allgemein bekannte Sackgasse eines klatschianischen Patts geraten war. Ein weiterer Rauchring entstand, gefolgt von einer weißen Flamme, und dann wichen die beiden Gegner voneinander zurück, bis der Abstand zwischen ihnen einige hundert Meter betrug. Der König schwebte und schlug schneller als sonst mit den Schwingen. Höhe. Darauf kam es an. Wenn Drachen gegeneinander kämpften, bot Höhe einen beträchtlichen Vorteil. Errol tanzte auf seiner Flamme und schien zu überlegen. Dann trat er lässig mit den Hinterbeinen, sah aus, als beherrschten Drachen seit Jahrmillionen des Balancieren auf den eigenen Verdauungsgasen, schlug einen eleganten Purzelbaum und floh. Für einen Sekunden Bruchteil verwandelte er sich in einen silbernen Streifen, und dann war er über die Stadtmauer hinweg und verschwunden. Ein Stöhnen folgte ihm. Er stammte aus zehntausend Kehlen. Mumm warf die Arme hoch. »Mach dir keine Sorgen, Chef«, sagte Nobby rasch. »Bestimmt will er nur, äh, was trinken oder so. Vielleicht ist dies das Ende der ersten Runde. Könnte doch sein, oder?« »Ich meine, er hat unseren Kessel und das andere Zeug verspeist,« fügte Kolon unsicher hinzu. »Er würde sich nicht einfach aus dem Staub machen, nachdem er einen Kessel gefressen hat. Ist doch logisch. Ich meine, wer einen Kessel verdauen kann, braucht sich vor nichts zu fürchten.« »Und mein Poliermittel?«, warf Karotte ein. »Die Dose hat fast einen ganzen Dollar gekostet.« »Na bitte,« brummte Kolon. »Ich sag's ja.« »Jetzt hört mir mal gut zu,« erwiderte Mumm und versuchte mühsam, die Beherrschung nicht zu verlieren. »Arel ist ein niedlicher Sumpftrache, ein netter, kleiner Kerl, den ich ebenso sehr mag wie ihr. Aber bei allen Göttern, er hat gerade eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen. Meine Güte, er will sich nicht verbrennen lassen, nur um uns zu retten. Ihr solltet euch endlich damit abfinden, dass es im Leben anders zugeht.« Der große Drache stolzierte durch die Luft und richtete seinen Flammenstrahl auf einen nahen Turm. Er hatte gewonnen. »So etwas habe ich zum ersten Mal beobachtet,« ließ sich Lady Cassadig vernehmen. »Normalerweise kämpfen Drachen bis zum Tod.« »Dann gibt es wenigstens ein vernünftiges Exemplar,« sagte Mumm verdrießlich. »Sei doch ehrlich, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein so kleines Geschöpf wie Errol den großen Drachen besiegt, ist eins zu einer Million.« Es schloß sich jene Art von Stille an, die man nur dann bekommt, wenn ein hoher, klarer Ton erklingt und die Welt den Atem anhält. Die Wächter wechselten bedeutungsvolle Blicke. »Eins zu einer Million?«, wiederholte Karotte fasziniert. »Nicht mehr und nicht weniger.«, bestätigte Mumm. »Eins zu einer Million.« Kolon, Nobby und Karotte nickten langsam. »Eins zu einer Million,« wiederholte der Feldwebel. »Eins zu einer Million,« pflichtete ihm der Korporal bei. »In der Tat,« sagte der Obergefreite, »eins zu einer Million.« Erneut erfolgte ein hochfrequentes Schweigen. Die Wächter fragten sich, wer es aussprechen würde. Feldwebel Kolon holte tief Luft. »Aber es könnte klappen,« sagte er. »Wovon redest du da?«, hielt die Mumm scharf entgegen. »Es ist doch völlig absurd anzunehmen.« Nobby stieß ihn in die Rippen und deutete über die Ebene. Weit jenseits der Stadtmauern hatte sich eine Säule aus schwarzem Rauch gebildet. Mumm kniff die Augen zusammen. Ein silbernes Geschoss flog vor dem Qualm und jagte über die Kohlfelder. Der große Drache bemerkte es ebenfalls. Er spuckte zorniges Feuer, schlug mit den breiten Schwingen und stieg höher. Jetzt wurde Errols Flamme sichtbar. Sie war so heiß, dass sie fast blau glühte. Mit unglaublicher Geschwindigkeit raste die Landschaft unter ihm hinweg, und er beschleunigte noch immer. Vor ihm hob der König die Klauen. Das riesige Wesen schien zu grinsen. »Arel wird gegen den Großen prallen,« dachte Mumm, »und wenn er dabei explodiert, steht uns bei ihr, Götter.« Draußen auf den Feldern geschalt was Seltsames. Dicht hinter Errol schien sich der Boden von ganz allein zu pflügen und Kohl in die Luft zu schleudern. Eine Hecke platzte auseinander und schien sich in Sägemehl zu verwandeln. Völlig lautlos passierte Errol den Stadtwall. Die schwingen kaum mehr als Andeutung an seinen Flanken, der Kopf nach vorn gestreckt, der Körper keilförmig mit einer Flamme dahinter. Sein Gegner begrüßte ihn mit prasselndem Feuer. Mumm beobachtete, wie der kleine Sumpftrache einen Flügelstummel zur Seite neigte und der Glut mühelos auswich. Und dann war er vorbei, sauste in der gleichen gespenstischen Stille in Richtung Meer. »Er hat das Ziel ver...«, begann Nobby. Die Luft zerriss, von einem Augenblick zum anderen donnerte und krachte es über der Stadt. Die Druckwelle zertrümmerte Dachpfannen und schleuderte Schornsteine beiseite. Irgendetwas packte den König und zerrte ihn in den akustischen Strudel, warf ihn hin und her, hämmerte auf ihn ein. Mumm hielt sich die Ohren zu und sah, wie der große Drache verzweifelt Feuerspieh sich immer wieder um die eigene Achse drehte und zum Zentrum einer Spirale aus lodernden Flammen wurde. Magie knisterte über seinen Schwingen, und er schrie wie ein schmerzerfülltes Nebelhorn. Dann schüttelte er benommen den Kopf und flog einen weiten Bogen. Mumm stöhnte. Der Schuppenriese hatte etwas überlebt, das dicke Mauern zerstörte. Was war nötig, um ein solches Wesen zu besiegen? »Es hat keinen Sinn, dagegen zu kämpfen«, dachte Mumm niedergeschlagen. »Man kann es nicht verbrennen, man kann es nicht zerschmettern. Es ist die personifizierte Kunst des Überlebens.« Der Drache landete. Es war keine vollendete Landung. Eine vollendete Landung hätte sicher nicht mehrere Häuser zerstört. Sie fand ganz langsam statt, schien ziemlich lange zu dauern und schuf eine Schuttschneise in der Stadt. Der Große schlug hilflos mit den Flügeln und reckte mehrmals den Hals. Ab und zu flackerten Flammen, als das gewaltige Wesen durch altes Mauerwerk und herabgestürzte Strohdächer rutschte. Hinter ihm brachen mehrere Feuer aus. Schließlich blieb der Drache am Ende der langen Furche liegen, unter einem großen Haufen aus vormaliger Architektur. Die Stille wurde von jemandem unterbrochen, der eine weitere Löschkette zu organisieren versuchte. Dann gerät das Publikum in Bewegung. Von oben betrachtet sah Ankh-Morpork sicher wie ein in Aufregung geratener Ameisenhaufen aus. Zahllose, winzige Gestalten wogten dem Drachen entgegen. Die meisten von ihnen besaßen Waffen, viele trugen Speere. Manche hielten schwerterbereit. Und sie alle hatten nur eins im Sinn. »Wisst ihr«, fragte Mum, »dies wird der erste demokratisch getötete Drachen. Jeder Bürger darf einmal zustoßen.« »Du musst etwas dagegen unternehmen«, sagte Lady Kasedick fest. »Du darfst nicht zulassen, dass man ihn umbringt.« Mum sah sie groß an und blinzelte verwirrt. »Wie bitte?« »Er ist verwundet.« »Darum ging's doch, nicht Wagner, Frau«, erwiderte Mum. »Ußerdem, er ist nur betäubt.« »Ich meine, du kannst nicht erlauben, dass man ihn auf diese Weise tötet«, beharrte ihre Lady Schaft. »Armes Ding!« »Was erwartest du denn von mir?« schnappte Mum. Sein Geduldsfaden zerfranste immer mehr. »Soll ich ihn mit Teersalbe einreiben, damit er wieder zu Kräften kommt? Wie wär's, wenn wir ihm ein gemütliches Plätzchen vor dem Kamin anbieten, hm?« »Die Leute wollten ihn abschlachten.« »Ich habe nichts dagegen.« »Aber es ist ein Drache, und deshalb verhält er sich wie ein Drache. Er wäre nie hierher gekommen, wenn man ihn in Ruhe gelassen hätte.« »Lieber Himmel«, dachte Mum. »Das Biest wollte sie fressen, aber trotzdem hat sie Mitgefühl.« Er zögerte. »Nun, vielleicht gab ihr diese Einstellung das Recht auf eine eigene Meinung.« Feldwebel Cologne schob sich etwas näher, während sich Mum und Lady Cassidy bleich und zornig anstarrten. Mit wachsender Verzweiflung trat er von einem feuchtquatschenden Fuß auf den anderen. »Du solltest besser mitkommen, Hauptmann«, drängte er. »Dort drüben ist gleich die Hölle los.« Mum winkte ab. »Soweit es mich betrifft«, antwortete er und miet dabei Lady Cassidyks durchdringenden Blick. »Können die Leute ruhig von ihrem Waffengebrauch machen.« »Das meine ich nicht«, sagte Cologne. »Es geht um Karotte. Er will den Drachen verhaften.« Mum blinzelte erneut. »Was meinst du mit »verhaften«?«, fragte er. »Meinst du wirklich das, was ich glaube?« »Könnte durchaus sein, Sir«, entgegnete Cologne unsicher. »Ja, das halte ich nicht für ausgeschlossen.« Karotte war wie der Blitz auf dem Schutthaufen, griff nach einer Schwinge und sagte, »Hab dich, Büschchen.« »Konnte es kaum fassen, Sir.« »Und noch etwas, Sir?« »Ja«, der Feldwebel gestikulierte Waage und suchte nach den richtigen Worten. »Nun, Sir, du hast uns doch darauf hingewiesen, dass Gefangene nicht verletzt werden dürfen.« Ein ziemlich großer und schwerer Dachbalken strich trügerisch langsam durch die Luft. Die unmittelbar in der Nähe stehenden Ankh-Morporkianer verstanden die Botschaft und hielten es für angeraten, einige Meter zurückzuweichen. »Nun«, sagte Karotte, hielt den Balken einer Hand und schob mit der anderen seinen Helm zurück, »ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.« Mum bahnte sich einen Weg durch die dichte Menge und beobachtete die große Gestalt auf dem hohen Haufen, der aus Schutt und Schuppen bestand. Karotte drehte sich langsam um und hob den Balken wie einen Knüppel. Sein Blick ähnelte dem hellen Lichtstrahl eines Leuchtturms. Wo er auf die Bürger fiel, ließen die Leute voller Unbehagen ihre Waffen sinken. »Ich warne euch«, fuhr Karotte fort, »wer einen Wächter bei der Ausübung seiner Pflicht behindert, macht sich eines schweren Vergehens schuldig. Wer als Nächster einen Stein nach mir wirft, wird von mir mit unnachgiebiger Strenge zur Verantwortung gezogen.« Ein Stein prallte an der Seite seines Helms ab. Zornige Stimmen erklang. »Wir wollen den Drachen erledigen. Geh endlich aus dem Weg. Wir lassen uns nicht von Wächtern herumkommandieren.« »Eingebildetum, Kerlum Militarum. Wie? Ja!« Mumm zog den Feldwibbel zu sich heran. »Hol Seile. Möglichst viele Seile. Und sie müssen dick sein. Ich nehme an, wir können die Schwingen fesseln und auch den Rachen zu binden, damit das Biest kein Feuer mehr spucken kann.« Kolon musterte ihn, verdutzt. »Meinst du das im Ernst, Sir? Du willst den Drachen wirklich verhaften? Worauf wartest du noch?« »Er ist bereits verhaftet«, dachte Mumm, als er den Weg fortsetzte. »Ich persönlich hätte es vorgezogen, das Mistvieh mehr zu versenken. Aber jetzt ist es verhaftet. Wir müssen es in Gewahrsam nehmen oder freilassen. Eine andere Alternative gibt es nicht.« Als er die Empfindungen der Menge spürte, verflüchtete sich sein eigener Zorn. »Was sollten Sie mit dem Drachen anstellen?« »Eine Gerichtsverhandlung«, dachte er. »Wir verurteilen ihn, und anschließend findet die Hinrichtung statt. Nein, wir töten ihn nicht einfach. So etwas steht nur irgendwelchen Helden in der Wildnis zu. In Städten kann man nicht auf diese Weise vorgehen.« »Das heißt, man kann es schon, aber wenn man damit beginnt, sollte man gleich alles niederbrennen und noch einmal von vorn anfangen.« »Es kommt darauf an, nach den... äh... Vorschriften zu handeln.« Mumm nickte, zufrieden mit sich selbst. »Ja, genau. Wir haben alles andere versucht, und jetzt probieren wir es zur Abwechslung mit dem Gesetz. Außerdem steht dort oben ein Stadtwächter.« Fügte er in Gedanken hinzu. »Wir müssen zusammenhalten, weil kaum jemand etwas mit uns zu tun haben will.« Ein stämmiger Mann vor ihm holte mit einem halben Ziegelstein aus. »Wenn du das Ding wirfst, bist du eine halbe Sekunde später tot«, sagte Mumm. Unmittelbar darauf zog er den Kopf ein und eilte durchs allgemeine Gedränge, während sich der Mann überrascht umsah. Garotte hielt den Balken zum Zuschlagen bereit, als Mumm den Schutthaufen erkletterte. »Oh, du bist Zaubmann«, sagte er schließlich und ließ den improvisierten Knüppel sinken. »Ich melde hiermit die Verhaftung.« »Ich weiß, ich weiß«, kam ihm Mumm zuvor. »Hast du irgendwelche Vorschläge in Bezug darauf, was wir jetzt unternehmen sollen?« »Oh, ja, Sir«, erwiderte Karotte, »ich muss dem Gefangenen seine Rechte vorlesen.« »Abgesehen davon«, meine ich. »Nein, Sir, eigentlich nicht.« Mumm betrachtete die zwischen den Trümmern sichtbaren Drachenteile. Wie konnte man ein solches Wesen töten? Die Hinrichtung dauerte sicher Stunden und ihr Erfolg blieb fragwürdig. Ein kleiner Stein prallte an seinem Brustharnisch ab. »Wer war das?« Die Stimme hatte die gleiche Wirkung wie eine Peitsche. Stille herrschte. Sibyl Käsedick stapfte mit glühenden Augen heran und ließ einen wütenden Blick über die Menge schweifen. »Ich habe gefragt, wer war das?«, wiederholte sie scharf. »Wenn sich die betreffende Person nicht sofort zu erkennen gibt, werde ich sehr zornig. Ihr solltet euch was schämen.« Ihre Ladyschaft genoß nun die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Wenige Leute, die ebenfalls nach Steinen gegriffen hatten, ließen sie möglichst unauffällig fallen. Lady Käsedicks Nachthemd flatterte im Wind, als sie eine besonders strenge Haltung einnahm. »Hier stehen! Der edle Hauptmann Mumm!« »O Himmel!«, rächzte Mumm und zog sich den Helm über die Augen. »Und seine kühnen Männer, die so mutig waren, heute hierherzukommen, um euch zu retten!« Mumm griff nach Karottes Arm und führte den Obergefreiten zur Seite. »Ist alles in Ordnung mit dir, Hauptmann?«, fragte Karotte. »Du bist ganz rot im Gesicht.« »Fang du nicht auch noch an?«, erwiderte Mumm scharf. »Nobbis und Kolon Spott ist schon schlimm genug.« Zu seinem großen Erstaunen klopfte ihm Karotte kameradschaftlich auf die Schulter. »Ich verstehe dich«, sagte er voller Mitgefühl. »Ich hatte eine Freundin zu Hause. Sie hieß Minty und ihr Vater.« »Zum letzten Mal. Es gibt absolut nichts zwischen mir und«, begann Mumm. Etwas klapperte neben ihm, und eine kleine Lawine aus Mörtel und Stroh rutschte am Hang des Schutthaufens herab. Die Trümmer hoben sich und öffneten ein Auge. Eine große schwarze Pupille, die in blotrotem Glühen schwebte, versuchte den Blick auf Mumm zu richten. »Wir müssen übergeschnappt sein«, stöhnte der Hauptmann. »Oh, nein, Sir«, widersprach Karotte. »Es gibt viele Präzedenzfälle.« Im Jahr 1135 wurde eine Henne verhaftet, weil sie am Seelenkuchen Donnerstag gackerte. Während der Herrschaft des psychoneurotischen Lord Schraubelocker verurteilte man mehrere Fledermäuse zum Tode, weil sie gegen die abendliche Ausgangssperre verstießen. Das geschah 1401. Im August, glaube ich. »Ach, eine glorreiche Zeit für das Gesetz«, kommentierte Karotte verträumt. »Nun, 1321 leitete man ein strafrechtliches Verfahren gegen eine Wolke ein, die sich während der Amtseinführung des nervösen Herzogs Haggard vor die Sonne schob.« »Ich hoffe, Kolon kehrt bald zu«, Mumm unterbrach sich. Er musste Bescheid wissen. »Wie«, fragte er. »Wie bestraft man eine Wolke?« »Der Herzog ließ sie steinigen«, erklärte Karotte. »Dabei kamen 31 Menschen ums Leben.« Er holte sein Notizbuch hervor und stachte auf den Drachen. »Glaubst du, dass er uns hören kann?«, fragte er. »Ich denke schon.« »Nun gut.« Karotte holte tief Luft und wandte sich an das benommene Reptil. »Es ist meine Pflicht, dich darauf hinzuweisen, dass man in folgenden Punkten gegen dich Anklage erheben wird.« 1 in Klammern 1 I. Am oder ungefähr am vergangenen 18. Kroni hast du an einem Ort namens Schätzchengasse in den Schatten unerlaubtes Feuer gespuckt und dich dadurch der schweren Körperverletzung schuldig gemacht, was gegen Klausel 7 des Arbeitsschutzgesetzes von 1508 verstößt. Und 1 in Klammern 2 I. Am oder ungefähr am vergangenen 18. Kroni hast du an einem Ort namens Schätzchengasse in den Schatten den Tod von sechs unbekannten Personen verursacht bzw. fahrlässig herbeigeführt.« Mum fragte sich, wie lange der Drache brauchte, um sich aus dem Schutthaufen zu befreien. Wahrscheinlich nicht lange genug. Der Hauptmann befürchtete, dass Karotte einige Wochen benötigte, um die vollständige Anklageliste zu verlesen. Die Menge schwieg. Selbst Lady Cassidy quirkte verblüfft. »Was ist denn los?«, knurrte Mum und musterte die nach oben blickenden Gesichter. »Habt ihr noch nie gesehen, wie ein Drache verhaftet wird?« 16 in Klammern 3 I. I. Du hast in der Nacht des vergangenen 24. Kroni ein altes Wachhaus. Ankh-Morpork. Wert etwa 200 Dollar. Bekanntes Gebäude verbrannt oder fahrlässig in Flammen aufgehen lassen. Und 16 in Klammern 3 I. 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 Du hast in der Nacht des vergangenen 24. Kroni einen Wächter in der Ausübung seiner Pflicht. »Ich glaube, wir sollten uns etwas beeilen«, flüsterte Mum. »Der Drache wird immer unruhiger. Ist dies alles wirklich nötig?« »Nun, vielleicht lassen sich die verschiedenen Anklagepunkte zusammenfassen«, erwiderte Karotte. »Unter außergewöhnlichen Umständen bieten Brecks Regeln der«, »vielleicht überrascht es dich, zu erfahren, dass wir es derzeit mit sehr außergewöhnlichen Umständen zu tun haben«, sagte Mum. »Sie werden sogar noch viel außergewöhnlicher, wenn Kolon nicht bald Seile bringt.« Erneut kam Bewegung in den Schutthaufen, als sich der Drache aufzurichten versuchte. Ein dicker, langer Balken fiel mit einem dumpfen Pochen zur Seite. Das Publikum wich zurück und einige besonders vorsichtige Bürger beschlossen, dass sie genug gesehen hatten. »Genau in diesem Augenblick kehrte Errol mit einigen kleinen Explosionen über die Dächer zurück und hinterließ mehrere Rauchringe. Er flog tiefer, raste über die Menge hinweg und veranlasste Hunderte von Zuschauern, sich rasch zu ducken. Der Sumpftrache heulte wie ein Nebelhorn.« Mum packte Karotte und zerrte ihn mit sich, als der König energischere Befreiungsversuche unternahm. »Errol ist zurückgekehrt, um den Großen endgültig zu erledigen«, rief der Hauptmann. »Vermutlich kommt er erst jetzt, weil das Bremsmanöver viel Zeit in Anspruch nahm.« Errol schwebte über dem König und heulte schrill genug, um Flaschen und Gläser zerplatzen zu lassen. Der große Drache hob den Kopf und Mörtelstaub rieselte in dichten Schwaden herab. Er öffnete das Maul, aber die erwartete weiße Flamme blieb aus. Stattdessen quiekte er wie ein Kätzchen, besser gesagt, wie ein Kätzchen, das irgendwo in einer tiefen Höhle hockte, dort in eine große Blechbüchse kroch und sich alle Mühe gab, möglichst hohl zu quieken. Geborstene Sparren fielen zur Seite, als sich das riesige Wesen erhob und schwankte. Die großen Schwingen entfalteten sich und ließen Strohfetzen auf die Straße herabregnen. Einige davon strichen über den Helm des Feldwebels Kolon. Er hielt etwas in der Hand, das wie eine kurze Wäscheleine aussah. »Er steht auf!« rief Mum. Er stieß den Feldwebel beiseite und in Sicherheit. »Du darfst ihn nicht aufstehen lassen, Errol. Wenn das Biest aufsteht, erwischt es dich früher oder später.« Lady Cassidy grotzelte die Stirn. »Irgendetwas geht nicht mit rechten Dingen zu«, sagte sie. »Normalerweise kämpfen Drachen nie auf diese Weise. Für gewöhnlich bringt der Sieger den Verlierer um.« »Hast du gehört, Errol?« schrie Mum. »Und dann explodiert er in den meisten Fällen, wegen der Aufregung.« »Erkennst du mich?« rief Mum und winkte, während der kleine Sumpftrache unbekümmert über dem Schutthaufen schwebte. »Ich bin's. Ich habe dir den flauschigen Ball mit der Glocke drin geschenkt. Wie kannst du uns so etwas antun?« »Hey, warte mal«, sagte Lady Cassidy und legte Mum die Hand auf den Arm. »Ich glaube fast, wir sehen die Sache völlig falsch.« Der große Drache sprang in die Luft und schlug so kraftvoll. »Wumm«, mit den Schwingen, daß einige weitere Gebäude einstürzten. Der gewaltige Kopf drehte sich und der Blick rote Augen richtete sich auf Mum. Der König wirkte plötzlich recht nachdenklich. Errol flog heran, schwebte vor dem Hauptmann und stachte den Großen streng und missbilligend an. Eine Zeit lang befürchtete Mum, daß sich der Sumpftrache von einer Sekunde zur anderen in eine kleine Aschewolke verwandelte. Doch dann senkte der König verlegend den Kopf und stieg auf. In einer weiten Spirale glitt er den Himmel und wurde schneller. Errol folgte ihm und umkreiste das wesentlich größere Geschöpf, wie ein Schlepper, der ein Passagierschiff in den Hafen zieht. »Das Ungetüm wirkt geradezu. Eingeschüchtert«, kam es langsam von Mum's Lippen. »Rechne mit dem Mistkerl auf«, rief Nobby begeistert. »Aber Nobby«, berichtigte Cologne, »du wolltest sagen, rechne mit dem Mistkerl ab.« Mum spürte Lady Cassidicks Blick am Nacken. Er wandte sich um und sah ihren Gesichtsausdruck. Eine wichtige Erkenntnis klopfte zögernd an die Tür seines Bewusstseins. »Oh«, murmelte er. Ihre Ladyschaft nickte. »Wirklich?« »Ja«, bestätigte die Züchterin, »ich hätte gleich daran denken sollen. Die heiße Flamme bot einen guten Hinweis. Außerdem ist bei ihm der Territorialinstinkt wesentlich stärker ausgeprägt. »Warum kämpfst du nicht gegen den Mistkerl?«, kreischte Nobby, während sich die beiden Drachen rasch entfernten. »Es sollte Mistkerlin heißen, Nobby«, erwiderte Mum. »Das wäre angemessener.« »Herst du nicht gehört, Arry?« »Wie bitte?« »Der große Drache ist weiblichen Geschlechts«, erklärte Lady Cassidick. »Was?« Mum lächelte schief. »Anders ausgedrückt, Nobby. In diesem Fall bliebe dein Lieblingstritt ohne jede Wirkung.« »Er ist eine Sie«, übersetzte ihre Ladyschaft, »ein Mädchen.« »Aber das Biest ist so verdammt groß«, entgegnete der Korporal ungläubig. Mum hüstelte demonstrativ. Nobby richtete den Blick seiner Knopfaugen auf Sibyl Cassidick, die wie ein Sonnenuntergang errötete. »Ein prächtiger und stattlicher Drache, meine ich«, fügte er hastig hinzu. »Nein, breite, gebärfreu, ich meine, eierbrütende Hüften«, versicherte Feldwibbel Kolonnen. »Statueske«, betonte Nobby. »Seid still«, zischte Mum. Er klopfte Staub von den Resten seiner Uniform, rückte den Brustharnisch zurecht, setzte den Helm auf und gab ihm einen entschlossenen Klaps. »Die Sache ist noch nicht zu Ende«, dachte er. »Nein, noch nicht ganz.« »Kommt mit, Männer«, sagte er fest. »Und beeilt euch, wir müssen die gute Gelegenheit nutzen. Die anderen sehen noch immer den beiden Drachen nach.« »Aber was ist mit dem König?«, fragte Karotte. »Oder mit der Königin. Oder was weiß ich.« Mum starrte in die entsprechende Richtung. »Keine Ahnung«, antwortete er, »ich schätze, es liegt ganz bei Errol. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern.« Kolonnen salutierte und schnaufte noch immer. »Wohin gehen wir, Sir?«, brachte er atemlos hervor. »Zum Palast. Hat jemand von euch ein Schwert dabei?« »Du kannst meins benutzen, Hauptmann.« Karotte reichte ihm eine lange Klinge. »In Ordnung«, sagte Mum leise und schnitt eine krimmige Mine. »Also los!« Die Wächter folgten Mum durch leitgeprüfte Straßen. Er ging schneller. Seine Begleiter versuchten, mit ihm Schritt zu halten. Mum begann mit einem Dauerlauf, um an der Spitze zu bleiben. Die Wächter hinter ihm legten einen Sprint ein. Und dann, wie auf ein geheimes Zeichen hin, rannte die Truppe. Kurz darauf stürmte sie übers Pflaster. Die Leute wichen beiseite, als Mum und seine Männer vorbeigaloppierten. Garottes riesige Sandalen klatschten auf die Kopfsteine. Funken sturben von den Metallbeschlägen unter Nobby Stiefeln. Kolonnen lief auf die für dicke typische Art. Erstaunlich leise und mit verzweifelter Konzentration. Sie donnerten durch die Straße der schlauen Kunsthandwerker, bogen in die Schweinebuckelgasse, reichten kurz darauf die Straße der geringen Götter und setzten den Weg zum Palast fort. Es gelang Mum nur mit Mühe, vorn zu bleiben, und ein einziger Gedanke beherrschte sein Bewusstsein. Er lautete, »Lauf!« Nun, das stimmte nicht ganz. Hinter Mummstirn war auch noch für andere Dinge Platz, zum Beispiel für gerechten Zorn. Es handelte sich um jenen Zorn, der in allen schlecht bezahlten, verspotteten und verachteten Stadtwächtern des Multiversums brodelte, die wenigstens einmal das Recht durchsetzen wollten. Weit vor der Truppe des Hauptmanns zogen einige Palastwächter ihre Schwerter, sahen genauer hin, sprangen hinter die Mauer zurück und begannen damit, das Tor zu schließen. Die beiden Flügel stießen aneinander, als Mumm eintraf. Er zögerte, schnappte nach Luft und betrachtete die Barriere. Das vom Drachen verbrannte Tor hatte noch massiveren Ersatz gefunden. Ein dumpfes Kratzen wies darauf hin, dass die Männer dahinter Riegel vorschoben. Diese Situation verlangte energische Maßnahmen. »Ich bin Hauptmann, verdammt!«, dachte Mumm. »Ein Offizier. Für Offiziere stellen solche Dinge überhaupt kein Problem dar.« Offiziere kannten Lösungen für derartige Probleme. Sie hießen Feldwebel. »Feldwebel Kolon«, sagte er scharf, während er noch immer in mentaler Verbindung mit allen Polizisten des Multiversums stand. »Schieß das Schloss auf!« Kolon zögerte. »Womit, Sir? Mit Pfeil und Bogen, Sir?« »Ich meine...«, Mumm überlegte. »Ich meine...«, öffne das Tor. »Sir?« Kolon salutierte und beobachtete das Hindernis. »Dann...« In Ordnung. »Obergefreiter Karotte, vorwärts, Marsch! Obergefreiter Karotte, du hast den Hauptmann gehört!« Obergefreiter Karotte, öffne das Tor! »Ja, Sir!« Karotte trat vor, salutierte, ballte eine große Hand zur Faust und klopfte sanft ans Holz. »Macht auf!«, sagte er. »Im Namen des Gesetzes.« Flüsternde Stimmen erklangen auf der anderen Seite. Und schließlich klappte eine kleine Luke zwei oder drei Zentimeter weit auf. »Werum?«, fragte jemand. »Wenn ihr nicht öffnet, behindert ihr einen Offizier der Wachern der Ausübung seiner Pflicht, was mit einer Geldbuße von mindestens 30 Dollar oder einem Monat Gefängnis bestraft wird. In besonders schweren Fällen ist eine längere Untersuchungshaft vorgesehen, während der gründliche Ermittlungen in Hinsicht auf das allgemeine soziale Verhaltensmuster des Häftlings stattfinden. Bei eventuell notwendig werdenden Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft dürfen rotglühende Schürhaken maximal eine halbe Stunde lang verwendet werden.« Wieder folgte wortloses Flüstern, gefolgt von neuerlichem Kratzen, als die Riegel der Tür zurückgeschoben wurden. Die beiden Torflügel schwangen zur Hälfte auf. Niemand zeigte sich auf der anderen Seite. Mumm hob den Zeigefinger an die Lippen, er winkte Karotte zur linken Seite, zog Knobbi und Kolon zur rechten. »Drückt ordentlich zu!«, hauchte er. Sie drückten zu. Und zwar mehr als nur ordentlich. Schmerzerfülltes Fluchen erklang hinter dem Holz. »Lauft!«, rief Kolon. »Nein!«, rief Mumm und schlenderte durch den Zugang. Vier halb zermalmte Palastwächter stachten ihn finster an. »Nein!«, wiederholte Mumm. »Das Laufen hat jetzt ein Ende. Ich möchte, dass diese Männer verhaftet werden.« »Das weigst du nicht!«, erwiderte einer der Palastwächter. Mumm musterte ihn neugierig. »Klärens, nicht wahr?«, fragte er. »Mit einem Zeh. Beobachte meine Lippen, Klärens, mit einem Zeh. Du kannst frei wählen.« Er beugte sich etwas tiefer und nickte in Richtung Karotte. »Entweder erhebt man Anklage wegen Beihilfe und Anstiftung, oder ihr bekommt die Axt zu spüren.« »Nä, wie gefällt euch das, ihr Dreckskerle!«, fügte Nobby hinzu und hüpfte in schadenfroher Aufregung von einem Bein aufs andere. Klärens' kleine Schweinsaugen beobachteten die aufragende Muskelmasse namens Karotte. Er richteten ihren Blick dann auf Mumms Gesicht. Es zeigte keine Barm. Innerhalb weniger Sekunden traf er eine stumme Entscheidung. »Gut«, brummte Mumm. »Sperr sie ihm wach aus allen Feldwebel.« Colonne hob den Bogen und straffte die Schultern. »Ihr habt es gehört«, knurrte er. »Neine falsche Bewegung und ihr, ihr seid«, er suchte nach einem passenden Wort. »Und ihr seid erwischledigt?« »Ja, ich möchte ins Loch«, jubelte Nobby. Es sah aus wie ein Wurm, der Pirouetten drehte. »Sollen Sie langsam verfaulen und vermorden«, rief er den Palastwächtern gehässig nach. »Beihilfe und Anstiftung wozu, Hauptmann?«, fragte Karotte, als Colonne die entwaffneten Männer fortführte. »Ich meine, die Anstiftung muss sich doch auf etwas beziehen.« »Ich glaube, in diesem Fall handelt es sich um allgemeine Anstiftung«, erwiderte Mumm, »gewohnheitsmäßige und vorsätzliche Anstiftung.« »Ja«, pflichtete ihm Nobby bei. »Ich kann Anstifter nicht ausstehen. Ungeziefer, dass man einfach zertreten sollte.« Colonne kehrte zurück und gab Mumm den Wachhausschlüssel. »Das Zimmer ist nicht gerade besonders sicher«, sagte er, »früher oder später gelingt Ihnen bestimmt die Flucht.« »Das hoffe ich für Sie«, brummte der Hauptmann, »weil du den Schlüssel in den ersten Abfluß werfen wirst, den wir unterwegs finden. Es sind alle da.« »Gut. Folg mir.« Lupin Wonse eilte durch die verhärten Flore des Palastes, in der einen Hand das Buch über die Beschwörung von Drachen, in der anderen das glitzernde, königliche Schwert. In einer Tür blieb er keuchen stehen. Der größte Teil seines Bewusstseins war derzeit nicht in der Lage, vernünftige Gedanken zu denken, aber ein kleiner Teil hatte sich genug Rationalität bewahrt, um immer wieder folgende Botschaft zu übermitteln. »Du kannst unmöglich gesehen und gehört haben, was du gesehen und gehört hast.« Jemand folgte ihm. Er hatte gesehen, daß Lord Vetinari durch den Palast wanderte, obgleich er wußte, daß der Patrizier langsam in einem völlig ausbruchsicheren Kerker verschmachtete. In dieser Hinsicht gab es überhaupt keine begründbaren Zweifel. Vetinari hatte selbst darauf bestanden, die Tür mit einem Schloss auszustatten, das sich unmöglich knacken ließ. Mit was bewegte es sich in den Schatten am Ende des Korridors? Wonse brabbelte leise, drehte den nahen Knauf, huschte über die Schwelle, schloß die Tür wieder, lehnte sich dagegen und versuchte, Atem zu schöpfen. Nach einigen Sekunden öffnete er die Augen. Er befand sich jetzt im früheren Audienzzimmer. Der Patrizier saß mit übergeschlagenen Beinen in seinem alten Sessel und musterte den Sekretär mit gelündem Interesse. »Ah, Wonse«, sagte er. Wonse wirbelte herum, riss die Tür auf, stürmte in den Gang und lief, bis er die Treppe erreichte. Wie ein einsamer Korkenzieher ragte sie aus den Trümmern im zentralen Bereich des Palastes. Höhe, die einen strategischen Vorteil bot. Verteidigung. Wonse hastete die Treppen hinauf und nahm dabei jeweils drei Stufen auf einmal. Er brauchte nur einige Minuten, um sich zu beruhigen, um sich vorzubereiten. Und dann würde er es ihnen zeigen. In den oberen Stockwerken gab es noch mehr Schatten, und als Ausgleich fehlte es an struktureller Stabilität. Der Drache hatte Säulen und Wände zerstört, als er sich seine Höhle baute. Der Boden mehrerer Zimmer endete an einem tiefen Abgrund. Die Reste von Wandbehängen und Teppichen flatterten im Wind, der durch zerschmetterte Fenster wehte. Die Dielen unter Wonse zitterten wie die Bespannung eines Trampolins, als er auf die nächste Tür zuhielt. »Das war bemerkenswert schnell«, sagte der Patrizier. Wonse warf die Tür wieder zu, kreischte entsetzt und rannte durch einen anderen Korridor. Die Vernunft kehrte zurück, und der Sekretär blieb an einer Statue stehen. Um ihn herum blieb alles still. Es ertönten keine Schritte und nirgends knachten Angeln. Wonse beäugte die Statue misstrauisch und stieß sie versuchsweise mit dem Schwert an. Als sie redlos blieb, zog er die nächste Tür auf, schlug sie hinter sich zu, griff nach einem Stuhl und rammte die Rückenlehne unter den Knauf. Es handelte sich um eines der oberen Prunkzimmer. Es hatte einen Großteil seiner Einrichtung sowie die vierte Wand verloren. Dort ging nun die Leere der Drachenhöhle. Der Patrizier trat aus der Dunkelheit. »Wenn du dich jetzt abreagiert hast«, sagte er. Wonse drehte sich um und hob das Schwert. »Eigentlich existierst du gar nicht«, behauptete er. »Du bist ein Geist oder so«, »ich glaube, da irrst du dich«, erwiderte Lord Vettinari. »Du kannst mich nicht aufhalten. Ich habe immer noch magische Macht. Das Buch verleiht sie mir«, »wonse zog einen braunen Lederbröckl aus der Tasche.« »Ich beschwöre einen anderen Drachen. Watz nur ab«, »davon möchte ich dir dringend abraten«, sagte der Patrizier sanft. »Oh, du hältst dich für klug und glaubst sicher, die Situation mühelos zu kontrollieren, nur weil ich ein Schwert in der Hand halte und du nicht. Aber ich habe noch einen Trumpf, dem du nichts entgegensetzen kannst.« »Wonse triumphierte«, »ja, die Palastwache ist auf meiner Seite, sie gehorcht mir, nicht dir. Du bist niemandem sympathisch. Niemand hat dich jemals gemocht«, erschwang das Schwert so herum, dass die Spitze nur noch zwanzig Zentimeter von der schmalen Brust des Patriziers entfernt war. »Du kehrst in den Kerker zurück«, sagte er, »und diesmal sorge ich für, dass du dort bleibst. Wachen, wachen«, »draußen erklang das Geräusch hastiger Schritte. Die Tür zitterte, der Stuhl bebte. Kurze Stille folgte, und dann barsten Tür und Stuhl auseinander. »Bringt ihn fort«, heulte Wonse, »holt noch mehr Skorpione, werft ihn. Ihr seid ja gar nicht. Lass das Schwert fallen«, sagte Mumm, während sich Karotte hinter ihm einige Holzsplitter aus der Faust zog. »Ja«, zischte Nobby und spähte an dem Hauptmann vorbei. »Und die Wand und ausbreiten, elender Unhold. Was soll er ausbreiten?«, fragte Feldwebel Kolon fasziniert. Nobby zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung, alles, das ist am sichersten.« »Ah, Mumm«, sagte der Patrizier, »du wirst...« »Klappe halten«, entgegnete der Hauptmann gelassen. »Obergefreiter Karotte«, »Sir«, ließ dem Gefangenen seine Rechte vor. »Ja, Sir«. Karotte holte sein Notizbuch hervor, befeuchtete sich den Daumen und blätterte. »Lupin Wonse«, begann er, »auch bekannt als Lupin-Schnörkel-Säckre-P.P.« »Was?«, fragte Wonse. »Derzeit wohnhaft in einem Gebäude, das man als Palast Ankh-Morpork kennt. Es ist meine Pflicht, dir mitzuteilen, dass du verhaftet bist. Die Anklage lautet auf«, Karotte warf Mumm einen gequälten Blick zu, »auf vielfachen Mord mithilfe eines stumpfen Gegenstandes, der in diesem Fall als Drache bezeichnet werden kann. Und hinzu kommen weitere Verbrechen, die später genauer beschrieben werden und insbesondere allgemeines Anstiften betreffen. Du hast das Recht, die Aussage zu verweigern. Du hast das Recht, nicht einfach so in ein Piranha-Aquarium geworfen zu werden. Du hast das Recht, nach der Folter vor Gericht zu erscheinen. Du hast das Recht...« »Reinster Wahnsinn«, kommentierte Lord Vetinario ruhig. »Ich hab dich bereits aufgefordert, die Klappe zu halten«, knurrte Mumm, drehte sich rockartig um und hielt einen drohenden Zeigefinger unter die Nase des Patricias. »Hey, Feldwebel«, flüsterte Nobby, »glaubst du, dass es uns in der Skorpiongrube gefallen wird?« »Nichts zu sagen, aber wenn du etwas sagst, schreibe ich es hier in meinem Notizbuch auf, sodass es später vor Gericht gegen dich verwendet werden kann.« Karotte Stimme wurde immer leiser und verklang schließlich ganz. »Nun, wenn du wirklich solch großen Wert auf diese Vorstellung legst«, plauderte Lord Vetinari, »bring Wonsinn den Kerker, ich kümmere mich morgen um ihn.« Der Sekretär gab keine Vorwarnung. Er schrie nicht, stieß auch keine Verwünschungen aus. Stattdessen beschränkte er sich darauf, zum Patrizier zu laufen und das Schwert zu heben. Verschiedene Möglichkeiten kamen um in den Sinn. Ganz oben auf der Liste stand der Vorschlag, einfach zurückzutreten und zu beobachten. »Soll sich die Stadt selbst reinigen. Verhafte Wonsinn, nachdem er Lord Vetinari umgebracht hat. Dann ist alles in bester Ordnung.« »Ja, ein guter Plan. Deshalb war es ihm ein Rätsel, dass er stattdessen vorsprang und versuchte, den Hieb mit Karotte Schwert abzuwehren. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, nach den Vorschriften zu handeln. Er schepperte, wenn auch nicht besonders laut, und unmittelbar darauf sauste etwas Silbriges an Mumms Ohr vorbei und bohrte sich in die Wand. Wonses Mund klappte auf. Er warf den Rest seines Schwerts beiseite, wich zurück und klappte das Beschwörungsbuch auf. »Das wirst du bereuen«, brachte er hervor. »Ihr werdet es alle bitter bereuen.« Der Sekretär mummelte seltsame Worte. Mumm stellte fest, dass er zitterte. Er glaubte zu wissen, was eben dicht an seinem Ohr vorbeigeflogen war, und allein der Gedanke daran trieb ihm den Schweiß aus den Poren. Er war mit im wahrsten Sinne des Wortes tödlicher Entschlossenheit in den Palast gekommen, und einen flüchtigen Augenblick lang schien die Welt genau so beschaffen zu sein, wie sie beschaffen sein sollte. Er hatte den sehr zufriedenstellenden Eindruck gewonnen, alles fest im Griff zu haben. Doch jetzt, jetzt wünschte er sich nur etwas zu trinken. Er wollte nur noch eine Flasche leeren und anschließend eine Woche lang schlafen. »Ach, gib endlich auf«, sagte er. »Kommst du freiwillig mit?« Wonse murmelte noch immer. Die Luft fühlte sich seltsam heiß und trocken an. Mumm hob die Schultern. »Wie du willst«, brummte er und wandte sich ab. »Zeig ihm die ganze Wucht des Gesetzes, Karotte.« »Jawohl, Sir.« Mumm erinnerte sich zu spät. »Zwergen fällt es sehr schwer, mit Haffern zu verstehen. Außerdem können sie gut zielen. Die Gesetze und Verordnungen der Städte Ank und Morpork flogen durchs Zimmer und trafen Wonse an der Stirn. Er blinzelte, taumelte und trat einen Schritt zurück.« Es war der längste Schritt seines Lebens. Und gleichzeitig sein letzter. Nach einigen Sekunden prallte der Sekretär fünf Stockwerke weiter unten auf den Boden. Es verstrichen noch einmal mehrere Sekunden, bevor Gesichter dort erschienen, wo sich eigentlich eine Wand befinden sollte. »Ziemlich tief«, bemerkte Feldwebel Kolon, »beziehungsweise hoch.« »In der Tat«, bestätigte Nobby und holte einen Zigarettenstummel hinter dem Ohr hervor, »von einem Dingsbums umgebracht. Eine Metapher.« »Tja, ich weiß nicht«, überlegte Nobby laut, »meiner Ansicht nach war's der Boden. Neißt du Feuerfeldwebel?« »Ich habe mich doch richtig verhalten, nicht wahr, Sir?«, fragte Karotte erschüttert. »Du hast mir befohlen.« »Ja, ja«, sagte Mumm, »sei unbesorgt.« Er streckte eine zitternde Hand aus, nahm Wonses Lederbeutel, entflerrte ihn und betrachtete verwundert einige Steine. Jeder wies in der Mitte ein Loch auf. »Warum?«, fragte er sich. Dann hörte er ein metallisches Geräusch und drehte sich um. Lord Vetinari hielt den Rest des königlichen Schwerts und zog die andere Hälfte der Waffe aus der Wand. Die Klinge war in der Mitte gebrochen. »Hauptmann Mumm«, sagte der Patrizia. »Herr!« »Würdest du mir bitte das andere Schwert geben?« Mumm reichte es ihm. Es war keinen Sinn mehr darin, Lord Vetinari in irgendeiner Hinsicht Widerstand zu leisten. Wahrscheinlich bekam er eine eigene Skorpiongrube. Und die Skorpione darin bekamen ihn. Der Patrizia betrachtete die rostige Waffe von allen Seiten. »Wie lange hast du dieses Schwert schon, Hauptmann?«, fragte er leise. »Es ist nicht meins, Herr. Es gehört Obergefreiter Karotte her.« »Ubergefreiter?« »Damit bin ich gemeint, euer Gnaden!«, sagte Karotte und salutierte. »Ah!« Lord Vetinari drehte die Klinge langsam hin und her, während sein faszinierter Blick an ihr festklebte. Mumm fühlte, wie die Luft dicker wurde, so als kondensiere sich geballte Geschichte. Doch der Grund dafür blieb ihm ein unergründliches Rätsel. Dies war eine der Stellen, an der sich die Hose der Zeit gabelte. Und wenn man nicht aufpaßte, geriet man ins falsche Bein. Wonse erhob sich in einer Welt der Düsternis, und eisige Verblüffung strömte in sein Bewusstsein. Verdutzt sah er sich um und richtete den fragenden Blick auf eine hochgewachsene Gestalt, die einen schwarzen Kapuzenmantel trug. »Ich habe euch alle für tot gehalten!«, mummelte er. Eine sonderbare Stille herrschte, und die Farben um ihn herum wirkten abgenutzt und blass. Irgendetwas stimmte nicht. »Bist du das, Bruder Pförtner?«, fragte Wonse zaghaft. Die Gestalt streckte den Arm aus. »In gewisser Weise«, erwiderte sie. »Ausgezeichnet, junger Mann«, sagte er. »Hauptmann Mumm, ich schlage vor, du gibst deinen Leuten den Rest des Tages frei.« »Danke, Herr«, erwiderte Mumm, »also gut, Jungs, ihr habt seine Lordschaft gehört.« »Aber du solltest noch ein wenig hierbleiben, Hauptmann. Wir müssten einige Dinge besprechen.« »Ja, Herr«, entgegnete Mumm unschuldig. Die drei anderen Wächter warfen ihrem Vorgesetzten mitfühlend und kummervolle Blicke zu, bevor sie das Zimmer verließen. Lord Vetinari trat zum Rand des Bodens und sah nach unten. »Armer Wonse«, sagte er. »Ja, Herr«, Mumm starrte an die Wand. »Weißt du, eigentlich bedauere ich seinen Tod.« »Herr«, »er war irregeleitet, ja, aber auch tüchtig. Sein Kopf hätte mir weiterhin nützen können.« »Ja, Herr«, »den Rest hätten wir natürlich weggeworfen.« »Ja, Herr«, »das habe ich als Scherz gemeint, Mumm.« »Ja, Herr«, »der Kerl hat nie begriffen, was es mit Geheimgängen auf sich hat.« »Nein, Herr«, »was den jungen Burschen betrifft. Er heißt Karotte, nicht wahr?« »Ja, Herr«, »ein guter Mann. Gefällt es ihm in der Wache?« »Ja, Herr, fühlt sich bei uns wie zu Hause.« »Du hast mir das Leben gerettet.« »Herr«, »komm mit mir.« Lord Vetinari stapfte durch den halb zerstörten Palast und Mumm folgte ihm zum archdeckigen Büro. Die Ordnung darin überraschte ihn. Das Zerstörungswerk des Drachen hatte hier nur eine dünne Staubschicht geschaffen. Der Patriz ersetzte sich und plötzlich sah es aus, als hätte er diesen Raum nie verlassen. Mumm fragte sich plötzlich, ob er ihm wirklich im Kerker begegnet war.« Lord Vetinari strich einige Mörtelbrocken beiseite und griff nach einem Bündel Papiere. »Schade«, sagte er, »Lupin war ein sehr ordentlicher Mann.« »Ja, Herr«, der Patrizier presste die Fingerspitzen aneinander und musterte Mumm. »Ich möchte dir einen guten Rat geben, Hauptmann.« »Ja, Herr«, »vielleicht hilft er dir dabei, die Welt besser zu verstehen.« »Herr«, »vermutlich hältst du das Leben deshalb für so problematisch, weil du glaubst, daß die guten Menschen auf der einen Seite stehen und die schlechten auf der anderen«, sagte Lord Vetinari. »Solche Vorstellungen sind natürlich völlig verkehrt. Es gab und gibt immer nur die Bösen, aber einige von ihnen gehören zu unterschiedlichen Lagern.« Er winkte in Richtung Stadt, stand auf und trat zum Fenster. »Ein großes, wogendes Meer des Bösen«, fuhr er fast besitzergreifend fort, »an manchen Stellen seicht, ja, doch an anderen sehr, sehr tief.« »Nun, Leute wie du bauen sich kleine Flöße aus Regeln und vielleicht sogar guten Vorsätzen und sagen dann, dies ist die andere Seite und letztendlich wird sie triumphieren.« »Erstaunlich«, der Patrizier klopfte Mumm gutmütig auf den Rücken. »Dort unten«, setzte er seinen Vortrag fort, »gibt es Menschen, die jedem Drachen folgen, jeden Gott verehren und jede Gräueltat bejubeln, und das alles nur aus stumpfsinniger alltäglicher Verderbtheit. Es handelt sich dabei nicht um die erstklassige und kreative Scheußlichkeit der großen Sünder, eher um eine serienmäßig hergestellte Dunkelheit der Seele. »Anders ausgedrückt, es ist Sünde ohne eine Spur Originalität. Solche Menschen nehmen das Böse nicht etwa deshalb hin, weil sie Ja dazu sagen, sondern weil sie auf ein Nein verzichten.« »Lord Vetinari legte Mumm die Hand auf die Schulter. Ohne dich beleidigen zu wollen, Leute wie du brauchen Leute wie mich.« »Ja, Herr«, fragte Mumm zurückhaltend. »Und ob? Ich weiß, wie man die Dinge zum Funktionieren bringt.« »Nun, die Guten verstehen sich darauf, die Bösen zu überwältigen und ihnen das Handwerk zu legen.« »Ja, darin sind die Guten wirklich gut, zugegeben. Das Problem besteht jedoch darin, dass sie keine anderen nennenswerten Fähigkeiten haben. An einem Tag feiern sie den Sturz des grausamen Tyrannen, und am nächsten sitzen sie herum und beklagen sich darüber, dass seit dem Sturz des Tyrannen niemand mehr den Müll fortbringt.« »Der Grund? Die Bösen können planen. Das ist sozusagen eines ihrer Wesensmerkmale. Jeder grausame Tyrann, der etwas auf sich hält, plant die Unterwerfung der ganzen Welt. Wenn es darum geht, in die Zukunft zu blicken, haben die Guten einfach nicht den Dreh raus.« »Mag sein«, widerte Mumm, »aber beim Rest ehrst du dich. Die Menschen fürchten sich nur, und allein«, er zögerte. Es klang recht hohl, selbst für seine eigenen Ohren. Er zuckte mit den Achseln. »Es sind Menschen«, sagte er, »und sie verhalten sich wie Menschen näher.« »Oh, natürlich, natürlich«, räumte Lord Bertinari ein, »daran muß man glauben, ich weiß, sonst schnappt man einfach über. Sonst glaubt man, auf einer hauchdünnen Brücke über den Schwefelgruben der Hölle zu stehen. Sonst wäre das Leben eine unaufhörliche Qual. Sonst bestünde die einzige Hoffnung darin, daß es nach dem Tod keine Wiedergeburt gibt. Ich verstehe, was du meinst.« Der Patrizia blickte auf den Schreibtisch und seufzte. »Es gibt jetzt viel zu tun. Der arme Wonse war ein guter Diener, aber als Regent taugte er nicht viel. Du kannst jetzt gehen. Schlaf dich gründlich aus. Oh, und komm morgen mit deinen Männern hierher. Die Stadt wird ihre Dankbarkeit zeigen.« »Sie wird was zeigen?« fragte Mumm. Lord Bertinari konzentrierte sich auf eine Schriftrolle, und seine Stimme klang nun wieder so geschäftsmäßig wie die eines Mannes, der organisiert, plant und kontrolliert. »Ihre Dankbarkeit«, antwortete er, »nach jedem triumphalen Sieg müssen Helden präsentiert werden. Das ist wichtig. Dann wissen die Bürger, daß alles seine Richtigkeit hat.« Der Patrizia sah über den Rand des Pergaments hinweg und warf Mumm einen kurzen Blick zu. »Es gehört zur natürlichen Ordnung der Dinge«, fügte er hinzu. Eine halbe Minute später griff er nach einem Stift und schrieb Anmerkungen. Nach einer Weile hob er den Kopf. »Wie ich schon sagte, du kannst jetzt gehen.« Mumm verharrte in der Tür. »Glaubst du das alles, Herr?« fragte er. »Das mit dem ewigen Bösen und der völligen Finsternis.« »Selbstverständlich«, erwiderte Lord Bertinari und nahm ein anderes Dokument zur Hand. »Es ist die einzig logische Schlussfolgerung.« »Aber du stehst jeden Morgen auf und bleibst nicht einfach im Bett liegen, Herr?« »Hm? Ja. Worauf willst du hinaus?« »Ich möchte nur wissen, warum, Herr?« »Oh, bitte sei ein guter, braver Wächter und geh jetzt, Hauptmann.« Der Bibliothekar wankte über den Boden der dunklen und zugigen Höhle, die der Drache im Zentrum des Palastes angelegt hatte. Er betrachtete die Überbleibsel des nicht besonders wertvollen Horts, blickte dann auf Wonses Leiche herab. Schließlich bückte er sich und zog ganz vorsichtig das Buch »Die Beschwörung von Drachen« aus den steifer werdenden Fingern. Er blies den Staub davon und streichelte es so zärtlich wie ein ängstliches Kind. Dann drehte er es sich um, kletterte über den Tandhaufen, verhaarte und holte ein zweites Buch aus dem glitzernden Flitter. Es gehörte nicht ihm, wenn man einmal davon absah, daß alle Bücher in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. Behutsam öffnete er es und las aufmerksam. »Behalte es«, sagte Mumm hinter ihm, »nimm es mit, bring es an irgendeinem sicheren Ort unter.« Der Orang-Utan nickte dem Hauptmann zu und trotschte am Hang des Horts hinunter. Unten klopfte er Mumm auf die Kniescheibe, öffnete die Beschwörung von Drachen, blätterte eifrig, fand die richtige Stelle und reichte das Buch dem Wächter. Mumm stachte auf die kritzelige Schrift. »Durch Drachen sindet nicht wie ein Hörner, muß ich hier betonigen. Sie wohnet in einem Reiche, das alleinbestimmet wird von den Launen der Fantasie. Und deshalb kannet Folgendes passieren. Wer auch immer sie rufet und ihnen einen Weg schaffet in diesige Welt, beschwöret damit seinen ganz persönlichigen Drachen. Doch wer reinen Herzens istet, so glaube ich, mag durchaus ein Drachen in diesige Welt rufen, als eine Macht des Guten, die besieget alles Unheil. Für solchige Menschen habet ich geschrieben dieses Buch, damit das große Werk beginnen kanne. Alles istet vorbereitet. Ich binet sehr bemüht gewesen, würdige Hilfe zu leistigen.« Mumm nickte langsam. »Ein Reich der Fantasie«, dachte er, »dorthin verschwanden die großen Drachen. In unsere Vorstellung. Und wenn wir sie zurückrufen, geben wir ihnen Gestalt, so wie Teig, den man in eine Form presst. Allerdings bekommt man dabei keine Pfefferkuchenmännchen, sondern feuerspeiende Ungeheuer. Unsere eigene Dunkelheit, die feste Substanz gewinnt.« Mumm las die entsprechende Passage erneut und sah sich auch die nächsten Seiten an. Es waren nicht viele. Der Rest des Buches beschränkte sich darauf, eine verkohlte Masse zu sein. Der Hauptmann gab das Buch dem Affen zurück. »Was für ein Mensch war der Malachit?« fragte er. Der Bibliothekar kannte den Inhalt von »Alle Stadtbiografien in einem Band« auswendig und dachte einige respektvolle Sekunden lang nach. Dann zuckte er mit den Achseln. »Ein Heiliger«, erkundigte sich Mumm. Der Orang-Utan schüttelte den Kopf. »Ist er böser gewesen als die meisten anderen Menschen?« Der Bibliothekar zuckte mit den Schultern und schüttelte erneut den Kopf. »An deiner Stelle«, sagte Mumm, »würde ich dieses Buch irgendwo verstecken, wo es niemand findet. Und das gilt auch für den anderen Band mit den Gesetzen. Sie sind viel zu gefährlich.« »Irk«, Mumm streckte sich. »Und nun«, »ich schlage vor, wir gehen was trinken.« »Irk«, »nur ein kleines Glas.« »Irk«, »und du bezahlst.« »Irk«, Mumm blieb stehen und sah in das große, sanfte Gesicht hinab. »Weißt du, die Frage beschäftigt mich schon seit einer ganzen Weile. Ist es besser, ein Affe zu sein?« Der Bibliothekar überlegte. »Irk«, antwortete er. Mumm musterte ihn erstaunt. »Ach, tatsächlich!« Am nächsten Tag. Die langen Reihen der städtischen Würdenträger im Saal reichten von einer Wand bis zur anderen. Der Patricia saß auf seinem schmucklosen Amtsstuhl, umgeben von Mitgliedern des Rates. Alle Anwesenden trugen jenes erstarrte Lächeln zur Schau, das man nur bei offiziellen Anlässen sieht. Lady Sibyl Käsedick hatte auf der einen Seite Platz genommen und trug einen morgenschwarzen Samt. Der Käsedick-Familienschmuck glänzte an ihren Fingern, am Hals und zwischen den schwarzen Locken der heutigen Perücke. Sie erzielte damit eine beeindruckende Wirkung, sah im Großen und Ganzen aus wie eine glitzernde Kugel. Mumm führte die Männer der Nachtwache in die Mitte des Saals und stampfte mit dem rechten Fuß auf, als er stehen blieb. Den Helm trug er unter dem Arm, wie es die Vorschriften verlangten. Es hatte ihn erstaunt festzustellen, daß sogar Noppy an sein äußeres Erscheinungsbild dachte. Auf seinem Brusthansch zeigte sich hier und dort ein Fleck aus schimmerndem Metall. Kolon wirkte wie jemand, der an Verstopfung litt und gleichzeitig versuchte, einen vornehmen Eindruck zu erwecken. Karottesrüstung funkelte. Zum ersten Mal in seinem Leben gelang es Kolon, zackig zu salutieren. »Alle zur Stelle und bereit, Sir«, rief er. Ausgezeichnet, Feldwebel, erwiderte Mumm kühl. Er wandte sich an den Patrizier und hob freundlich eine Braue. »Lord Vetinari winkte kurz.« »Steht lässig, oder wie ihr Jungs das nennt,« sagte er. »Ich glaube, wir brauchen hier nicht zu förmlich zu sein. Was meinst du, Hauptmann?« »Wie du wünschst,« entgegnete Mumm. »Nun, Männer!« Der Patrizier beugte sich vor. »Wir haben gehört, welch erstaunliche Leistungen ihr vollbracht habt, um die Stadt zu verteidigen.« Mumm ließ seine Gedanken treiben, während sich Lord Vetinari in zuckersüßen Plattitüden erging. Eine Zeit lang fand er es recht amüsant, die Gesichter der Ratsmitglieder zu beobachten. Während des langen Vortrags blieben sie in ständiger Bewegung und zeigten das ganze Spektrum des Minenspiels. »Nun«, »so etwas gehörte natürlich zu einer derartigen Zeremonie.« Die Tradition verlangte, daß man Anteilnahme, Anerkennung und angemessene Bewunderung zum Ausdruck brachte. Dann hatte alles seine Richtigkeit. Und anschließend konnte man die ganze Sache vergessen und mit einem neuen Kapitel in der langen und aufregenden Geschichte der Stadt beginnen, etc., etc. In Ankh-Morpork verstand man sich prächtig darauf, neue Kapitel anzufangen. Mumms umher schweifender Blick fiel auf Lady Kasedick. Sie zwinkerte. Der Hauptmann stachte rasch wieder geradeaus, die Züge so hölzern wie ein Brett. »Als Zeichen unserer Dankbarkeit!« Beendete der Patrizia seine Rede und lehnte sich zurück. Mumm begriff plötzlich, daß ihn alle ansahen. »Wie bitte?« fragte er. »Ich sagte, wir haben uns überlegt, auf welche Weise wir uns erkenntlich zeigen sollen, Hauptmann Mumm. Verschiedene verantwortungsbewusste Bürger.« Der Patrizia richtete seine Aufmerksamkeit kurzer auf die Mitglieder des Rates und nickte Lady Kasedick zu. »Und selbstverständlich auch, ich selbst, sind der Ansicht, daß eine Belohnung angebracht ist.« Mumm blickte noch immer ins Leere. »Belohnung!« wiederholte er. »Das ist üblich, um heldenhaftes Verhalten zu würdigen,« betonte Lord Vetinari. »Diesmal klang es ein wenig gereizt.« Mumm holte Tiefluft. »Denke jetzt zum ersten Mal daran her,« erwiderte er. »Womit ich natürlich ganz allein mich selbst meine.« Eine unbehagliche Stille folgte. Aus den Augenwinkeln sah Mumm, wie Nobby den Fellwebel in die Rippen stieß. Schließlich wankte Colonne ein Schritt vor und salutierte erneut. »Bitte, um Erlaubnis zu sprechen, Herr,« brummte er. Der Patrizia nickte großzügig. Colonne räusperte sich, nahm den Helm ab und holte einen Zettel hervor. »Äh«, begann er, »die Sache ist, wenn du gestattest, euer Lordschaft, wir glauben, äh, nach der Rettung der Stadt und so haben wir, äh, ich meine, wir waren zur rechten Zeit am rechten Ort und daher vermuten wir, äh, ich meine, gewisse Verdienste unsererseits lassen sich nicht leugnen, wie du verstehst, was ich meine.« Die Anwesenden nickten zufrieden, der Tradition wurde Genüge getan. »Deine Ausführungen sind wirklich interessant,« behauptete Lord Vetinari. »Nun, deshalb haben wir uns zusammengesetzt und bestimmte Dinge besprochen,« sagte der Fellwebel, »natürlich ganz unverbindlich.« »Wirklich faszinierend,« kommentierte der Patrizia, »bitte fahr fort, du brauchst dich nicht zu unterbrechen. Wir alle wissen von der enormen Bedeutung dieser Angelegenheit.« »Gut, Herr, nun, Herr, zuerst der Sold.« »Der Sold,« fragte Lord Vetinari. Er sah Mumm an, der weiterhin ins Nichts stachte. Der Feldwebel hob den Kopf und sein Gesichtsausdruck entsprach dem eines Mannes, der fest entschlossen ist, nicht aufzugeben. »Ja, Herr,« bestätigte er, »dreißig Dollar im Monat, das erscheint uns nicht richtig. Wir schlagen vor.« Er befeuchtete sich die Lippen und warf den beiden anderen Wächtern einen kurzen Blick zu. Sie ermutigten ihn mit einigen Wagengesten. »Wir schlagen vor, den Grundlohn zu erhöhen. Auf, äh, fünfunddreißig Dollar im Monat?« Colón beobachtete die Steine an der Miene des Patrizias. »Mit nach ranggestaffelten Zulagen. Vielleicht fünf Dollar?« Erneut beleckte er sich die Lippen. Lord Vetinaris Gesichtsausdruck verunsicherte ihn. »Mit weniger als vier sind wir nicht einverstanden,« sagte er. »Wir meinen es, äh, ernst. Entschuldige bitte, euer Hoheit, aber so liegt der Fall nun mal.« Erneut bedachte der Patrizia Mumm mit einem durchdringenden Blick, wandte sich dann wieder an die Truppe. »Und das ist alles?« vergewisserte er sich. Noppy flüsterte dem Feldwebel etwas ins Ohr und wich dann hastig zurück. Der schwitzende Colón klammerte sich so sehr an seinem Helm fest, als gäbe ihm nichts anderes Halt. »Da wäre noch etwas, euer Ehrwürdigkeit,« sagte er. »Ah«, der Patrizia lächelte wissend. »Der Kessel. Er war ziemlich verbeult, und dann hatte ihn Errol verspeist. »Hat fast zwei Dollar gekostet.« Colón schluckte. »Wir könnten einen neuen Kessel gebrauchen, wenn du nichts dagegen hast, euer Durchschlaucht.« Lord Vetinari beugte sich vor und schloß die Hände um die Armlehnen des Stuhls. »Nur damit Klarheit herrscht,« sagte er kühl. »Ihr bittet also um die Erhöhung eures Solz und einen Haushaltsgegenstand?« Garotte flüsterte dem Feldwebel etwas ins andere Ohr. Colóns Augen tränten und schienen aus ihren Höhlen fliehen zu wollen, als er die Würdenträger ansah. Der Helmrand drehte sich wie ein Mühlrad in seinen Fingern. »Nun«, begann er, »manchmal. Wir dachten, weißt du, in der Pause, wenn wir etwas essen, oder am Ende des Dienstes, wenn wir uns ein wenig entspannen und ablenken wollen.« Colóns Stimme verklang. »Ja?« Der Feldwebel atmete tief durch. »Ich nehme an, ein Pfeilbrett käme nicht in Frage, oder?« Laute Stille folgte. Irgendwo schnarchte jemand. Mums zitternde Hände ließen den Helm fallen. Der Brusthane schob und senkte sich, als jahrelang unterdrücktes Gelächter in einer unkontrollierbaren Eruption aus ihm herausplatzte. Er sah die Ratsmitglieder an, lachte noch lauter, lachte und lachte, bis ihm die Tränen über die Wangen ran. Er lachte, als die Männer verwirrt und mit würdevoller Empörung aufstanden. Er lachte über den Patrizier, der weiterhin darauf achtete, daß sein Gesicht ausdruckslos blieb. Er lachte über die Welt im Allgemeinen und Ankh-Morpork im Besonderen. Er lachte über die Rettung der Stadt. Er lachte und lachte und lachte, bis ihm die Tränen vom Kinn tropften. Nuppi beugte sich zu Kolon vor. »Ich hab's dir doch gesagt«, zischte er. »Man kann alles übertreiben. Ich wußte, daß wir zu weit gehen, wenn wir ein Pfeilbrett verlangen. Jetzt hast du sie alle verärgert.« »Liebe Mutter, lieber Vater«, schrieb Karotte, »ich habe eine tolle Überraschung für Euch. Erst seit ein paar Wochen gehöre ich zur Wache und schon bin ich oberster Obergefreiter. Hauptmann Mumm sagt, daß der Patrizier höchstpersönlich meine Beförderung veranlasst hat, mir eine lange und erfolgreiche Karriere in der Wache wünscht und meiner beruflichen Laufbahn besonderes Interesse entgegenbringt. Außerdem erhalte ich jetzt zehn Dollar mehr Sold. Und hinzu kommt ein spezieller Bonus für uns alle. Er beträgt zwanzig Dollar und Feldwebel Kolon sagt, daß ihn Hauptmann Mumm aus eigener Tasche bezahlt hat. Anbei schicke ich Euch Geld. Allerdings behalte ich diesmal ein wenig, weil ich Ried besuchte und Frau Palm meinte, auch ihre Mädchen verfolgen meine Karriere mit großem Interesse und an meinem freien Abend haben sie mich zum Abendessen eingeladen. Feldwebel Kolon hat mir erklärt, worauf es beim Umwerben ankommt, und es ist überhaupt nicht so kompliziert, wie es zunächst aussieht. Ich habe einen Drachen verhaftet, aber er ist entkommen. Ich hoffe, Herrn Vaneji geht es gut. Ich bin so glücklich, wie man nur sein kann. Euer Sohn Karotte Mumm klopfte an die Tür. Wie er feststellte, hatte sich jemand Mühe gegeben, das Käse dick Anwesen in Ordnung zu bringen. Die immer weiter vordringenden Büsche waren erbarmungslos zurückgetrieben und gestutzt worden. Ein älterer Mann auf einer Leiternagelte den Stuck an die Wände, während ein Gärtner den Spaten schwang und recht willkürlich festlegte, wo der Rasen endete und die alten Blumenbeete begonnen hatten. Mumm klemmte seinen Helm unter den Arm, strick das Haar glatt und klopfte erneut. Zunächst hatte er Feldwebel Kolon bitten wollen, ihn zu begleiten, entschied sich jedoch dagegen, als er an das zu erwartende Kichern dachte. Außerdem, was gab es da schon zu befürchten? Ich habe dem Tod dreimal ins Auge gesehen. Sogar viermal, wenn man das Klappehalten, dort wird die Nachricht gegenüber berücksichtigt. Zu seinem großen Erstaunen wurde die Tür von einem so alten Butler geöffnet, daß man vermuten konnte, er sei durch das Klopfen ins Leben zurückgerufen worden. »Ja, Herr?«, fragte er. »Hauptmann Mumm, Stadtwache«, stellte sich Mumm vor. Der Butler musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Oh, ja«, sagte er schließlich, »Ihre Ladyschaft hat deinen Besuch erwähnt. Ich glaube, Ihre Ladyschaft befindet sich bei den Drachen. Wenn du hier drinnen warten möchtest, gebe ich Ihrer Ladyschaft be. Ich kenne den Weg.« Er widerte Mumm und folgte dem Verlauf des noch immer unkrautüberwucherten Pfads. Im Stall herrschte völliges Chaos. Mehrere ramponierte Holzkisten lagen auf einer Wachstuchplane, und in einigen davon hockten kleine Sumpftrachen, die den Hauptmann mit lautem Jaulen begrüßten. Zwei Frauen schritten zielstrebig zwischen den Kisten umher. Zwei Damen, um genau zu sein. Sie waren viel zu schmutzig, um gewöhnliche Frauen zu sein. Keine gewöhnliche Frau hätte davon geträumt, so verwahrlos zu wirken. Solche Kleidung trug man nur mit jener Art von unerschütterlicher Selbstsicherheit, die sich auf das Wissen um eine lange Ahnenreihe gründet. Trotzdem schien Kleidung von erstaunlich guter Qualität zu sein, zumindest früher einmal. Es handelte sich um Kleidung, die man von den Eltern geschenkt bekommen hatte und so teuer und erstklassig war, dass sie sich nie abnutzte und vererbt wurde, wie Porzellangeschirr, Silberbesteck und Gicht. »Drachenzüchterin«, dachte Mumm, »man kann sie auf den ersten Blick erkennen. Sie haben irgendetwas an sich. Vielleicht liegt es daran, wie sie ihre Seidenschale tragen, ihre Tweedmäntel und Großvatersreitstiefel. Hinzu kommt natürlich der Geruch.« »Eine kleine drahtige Frau. Ihr Gesicht schien aus Stallleder zu bestehen. bemerkte den Wächter. »Ah«, sagte sie, »du bist bestimmt der kühne Hauptmann.« Sie schob widerspenstiges weißes Haar unter das Kopftuch zurück und streckte eine sehnige braune Hand aus. »Brenda Rodley, das ist Rosie Devont Moleye. Sie leitet das Sonnenschein heim.« Die andere Frau, sie war wie jemand gebaut, der Zugpferde in einer Hand halten konnte, während er sie mit der anderen beschlug, lächelte freundlich. »Samuel Mum«, sagte Mum unsicher. »Mein Vater hieß ebenfalls Sam«, plauderte Brenda. »Er meint, einem Sam kann man immer vertrauen.« »Sie scheucht einen Sumpftrachten in seine Kiste zurück.« »Wir sind Freundinnen von Sibbel und helfen ihr. Mit ihrer Sammlung steht es wirklich schlimm. Sie sind überall in der Stadt, die kleinen Biester. Aber ich schätze, sie kehren hierher zurück, wenn sie Hunger bekommen. Eine bemerkenswerte Blutlinie, nicht wahr?« »Bitte?« »Sibbel meinte, es sei eine Art Mutation. Aber ich bin sicher, wir können innerhalb von drei oder vier Generationen in die eigentliche Stammlinie zurückzüchten. Weißt du, ich bin berühmt für mein Gestüt«, fügte Brenda hinzu. »Wäre es sicher sehr interessant, eine ganz neue Drachenspezies.« Mum stellte sich über Schallkondensstreifen vor, die ein Zickzackmuster am Himmel bildeten. »Äh«, sagte er, »ja.« »Nun, wir haben noch viel zu tun.« »Neeh, ist Lady Cassidy in der Nähe?« fragte Mum. »Sie ließ mir mitteilen, es sei dringend erforderlich, dass ich hierher komme.« »Ich nehme an, sie befindet sich irgendwo im Haus«, antwortete Brenda. »Angeblich muss es sich dort um eine wichtige Anliegenheit kümmern. Oh, sei vorsichtig mit dem kleinen Kerl, Rosie. Dummes Ding!« »Gibt es etwas für Sie, das noch wichtiger ist als Drachen?« erkundigte sich Mum. »Ja, das habe ich mich auch gefragt.« Brenda Rodley griff in die Tasche einer viel zu großen Weste. »War nett, dich kennenzulernen, Hauptmann. Es freut mich immer, mit jemandem zu sprechen, der sich ebenfalls für die Drachenzucht interessiert. Bitte besuch mich bei Gelegenheit, dann zeige ich dir meine Stelle.« Sie holte eine schmutzige Karte hervor und drückte sie Mum in die Hand. »Jetzt muss ich mich sputen. Wir haben gehört, dass einige von Sibbles Lieblingen versuchen, im Universitätsturm Nester zu bauen. Das bringt gewisse Gefahren mit sich. Wir wollen sie herunterholen, bevor es dunkel wird.« Mum blickte auf die Karte, als Brenda mit Netzen und Seilen bewaffnet über den Pfad stapfte. Die Aufschrift lautete »Brenda Lady Rodley, Wittemhaus, Schloss Quirm.« »Quirm«. Mum sah der Gestalt nach, die über den Weg hinweg knirschte und wie ein lebendiger Krämerladen wirkte. Allmählich begann er zu verstehen, was die gelesenen Worte bedeuteten. Brenda war die Herzogin Witwe von Quirm und besaß mehr Land, als man an einem sehr klaren Tag von einem sehr hohen Berg aussehen konnte. Noppy hätte so etwas sicher zu schätzen gewußt. Offenbar gab es eine besondere Art von Armut, die sich nur die wirklich Reichen leisten konnten. »Auf diese Weise gelangt man zu Macht.« dachte Mum, »man schere sich nie darum, was andere Leute denken, und man zeige nie auch nur eine Spur von Unsicherheit.« Er kehrte zum Haus zurück und fand dort eine offene Tür, die in einen dunklen, muffigen Flur führte. In der Düsternis hingen die Köpfe erlegter Tiere an den Wänden. Die Kersedick schienen mehr Spezies in Gefahr gebracht zu haben als eine Eiszeit. Mum wanderte ziellos durch einen aus Mahagoni bestehenden Torbogen und erreichte »einen Speisesaal.« Wenn man an dem dort stehenden langen Tisch Platz nahm, so konnte man ziemlich sicher sein, daß die Leute am gegenüberliegenden Ende in einer anderen Zeitzone saßen. Silberne Kerzenhalter siedelten auf dem massiven Holz. Der Tisch war für zwei Personen gedeckt und neben jedem Teller lag eine große Auswahl an Besteck, wo alte Weingläser funkelten im Kerzenschein. Eine schreckliche Vorahnung regte sich in Mum und im gleichen Augenblick wehte eine Duftwolke an ihm vorbei. Es handelte sich um »bezaubern«, »das teuerste Parfüm in Ankh-Morpork.« »Ah, Hauptmann, ich freue mich sehr, daß du gekommen bist.« Eine atemberaubende Lady Kersedick betrat den Saal. Mums verblüffter Blick fiel auf ein langes, blaues Kleid, das im flackenden Kerzenlicht glitzerte, auf eine Mähne aus kastanienfarbenem Haar und auf ein leicht besorgtes Gesicht. Es ließ vermuten, daß Dutzende von besonders fähigen Malern und Dekoratören gerade ihr Gerüst abgebaut hatten und nach Hause gegangen waren. Außerdem hörte er ein dumpfes Knirschen, das folgende Botschaft übermittelte. Irgendwo unter dem Kleid mußten Miederbaren einen Druckstand halten, wie er normalerweise nur im Zentrum sehr großer Sterne herrschte. »Ich...« brachte Mum mir vor. »Wenn du...« »wenn du mir etwas gesagt...« »hättest...« »dann wäre ich...« »nicht in Uniform...« »gekommen...« »eh...« »eh...« Lady Kaiserdick hielt wie eine gewaltige Belagerungsmaschine auf ihn zu. Mum ließ sich benommen zu einem Stuhl führen und glaubte zu träumen. Offenbar aß er etwas, denn wie aus dem Nichts erschienen Diener brachten Dinge, die mit anderen Dingen gefüllt waren, manifestierten sich später erneut und trugen leere Teller fort. Ab und zu wurde der Battler lebendig, um Gläser mit seltsamem Wein zu füllen, die von den Kerzen ausgehende Hitze genügte, um langsam zu garen, und die ganze Zeit über sprach Lady Kaiserdick mit schriller, fast hysterischer Stimme, über die Größe des Hauses, über die Verantwortung, die ein so großes Anwesen mit sich brachte, darüber, daß es Zeit wurde, die eigene Stellung in der Gesellschaft ernster zu nehmen. Irgendwann drang das rote Glühen der untergehenden Sonne in den Speisesaal, und vor Mumms Augen drehte sich alles. »Die Gesellschaft ahnt noch gar nicht, was ihr bevorsteht«, dachte er mühsam. Kein einziges Mal wurden Drachen erwähnt, obwohl sich nach einer Weile etwas unter dem Tisch bewegte, den Kopf auf Mumms Schoß legte und sabberte. Der Hauptmann versuchte vergeblich, eigene Konversationsbeiträge zu leisten. Er fühlte sich umzingelt und eingekesselt, entschied sich schließlich zu einem Ausfall und hoffte, höheres Gelände zu erreichen und von dort aus ins Exil zu fliehen. »Wohin sind sie wohl verschwunden?« erkundigte er sich. Lady Kaiserdick unterbrach ihren Redefluss. »Wen meinst du?« »Die Drachen, du weißt schon, Errol und seine... sein Weibchen.« »Oh, ich nehme an, sie sind zu einem entlegenen und felsigen Ort geflogen«, erwiderte ihre Ladyschaft. »Drachen mögen entlegene und felsige Ort.« »Aber der Große...« »Ich meine, sie ist ein magisches Wesen. Was geschieht, wenn der Zauber nachlässt?« Lady Kaiserdick lächelte scheu. »Die meisten Leute kommen damit zurecht.« Sie beugte sich über den Tisch und berührte die Hand des Hauptmanns. »Deine Männer glauben, dass sich jemand um dich kümmern sollte«, sagte sie sanft. »Ach, tatsächlich«, mummelte Mumm. »Feldwebel Cologne meint, wir kämen wie ein Maison en flambé zurecht.« »Oh, das meint er wirklich?« »Und«, er sagte noch etwas anderes. »Was war es doch gleich?« Lady Kaiserdick überlegte. »Na ja, es ist eine Chance von eins zu einer Million.« »Und dann«, sagte er, »aber es könnte klappen.« Sie lächelte. Und dann kroch eine Erkenntnis heran, stieß Mumm in die Rippen und flüsterte, dass Lady Kaiserdick eigentlich recht attraktiv war, zumindest auf ihre eigene Art und Weise. Sie gehörte zu den wenigen Frauen, die ihn eines Lächelns für würdig hielten. Sie konnte nicht schlimmer sein, und er nicht besser. Da schuf einen gewissen Ausgleich. Ihre Ladyschaft wurde kaum jünger. Aber wer konnte da schon von sich behaupten? Außerdem hatte sie Stil, Geld, gesunden Menschenverstand, Selbstsicherheit und viele andere Dinge, die ihm fehlten. Sie öffnete ihm ihr Herz, und wenn er es zuließ, konnte sie ihn ganz umhüllen. Die Frau war eine Stadt. Und wenn man unter Belagerung stand, verhielt man sich früher oder später so, wie es den Traditionen an Gmorporks entsprach. Man öffnete die Tore, ließ die Eroberer herein und schloß Freundschaft mit ihnen. Wie begann man? Lady Cassidic schien irgendetwas zu erwarten. Mum hob die Schultern, griff nach dem Weinglas und suchte nach einer passenden Bemerkung. Schließlich krochen Worte durch den Nebel hinter seiner Stirn. »Auf ins Gefecht, Junge«, murmelte er. Verschiedene Glocken läuteten in der Stadt, und jede von ihnen vertrat eine ganz persönliche Meinung darüber, wann es Mitternacht war. Weit entfernt, in Richtung Scheibenweltmitte, dort, wo sich die Spitzhornberge mit den schroffen Graten des zentralen Massivs vereinten, wo seltsame, haarige Geschöpfe die Landschaft des ewigen Schnees durchstreiften, wo Sturmböen hohe, eisverkrustete Gipfel umheulten, glitten die Lichter eines einsamen Lama-Klosters durch die Täler. Auf dem Hof trugen zwei in gelbe Kutten gekleidete Mönche die letzte mit kleinen grünen Flaschen gefüllte Kiste zum Schlitten, bereiteten sich dann auf die lange Reise zur fernen Ebene vor. Mit sorgfältigen Pinselstrichen hatte jemand folgende Adresse auf die Kiste gemalt. »Herr? T-M-S-I-D-R. Schnapper. Ankh-Morpork.« »Weißt du, Lobgesang«, sagte einer der beiden Mönche, »ich frage mich häufig, was er mit diesem Zeug anstellt.« Korporal Nobbs und Feldwebel Kolon lehnten unweit der gepflegten Trommel an einer schattigen Mauer, straften jedoch ihre Gestalt, als Karotte mit einem Tablett zurückkehrte. Der Troll namens Detritus trat respektvoll zur Seite. »Da bin ich wieder, Jungs«, rief Karotte. »Drei große Gläser auf Kosten des Hauses.« »Potzblitz, das hätte ich nie für möglich gehalten«, erwiderte Kolon und griff nach einem Glas. »Was hast du dem Wirt gesagt?« »Oh, ich habe nur darauf hingewiesen, es sei die Pflicht aller ehrbaren Bürger der Wache zu helfen«, entgegnete Karotte unschuldig. »Und dann brachte ich meinen Dank für seine Kooperationsbereitschaft zum Ausdruck.« »Ja, und?« fragte Nobby. »Und nichts weiter.« »Du musst in einem sehr überzeugenden Tonfall gesprochen haben.« »Was soll's, Jungs«, brummte Kolon, »ich schlage vor, wir lassen es uns schmecken. Prost!« Sie trankten nachdenklich. Es war ein Augenblick erhabenen Friedens. Einige der harten Realität des Lebens abgerungene Minuten. Die Stille hatte das gleiche herrliche Aroma wie ein gestohlener Apfel. Niemand in der großen Stadt schien zu kämpfen, jemanden zu erstechen oder sonst irgendwie Unruhe zu stiften, und mit etwas Fantasie konnte man sogar glauben, dass dieser wundervolle Zustand anhielt. Und selbst wenn die Wirklichkeit später zurückkehrte, es gab Erinnerungen, die den Wächtern inneren Halt boten. Die Erinnerungen an das Laufen durch die Straßen, an Leute, die ihn auswichen an die entsetzten Minen der Palastwächter, Erinnerungen daran, zur Stelle gewesen zu sein, als alle Schurken, Helden und Götter versagt hatten, daran, fast richtig gehandelt zu haben. Nobby stellte sein Glas auf einem nahen Fenster Simms ab, stampfte sich das Gefühl in die Füße zurück und behauchte kalte Finger. Dann tastete er in die dunklen Tiefen hinter dem Ohr und holte einen Zigarettenstummel hervor. »Tolle Sache, was?« Colonn seufzte zufrieden, als der Lichtschein eines auflammten Streichholzes die Minen der drei Wächter erhellte. Die anderen nickten. Schon jetzt hatten sie das Gefühl, dass seit dem gestrigen Tag eine Ewigkeit vergangen war. Aber solche Erlebnisse konnten sie unmöglich vergessen, auch wenn viele Bürger der Stadt dazu in der Lage sein mochten. Sie würden immer daran zurückdenken, ganz gleich, was von jetzt an geschehen mochte. »Von Königin habe ich jedenfalls die Nase voll,« brummte Nobby. »Ich glaube gar nicht, dass er der richtige König war,« erwiderte Karotte. »Übrigens, möchte jemand einen Keks?« »Es gibt keine richtigen Könige,« sagte Colonn, »doch es klang nicht so bitter wie sonst.« Zehn Dollar im Monat machten einen großen Unterschied. Frau Colonn reagierte ganz anders auf einen Mann, der zehn Dollar mehr im Monat nach Hause brachte. »Ihre schriftlichen Mitteilungen? Meist lagen sie auf dem Küchentisch. Klang nun viel freundlicher.« »Nein, ich meine, es ist doch nichts Besonderes, ein uraltes Schwert zu besitzen,« sagte Karotte. »Oder ein Muttermal. Ich meine, nehmt mich als Beispiel. Ich habe ein Muttermal auf dem Arm.« »Mein Bruder hat ebenfalls eins.« »Warf Colonn ein. Sieht wie ein Schiff aus.« »Meins ähnelt mir einer Krone,« erklärte Karotte. »Oh, dann bist du ein König!« Nobby grinste. »Ist doch logisch!« »Finde ich nicht,« widersprach Colonn. »Schließlich ist mein Bruder kein Admiral.« »Und außerdem habe ich dieses Schwert,« fügte Karotte hinzu. »Er zog es aus der Scheide.« Colonn nahm es dem obersten Obergefreiten aus der Hand und betrachtete es im trüben Licht, das durch die Tür der geflickten Trommel fiel. Die Klinge war matt, kurz und wie eine Säge gekerbt. Ein guter Schwert zweifellos. Und einst mochte es eine Inschrift getragen haben, aber sie war schon vor langer Zeitig reiner Abnutzung unleserlich geworden. »Eine ordentliche Waffe«, sagte der Feldwebel nachdenklich. »Gut ausbalanciert.« »Aber sie eignet sich nicht für einen König«, bat die Karotte ein. »Die Schwerter von Königen sind lang und magisch und mit Edelstein geschmückt.« »Wenn man sie hebt, spiegeln sie blendend hell das Licht wieder, und dann erklingt ein majestätisches Ping.« »Ping«, wiederholte Colonn, »ja, da hast du wahrscheinlich recht.« »Ich meine, nur wegen so etwas kann man nicht irgendwelche Leute auf den Thron setzen«, fuhr Karotte fort. »Das hat auch der Hauptmann gesagt.« »Ist sicher angenehm, König zu sein«, überlegte Nobby laut. »Könige brauchen sich nicht abzurackern.« »Hämm«, Colons Gedanken weilten noch immer in einer Welt der Spekulation. Echte Könige waren mit glänzenden Schwertern ausgerüstet, völlig klar. Aber vielleicht, vielleicht hatten die echten, echten Könige damals vor langer Zeit Schwerter vorgezogen, die nicht etwa glänzten, sondern scharf genug waren, um Dinge zu zerschneiden. Nur so eine Vermutung. »Ich sagte, es ist bestimmt angenehm, König zu sein«, wiederholte Nobby, »können sich einen lauen Lenz leisten.« »Ja«, murmelte Colonn, »ja, aber nie sehr lange.« Er musterte Karotte nachdenklich. »Oh, das stimmt allerdings.« »Wie dem auch sei«, ließ ich Karotte vernehmen, »mein Vater sagt immer, die Verantwortung des Königs sei eine sehr schwere Bürde, all das Überwachen und Prüfen und Planen und so.« Er lehrte sein Glas. »Das ist nichts für uns.« »Für uns«, er sah stolz auf. »Wächter.« »Alles in Ordnung, Feldwebel.« »Hämm, wie?« »Oh, ja«, Colonn zuckte mit den Achseln. »Was spielt es schon für eine Rolle«, dachte er. »Vielleicht ist es so am besten.« Er trank ebenfalls aus. »Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen«, sagte er. »Wie spät mag es sein?« »Etwa Mitternacht«, antwortete Karotte. »Und sonst?« Der oberste Obergefreite zögerte kurz. »Und alles ist gut?« »Genau, war nur ein Test.« »Weißt du«, sagte Nobby, »wenn du das sagst, Junge, könnte man es fast für wahr halten.« Ein umgekehrter Zoom findet statt. Dies ist die Scheibenwelt. Spiegel von Welten, von vier riesigen Elefanten durchs All getragen, die auf dem Rücken der Himmelsschildkröte Großatullen stehen. Am Rand dieser Welt fließt das Meer endlos in die Nacht. In der Mitte ragt die zehnmeilen hohe Felsnadel Corrie Celestie empor, und auf ihrem glitzernden Gipfel spielen die Götter mit dem Schicksal der Menschen. Leider weiß niemand, welche Regeln gelten und wer an den Spielen teilnimmt. Auf der einen Seite der Scheibenwelt ging die Sonne auf. Das Licht des Morgens floß über das Fleckenmuster aus Meeren und Kontinenten. Besser gesagt, es tröpfelte eher, denn in einem starken magischen Feld wird Licht faul und träge. Über der dunklen Sichel, dort, wo das alte Licht des Sonnenuntergangs kaum aus den tiefsten Tälern verschwunden war, sausten zwei helle Punkte aus den Schatten. Der eine groß, der andere klein. In geringer Höhe glitten sie über die Wogen des Randmeeres und flogen durch die völlig unergründlichen, von Sternen durchsetzten Tiefen des Weltraums. Vielleicht hielt der Zauber an, vielleicht auch nicht. Aber was wird schon ewig? Zauber an, vielleicht auch nicht.